Eigentlich hat Holly nichts anderes erwartet, womit ein weiteres Detail ungeklärt bliebe. Trotzdem besten Dank, Mr. Hedela. Na, schade, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen konnte. Noch etwas, was ist mit dem Jungen da? Erkennen Sie den? Sie zeigt ihm ein Foto von Peter Steinman. Es ist ein Gruppenbild des Schulorchesters, bei dem er mitgespielt hat. Sie hat es im Internet gefunden, heutzutage findet man da praktisch alles. Holly hat es vergrößert, damit Peter, der mit zwei Becken in der hinteren Reihe steht, relativ gut sichtbar ist. Jedenfalls besser, als wenn er von der Überwachungskamera da drüben aufgenommen worden wäre. Er war einer von den jungen Skatern. Hedela kneift die Augen zusammen, blickt jedoch auf, weil eine Frau mittleren Alters herein kommt. Er begrüßt sie mit Namen und sie erwidert den Gruß. Dann gibt er Holly ihr Tablet zurück. Bekannt kommt er mir vor, aber mehr kann ich nicht sagen. Die Skaterjungs kommen häufig Wein, um Süßigkeiten oder Chips zu kaufen, bevor sie mit ihrem Brett unter zum Web fahren. Ich meine, den Day We Wet, kennen Sie den? Ja, sagt Holly. Der Junge da wird nämlich auch vermisst. Seit November 2018. Äh, Sie meinen doch nicht etwa, dass sich hier in der Gegend irgendein Sextäter untreibt, oder? So jemand wie John Wayne Gacy? Eher nicht. Zwischen dem Jungen da und Bonnie Dahl besteht wahrscheinlich kein Zusammenhang. Was sie allerdings immer weniger glaubt. Fallen Ihnen vielleicht irgendwelche weiteren Stammkunden ein, die von einem Tag auf den anderen nicht mehr vorbeigekommen sind? Inzwischen wartet die Kundin, sie heißt Kova, bereits darauf, ein Sixpack Iron City und eine Packung Wonder Bread zu bezahlen. Äh, nee, sagt Herrera, sieht dabei aber nicht mehr Holly an. I ist keine Kundin, Kova hingegen schon. Olli weiß, was ein Wink mit dem Zaunpfahl ist, aber bevor sie Hedera in Ruhe lässt, reicht sie ihm eine Visitenkarte. Da steht meine Nummer drauf. Falls Ihnen was einfällt, was mir helfen könnte, Bonnie zu finden, rufen Sie mich bitte an, ja? Äh, klar, sagt Herrera und schlägt die Karte ein. Ey, Cora, tut mir leid, dass Sie warten mussten. Na, wie läuft's bei Ihnen mit Corona an so? Devor Holly den Laden verlässt, erwirbt sie eine Dose Fanta. Eigentlich will sie gar keine, findet jedoch, dass die Höflichkeit das gebetet. Sobald Holly wieder in ihrer Wohnung ist, ruft sie Twitter auf. Eine neue Antwort ist gekommen, von einem gewissen Franklin Creslow, Clist, NRA-Mitglied, stolzer Südstaatler. Sie ist kurz. Erin hat ihr Baby umgebracht und wird in der Hölle braten. Lass uns in Frieden. Mit uns dürften die lieben Anverbanden von Ellen in Bitt County gemeint sein. Sie ruft Penny Dahl an. Auf das Telefonat freut sie sich zwar nicht gerade, aber es ist an der Zeit, Penny darüber zu informieren, zu welcher Vermutung sie gelangt ist. Nämlich, dass Bonnie eventuell entführt wurde. Vielleicht von jemandem in einem Van, der ihr an der leer stehenden Autowerkstatt aufgelauert hat, von jemandem, den sie vielleicht kannte. Holly betont, dass es sich um eine reine Vermutung handelt. Sie hätte erwartet, dass Penny losschluchzt, aber das ist nicht der Fall, wenigstens vorläufig nicht. Schließlich hat Penny genau das befürchtet. Sie fragt Holly, ob eine Chance bestehe, dass Bonnie noch am Leben sei. Eine Chance gibt es immer, sagt Holly. Also hat irgendein verfickter Scheißkerl sie verschleppt. Der vulgäre Ausdruck überrascht Holly, wennauf nicht sehr. Wut anstatt Tränen. Penny erinnert sie an eine Bäwin, die ein Junges verloren hat. Finden Sie ihn, finden Sie den Scheißkerl, der meine Tochter verschleppt hat. Egal, was es kostet, ich kratze das Geld schon zusammen. Haben Sie verstanden? Olli erwartet, dass die Tränen später kommen werden, wenn das, was Penny da gerade erfahren hat, ihr vollständig ins Bewusstsein dringt. Bisher hatte sie die schlimmste Furcht, die eine Mutter haben kann, in sich weggesperrt, aber jetzt hat sie gehört, wie jemand sie ausspricht. Ich werde mein Bestes tun. Das sagt Holly immer. Finden Sie ihn, wiederholt Penny und legt auf, ohne sich zu verabschieden. Olli tritt ans Fenster und steckt sich eine Zigarette an. Sie überlegt, was ihr nächster Schritt sein könnte und gelangt, widerstreben, zu dem Schluss, dass ihr momentan keiner einfällt. Drei Personen werden vermisst, das weiß sie. Und sie glaubt, dass deren Verschwinden zueinander in irgendeinem Zusammenhang steht, obwohl sie trotz gewisser Gemeinsamkeiten keinen Beweis dafür hat. Sie ist in eine Sackgasse geraten. Jetzt muss das Universum ihr ein Seil zuwerfen. Am Abend ruft Jerome aus New York an. Er ist aufgeregt und glücklich, was kein Wunder ist. Das Geschäftsessen ist gut gelaufen und er hat den Scheck erhalten. Seine Agentin wird die Summe auf sein Konto überweisen, minus ihren 15 Prozent. Aber er hat das Ding tatsächlich in der Hand gehalten, wie er Holly erzählt, und ist mit den Fingern über die eingestanzten Zahlen gefahren. Jetzt bin ich reich, Holly Barry, ich bin reich, verdammt noch mal. Da bist du nicht der Einzige, denkt Holly. Bist du etwa betrunken? Nein, er klingt gekränkt. Ich habe gerade mal zwei Bier gehabt. Hm, gut. Wobei du bei der Gelegenheit wohl ausnahmsweise das Recht hättest, dich zu betrinken. Sie macht eine Pause. Allerdings nur, wenn du dich nicht übernimmst und dich mitten auf der Fifth Avenue übergibst. Das Blarney Stone ist in der Aids, Holly, in der Nähe vom Madison Square Garden. Holly, die noch nie in New York war und dort auch nicht hin will, sagt, wie interessant das sei. Ohne es zu wissen, dass seine kleine Schwester vor kurzem etwas ganz Ähnliches gesagt hat, erklärt Jerome, es sei eigentlich nicht das Geld, das ihn derart glücklich mache. Man wird das Buch rausbringen. Es hat als Pfefferart fürs College angefangen. Dann ist ein Buchmanuskript rausgeboren und jetzt wird es veröffentlicht. Das ist fantastisch, Jerome. Ich freue mich so für dich. Wie schön es doch wäre, wenn ihr Freund, der ihr und Bill mitten in einem Schneesturm einmal das Leben gerettet hat, immer so glücklich sein könnte. Aber so läuft das im Leben nicht, das ist dir klar. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Sonst würde es nichts mehr bedeuten, glücklich zu sein. Wie steht es denn mit deinen Recherchen? Hast du irgendwelche Fortschuldige gemacht? Holly bringt ihn auf den neuesten Stand. Hauptsächlich geht es um Alan Creslow, aber sie erwähnt auch, dass Tom Higgins offensichtlich nichts mit Bonnie Diles verschwinden zu tun hat. Als sie fertig ist, sagt Jerome, ich würde 100 Dollar geben, wenn mir jemand sagen könnte, wer die alte Dame war, die den Trailer von Alan Creswell ausgeräumt hat. Würdest du auch, oder? Auf jeden Fall. Dabei lächelt Holly und denkt, dass Jerome seit neuestem genügend Geld hat, für solch einen Wunsch, 1000 Dollar aufzuwenden. Sie selbst natürlich auch. Puella Davis, das ist sie. Ein leiches Mädchen wie in dem Lied von Hall & Oates, das sie früher so geliebt hat. Am interessantesten fand ich, dass in den Trailerpark hauptsächlich schwarze Leben, was nicht weiter erstaunlich ist, weil der am Westrand von Lowtown liegt, aber die alte Dame war eine Weiße. Was willst du denn als nächstes unternehmen? Weiß ich noch nicht, sagt Holly. Und du, Jerome? Oh, ich bleib noch ein bisschen in New York, mindestens bis Dienstag. Mein Lektor, ach, die beiden Wörter sage ich mit Begeisterung, will noch über ein paar Sachen sprechen, ein paar Änderungen im Manuskript. Außerdem wollen wir uns überlegen, wie der Buchumschlag aussehen könnte. Er sagt, die Chefin von der Werbeabteilung meint, ich könnte möglicherweise eine Lesereise machen. Einen Lesereise, ist das zu glauben? Durchaus, sagt Holly. Ich freue mich so für dich. Darf ich dir was erzählen? Über Barbara? Natürlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch was schreibt, und ich glaube, das läuft ziemlich gut. Er ist nicht irre, wenn wir beide Schriftsteller würden. Nicht irre, als es bei den Burntays war, sagt Holly. Das waren drei Geschwister, Charlotte, Emily und Anne, alles Schriftstellerin. Jane Eyre war eins von meinen Lieblingsbüchern. Das stimmt, aber besonders hat Holly in ihrer unglücklichen Teenager-Zeit Sturmhöhle geliebt. Hast du denn eine Ahnung, was Barbara da schreibt? Ich glaube, es sind Gedichte. Seit zwei, drei Jahren liest sie jedenfalls nichts anderes mehr. Hör mal, Holly, ich will jetzt einen Spaziergang machen. Ach, in die Stadt hier könnte ich mich richtig verlieben. Unter anderem wissen die hier, was angesagt ist. Es gibt tatsächlich Zelte, wo man sich impfen lassen kann. Aber pass auf, dass du nicht überfallen wirst. Steck dein Portemonnaie vorn in die Hosentasche nicht am Po und ruf deine Eltern an. Habe ich schon getan. Was ist mit Barbara? Hast du mit der gesprochen? Tu ich noch. Falls sie nicht so mit ihrem geheimen Projekt beschäftigt ist, dass sie nicht mit mir telefonieren kann. Ich hab dich lieb, Holly. Das sagt er nicht zum ersten Mal, aber wenn sie's hört, würde sie immer am liebsten weinen. Ich hab dich auch lieb, Jerome. Genieß den Rest von deinem großen Tag. Sie legt auf, dann steckt sie sich eine Zigarette an und tritt ans Fenster. Sie legt die Stirn in ihre berüchtigten Dackelfalten, was absolut nichts bringt. Am Montagabend kommt Roddy Harris wie üblich gegen Viertel nach Neun von seinem Besuch im Bowling Center nach Hause. Er und Emily sorgen gut für sich, oft mit Methoden, die von der geistig beschränkten Allgemeinheit nicht gut geheißen würden, aber seine einst kräftigen Hüften sind nun, da er bereits ein paar Jährchen über 80 ist, ziemlich empfindlich geworden und es ist fast vier Jahre her, dass er einen Ball auf die Bahn geworfen hat. Trotzdem geht er montags immer noch meistens ins Schweigemouth-Lanes, weil er sein Team anfeuern will, die Golden Oldies. Die spielen in der Ü65-Liga. Die meisten von den Männern, mit denen er anfangs im Team gebohlt hat, sind nicht mehr da, aber einige trifft er noch an. Darunter Hugh Klippert, der früher Soziologie gelehrt hat. Hugh dürfte inzwischen selbst bald 80 sein, der hat an der Börse einen Haufen Geld verdient und wirft immer noch einen fulminanten Hakenball. Nur schade, dass der immer ein bisschen zu weit links einschlägt. Sobald Emily die Haustür zugehen hört, kommt sie aus ihrem kleinen Arbeitszimmer. Er gibt ihr einen Kuss auf die Wange und fragt, wie ihr Abend gelaufen sei. Wenig erfreulich. Möglicherweise haben wir ein kleines Problem, Schatz. Du weißt ja, auf Twitter verfolge ich die Aktivitäten bestimmter Leute. Die von Vera Steinmein, sagt er, und die von Mama Dahl natürlich. Außerdem überprüfe ich gelegentlich, was die Kreslows so machen. Da ist nicht viel los und über Alan schreiben sie nie etwas. Es erkundigt sich eigentlich auch nie jemand nach ihr, bis gestern. Alan Kreslow, sagt Waddy kopfschüttelnd, dieses Mistschück, dieses... Irgendwie fehlt ihm das Wort, das er sagen will, dann fällt es ihm doch ein, dieses halsstarrige Miststück. Tja, halsstarrig war sie zweifellos. Und eine Person, die sich Lauren Bacall-Fan nennt, sucht Informationen über sie. Ach, beinahe drei Jahren? Weshalb ausgerechnet jetzt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Lauren Bacall-Fan ein privates Ermittlungsbüro leitet. Ihr eigentlicher Name ist Holly Gibney. Ihre Agentur nennt sich Feinders Keepers. Und Penelope Dahl hat sie engagiert. Jetzt ist er ganz aufmerksam, während er auf ihr nach oben gewandtes Gesicht hinunterblickt. Er ist einen guten Kopf größer als Emily, doch intellektuell ist sie ihm ebenbürtig, in mancher Hinsicht vielleicht sogar überlegen. Sie ist... Wieder tanzt das gesuchte Wort von ihm weg. Wie immer in solchen Fällen fängt er es aber wieder ein. Wie fast immer. Emily ist gewieft. Wie hast du das herausbekommen? Mrs. Dahl ist in den sozialen Medien ausgesprochen mit Teilsam. Die gute schwarzhafte Penny, sagt er. Das Mädchen, diese Bonnie, war ein Fehler. Schlimmer als der verfluchte Mexikaner. Obwohl, was den angeht, haben wir uns eigentlich nicht groß was vorzuwerfen, weil er der Erste war. Ich weiß, komm in die Küche. Vom Abendessen ist noch eine halbe Flasche Rotwein übrig. Wenn ich vor dem Schlafengehen sowas trinke, kriege ich so drin, das weißt du doch. Dennoch folgt er ihr. Nur einen Fingerhut voll. Sie holt den Wein aus dem Kühlschrank und gießt ein. Einen Fingerhut für ihn, ein bisschen mehr für sich. Dann setzt sie sich ihm gegenüber. Ja, wahrscheinlich war Bonnie wirklich ein Fehler, gibt sie zu, aber durch das warme Wetter ist mein Ischias wieder aufgeflammt und die Kopfschmerzen. Ich weiß, sagt Woddy. Er greift über den Tisch hinweg nach ihrer Hand und drückt sie sanft. Mein armer Liebling mit ihrer Migräne. Ach, Faye, du bloß. Ich bekomme doch mit, wie sehr du manchmal nach Worten gerungen hast und deine armen Hände, wie sie gezittert haben. Wir mussten es einfach tun. Mir geht's jetzt wieder bestens. Das Zittern ist verschwunden. Und jede, 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 mentale Trübung, mit der ich eventuell gekämpft habe, die ist ebenweils verschwunden. Das stimmt nur halb. Das Zittern ist verschwunden, wohl wahr. Nabuts manchmal meldet es sich minimal, wenn er sehr müde ist. Aber hin und wieder gibt es sehr wohl, Wouter, die knapp außerhalb seiner Reichweite tanzen. Solche Aussätze hat doch jeder manchmal, sagt er sich jedes Mal. Darüber hast du ja selbst Forschungen angestellt. Ein vorübergehend lahmgelegter mentaler Schaltkreis, eine pflichtige Aphasie, so ähnlich wie ein Muskelkrampf, der erst höllisch wehtut und dann nachlässt. Die Vorstellung, ich könnte sich um erste Anzeichen für Eilschreiber handeln, ist völlig lächerlich. Jedenfalls ist es jetzt passiert. Falls es irgendwelche negativen Konsequenzen geben sollte, werden wir schon damit umgehen können. Ich glaube allerdings nicht, dass es dazu kommen wird. Früher hat diese Gipni zwar einige bemerkenswerte Erfolge verbucht, natürlich habe ich ein bisschen recherchiert, aber damals hatte sie einen Geschäftspartner, einen früheren Polizisten, und der ist schon vor Jahren gestorben. Seither sucht sie hauptsächlich nach vermissten Hunden, jagt Kautionsflüchtige und bekommt Aufträge von bestimmten Versicherungsunternehmen, von Kleinen, nicht von den Wichtigen. Woddy nippt an seinem Wein. Bei meinen war sie offenbar clever genug, auf den Namen von Alan Creslow zu stoßen. Emily seufzt. Ach, das stimmt. Aber wenn zwei Personen im Abstand von fast drei Jahren verschwinden, ergibt das noch kein Schema. Trotzdem weißt du ja, was du immer sagst. Der Kluge bereitet sich auf den Regen vor, solange die Sonne scheint. Sagt er das tatsächlich immer? Wahrscheinlich schon. Jedenfalls hat er das Feuer getan. Und dass eine Schwalbe noch keinen Sommer mache, was sein Vater oft von sich gegeben hat, sein Vater hatte so einen herrlichen, himmelblauen Pöckerhardt und... Woddy... Ihr scharfer Ton lässt ihn aufhorchen. Du träumst! Wah? Da will... Gib das her! Sie schnappt sich das vor ihm stehende Likörglas und kickt das verbliebene Schlöttchen Wein in die Spüle. Anschließend holt sie aus dem Kühlschrank ein Dessertschältchen mit einer schlierigen, grauen Parfait-Masse. Sie sprüht Schlagsahne aus der Dose darüber und serviert Woddy das Schälchen samt einem langstieligen Dessertlöffel. Is... Mach! Isst du auch was abhaben? fragt er, obwohl ihm schon das Wasser im Mund zusammenläuft. Nein, ist alles für dich. Du hast es nötiger. Sie lässt sich wieder ihm gegenüber nieder, während er sich gierig über die Mischung aus Gehirnmasse und Vanilleeis hermacht. Dabei beobachtet sie ihn. Das wird ihn wiederherstellen. Das muss es einfach. Sie liebt ihn und sie braucht ihn. Hör mir gut zu, Schatz. Diese Frau wird nach Bonny suchen, nichts finden, ihr Honorar einstreichen und ihre Wege gehen. Falls sie doch ein Problem darstellen sollte, obwohl die Chancen eins zu hundert, wenn nicht gar zu tausend stehen. Nun, sie ist unverheiratet, verheiratet und nach allem, was ich gelesen habe, hat sie keinen Lebensgefährten. Ihre Mutter ist Anfang des Monats gestorben. Der einzige lebende Verwandte, ein Onkel, sitzt mit Alzheimer in einem Pflegeheim. Sie hat zwar einen Geschäftspartner, aber der ist offenbar außer Gefecht. Covid. Woddy, der inzwischen noch ein bisschen schneller schaufelt, wischt sich einen feuchten Faden ab, der ihm aus dem Mundwinkel geronnen ist. Er glaubt, die Welt bereits mit größerer Klarheit zu sehen und besser zu verstehen, was Emily sagt. Hast du das alles auf Twitter gefunden? Emily lächelt. Dort und an ein paar anderen Orten. Ich hab da so meine Tricks. Es ist wie in der Serie, die wir uns immer ansehen, Manifest, wo die Figuren ständig sagen, dass alles miteinander verbunden ist. So albern die Serie auch ist, das ist nicht albern. Was ich sagen will, ist einfach, mein Lieber. Es handelt sich um eine Frau, die nach dem Tod ihrer Mutter verständlicherweise deprimiert und voller Gram sein dürfte. Wenn eine solche Frau Suizid begeht, indem sie in den See springt und vorher auf ihrem Computer einen Abschiedsbrief hinterlässt, würde da wohl einer Verdacht schöpfen? Ihr Geschäftspartner vielleicht schon. Oder er würde gut verstehen, dass sie so gehandelt hat. Ich sage ja nicht, dass es so weit kommen muss. Nur, dass wir uns auf Regen vorbereiten sollten, solange die Sonne scheint. In Nahr. Von dem Parfait ist kaum noch etwas übrig und er hat eindeutig genug gehabt. Gib das mal her. Sie greift selbst danach und isst den Rest auf. Als Barbara Robinsons Handy klingelt, liegt sie im Pyjama in ihrem Bett und liest im Licht der Nachttischlampe ein Buch. Es handelt sich um Erstarrung von Jorge Castro. So gut wie »Die vergessene Stadt« ist es nicht und der Tickel kommt ihr bewusst abschreckend vor, wie eine Erklärung des Autors, dass er literarisch schreibt. Aber es ist doch ziemlich interessant. Außerdem ist der Arbeitstitel ihres eigenen Buchs »Gesichter ändern sich« auch nicht gerade so eingängig wie »Gedichte am Kaminfeuer für Jung und Alt«. Es ist Jerome, der aus New York anruft, weil es bei Barbara Viertel nach Elf ist, muss in seiner Zeitzone schon der neue Tag angebrochen sein. »Hi, du bist aber noch spät auf. Und gar nicht auf einer Party, falls die anderen nicht stumm wie die Fische sind. Stimmt, ich bin in meinem Hotelzimmer zu aufgeregt zum Einschlafen. Hab ich dich geweckt?« »Nein«, sagt Barbara, setzt sich im Bett auf und stopft sich ein zusätzliches Kissen in den Rücken. »Ich lese mich gerade in den Schlaf.« »Sylvia Plath oder Anne Sexton?« Damit will er sie nur nicken. »Einen Roman. Der Tückte das Ding geschrieben hat, hat sogar mal am College oben unterrichtet. Und was läuft bei dir?« Überschwänglich belichtet Jerome ihr alles, was er bereit seinen Eltern und Holly erzählt hat. Sie freut sich für ihn und sagt das auch. Außerdem staunt sie über die Hunderttausend Dollar und stößt einen kleinen Schrei aus, als er ihr von der möglichen Leseweise erzählt. »Nimm mich mit, als dein Roadie.« »Da komme ich vielleicht drauf zurück. Und was läuft bei dir, Barbarella?« Sie will ihm schon alles verraten, hält sich aber rechtzeitig zurück. Das soll sein großer Tat sein. »Bab? Bist du noch dran?« »Bei mir läuft alles wie sonst auch.« »Ah, das glaube ich dir nicht. Du brötest doch was aus. Na, was ist das große Geheimnis? Sag's mir endlich.« »Bald,« verspricht sie. »Ehrlich, erzähl mir lieber, was du von Holly gehört hast. Die habe ich vor ein paar Tagen nämlich mehr oder weniger abgewimmelt und deshalb habe ich ein schlechtes Gewissen.« »Wenn auch kein allzu schlechtes. Sie muss einen Essay schreiben, der ist lichtig und sie hat noch keine großen Fortschritte gemacht. Fortschritte? Sie hat noch nicht mal angefangen.« Jerome berichtet alles. Er endet mit Alan Creslow. An den passenden Stellen sagt Barbara »Ja« und »Wow« und »Mmm«, aber sie hört nur halb zu. In Gedanken ist sie wieder bei dem verdammten Essay, den sie bis Monatsende abschicken muss, außerdem ist sie schläfrig. Daher kommt ihr nicht in den Sinn, dass es einen Zusammenhang zwischen den verschwundenen Personen geben könnte, von denen Jerome ihr erzählt und dem Verschwinden von Jorge Castro, von dem sie durch Olivia Kingsbury erfahren hat. Obwohl ein von Castro verfasster Roman umgedreht auf ihrer Bettdecke liegt. Als Jerome sie gähnen hört, sagt er »Ah, jetzt lass ich dich aber schlafen. Ist immer schön mit dir zu reden, wenn du mir aufmerksam zuhörst.« »Ich hör dir doch immer aufmerksam zu, mein liebster Bruder.« »Wer's glaubt, ist,« sagt er lachend und ist weg. Arbora legt Jorge Castro beiseite, ohne sich bewusst zu sein, dass er zu einem kleinen, extrem unglückseligen Club gehört. Dann knipst sie das Licht aus. In dieser Nacht träumt Holly von ihrem alten Zimmer. An der Tapete erkennt sie, dass es das in der Bond Street in Cincinnati ist, aber es ist auch die Museumsinstallation, die sie sich ausgemalt hat. Alles ist mit kleinen Schädchen versehen, wodurch die Gegenstände zu Artefakten werden. Auf dem Schäd neben der Stereoanlage steht »Ludio Ludius«, auf dem neben dem Papierkorb »Bella Sideria«, das Bett ist mit »Cubile Puele Tristes« gekennzeichnet. Weil der menschliche Geist Staboff spezialisiert ist, Verbindungen herzustellen, denkt sie beim Aufwachen an ihren Vater. Das tut sie nicht oft. Warum auch? Der ist vor langer, langer Zeit gestorben und war seit dann kaum mehr als ein Schatten, wenn er gerade mal zu Hause war, was selten genug vorkam. Howard Gidney war Vertreter für eine Firma namens Way Garden Farm Machinery und hat seine Tage damit verbracht, durch den Mittleren Westen zu reisen, um Mähdrescher und Traktoren Marke Way Garden True Made zu verkaufen, alle hellrot lackiert. Als wollte man dafür sorgen, dass niemand die landwirtschaftlichen Maschinen von Garten für welche von John Deere hielt. Wenn er zu Hause war, hat Charlotte dafür gesorgt, dass er keine Minute lang vergaß, wer, wie sie es ausdrückte, das Herdfeuer in Gang hält. Auf seinen Reisen als Vertreter mochte er ein sein, zu Hause war er der typische Pantoffelheld. Olli steht auf und geht zur Kommode. Die Dokumente ihres Arbeitslebens, des Lebens, das sie sich geschaffen hat, befinden sich entweder im Büro von Finders Keepers in der Buell Street oder in ihrem kleinen Arbeitszimmer nebenan, aber bestimmte andere Dokumente, bestimmte Artefakte verwahrt sie in der untersten Kommodenschublade. Viele sind es nicht und die meisten rufen Erinnerungen wach, die eine Mischung aus Nostalgie und Kummer darstellen. Da ist zum Beispiel die Plakette, die sie als zweiten Preis bei einem Vortragswettbewerb gewonnen hat, an dem mehrere Grundschulen ihre Heimatstadt teilnahmen. Damals war sie noch jung und selbstbewusst genug, sich vor eine größere Menschenmenge zu stellen. Vorgetragen hat sie Mauern ausbessern, ein Gedicht von Robert Forst. Und nachdem Charlotte sie beglückwünscht hatte, hat sie ihr erklärt, wenn sie unterwegs nicht über mehrere Wörter gestolpert wäre, hätte sie sich bestimmt den ersten Preis geholt. Dann ist da ein Foto, wie sie im Alter von sechs Jahren mit ihrem Vater an Halloween auf Süßigkeitenjagd gegangen ist, er im Anzug sie in einem von ihm gebastelten Gestänsterkostüm. Olly erinnert sich vage daran, dass ihre Mutter, die sonst an Halloween mit ihr herumzog und sie oft hastig von Haus zu Haus zerrte, in jenem Jahr die Krippe hatte. Auf dem Foto lächelt Howard Gigné. Wahrscheinlich lächelt sie ebenfalls, was angesichts des Ladens über ihren Kopf allerdings nicht erkennbar ist. Bestimmt hab ich gelächelt, Murmett Holly, weil er mich nicht hektisch durch die Gegend gezerrt hat, damit er möglichst schnell nach Hause kommt und sich vor den Fernseher setzen kann. Und außerdem hat er ihr nicht vor jedem Klingeln an den Türen eingeschärft, sie solle sich auch schön brav bedanken, sondern schlicht angenommen, dass sie das ohnehin tun würde, was sie auch immer getan hat. Jetzt interessiert sie sich jedoch weder für die Plakette noch das Halloween Foto, noch die gepressten Blumen oder die sorgfältig ausgeschnittene und verbarte Todesanzeige ihres Vaters. Es geht ihr um nachdem sie die Lüge ihrer Mutter über deren Vermögen entdeckt hat, ist ihr eine weniger angenehme Idee gekommen, dass ihre Mutter diese Andenken an einen Mann, an den sich Holly nur undeutlich erinnert, gestohlen hat. An einen Mann, der unter der Fuchtel seiner Frau stand, wenn er gelegentlich zu Hause war, der jedoch bei den seltenen Gelegenheiten, wenn er mit seiner kleinen Tochter allein war, freundlich und witzig sein konnte. Auf der High School hatte Hollys Vater vier Jahre Latein gehabt und ebenfalls einen Dreis gewonnen, den ersten, nicht den zweiten, und zwar für einen zweiseitigen Aufsatz in dieser Strache. Der Titel lautete Quid est veritas, also was ist Wahrheit. Egen die heftigen, ja beinahe schrillen Einwände ihrer Mutter hat Holly später auf der High School ebenfalls Latein gelernt, wenn auch nur zwei Jahre lang, denn mehr wurde nicht angeboten. Geglänzt wie ihr Vater in seiner vorvertreterlichen Zeit hat sie nicht, aber sie hat sehr anständige Noten bekommen und sich genug gemerkt, um noch heute zu wissen, dass trauriges Mädchen als Puella Tristes übersetzt wird und Star Wars als Bella Sideria. Jetzt vermutet sie, nein, es ist ihr völlig klar, dass sie Latein gelernt hat, herzustellen und der hat auch darauf reagiert, oder? Indem er ihr Postkarten aus Orten wie Omaha, Tulsa oder Vapid City geschickt hat. Im Pyjama vor der untersten Kommodenschuklade kniend, kramt sie in den letzten Relikten ihrer Vergangenheit als Puella Tristes. Ist die verbliebene Karte womöglich auch noch verschwunden, nicht weil ihre Mutter, die Howard Gibney vollständig aus ihrem Leben gelöscht hat, sie geklaut hätte, sondern weil sie sie selbst verschusselt hat, wahrscheinlich beim Umzug in die jetzige Wohnung? Endlich findet sie die Karte. Sie steckt in dem Spalt hinten in der Schublade. Das Foto auf der Vorderseite zeigt den Gateway Arc in St. Louis und der Text auf der Rückseite, zweifellos mit einem Werbekugelschreiber von Ray Garden Farm Maschino re geschrieben, ist auf Lateinisch. Alle Karten ihres Vaters waren Lateinisch verfasst und es war damals ihre Aufgabe und ihr Vergnügen, sie zu übersetzen. Sie dreht die Karte um und liest So etwas schreiden zu können, hat ihren Vater noch stolzer gemacht, als wenn er für 170.000 Dollar einen neuen Traktor verkauft hatte. Einmal hat er zu Holly gesagt, er sei der einzige Vertreter für landwirtschaftliche Maschinen in Amerika, der sich mit Latein beschäftige. Charlotte, die das mithörte, hat aufgelacht. Hab bloß jemand wie du kann stolz darauf sein, eine tote Strache zu sprechen, hat sie gesagt. Orfin Howard gelächelt und geschwiegen hat. Olly setzt sich mit der Karte aufs Bett und liest sie im Licht der Nachtischlampe noch einmal. Sie erinnert sich, wie sie den Text mithilfe ihres Lateinwörterbuchs übersetzt hat und murmelt jetzt das Ergebnis vor sich hin. Liebe Holly, mein Schatz, ich hab dich lieb, hab eine gute Zeit mit deiner Mutter, bald bin ich wieder zu Hause, dein Vater. Wie automatisch drückt Holly einen Kuss auf die Postkarte? Der Stempel ist zu verschwommen, als dass man das Datum erkennen konnte, aber abgeschickt wurde die Karte wohl, nicht lange bevor Hollys Vater in einem Hotelzimmer am Stadtrand vom Davenport Iowa an einem Herzinfarkt gestorben ist. Sie erinnert sich, wie ihre Mutter darüber geklagt, gemeckert hat, wie viel es kosten würde, den Leichnam per Bahn nach Hause transportieren zu lassen. Während sie die Karte auf den Nachttisch schlägt, nimmt sie sich vor, sie am Morgen wieder in der Schublade zu deponieren. Artefakte, denkt sie, Museumsstücke. Sie ist traurig, dass sie nur wenige Erinnerungen an ihren Vater hat und spürt eine dumpfe Wut bei der Erkenntnis, dass der Schatten ihrer Mutter sein Bild beinahe ausgenischt hat. Ob Charlotte tatsächlich nicht nur Hollys Geld, sondern auch die anderen Postkarten auf die Seite gebracht hat? Ist ihr dabei diese eine entgangen, weil eine jüngere und wesentlich schüchternere Version von Holly, die vielleicht als Lesezeichen benutzt oder in ihrer Umhängetasche natürlich mit Schottenmuster verbahrt hatte, mit der sie überall herumzog? Das wird Holly nie erfahren. Ob ihr Vater wohl wirklich so viel Zeit unterwegs verbracht hat, weil er nicht zu Hause bei seiner Frau sein wollte? Auch das wird sie nie erfahren. Sie weiß nur, dass er sich ein bisschen Leben eingehaucht haben. Das war ihr gemeinsames Projekt. Holly knitzt das Licht aus, schläft ein, träumt davon, dass Charlotte in ihrem Kinderzimmer steht. Denk immer daran, wem du gehörst, sagt Charlotte. Dann geht sie hinaus und schließt hinter sich die Tür ab. 19. Mai 2021 Barbara betritt eilig das Keiner Memorial Hospital. Sie rennt nur deshalb nicht regelrecht hinein, weil Marie ihr gesagt hat, es handelt sich nicht um einen Notfall, sondern um eine Routine Untersuchung. An der Rezeption erkundigt sie sich, auf welcher Etage die Onkologie sei. Die Frau hinter der Theke schickt sie zu den Aufzügen im Westflügel. Oben angekommen betritt Barbara einen angenehmen Aufenthaltsraum mit angenehmen Bildern an den Wänden, Sonnenuntergänge, Wiesen, tropische Inseln und angenehmer Musik, die aus Lautsprechern an der Decke herab schwebt. Hier sitzen viele Menschen, die auf gute Nachrichten hoffen und das Gegenteil befürchten. Alle tragen Maske. Marie liest ein Taschenbuch, einen Roman von John Sandford. Sie hat für Barbara den Stuhl neben ihr reserviert. Warum hast du mir denn nichts gesagt, fragt Barbara als erstes. Weil du dir Sorgen gemacht hättest, obwohl das überhaupt nicht nötig gewesen wäre, sagt Marie. Sie wirkt völlig ruhig, beige Hose und weiße Bluse wie üblich, minimales, perfekt aufgetragenes Make-up, keine Haarsträhne da, wo sie nicht sein sollte. Olivia wollte, dass du dich um deine Texte kümmerst und um nichts anderes. Aber ich will mich auch um sie kümmern. Obwohl Barbara ihre Stimme im Zaum zu halten versucht, blicken sich mehrere Leute nach den beiden um. Olivia hat Krebs, sagt Marie, den sie, wen wundert's, als Arschkrebs bezeichnet. Sie hat ihn schon sehr lange. Dr. Blauen, ihr Onkologe, meint, es ist ein Krebs mit dem man stirbt und keine an dem man stirbt. In ihrem fortgeschrittenen Alter kriecht er nur vor sich hin. Allerdings ist er in den letzten zwei Jahren irgendwie etwas schneller gekrochen. Bösartig? Aber war flüstert das Wort. Oh ja, sagt Marie, die immer noch völlig ruhig ist. Aber er hat keine Metastasen gebildet und wird das vielleicht auch nicht tun. Das her hat sie zweimal pro Jahr untersuchen lassen, wie schnell er wächst. Dieses Jahr sind drei Untersuchungen vorgesehen, falls sie überhaupt noch ein Jahr lebt. Sie sagt ja selbst gern, ihre Bauteile hätten längst die Garantiezeit überschritten. Ich hab dich her bestellt, weil sie dir etwas zu sagen hat. Versäumst du eigentlich was in der Schule? Barbara wedelt wegwerfend mit der Hand. Sie ist im letzten Schuljahr und hat ausgezeichnete Noten, weshalb sie sich jederzeit einen Schwänztag leisten kann. Worum geht es denn? Das wird sie dir selbst sagen. Geht es um den Penley? Mabie greift nur nach ihrem Roman und fängt wieder an zu lesen. Barbara hat kein Buch mitgebracht. Sie zieht ihr Handy aus der Tasche, geht auf Instagram, sieht sich ein paar langweilige Posts an, checkt ihre E-Mails und steckt das Handy wieder weg. Zehn Minuten später kommt Olivia durch eine Schwingtür, hinter der sich Geräte befinden, über die Barbara lieber nichts wissen will. Olivia stützt sich auf ihre beiden Stöcke, an einer ihrer schmalen Schultern hängt ihre Umhändetasche, ein Krankenpfleger hält sie am Arm. Als sie bei Barbara und Marie angekommen ist, bedankt sie sich bei dem Pfleger und lässt sich seufzend mit einer Grimasse auf einem der Stühle nieder. Gerade habe ich wieder mal die unwürdige Prozedur überlebt, in einer lahmenden Maschine eingekackert zu sein, während mein Kackloch untersucht wird, teilt sie den beiden mit. Das Alter ist eine Zeit, in der man alles von sich werfen muss, was schlimm genug ist, aber es ist auch eine Zeit eskalierender Demütigungen. Sie sieht Barbara an. Ich nehme an, dass Marie sie über den Kretz informiert hat und darüber, weshalb sie ihn vor ihnen verborgen gehalten haben. Es wäre mir lieber gewesen, Barbara. Olivia sieht müde aus, todmüde, denkt Barbara, aber außerdem wird sie auch interessiert. Weshalb? Darauf weiß Barbara keine Antwort. Im Herbst wird die Frau da 100 Jahre alt sein und irgendwo hinter der Tür dort drüben sind vielleicht kahlköpfige Kinder, die nicht einmal ihren zehnten Geburtstag erleben werden. Tja, weshalb also? Können sie schreien, Barbara? Die Augen über Olivias Maske, die mit roten, weißen und blauen PiS-Zeichen bedruckt ist, sind so wach wie immer. As? Wieso? Haben sie schon mal geschrien? Haben sie schon mal einen Schrei aus voller Kehle ausgestoßen, so einen, nach dem man anschließend high seist? Barbara denkt an das, was sie mit Brady Hartsfield, Morris Bellamy und Chad Andowski erlebt hat, vor allem mit Andowski. Ja, hier sollten sie nicht schreien, das ist kein Ort dafür, aber vielleicht später. Hier müssen sie sich ruhig verhalten. Ich hätte warten können, bis wir zu Hause sind, aber je älter ich werde, desto schlechter wird meine Impulskontrolle. Außerdem wusste ich nicht, wie lange das mit dem MRT dauern wird. Deshalb habe ich Marie gebeten, sie anzurufen, sie mögen bitte herkommen. Sie schiebt den Riemen ihrer großen Umhängetasche von der Schulter und fummelt die Tasche auf. Schließlich zieht sie einen Umschlag mit dem aus Federkiel und Tintenfass bestehenden Logo heraus, das Barbara sofort erkennt. Ihr Herz, das bereits seit Maries Anruf schneller schlägt, beschleunigt noch ein Stück. Ich habe mir die Freiheit genommen, den Brief da zu öffnen, damit ich ihnen etwa geschlechte Nachrichten behutsam beibringen kann, aber es sind keine schlechten Nachrichten. Auf der Shortlist für den Penley stehen 15 Namen von Personen unter 30, die Gedichte schreiben. Sie gerinnen dazu. Barbara sieht, wie ihre eigene Hand den Umschlag entgegen nimmt. Sie sieht, wie ihre Hand ihn öffnet und das schwere gefaltete Blatt Papier herauszieht. Sie sieht das bekannte Logo oben auf dem Brief, der mit den Worten beginnt, das Komitee für den Penley Preis freut sich, ihnen mitzuteilen. Dann verschwimmt ihr Blick in Tränen. In Maries Auto fahren die drei zur Ritual zurück. Barbara sitzt hinten. Im Radio läuft Sirius XM, wo Melodien aus den Völzigern gespielt werden. Manchmal singt Olivia mit. Als die Lieder vor langer Zeit populär waren, hat sie wahrscheinlich College Slipper getragen und einen Pagenschnitt gehakt. Auf der Fahrt liest Barbara den Brief immer wieder durch, wie um sich zu vergewissern, dass sein Inhalt Wirklichkeit ist. Nach der Ankunft helfen Barbara und Marie der alten Dichterin gemeinsam dabei aus dem Auto auszusteigen und die Stufen zur Haustür zu erklimmen. Ein langsamer Vorgang, der von mehreren lauten Vürzen begleitet wird. Das sind bloß Fehlzündungen, sagt Olivia nüchtern. Der Auspuff muss geweinigt werden. Als sie im Hausflur stehen und die Tür nach draußen zu ist, stellt sich Olivia vor Barbara einen Gehstock in jeder Hand. Wenn sie schreien wollen, wäre jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Ich würde es ja selbst tun, habe aber nicht mehr genügend Kraft in der Lunge. Barbara ist weiterhin im Hennen um den Penley Preis, der mit einer Publikation bei Random House verbunden ist. Es wäre schön, ihn zu bekommen und sie könnte das Geld fürs College gebrauchen, aber das ist nicht das Wichtigste. Olivia hat ihr praktisch versichert, dass ihre Gedichte selbst dann, wenn sie nicht gewinnt, veröffentlicht werden, das heißt, man wird sie lesen. Das wird keine große Masse tun, aber doch Menschen, die dieselben Dinge lieben wie Barbara. Sie holt tief Luft und schreit, nicht vor Entsetzen, sondern vor Freude. Ah, gut, Olivia lächelt, wie wär's mit nochmal schaffen sie das? Sie schafft es. Marie legt ihr den Arm um die Schultern und den zweiten Schrei stoßen beide zusammen aus. Ausgezeichnet, sagt Olivia. Nur damit sie Bescheid wissen, ich habe früher einmal zwei junge Männer betreut, die auf die Longlist für den Penley gekommen sind, aber sie, Barbara Robinson, sind die erste auf der Shortlist und die bei weitem Junste. Allerdings müssen weitere Hürden überwunden werden und die sind hoch. Denken sie immer daran, dass sie sich in Gesellschaft von vierzehn Männern und Frauen befinden, die ungemein begabt und passioniert sind. Du musst dich ausruhen, Olivia, sagt Marie, das werde ich schon, aber zuerst ebt es noch etwas zu besprechen. 27. Juli 2021 Es ist viertel vor elf am Vormittag, als das Universum Holly tatsächlich ein Seil zubirft. Sie sitzt in ihrem Büro, wo die Möbel beruhigender Weise an ihren gewohnten Platz stehen und füllt ein Rechnungsformular für eine Versicherungsgesellschaft aus. Jedes Mal, wenn im Fernsehen ein lustiger Versicherungs-Spot kommt, die Affleck-Ente, Flo von der Progressive Insurance, Duck und sein Emu, stellt sie das Gerät stumm. Darbespots für Versicherungen sind zum Schreien, die Firmen weniger. Selbst wenn man ihnen eine Viertel Million Dollar spart, weil man einen Betrug aufgedeckt hat, muss man ihnen die Rechnung trotzdem zweimal, dreimal, manchmal sogar viermal schicken, bevor die bezahlt wird. Wenn sie solche Rechnungen schreibt, denkt sie oft an ein altes Sprichwort, der Geiz wächst mit dem Gelde. Als sie gerade die letzten Zeilen des bekackten dreiseitigen Formulars ausfüllt, läutet das Telefon. Feinders Keepers Volli Gibney am Apparat, was kann ich für sie tun? Hallo es gibt ne hier ist Emilio Herrlela vom Jetmart, Sie wissen schon, wir beide haben gestern miteinander gesprochen. Ja, das haben wir. Olli setzt sich kerzen gerade auf, das mit der Rechnung ist vergessen. Sie haben mich gefragt, ob irgendwelche anderen Stammkunden plötzlich nicht mehr aufgetaucht sind. Und jetzt ist Ihnen jemand eingefallen, Mr. Herrera? Tja, vielleicht schon, bevor ich gestern ins Bett während ich drauf gewartet habe, dass mein Melatonin wirkt und auf AMC kam gerade The Big Lebowski, haben Sie wahrscheinlich nicht gesehen. Doch, hab ich, sagt Holly, dreimal sogar. Bei dem Film ist mir der Bowling-Typ eingefallen, der früher ziemlich oft in den Laden kam, hat Snacks und Softwings und manchmal Whizzler-Blättchen gekauft, ziemlich jung, jedenfalls aus meiner Sicht, ich gehe nämlich auf die 60 zu, und netter Kerl, typischer Kiffer allerdings. Wissen Sie, wie er hieß? Leider nicht mehr genau, Corey vielleicht oder Cameron, das ist schon mindestens fünf Jahre her oder so. Und wie sah er aus? Hager, lange blonde Hawe, die hatte er immer zu einem Pferdeschwanz gebunden, wahrscheinlich weil er ein Moped hatte, kein Motorwart und auch kein Roller, sondern so eine Art Fahrrad mit Motor. Die Neuen sind elektrisch, aber seins ist mit Benzin gefahren. Ich weiß, was das für Dinger sind. Mann, war das laut. Ich weiß nicht, ob was mit dem Motor nicht gestimmt hat oder ob Moped sich immer so anhören, aber es hat richtig geknattert. Außerdem war es über und über mit Stickern beklebt, alberne Sprüche wie nieder mit den schwulen Walfischen und ich Weltje von den Greatful Dead. Der Typ war ein echter Deadhead. Wenn's draußen warm war, so von April bis Oktober, sahen praktisch jenem Abend unter der Woche Wein gekommen, manchmal auch im November. Wir haben oft über Filme gequatscht. Gekauft hat er immer dasselre, zwei oder drei Schokoriegel und ne Pico und die Blättchen eben. Was ist denn eine Pico? Peru Cola, so ähnlich wie Jolt. Erinnern sie sich an Jolt? Daran erinnert Holly sich bestens. In den 80ern war sie eine Weidelang geradezu süchtig nach dem Zeug. Der Slogan war der ganze Zucker und doppelt so viel Koffein. Genau, Pico ist der ganze Zucker und etwa neun Mal so viel Koffein. Er ist damit auf den Drive-In-Walk geklettert, um sich die Filme im Magic City anzusehen. Von da oben kann man die Leinwand richtig gut sehen, hat er gesagt. Stimmt, ich war selbst da oben? Jetzt ist Holly richtig aufgeregt. Sie dreht das dämliche Rechnungsformular um und kretzelt auf die Rückseite. Cory oder Cameron Moped mit lustigen Stickern. Er hat gesagt, dass er nur unter der Woche rauf geht, weil am Wochenende zu viele Kids da abhängen und irgendwelchen Scheiß sagt, haben sie, aber das macht nichts nur weiter. Sie macht sich weiter Notizen, Drive in Rock, Red Bank Avenue. Na ja, ich hab gefragt, was das bringen soll, wenn man den Ton mich hört, und da hat er gesagt, das fand ich richtig cool, er hat gesagt, ist mir egal, ich kann den ganzen Dialog auswendig. Bei den dagezeigten Filmen natürlich kein großes Wunder, lauter sogenannte Klassiker, auch Filme, wo sogar ich den ganzen Dialog auswendig weiß. Ehrlich? Ihr Erstaunen hält sich in Grenzen, Holly selbst kennt von mindestens sechzig Filmen lange Passagen auswendig, vielleicht sogar von hundert. Und ob, sie wissen schon so Sachen wie wir brauchen ein größeres Brot oder entscheide dich, ob du leben oder sterben willst. Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen, Genau, das ist auch so ein berühmter Spruch. Ich will Ihnen mal was sagen, Miss Gidney, in meinem Job hat der Kunde immer Wächt, außer es sind Minderjährige, die Zigaretten oder Bier haben wollen, aber das muss mich ja nicht vom Nachdenken abhalten, oder? Natürlich nicht. Und was den Typen angeht, über den wir reden, habe ich gedacht, er übertreibt es ein bisschen. Ich glaube, er ist da oder drei Jahren wird die Sorte Cola nicht mehr hergestellt, was mich nicht wundert. Ich habe ein einziges Mal eine probiert und hatte gleich Herzflattern. Aber egal, der Typ war ausgesprochen regelmäßig hier, wie ein Uhrwerk. Gleich nach der Arbeit kam er mit seiner kleinen Knatterkiste angefahren, hat sein Zeug gekauft, ein Weilchen mit mir gequatscht und sich dann wieder auf die Socken gemacht. Hale und hab viele kommen und gehen sehen. Aber auf jeden Fall war das vor den Wahlen, wo Trump das erste Mal angetreten ist. Das weiß ich noch, weil wir Witze über den gerissen haben. Ta leiler wurde es dann weniger lustig. Er hält kurz inne, wahrscheinlich weil er überlegt, was er da gerade gesagt hat, aber nichts für ungut, falls Sie ihn gewählt haben. Ganz im Gegenteil, denkt Tolly. Nein, ich hab Clinton gewählt. Sie haben ihn vorhin als Bowlingtyp bezeichnet? Ja, weil er im Streige Maut gearbeitet hat. Das stand vorn auf seinem T-Shirt. Das Gespräch geht noch eine Weile weiter, aber Herrera kann sich an nichts weiter erinnern, was von Wert wäre. Trotzdem dürfte es nicht schwer sein, den Namen des Bowlingtypen herauszubekommen. Olly mahnt sich zur Vorsicht, weil das vielleicht alles ein gar nichts zu bedeuten hat, dennoch, derselbe Laden, dieselbe Straße, jemand, der kein Auto fuhr und ungefähr dieselbe Zeit am Abend, zu der Bonny Way verschwunden ist. Und der Drive-In-Wog, auf dem Holly selbst gesessen hat, nachdem sie Bonnys Ohrclip gefunden hatte. Sie tippt auf ihr iPad und stellt fest, dass das Strike-em-out Lanes um 11 Uhr vormittags aufmacht. Dort wird sie den Namen des Bowling-Typen erfahren. Auf dem Weg zur Tür hat sie jedoch eine andere Idee. Imani McQuire hat ihr zwar nicht erlaubt, das Gespräch mit ihr aufzunehmen, aber Holly hat die Hauptpunkte anschließend auf ihr Handy aufgestrochen. Sie sucht die Datei und will sie schon abspielen, als ihr der Name von Imanis Mann einfällt, Yardley. Holly recherchiert die Telefonnummer vom städtischen Abschlepphof, ruft an und fragt, ob Mr. Yardley McGuire zu sprechen sei. Amaba wart. Mr. McGuire, mein Name ist Holly Gidney, ich habe gestern mit ihrer Frau gesprochen und über Ellen, sagt er. Imi meint, es wäre ein gutes Gespräch gewesen. Sie haben Ellen noch nicht aufgespürt, oder? Nein, aber vielleicht bin ich auf jemand anderen gestoßen, jemand, es muss keinen Zusammenhang geben, aber wer weiß. Er hatte ein Moped, das mit allerhand Stickern beklebt war, nieder mit den schwulen Walfischen stand auf einem, andere hatten mit den Grateful Dad zu. Na klar doch, an das Moped erinnere ich mich bestens, sagt Yardley McGuire. Das scheint mindestens ein Jahr lang ihr. Gleich so war Lenna. Schließlich hat Jerry Holt es mit nach Hause genommen und seinem mittleren Sohn geschenkt, weil der unbedingt so'n Ding haben wollte. Aber zuerst hat das repariert, weil es geknattert hat. Tak, tak, tak. Yardley lacht, so etwa hat sie es angehört. Wo wurde es denn gefunden bzw. abgestellt? Puh, keine Ahnung. Vielleicht weiß Jerry Bescheid, aber Hansi, Miss Gibney, es ist nicht so, dass der es gestohlen hätte, ja? Das Kennzeichen war abmontiert und falls es eine Seriennummer gab, hat keiner sich darum gekümmert entsprechend nachzuforschen. Bei so'n im alten Ofen lohnt sich das nicht. Olly notiert sich die Nummer von Jerry Holt, dankt Yardley und bittet ihn, seine Frau von ihr zu grüßen. Dann ruft sie Holt an. Nachdem es dreimal geklingelt hat, wird sie auf die Mailbox ungeleitet und hinterlässt die Bitte, sie zurückzurufen. Anschließend tigert sie durch ihr Büro und fährt sich dabei mit Auch ohne den Namen des Bowlingtypen zu kennen, ist sie sich zum 90% sicher, dass dieser ein weiteres Opfer der Tason ist, die sie für sich inzwischen als Red Bank Killer bezeichnet. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich um eine alte weiße Dame mit Ischias handelt, aber womöglich deckt die nur jemand anderen. Hilft ihm, seine Spuren zu verschleiern, vielleicht tut sie das für ihren Sohn? So etwas hat einen sogenannten Ehrenmord gelesen, bei dem eine ältere Frau die Beine ihrer Schliegertopter festhielt, damit ihr erzürnter Sohn sie köpfen konnte. Mord ist das Band, das die Familie zusammenhält, so was in der Richtung. Sie überlegt, ob sie Pete anrufen soll, sie überlegt sogar bei Isabel Jains auf deren Dienststelle anzurufen, aber eigentlich kommt beides nicht in Frage, sie will den Fall allein klären. Der Parkplatz des Bowling Centers ist groß, aber kaum belegt. Holly stellt ihren Wagen ab und als sie gerade die Tür öffnet, klingelt ihr Handy. Es ist Jerry Holt. Tja, das Moped, sagt er, als nach einem Jahr immer noch keiner da war, um es abzuholen, das heißt, er man es 16 Monate, hab ich's meinem Sohn mitgebracht, Nein, darum geht es nicht. Ich will nur ergold, weil Greg es nämlich geschrottet hat, als ich da mit einer Kiesgrube in der Nähe ausgetobt und dabei hat der Idiot sich den Arm gebrochen. Meine Frau hat mir ganz schön die Halle Eis gemacht. Ich will nur herausfinden, wo es damals gefunden wurde. Wissen Sie das vielleicht? Herr Klaroch, sagt Holt, stand in dem Bericht im Deerfield Park, also in dem zugewucherten Teil, den die Leute das Dickicht nennen. In der Nähe der Red Bank Avenue, sagt Holly mehr zu sich selbst als zu Jerry Holt. Genau, einer von den Parkwächtern hat es entdeckt. An der Doppeltür des Bowling Centers sind zwei Schilder angebracht, auf dem einen steht geöffnet, auf dem anderen keine Maske, kein Problem. Olli zieht ihre hoch und geht hinein. Der Eingangsbereich ist mit allerhand gerahnten Gruppenfotos von Kindern geschmückt, über denen ein Schild verkundet, Bowling hält Kinder gesund und fit. Olli kann sich zwar gesunde Aktivitäten vorstellen, die etwa Schwimmen, Laufen oder Volleyball, aber wahrscheinlich ist Bowling besser als nichts. Insgesamt gibt es 20 Bahnen, von denen aber nur drei beleuchtet sind. Die wenigen Kubin, die geworfen werden, rollen laut über die Oberfläche. Noch lauter ist das Krachen der Pins, wenn die Kugeln einschlagen. Es hört sich an wie der Moment in einem Actionfilm, wo eine verzichtbare Figur das rote anstatt das blaue Kabel durchtrennt. Hinter der Theke ist ein schlachsiger langhaariger in einem orange gestreiften T-Shirt mit dem Aufdruck Strike im Out, gerade damit beschäftigt für einen Kunden ein frühes Nachmittagsbier zu zapfen. Kurz denkt Holly entgeistert, sie hätte Corrie oder Cameron gefunden, lebendig, gesund und unverschwunden, aber als er sich ihr zuwendet, sieht sie, dass auf dem Namenssched an seinem Schert darin steht. Brauchen Sie Schuhe? Welche größer? Nein, danke, mein Name ist Holly Läb mich fett. Holly interpretiert das als Ausdruck respektvoller Verblüffung, nicht als tatsächliche Aufforderung und spricht einfach weiter. Ich möchte etwas über jemanden in Erfahrung bringen, der bis vor einigen Jahren hier gearbeitet hat. Ein junger Mann, sein Name könnte, also ich kann Ihnen da bestimmt nicht weiterhelfen, bin erst seit Juni hier, den Sommer über, da müssten Sie mit Elphir Hevertig sprechen, der gehört, der Laden Sie es im Büro da drüben. Er deutet in die entsprechende Richtung. Während weitere Pins krachen und eine Frau einen Freudenschrei ausstößt, geht Holly zum Büro. Sie klopft, jemand im Inneren sagt Jo, was Holly als Einladung versteht. Sie öffnet die Tür. Davon hätte sie allerdings auch ein Hauen sie ab nicht abgehalten. Sie jagt einem Pfeil hinterher und wenn sie das Althea Heverti ist eine extrem voluminöse Frau, die wie ein meditierender weiblicher Buddha hinter ihrem chaotischen Schreibtisch sitzt. In einer Hand hält sie mehrere Blatt Papier, vor ihr steht aufgeklappt ein Laptop. Aus dem verdrießlichen Blick, mit dem sie die Blätter betrachtet, schließt Holly, dass es sich um Rechnungen handelt. Was ist denn jetzt los? Ist der Pinsetter auf der Elf wieder abgekackt? Ich hab Derlin doch gesagt, er soll die Bahn abstellen, bis Borg kommt und das Ding lepabiert. Der Typ hat wirklich nur Stroh im Kopf. Ich bin nicht zum Bohlen da. Olli stellt sich vor und erklärt, was sie möchte, woraufhin Althea die Lechnung beiseite legt. Tja, sie meinen Kirby Dressler. Das war der beste Mitarbeiter, den ich hier hatte, in Schach zu halten, wenn sie genug hatten, ohne dass sie sauer wurden, außerdem total zuverlässig. War zwar ein Kiffer, aber sind das heutzutage nicht alle? Und angemerkt hat Nance ihm nie, kam nie zu spät, hat sich Nikan gemeldet und von einem Tag auf den anderen war er dann wie vom Erdboden verschluckt. Zack, einfach so. Sie suchen nach ihm, was? Ja. Ihren Misten. Tja, von seinen Eltern wurden sie bestimmt nicht engagiert. Um das zu wissen, muss ich keine Detektivin sein. Alfiel verschränkt die Hände hinter dem Kopf und dehnt sich, wobei der Schatten ihres wahrhaft gewaltigen Busens den halben Schreibtisch bedeckt. Die So sagen sie das? Er kam aus irgendeinem miesen Kaff in Minnesota, wurde oft von seinem Stiefvater verprügelt, hat er erzählt. Dabei hat seine Mutter einfach rec gesehen. Schließlich hatte er es satt und ist abgehauen. Nicht dass Curry eine rührselige Geschichte draus gemacht hätte, er hat es ganz nüchtern erzählt, hatte eine wirklich gute Einstellung. Wichtig waren ihm bloß Filme und seine Arbeit hier. Und Dope. Aber ich steck meine nase nicht in Sachen, die mich nichts angehen. Außerdem war es bloß Gras. Glauben Sie denn ihm ist was zugestoßen? Was Schlimmes meine ich. Das halte ich für möglich, ja. Er kann Sie mir helfen, den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem er verschwunden ist? Ich habe mit einem Angestellten in dem Jetmart gesprochen, wo Kirby immer eingekauft hat, wenn er auf der Heimfahrt war. Zu irgendeiner kleinen Wohnung nehme ich an. Aber der Mann vom Jetmart wusste nur noch, den Sieg geklaut. Aber warten Sie mal einen Moment. Sie zieht die oberste Schreibtisch Schublade auf und kramt darin. Wäre wirklich schlimm, wenn Carrie etwas zugestoßen wäre. Das Liga spiel es ohne ihn einfach nicht mehr so, wie es mal war. Sie kramt, kramt und kramt. Dieses verfluchte Corona hat ne Menge von unseren Hauswettbewerben den Chaos gemacht, was nicht weiter schlimmer, wenn mein Geschäft nicht derart unterleiden würde. Aber ohne Carrie lief's schon vorher nicht mehr gut. Der war einfach derart geschickt drin, alles zu organisieren. Ah ja, ich glaub, das ist der Richtige. Sie steckt den USB-Stick in den Laptop, setzt ihre Brille auf, sucht und tippt. Allerdings nur mit den Zeigefingern. Sucht und tippt. Olli muss sich bezähmen, nicht selbst hinter den Schreibtisch zu treten, um das Gesuchte zu finden. Schließlich starrt Althea auf den Bildschirm. In ihrer Brille spiegelt sich etwas, das wie eine Tabelle aussieht. Aha, sagt sie, Carrie hat 2012 hier angefangen, war damals noch knapp zu jungen Alkohol auszuschänden, aber ich habe ihn trotzdem eingestellt, war froh drüber. Sein letzter Gehaltscheck wurde am 4. September 2015 ausgestellt, das ist schon fast sechs Jahre her, Mann, wie die Zeit vergeht, was? Und dann war er weg. Sie nimmt die Brille ab und sieht Holly an. Erfi, so heißt mein Mann, musste Feen einspringen, das war bevor er seinen Herzinfarkt hatte. Haben Sie ein Foto von Carrie? Auf dem Laptop nicht, aber kommen Sie mal mit zum Boulou Wie sich herausstellt, ist das Boulou die Cafeteria, wo eine müde wirkende Frau mit Maske wie Holly Erfolg festschält, gerade zwei Kunden Hamburger und Bier serviert. Die gefließten Wände sind mit gerahnten Fotos geschmückt. Auf einigen halten einzelne Männer Wertungsblätter hoch, auf denen sämtliche Kästchen angekreuzt sind. Darüber verkündet ein Schild der 300er Club. Auf den meisten anderen sind Gruppen mit Shirts dargestellt, die sie als Mitglieder bestimmter Teams identifizieren. Sehen Sie sich das da an, lamentiert L4, werfen sie mit großer Geste auf die leeren Sitznischen, Tische und Barock erdeutet. Früher war hier richtig was los, denn es so weiter geht, kann ich dicht machen und das alles wegen dem Grippe-Virus und den man ein Riesentheater macht, wenn die verfluchten Demokraten nicht die Wahl geklaut hätten. Okay, da ist er. Das da ist Cavi, der ganz vorne. Sie ist vor einem Foto stehen geblieben, das sieben ältere Männer, vier haben weißes Haar, drei Glatze und einen jungen Mann mit einem blonden Pferdeschwanz zeigt. Der junge Mann und einer von den älteren halten gemeinsam einen Pokal in die Höhe. Darunter steht Golden Oldies Winter Liga Meister 2014 15 Darf ich das abfotografieren? fragt Holly, während sie bereits ihr Handy hebt. Oh, nur zu. Olli drückt auf den Ausloser. Er ist noch auf ein paar anderen drauf, zum Beispiel auf dem da. Alphia zeigt auf ein Foto, auf dem Curry zwischen sechs lächelnden Frauen steht, von denen zwei so aussehen, als Hot Witches, die 2014 die Damen Liga gewonnen haben. Eigentlich wollten die sich Hot Bitches nennen, aber dem hat Erfin Riegel vorgeschoben. Und da ist Curry mit einem Team von der Bier Liga, die Bowlen immer um einen Kasten Budweiser. Olli macht fleißig Fotos. Curry hat bei jedem Team ausgeholfen, dem gerade ein Mann oder eine Frau gefehlt hat, er natürlich nur während seiner Schicht. Er hat von 11 Uhr morgens, da machen wir auf, bis um 7 Uhr abends gearbeitet. Er war sehr beliebt und ein richtig guter Bowler, hat einen Durchschnitt von etwa 200 geschafft. Wenn er irgendwo eingesprungen ist, hat er sich allerdings zurückgehalten. Irgendwie hat er zu jedem Team gepasst. Aber besonders mochte er die Burschen da, deshalb hat er oft bei denen mitgespielt. Sie hat Holly wieder zu dem Foto mit den Golden Oldies geführt. Die haben früher nachmittags gespielt, also zu einer Zeit, wo hier schon vor dem verfluchten Corona kaum was los war. Das ging, weil sie alle schon in Rente waren, aber ich glaube, es lag auch ein bisschen an Carrie. Vielleicht sogar mehr als ein bisschen. Die meinen sie das? Weil die Oldies auf Montag gewechselt sind, als er nicht mehr da war. Eine Bahn war da noch frei und die haben sie genommen. Wäre es möglich, dass Carrie mit einem von den Leuten da über seine Pläne geskochen hat, hier aufzuhören und vielleicht wo anders hinzuziehen? Nun kann durchaus sein, möglich ist alles. Spielen die denn noch hier, ich meine die Männer auf dem Foto da? Manche schon, haarigen Mann mit einem roten marmorierten Bowlingball, der nach einer Sonderanfertigung aussieht. Roddy Harris kommt meistens immer noch, aber inzwischen bloß als Zuschauer, lädierte Hüften, sagt er, und Arthritis in den Händen. Der da ist tot und der da hat einen Schlaganfall, glaube ich, aber der bowlt noch. Sie tippt auf den Mann, der gemeinsam mit Carrie den Pokal hält. Der ist sogar Teamleiter, war's damals schon. Er heißt Hugh Klebart. Wenn Sie mit ihm sprechen wollen, kann ich Ihnen seine Anschrift geben. Wir haben die Anschriften von allen Teammitgliedern, falls sie was gewinnen. Kommt das öfter vor? Och, dach würden Sie sich wundern, die Konkurrenz kann ziemlich heftig werden, vor allem im Winter. Es gab mal ein Match zwischen den Witches und den Alley Sallys, das mit einer handfesten Keilerei geendet hat. Die haben sich mit den Fäusten traktiert, gekratzt, an den Haaren gezerrt, überall war Bier verschüttet, ein totales Chaos, alles wegen nem läppischen Foul, weil einer die Linie übertreten hatte. Den Streit hat Carrie geschlichtet, auch da war er gut drin. Ach, nen Schicht in Vermisse. Könnten Sie mir bitte die Anschrift von Mr. Klippert geben und seine Telefonnummer, wenn sie die haben? Tue ich. Olli folgt Althea Haverty zu deren Büro zurück. Sie glaubt nicht im Mindesten, dass Carrie Dressler mit einem von den Oldies über irgendwelche Pläne gesprochen hat, aus der Stadt weg zu gehen, weil er das offensichtlich nicht vor hatte. Aber da eine alte Frau den Trailer von Alan Kresslow ausgeräumt sogar mit ihr verband oder verheiratet ist. Weil der Red Band Killer seine Opfer nicht nach dem Zufall Prinzip auswählt, jedenfalls nicht ausschließlich. Zum Beispiel wusste er, dass Alan alleinschlehend war. Von Cammie wusste er das sicher ebenfalls. Vielleicht wusste er, dass die Mutter von Peter Steinman ein Alkoholproblem hatte. Er wusste, dass Bonnie sich kurz vorher von ihrem Freund getrennt hatte, dass kein Kontakt zwischen ihr und ihrem Vater bestand und dass sie ein angespanntes Verhältnis zu ihrer Mutter hatte. Anders gesagt verfügte der Täter über allerhand Informationen. Er hat sich seine Opfer gezielt ausgesucht. Holly ist souveräner als früher. Sie ist ruhiger, emotional stabiler, macht sich weniger Selbstvorwürfe, leidet jedoch immer noch an einem niedrigen Selbstwertgefühl und an Unsicherheit. Das mögen Charaktermängel sein, aber sie haben paradoxerweise einen Vorteil. Sie wird dadurch zu einer besseren Ermittlerden. Momentan ist sie sich beispielsweise darüber im Klaren, dass ihre Annahmen über den Fall völlig falsch sein könnten, aber ihr Bauchgefühl sagt ihr, dass sie richtig liegt. Daher will sie nicht wissen, ob Carrie einem von den Golden Oldies verraten hat, dass er wegziehen wollte, sie will erfahren, ob einer von denen eine Frau kennt, die an Ischialgi leidet oder sogar mit einer verheiratet ist. Das mag zwar unwahrscheinlich sein, aber wie Maski in der alten Zeichentrickserie zu Deputy Dog sagt, möglich ist es, möglich ist es. Bitte sehr, sagt R4 und reicht Holly einen Zettel. Olli steckt ihn gefaltet in eine der Pattentaschen ihrer Cargohose. Können Sie mir vielleicht noch mehr über Curry sagen, Mrs. Hafferty? R4 hat bereits wieder die Rechnungen in der Hand, sie legt sie wieder weg und seufzt. Mach, nur, dass ich ihn vermisse. Ich möchte wetten, dass die Oldies, jedenfalls diejenigen wie Clippard, die damals schon da waren, ihn ebenfalls vermissen. Auch die Witches vermissen ihn, und ich glaube, selbst die Schulkinder, einmal im Monat mit dem Bus gekommen sind, tun das, vor allem die Mädchen. Er war ein Kiffer, und egal, wo er jetzt ist, glaubt er bestimmt ebenso dran, dass dieser Grippevirus eine große Sache ist, wie Sie das tun, Holly. Ich werde darüber nicht mit Ihnen streiten, wir sind hier in Amerika, wo man alles glauben kann, was man will. Ich sag bloß, dass er ein richtig guter Mitarbeiter war, und von denen gibt's immer weniger. Dem wir mal Dörren da draußen, der tut bloß, was er muss. Meinen Sie, der könnte einen Spielplan für unsere Hauswettbewerber aufstellen, nicht mal, wenn man ihm die Pistole auf die Brust setzt? Danke, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben, sagt Rolli und hält Alphia den Ellbogen hin. Alphia deine Mutter ist an dem andeblichen Grippevirus gestorben, du ahnungsloses Luder, denkt Holli. Aber sie lächelt und sagt kein Problem. Während Holli langsam auf den Ausgang zugeht, hört sie hinter sich die Bowlingkugeln rollen und die Pins krachen. Sie will schon die Tür nach draußen auftrücken und macht sich auf die feuchte Hitze gefasst, die sie erwartet, als sie plötzlich stehen bleibt, hellwach und mit weit aufgerissenen Augen. Mein Gott, denkt sie, kann das wirklich sein? 19. Mai 2021 Marie und Barbara trinken Kaffee. Olivia, die in den vergangenen Jahren wiederholt an Herzrhythmus schleurungen gelitten hat, bekommt ein Glas mit eisgekühtem koffeinfreiem Meilwen-Tee. Als alle im Wohnzimmer versammelt sind, erklärt Olivia, Barbara nun, da sie auf der Shortlist für den Penley-Preis steht, zu erwarten hat. Sie spricht stockender als sonst, das findet Barbara zwar beunruhigend, aber Olivia klingt nicht verwaschen und alles, was sie sagt, ist so klar und präzise wie eh und je. Die ziehen das in die Länge, als wär's eine von diesen Castingshows wie Dancing with the Stars statt ein Lyrikpreis, für den sich kaum jemand interessiert. Gegen Mitte Juni wird die Shortlist auf zehn Namen reduziert und die fünf Finalisten verkündet man Mitte Juli. Wer gewonnen hat, teilt man mit Erleichterung und einem angemessenen Fanfarbenstoß etwa einen Monat später mit. Das heißt erst im August? Wie schon gesagt, zieht man das Ganze in die Länge. Immerhin muss man jetzt keine weiteren Gedichte mehr einreichen, was in Ihrem Fall gut sein dürfte. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe den Eindruck, dass Ihre Schublade weitgehend leer ist. Die letzten zwei Texte, die Sie mir gezeigt haben, kamen mir ein bisschen gezwungen vor. Ja, das stimmt vielleicht. Barbara weiß genau, dass es stimmt. Sie hat gespürt, wie sie die Zeilen eher aus sich heraus pressen musste, als dass sie hervorgeströmt wären. Es ist Ihnen gestattet, zusätzliche Texte zu schicken, ein vager Ausdruck, den die Verantwortlichen eigentlich nicht benutzen sollten, aber ich schlage vor, dass Sie das lassen. Sie haben Ihre besten Sachen bereits eingeschickt. Stimmen Sie Du bist erschöpft, das wie bei einem Baby, denkt Barbara. Falls Sie zu den letzten fünf gehören sollten, müssen Sie eine Darlegung ihrer literarischen Ziele verfassen, einen Essay. Es haben Sie doch auf der Website gesehen, oder nicht? Den Teil hat Barbara nur überflogen, weil sie nicht erwartet hat, so weit zu kommen. Aber als Olivia die Website vom Penley Preis erwähnt, kommt ihr etwas in den Sinn, was ihr schon früher hätte einfallen sollen. Stehen die fünfzehn Namen von der Shortlist eigentlich auf der Website? Keine Ahnung, aber ich nehme es an, Marie? Die hat bereits ihr Handy gezückt. Die Website ist offenbar unter den Favoriten gespeichert. Jedenfalls braucht sie nur ein paar Sekunden, bis sie die Antwort auf Barbaras Frage hat. Ja, die stehen da. Ach, verdammt, sagt Barbara. Hast du immer noch vor, das Ganze geheim zu halten? Fragt Marie. Ist nämlich schon eine richtig tolle Leistung, dass du es so weit geschafft hast, Bart? Tja, eigentlich wollte ich das. Wenigstens bis Jerome seinen Vertrag unterschrieben hat. Aber jetzt ist die Katze irgendwie aus dem Sack, oder? Olivia lacht prustend auf. Das ist nicht ihr Ernst. Der Penley-Preis ist kaum etwas, worüber die New York Times oder CNN berichten. Ich vermute, dass die einzigen Leute, die sich die Wettseite da ansehen, selbst auf der Shortlist stehen. Und deren Freunde und Familienmitglieder natürlich. Vielleicht auch ein, zwei Lehrer oder Dozenten, zu denen sie eine enge Beziehung haben. Die restliche Welt wird kaum Notiz davon nehmen. Wenn man sich die Literatur als Stadt vorstellt, sind Leute, die Lyrik schreiben und lesen, arme Verwandte, die am Stadtrand in einer Hütte hausen, daher glaube ich, ihr Geheimnis nicht in Gefahr ist. Darf ich jetzt auf den Essay zurückkommen? Sie streckt die Hand aus, um ihr Glas Eistee auf den Beistelltisch zu stellen, das schafft sie nicht ganz, deshalb es um ein Haar auf den Boden fällt, aber Marie hat alles beobachtet und verhindert das Unglück. Klar, Mach nur zu, sagt Barbara, aber danach sollten sie sich wirklich hinlegen. Marie nickt ihr nachdrücklich zu. Eine Darlegung ihrer literarischen Ziele auf nicht mehr als zwei Seiten. Kann natürlich sein, dass sie nicht mehr dabei sind, wenn die Finalisten verkündet werden und deshalb auch niemandem mehr mitteilen müssen, warum sie Gedichte schreiben, aber es schadet nichts, darüber nachzudenken. Wären sie dazu bereit? Ja, natürlich. Wobei Barbara keine Ahnung hat, was sie schreiben wird, wenn es tatsächlich nötig werden sollte, mit Olivia hat sie unheimlich viel über Lyrik gesprochen und alles in sich aufgesogen, froh darüber zu erfahren, dass das, was sie tut, bedeutsam und eine ernsthafte Angelegenheit ist, zu erfahren, dass sie weitermachen soll. Aber was wäre das Wichtigste, was man in einem zweiseitigen Essay unterbringen sollte, wo doch irgendwie alles wichtig ist oder sogar lebensnotwendig. Sie werden mir doch dabei helfen, oder? Auf keinen Fall, sagt Olivia in erstauntem Ton. Alles, was sie über ihr Berg sagen, muss aus ihrem eigenen Herzen und Verstand kommen. Klar? Na ja, nix, na ja, Herz, Verstand, Thema beendet. Sagen Sie mir jetzt lieber, ob sie weiterhin Prosatexte lesen. Flucht zum Weißen Meer vielleicht? Olivia, jetzt reicht es aber, sagt Möbby, bitte. Wieder hebt Olivia nur die Hand. Das hab ich schon hinter mir, sagt Barbara. Jetzt lese ich gerade Die Abendrönte im Westen von Comet McCarthy. Oh je, das ist aber was Düsteres, entsetzliche Szenen, aber voller Einbildungskraft. Und ich überlege, ob ich Erstarrung lesen soll, den zweiten Roman von Jorge Castro, der hier Professor war. Olivia gluckst. Professor war der nicht, aber ein guter Lehrer. Schwul. Habe ich Ihnen das schon gesagt? Ich glaube, ja. Olivia grabscht nach ihrem Glas, das Möbby ihr mit duldsamem Blick in die Hand gibt. Offenbar hat sie es vorläufig aufgegeben, Olivia auf den Treppenlift und dann nach oben ins Bett zu befordern. Olivia ist konzentriert, sie spricht wieder schnell und klar. Oh ja, schwuler geht's nicht. Vor zehn Jahren war man da zwar etwas weniger tolerant als heute, aber die meisten Fakultätsmitglieder, darunter mindestens zwei, die inzwischen selbst ihr Coming-out hatten, haben ihn so akzeptiert, wie er war, mit seinen weißen Schuhen, seinen extravaganten gelben Hemden und seiner Baskenmütze. Die haben uns an seinem Witz erfreut, der scharf war wie der von Oscar Wilde. Den hat er wie eine Rüstung getragen, um sein im Grunde liebenswürdiges Wesen zu schützen. Horch war ein sehr freundlicher Mensch. Allerdings gab es mindestens eine Kollegin, die ihn überhaupt nicht gemocht hat, ihn richtig verabscheut hat wahrscheinlich. Wenn nicht Wasselin Burkhardt, sondern sie den Fachbeweich geleitet hätte, dann hätte sie bestimmt irgendeine Möglichkeit gefunden, ihn hochkant rauszuschmeißen. Emily Harris? Olivia sieht Barbara mit einem bitteren verkniffenen Lächeln an, das ganz anders ist als ihr Übliches. Niemand anderes. Ich glaube nicht, dass sie etwas mit Menschen anfangen kann, die nicht weiß sind, was einer der Gründe ist, weshalb ich dafür gesorgt habe, dass sie zu mir kommen und nicht zu ihr gehen, obwohl ich steineid bin. Und ich weiß eindeutig, dass sie keine Leute mag, die, wie sie es ausdrückt, warme Brüder sind. Helfen Sie mir bitte hoch, Marie, kann sein, dass ich dabei wieder Luft ablassen muss, ein Glück, dass Fürze in meinem Alter relativ geruchlos sind. Marie hilft ihr auf, Olivia hat zwar ihre Gehstücke, aber nachdem sie so lange gesessen hat, käme sie ohne Maries Hilfe nach, Dabara, ich hoffe, dass sie zu den glücklichen fünf gehören, die einen schreiben müssen. Ich werde die Stirn in Dackelfalten legen, sagt Barbermer, wie um ihre Freundin Holly zu zitieren. Auf halbem Weg zur Treppe bleibt Olivia stehen und dreht sich um. Jetzt ist ihr Blick nicht mehr leidenschaftlich, sie ist in die Vergangenheit gereist, was in diesem Frühling immer öfter geschieht. Ich erinnere mich an die Fachbereich Sitzung, wo es um die Zukunft des Lyric Workshops ging. Da ist Froche sehr eloquent dafür eingetreten, ihn beizubehalten. Das weiß ich noch, als wär's gestern gewesen. Die Emily bei Froches Diskussionsbeitrag lächelnd genickt hat, als wollte sie sagen, guter Punkt, guter Punkt. Aber mit den Augen hat sie nicht gelächelt. Sie ist ausgesprochen willensstark und wollte sich scherzen. Marie, erinnerst du dich an ihre Weihnachtsparty? Marie verdreht die Augen. Wie könnte ich die wohl vergessen? Was ist denn da passiert? fragt Barbara. Olivia setzt Marie an. Hör bitte auf, es dauert ja nicht lange und es ist so eine herrliche Geschichte. Also, Barbara, jedes Jahr veranstalten Emily und ihr Mann kurz vor Weihnachten eine Party. Das ist eine richtige Tradition, okay, findet schon seit Urzeiten statt. Als Corona letztes Jahr außer Rand und Band war und das College dicht gemacht hat, sah es ganz danach aus, dass damit auch mit der altehrwürdigen Tradition gebrochen gebrochen musste. Aber konnte Emily Harris das zulassen? Eher nicht, sagt Barbara. Ganz recht. Deshalb gab's eine Zoom-Party, an der Marie und ich bewusst nicht teilgenommen haben. Das hat Emily allerdings nicht ausgeweicht. Sie hat einen Haufen junger Leute angeheuert, sich als Weihnachtsmänner zu verkleiden und den Partygästen, die hier in der Stadt wohnen, Geschenkkörbe zu liefern. Selbst wir haben einen Korb bekommen, obwohl wir uns nicht eingeloggt hatten, nicht wahr, Marie? Bier und Kekse oder sowas in der Richtung? Stimmt, geliefert von einer hübschen blonden Frau, aber können wir jetzt um Gottes wehen schon gut, schon gut. Gestützt von Marie bewegt die alte Dichterin sich langsam auf die Treppe zu, wo sie sich mit einem weiteren Pupsen auf den Lift Plumpsen lässt. Bei der Sitzung über den Lyrik-Workshop hatte es zwischendrin kurz den Anschein, wirklich nur kurz, dass Hauche es schaffen würde, die Anwesenden umzustimmen. Seit da hat Emily unverbannt gelächelt, aber ihr Blick... Während der Treppenlift sich in Bewegung setzt, lacht Olivia über die Erinnerung. Prach, sie hat reingeblickt, als wollte sie ihn umbringen. 27. Juli 2021 Bowling hält Kinder gesund und fit, das steht auf dem Schild über den Gruppenfotos mit den Schulkindern, die zum Bowlen herkamen, bevor Corona solchen Ausflügen ein Ende bereitet hat. Olli sieht sich um, ob sie auch nicht beobachtet wird. Darren, der junge Mann, der jetzt den Job von Carried Wessler macht, lehnt neben der Zapfanlage an Tresen und studiert sein Handy. Erthea Heverty ist weiterhin hinten in ihrem Büro. Olli befürchtet schon, der Rahmen mit dem Foto, für das sie sich interessiert, könnte an die Wand geklebt sein, aber er hängt an einem Harten. Auch Auch die nächste Befürchtung, dass womöglich nichts auf der Rittseite steht, bewahrheitet sich nicht. Da steht in säuberlichen Druckbuchstaben Mädchen der Fifth Street Middle School Mai 2015. Olli hängt das Bild wieder an seinen Haken, um es anschließend, so ist sie eben, akkurat auszurichten. Auf dem Foto sind zwölf Mädchen in dunkel lila Shorts zu sehen, die Holly als Uniform der betreffenden Schule erkennt. Drei Reihen in jeder vier Mädchen. Sie haben sich im Schneidersitz vor einer der Bowling Bahnen platziert. In der mittleren Reihe sitzt lächelnd Barbara Robinson, auf dem Kopf den mittellangen Afro, den sie damals trug. Da war sie zwölf Jahre alt und in der sechsten Klasse, wenn Holly sich nicht irrt. Carried Wessler ist nicht auf dem Bild, er ist auf keinem der Gruppenfotos abgebildet, aber wenn er gleich um elf mit der Arbeit angefangen hat, müsste er beim Eintreffen der Schulkinder bereits da gewesen sein. Während sie hinaus zu ihrem Wagen geht, nimmt sie die Hitze kaum wahr, ausnahmsweise verlangt es sie nicht nach einer Zigarette. Sie lässt die Klimaanlage laufen und sucht die Aufnahme, Leiter und Curry gemeinsam einen Pokal hochhalten. Das schickt sie an Barbara, begleitet von einer kurzen Nachricht, erinnerst du dich an den Typen da? Kaum ist das erledigt, meldet sich doch unverkennbar das Bedürfnis nach Nikotin. Sie steckt sich eine Zigarette an, stellt den Reiseaschenbecher auf die Mittelkonsole und fährt los. Es ist Zeit, sich auf die Socken zu machen und Klinken zu putzen. Angefangen mit der von Hugh Clippard. Die viktorianischen Villen an der anmutig geschwungenen Kurve der Witch Road mögen Nobel sein, aber die am Laurel Close mitten in Sugar Heights sind das weitaus mehr. Falls man eine Definition von Nobel anwendet, die nicht nur teuer, sondern schweineteuer einschließt. Olli ist so etwas völlig unbeeindruckt, aus ihrer Sicht ist alles in bester Ordnung, wenn die elektrischen Geräte in der Wohnung funktionieren und die Fenster dicht sind. Einen Gärtner zu haben oder einen ganzen solchen Trupp gar wäre ihr nur lästig. So einen Gärtner sieht man nämlich vor der Villa Clippard, einer Residenz im Theodor-Stil mit einem großen samtigen Rasen. Den mäht er gerade, während Holly am Bordstein hält? und sieht, wie ein Mann auf einem Aufsitz Mäher den Rasen mäht. Als sie die Nummer von Hugh Clippard wählt, ist sie darauf vorbereitet, eine Nachricht hinterlassen zu müssen, aber er nimmt ab und hört sich ihre kurze Erklärung an, deshalb sie zu Carrie Dressler nachforsche. Was für ein netter junger Mann, ruft Clippard, als sie fertig ist. Wie sie bald feststellen wird, neigt er zu ausrufen. Über den unterhalte ich mich mit Freude, kommen Sie doch nach hinten, meine Frau und ich liegen am Pool. Holly biegt in die Einfahrt ein und winkt dem Gärtner zu, der erwidert die Geste und mäht weiter. Wobei Holly beim besten Willen nicht erkennen kann, was es da zu mähen gäbe, wie sie findet, sieht der Rasen bereits wie die Oberfläche eines fesch gesaugten Billardtischs aus. Sie nimmt ihr iPad mit, damit sie für das Foto, das sie Klippert zeigen will, den größeren Bildschirm hat. Während sie ums Haus herum geht, späht sie kurz in ein Esszimmer mit einem Tisch, der lang genug ist, ein ganzes Football-Team zu beherbergen oder die Mitglieder einer Bowling-Mannschaft. Hugh Klippert und seine Gattin ruhen im Schatten eines riesigen blauen Sonnenschirms auf identischen Liegestühlen. Der Pool, ebenso blau wie der Schirm, weist zwar keine olympischen Maße auf, aber ein Planschbecken ist er auch nicht gerade. Klippert trägt Sandalen und eine enge rote Badehose. Als er Holly sieht, springt er auf. Sein Bauch ist flach und annähernd waschbrettartig. Die langen weißen Haare sind feucht und nach hinten an Zuerst schätzt Holly ihn auf etwa 70. Als er zum Händeschütteln vor ihr steht, sieht sie, dass er ein ganzes Stück älter ist, für einen Golden Oldie jedoch beachtlich in Form. Holly zögert, seine Hand zu ergreifen, woraufhin er grinst und perfekt weiße Zähne präsentiert, die wahrscheinlich alles andere als billig waren. Wir sind beide geimpft, Miss Gibme, und wir haben vor uns boostern zu lassen, sobald der Impfstoff genehmigt ist. Darf ich annehmen, dass auch Sie sich den Pieks geholt haben? Ja. Holly schüttelt ihm die Hand und zieht ihre Maske nach unten. Das ist Melch, meine Frau. Die Frau unter dem riesigen Sonnenschirm ist mindestens zwanzig Jahre jünger als Clibbert, jedoch nicht so exzellent in Form wie er. Unter ihrem Badeanzug ist ein Bäuchlein erkennbar. Sie nimmt die Sonnenbrille ab, winkt Holly damit flüchtig zu und widmet sich wieder ihrem Taschenbuch, das nicht gerade subtiler Titel »Die subtile Kunst des Darauf Scheißens« lautet. Gehen wir doch in die Küche, sagt Clibbert. Ihr Drasen ist das wirklich brötend heiß. Älst du's noch aus, Mitch? Die einzige Reaktion ist ein weiteres flüchtiges Winken, diesmal blickt Mrs. Clibbert nicht einmal auf. Auf Förmlichkeiten scheißt sie ganz eindeutig. Die Küche, in die man durch eine Glasschiebetür gelangt, sieht in etwa so aus, wie Holly es erwartet hat. Der Kühlschrank ist von Sub-Zero, die Uhr über der Granitplatte von Perligold. Clibbert gießt zwei Gläser Eistee ein und bittet Holly ihm genauer zu und erwähnt sie zwar Bonnie und den Jet Mart, der den Zusammenhang herstellt, konzentriert sich aber auf Carrie Dressler. Hat er ihnen etwas über seine Kleine erzählt, ihnen etwas anvertraut, das frage ich, weil Mrs. Heverty meint, mit ihrem Team hätte er besonders gern gebohlt. Von der Antwort verspricht sich Holly keine große Hilfe. Zwar könnte sich etwas ergeben, schließlich sollte man niemals Einblick auf Mitch Klippert hat ihr klargemacht, dass es sich bei ihr nicht um die alte Frau handelt, die laut Imani Maguire den Trailer von Alan Creslow ausgeräumt hat. Carrie ruft Klippert kopfschüttelnd aus, der war so ein netter Kerl, das kann ich Ihnen sagen, und bohlen konnte er wie ein junger Gott. Er hebt den Zeigefinger. Aber das hat er nie ausgenutzt, er hat seine Leistung immer dem Team angepasst, gegen das wir angetreten sind. Wie oft ist er denn bei Ihnen eingesprungen? Auch nicht gerade selten. Klippert fügt ein Glücksen hinzu, das ebenfalls wie ein Ausruf wirkt. Man nennt uns nicht umsonst die Golden Oldies. Normalerweise hat immer jemand gefehlt, weil er Rückenschmerzen hatte, eine Zerrung im Oberschenkel, einen steifen Nacken oder irgendwas anderes. Dann haben wir nach Curry gerufen und ihn mit nem kurzen Applaus empfangen, wenn er mitmachen konnte. Das ging zwar nicht immer, aber im Allgemeinen hat es geschafft. Wir haben ihn gemocht und umgekehrt. Und sie ein Geheimnis erfahren? Ich liebe Geheimnisse, was definitiv stimmt. Hugh Klippert senkt die Stimme zu einem expressiven Flüstern. Manche von uns haben bei ihm Gras gekauft. Es war nicht immer beste Qualität, aber normalerweise ziemlich gut. Small Ball rührt sowas zwar nicht an, aber die meisten von uns sind nicht abgeneigt, mal ein Joint oder ein Pfeifchen zu hauchen, wobei das damals natürlich noch nicht legal war. Small Ball war die Harris. Wir nennen ihn so, weil er einen bei benutzt hat der nur zehn Pfund wog. Die meisten von uns nehmen welche mit zwölf oder vierzehn. War Mr. Harris denn allergisch gegen Marihuana? Nach er ist bloß völlig mershugge, ruft Kleppard pustend, ein netter Kerl und ein anständiger Bohler, aber er hat einen gewaltigen Sprung in der Schüssel. Wir nennen ihn auch Mr. Meat. Im Vergleich dazu ist dieser Atkins ein Vegetarier. Woddy behauptet, Fleisch würde die Gehirnzellen regenerieren, während bestimmte pflanzliche Produkte, darunter Cannabis, sie zerstören. Kleppard dehnt sich, wobei sein Waschbrettbauch gut zur Geltung kommt. Olli sieht allerdings, wie sich an der Innenseite der Arme rund Sehen bäden. Der Zahn der Zeit macht wirklich vor niemandem Halt, denkt sie. Mensch, was das für Erinnerungen wach ruft. Die meisten von den Burschen sind nicht mehr dabei. Als ich bei den Oldies eingestiegen bin, habe ich noch am Bell College gelehrt, mitten in der Stadt gewohnt und mich nebenbei mit Day Trading beschäftigt. Inzwischen habe ich mich ganz auf die Investment Branche spezialisiert. Und wie Sie sehen, läuft das Geschäft bestens. Er weist mit weiter Geste in die Runde, womit er wohl auf die Küche mit ihrer kostspieligen Ausstattung, den Pool im Garten und vielleicht auch seine jüngere Frau aufmerksam machen will. Letztere ist allerdings nicht mehr so jung, dass man sie als Vorzeigefrau bezeichnen könnte. Das hält Holly ihm immerhin zugute. Trump ist ein Idiot und ich bin froh, dass er weg vom Fenster ist, das kann sie mir glauben. Der Bursche hat von Tuten und Blasen keinen blassen Schimmer, aber für den Finanzmarkt war er gut. Nun schluck Eistee gefällig. Nein, danke, der schmeckt übrigens herrlich, äußerst erfrischend. Ah, was Ihre Frage angeht, Miss Gibney. Soweit ich mich erinnere, hat Curry mir nie erzählt, dass er aus der Stadt wegziehen oder einen anderen Job annehmen wollte. Vielleicht ist mir was in der Richtung entfallen, schließlich ist das schon sechs, sieben oder gar neun Jahre her, aber der junge Mann kam mir immer völlig zufrieden vor, war verrückt nach Femen und ist immer mit seinem lärmenden Moped durch die Gegend gedöst. Das hat jemand im Deerfield Park gefunden, haben sie gesagt? Ja, Irwe, schwer zu glauben, dass er es einfach zurückgelassen hätte, das Ding war sein Markenzeichen. Darf ich Ihnen ein Foto zeigen? Sie kennen es bestimmt, es hängt im Boulou. Sie klickt es auf ihrem iPad an, Klippert beugt sich darüber. Ah, die Wintermeisterschaft genau, sagt er. Das waren noch Zeiten. Seither haben wir sie nicht mehr gewonnen, aber letztes Mal waren wir noch mal nah dran. Können sie die Männer auf dem Beet identifizieren und haben sie eventuell deren Anschriften oder einfach nur die Telefonnummern? Das ist ja eine echte Herausforderung für mein Gedächtnis, ruft Klippert, weil sehen, ob ich da gewachsen bin. Darf ich unser Gespräch mit dem Handy aufzeichnen? Aber mit Vergnügen, das da bin natürlich ich, und das ist Roddy Harris, auch als Smallball und als Mr. Mead bekannt. Er lebt mit seiner Frau in einer der viktorianischen Willen in der Wedgeworth. Sie wissen schon, Roddy war bei den Biowissenschaften und seine Frau, weiß nicht Er tippt mit dem Finger auf den Mann daneben. Ben Richardson ist tot. Der hatte vor zwei Jahren einen Herzinfarkt. War er verheiratet? Wohnt seine Frau noch in der Stadt? Er wirft ihr einen merkwürdigen Blick zu. Als Ben zu uns gestoßen ist, war er bereits geschieden. Seit langer Zeit. Miss Gibney, meinen Sie etwa, einer von uns könnte was mit Carries Verschwenden zu tun hatten? Nein, nein, absolut nicht, beruhigt ihn Holly. Ich hoffe nur, dass einer mir sagen kann, wo Carries hin ist. Ja, klar, natürlich, das leuchtet mir ein. Also, der Glatzkopf mit den beiden Schultern ist Avram Welch, der wohnt in einer von den Eigentumswohnungen direkt am See. Seine Frau ist vor einigen Jahren gestorben, falls sie das interessiert. Klippert tippt auf den nächsten Kahlkopf. Jim Higgs. Der hieß bei uns Hot Lakes. Ha, er ist mit seiner Frau nach Ryssen gezogen. Da wie halte ich mich? Fantastisch, ruft Holly aus. Das Ganze wirkt offenbar ansteckend. Mitch kommt hereingeschlendert. Habt ihr viel Spaß, Kinder? Sagt sie. Da kannst du deinen Hohl drauf verwetten, ruft Klippert. Den Anflug von Sarkasmus in der Stimme seiner Frau hat er entweder nicht mitbekommen oder er ignoriert ihn bewusst. Mitch gießt sich ein Glas Eistee ein und stellt sich dann auf die Zehenspitzen, um ein bräunliches Gesaff aus einem Schrank zu holen, wo dicht gedrängt Schnapsflaschen stehen. Sie fügt ihrem Glas einen Schuss hinzu, dann streckt sie ihnen beiden die Flasche entgegen und hebt eine Augenbraue. Warum nicht? Das brüllt Klippert beinahe, wer nicht wagt, er nicht gewinnt. Sie kippt etwas in sein Glas, wo es Wirbel bildet. Was ist mit ihnen Miss Geblä? Ein Schlückchen White Turkey hilft dem Eistee schleunigst auf die Beine. Nein, danke, sagt Holly, ich Mitch, na dann Kinder. Damit geht sie wieder hinaus. Klippert blickt ihr mit einem Ausdruck hinterher, bei dem es sich um leichten Abscheu handeln könnte, dann wendet er sich wieder Holly zu. Gehen Sie auch zum Bowlen, Miss Gibney? Er spricht ihren Namen etwas betont aus, als wollte er seine Frau nachtäglich korrigieren. Nein, leider nicht, gibt Holly zu. Tja, die Mannschaften in den Ligen bestehen eigentlich nur aus vier Spielern und so spielen wir auch im Finale, aber während der Saison sind wir manchmal zu fünft oder gar zu sechst, falls das andere Team mit derselben Zahl antritt. Bei uns alten Haven fällt nämlich praktisch immer jemand aus, manchmal sogar zwei oder drei. Ach, solange man kein Krippel ist. Mhm, macht Holly, sie verzichtet aber auf die Erklärung, dass der Ausdruck absolut nicht mehr zeitgemäß sei. Urplötzlich will sie einfach nur noch weg von hier. Hugh Klippert hat etwas beinahe Hektisches an sich. Sie hat zwar nicht den Eindruck, dass er Kokain geschnupft hat, aber so wirkt er. Der Waschbrettbauch, der straffe kleine Männerpo in der roten Badehose, die Sonnenbräune und die sich trotzdem bildenden Runzeln. Und wer ist das da? Ernie Coggins, der Mund in Abwürwer. Er kommt am Montagabend immer noch zum Bullen, allerdings nur, wenn die Pflegerin seiner Frau Zeit hat. Die Arme leidet an fortgeschrittener Bandscheibendegeneration, sitze im Rollstuhl. Aber Ernie ist gut in Form, der hält sich fit. Jetzt begreift Holly, was sie beunruhigt, weil es ihn beunruhigt. Die meisten Männer auf dem Foto wirken ziemlich klapprig und wenn sie im Durchschnitt über 80 sind, wäre das kein Wunder. Ihr Körper ist verschlissen. Und das will Hugh Clippard sich offensichtlich nicht eingestehen. Er steckt, wie man so schon sagt, den Kopf in den Sand. Übrigens ist Desmond Clark nicht auf dem Foto. Wahrscheinlich war er nicht da, als es aufgenommen wurde. Der und seine Frau sind auch schon tot. Land in Florida beim Absturz mit dem eigenen Sportflugzeug ins Leben gekommen. In Boca Raton. Desmond saß selbst am Steuerhauen. Er verdammte Nah hat versucht, bei dichtem Nebel zu landen, hat die Landebahn verfehlt. Clippard erzählt das alles andere als rufend, er klingt fast monoton. Er nimmt einen großen Schluck von seinem aufgepeppten Eistee und sagt, ich überlehe, ob ich aufhören soll. Für einen Moment glaubt Hoddy, dass er vom Alkohol spricht, dann wird ihr klar, worum es geht. Sie meinen bei den Golden Oldies? Ja, früher hat mir der Name gefallen, aber inzwischen nervt mich an weh. Von den Leuten auf dem Foto da sind nur noch Avram und Ernie Coggins dabei. Small Boy kommt zwar auch weiterhin, aber wie gesagt nur zum Zuschauen. Es ist einfach nicht mehr so, wie es mal war. Ach, das gilt für alles, sagt Holly sanft. Ja, stimmt voll. Aber es müsste nicht so sein. Wenn die Leute nur besser auf sich achten würden. Er starrt auf das Foto, als Holly betrachtet sieht sie, selbst der Waschbrettbauch schon erste Runzeln zeigt. Wer ist denn der Letzte da? Das ist Vic Anderson. Der hat ihn Slick Vic genannt. Er hatte einen Schlaganfall und sitzt in einem Pflegeheim irgendwo auf dem Land. Etwa im Rolling Hills? Bestimmt, genau so heißt es. Die Tatsache, dass einer von den alten Bohlern in dem selben Pflegeheim lebt, wie ihr Onkel Henry kommt Holly die eine glückliche Fügung vor. Sie empfindet das als erleichternd. Als sie am Eingang des Bowling Centers das Foto mit Barbara Robinson gesehen hat, kam ihr alles nämlich eher schicksalhaft vor. Seine Frau ist in seine Nähe gezogen, damit sie ihn öfter besuchen kann, und sie wirklich kein Schüsschen Schnaps Miss Miss Gibney, ich werd's bestimmt keinem verraten. Nein, wirklich nicht. Olly hält die Tonaufnahme an, aber sie haben mir sehr geholfen, Mr. Clippard. Er starrt immer noch auf ihr iPad, fast wie hypnotisiert. Wer war überhaupt nicht klar, wie wenige von uns noch übrig sind. Als sie über das Display wischt und das Bild verschwindet, blickt er auf, als wüsste er nicht recht, wo er sich befindet. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Ach, sehr gern geschehen. Und falls Sie Curry aufstöbern, sagen Sie ihm doch, er soll mal vorbeischauen, ja? Oder geben Sie ihm wenigstens meine E-Mail-Adresse. Ich schreibe sie ihnen auf. Und die Telefonnummern von den Leuten, die noch am Leben sind? Klar doch. Er reißt einen Zettel von einem Block, der mit Mitch geht shoppen bedruckt ist, zieht einen Kugelschreiber aus seinem Becher voller Schreibgeräte und fängt an zu kritzeln, wobei er die Kontakte auf seinem Handy zu Rate zieht. Holly fällt auf, dass an den Nummern und der Mail-Adresse ein ganz leichtes Zittern der Schreibhand erkennbar ist. Sie faltet den Zettel zusammen und steckt ihn in die Tasche. Wieder denkt sie, wie doch der Zahn der Zeit vor niemandem Halt macht. Sie hat überhaupt nichts gegen alte Menschen, was sie stört, ist die Art und Weise, wie Klippard mit seinem Alter ungeht. Jedenfalls kann sie es kaum erwarten, aus dieser verflixten Küche rauszukommen. In Sugar Heights gibt es nur ein einziges Einkaufszentrum, aber das ist umso nobler. Holly parkt davor, steckt sich eine Zigarette an und raucht bei geöffneter Tür, die Ellenbogen auf den Oberschenkeln und die Füße auf dem Asphalt. Allmählich stinkt ihr Wagen nach Tabak, als selbst die in der Mittelkonsole stehende Duftdose nicht vollständig überdecken kann. Was für eine scheußliche Angewohnheit das Rauchen doch ist und trotzdem ist es irgendwie notwendig. Ich tue es ja nur vorläufig, denkt sie, wobei ihr wieder der heilige Augustinus einfällt, der Gott gebeten hat, ihn keusch zu machen, aber noch nicht heute. Sie sieht auf ihrem Handy nach, ob Barbara die Nachricht mit dem Foto von Carried Wessler und den Golden Oldies beantwortet hat. Das ist nicht der Fall. Ein Blick auf ihre Armbanduhr verrät ihr, dass es erst Viertel nach zwei ist. Der Tag ist noch lange nicht zu Ende und sie hat nicht die Absicht ihn zu vergeuden. Also was nun? Weiter klingten Putzen natürlich. Im Jahr 2015 gab es acht Golden Oldies, darunter Desmond Clark, der nicht mit auf dem Bild ist. Drei davon kommen nicht in Frage, vier, wenn sie Joke Klippert mitzählt. Der dürfte zwar in der Lage sein, Leute wie Bonnie Dahl und Peter Steinman zu überwältigen, as Ellen angeht, wäre sich Holly nicht so sicher, aber vorläufig schreitet er ihrer Meinung nach ebenso aus wie die beiden Toten und wie Jim Hicks, der in Wisconsin wohnt, wobei das überprüft werden sollte. Damit bleiben Rodney Harris, Avram Welch und Ernie Coggins. Theoretisch auch Victor Anderson, aber Holly bezweifelt, dass ein Schlaganfallpatient sich aus dem Pflegeheim schleicht, um irgendwelche Leute zu entführen. Es ist zwar äußerst unwahrscheinlich, dass es sich bei einem der Golden Oldies um den Red Bank Killer handelt, das ist Holly völlig klar, aber sie ist immer mehr davon überzeugt, dass im Fall von Wesler, Creslow, Steinman und Bonnie Ray Dahl deren Entführung eher gezielt als zufällig war. Der Killer kannte die Routine des jeweiligen Opfers und im Mittelpunkt steht anscheinend immer der Deerfield Park. Über Carrie wissen die Oldies Bescheid. Was die anderen Verschwundenen angeht, muss Holly sie nur dann erwähnen, wenn sie den Eindruck hat, Bill Hodges hätte von einem Bauchgefühl gesprochen, dass die Fladen zu Carrie irgendjemanden nervös machen. Oder wenn jemand nach Hausflüchten sucht, vielleicht sogar Schuldgefühle zeigt. Sie kennt die Anzeichen, auf denen sie Ausschau halten muss, Bill hat sie gut ausgebildet. Jedenfalls ist es besser, Aaron, Pete und Bonnie sozusagen in der Hinterhand zu haben, bis auf weiteres. Währenddessen kommt es ihr nicht im Entferntesten in den Sinn, dass Penny Dahl sie auf Facebook, Instagram und Twitter enttarnt haben könnte. Während Holly rauchend auf dem Parkplatz des Shopping Centers von Sugar Heights sitzt, starrt Barbara Robinson sinnlos in die Luft. Die Benachrichtigungen auf ihrem Computer und ihrem Handy hat sie alle ausgeschaltet. Gestattet hat sie nur Anrufe von ihren Eltern und von Jerome. Sonst wären die kleinen roten Kreise an den Icons zu verführerisch. Der Essay für den Penley Preis, der von den fünf Finalisten gefordert wird, muss bis Monatsende in der Post sein und bis dahin sind es nur noch vier Tage. Eigentlich nur drei. Sie will den Brief am Freitag selbst zum Post bringen, damit er auch bestimmt den richtigen Stempel bekommt. Wegen einer Formsache auszuscheiden wäre der reine Wahnsinn. Daher macht sie sich an die Arbeit. Lyrik ist wichtig für mich, weil löschen. Lyrik ist von Bedeutung, weil auch noch schlimmer löschen. Der Grundwässer an löschen, löschen, löschen. Barbara schaltet ihren Laptop aus und verbringt Lieder etwas Zeit damit, in die Luft zu stachen, dann steht sie vom Schreibtisch auf und zieht ihre Jeans aus. Sie schlüpft in Shorts und ein ärmeloses T-Shirt, bindet die Haare zu einem schlampigen Pferdeschwanz und geht laufen. Eigentlich ist es zu heiß dafür, das Thermometer muss an die 30 Grad anzeigen, aber sonst fällt ihr nichts ein. Sie macht eine Runde um den Block und der ist nicht gerade klein. Als sie zu ihrem Elternhaus zurückkommt, wo sie nur noch wohnen wird, bis sie aufs College geht und ein anderes Leben beginnt, schwitzt sie und ist außer Atem. Dennoch läuft sie noch einmal um den Block. Mrs. Carthrop, die im Schutz eines riesigen Sonnenhuts ihre Blumen gießt, blickt zu ihr herüber, als wäre Barbara nicht ganz bei Trost, was nicht ganz falsch sein dürfte. Als sie vor ihrem Computer auf den leeren Bildschirm und den blinkenden Cursor gestarrt hat, der sie zu verspotten schien, war sie frustriert und hat, das muss sie zugeben, Angst gehabt. Weil Olivia sich weigert, ihr dabei unter die Arme zu greifen, weil ihr Kopf so leer war wie der Bildschirm. Aber jetzt beim Laufen, wo der Schweiß ihr Schad durchnässt und wie dicke Tränen an ihrem Gesicht herwart läuft, jetzt wird ihr bewusst, was sich hinter der Angst und Frustration verbirgt. Sie ist wütend, weil sie das Gefühl hat, dass man mit ihr spielt, dass man sie zwingen will, wie ein Zirkushund durch einen Reifen zu springen. Ins Haus zurückgekehrt, momentan hat sie es für sich allein, weil ihre Eltern da der Arbeit sind, nimmt sie zwei Treppenstufen auf einmal, hinterlässt im Flur auf dem Weg ins Bad eine Klamottenspur und springt unter die Dusche, die sie so kalt wie möglich stellt. Mit einem Aufschrei kreuzt sie die Arme vor der Brust, dann hält sie das pochende Gesicht in den kalten Strahl und stößt einen weiteren Schrei aus. Das tut gut, wie sie schon zwei Monate zuvor beim gemeinsamen Schreien mit Möbide Scham erfahren konnte, weshalb sie einem dritten Schrei folgen lässt. Bibbernd und mit Gänsehaut steigt sie aus der Dusche. Sie fühlt sich jetzt besser, klarer. Sie rubbelt sich von oben nach unten ab, bis ihre Haut glüht, dann marschiert sie zu ihrem Zimmer. Unterwegs hebt sie die Klamotten auf und werft sie im Zimmer aufs Bett, sie stellt sich nackt vor ihren Computer, streckt die Hand nach der Starttaste aus und denkt nein, falsch. Aus dem Regal neben dem Schreibtisch zieht sie eines ihrer Schulhefte und blättert um, bis im Anschluss an Notizen über Heinrich den Siebten und die Rosenkriege eine leere Seite kommt. ausgefransten Rand. Sie denkt an einen Spruch, den Olivia bei einem der morgendlichen Treffen erwähnt hat. Er stamme von einem spanischen Düriker namens Juan Ramon Jiménez, aber sie, Olivia, habe ihn zum ersten Mal von Jorge Castro gehört. Der habe gesagt, das sei die Basis von allem, was er je geschrieben habe und noch zu schreiben hoffe. Wenn man der liniertes Papier gibt, dann genau das tut Barbara jetzt, indem sie ihren Essay schnell quer über die blauen Linien schreibt. Laut den Bedingungen darf er nicht mehr als zwei Seiten, also maximal etwa 500 weiter umfassen. Der Text von Barbara ist wesentlich kürzer und es schläht sich heraus, dass Olivia ihr dabei doch beisteht, nämlich mit etwas, was sie ebenfalls bei einem der Treffen gesagt hat, die Barbaras Leben so verändert haben. Vielleicht stärker, als die Zeit am College das tun wird. Ich schreibe Lyrik, weil ich sonst eine tote Maschinerie bin. Sie stockt nur einen Augenblick, dann fügt sie hinzu, dass man mich auffordert, einen Essay über meine Gedichte zu schreiben, nachdem ich ihnen schon so viele geschickt habe, ist idiotisch. Meine Gedichte sind mein Essay. Sie faltet das Blatt mit dem ausgefransten Rand zweimal und stopft es in einen Umschlag, der bereits frankiert und adressiert ist. Dann zieht sie sich hastig etwas an, läuft die Treppe hinunter und aus dem Haus. Die Tür lässt sie offen stehen. Während sie die Straße entlang rennt, ruiniert sie die Wirkung der kalten Dusche wahrscheinlich mit neuem Schweiß, aber das ist ihr egal, sie muss den Brief abschicken, bevor sie es sich anders überlegen kann. Und das wäre falsch, denn was sie geschrieben hat, ist richtig. An der Ecke steht ein Briefkasten, sie wirft den Umschlag hinein, dann beugt sie sich vor und stützt keuchend die Hände auf die Knie. Es ist mir egal, ob ich gewinne oder verliere, das ist mir egal, das ist mir egal. Später bereut sie vielleicht, was sie geschrieben hat, aber jetzt nicht. Während sie vorgebeugt am Briefkasten steht und spürt, wie ihr die nassen Haare ins Gesicht hängen, weiß sie, dass sie die Wahrheit geschrieben hat, allein das Werk zählt. Sonst nichts, keine Preise, nicht die Veröffentlichung, nicht reich, berühmt oder beides zu sein, nur das Werk. 1. Juli 2021 20 Uhr 3 Bonnie Way Dahl fährt mit dem Fahrrad die Redbank Avenue entlang und biegt auf den Parkplatz vor dem Jet Mart ein. 20 Uhr 4 Sie steigt vom Rad, nimmt den Helm ab und schüttelt die Haare aus, dann legt sie den Helm auf den Sattel und geht hinein. Hey Emilio, sagt sie und strahlt ihn an, hey, sagt er und erwidert das Sie geht an der Bierhöhle vorbei zur hinteren Kühlung, wo die Softrains warten. Sie schnappt sich eine Patsy Light. Auf dem Rückweg bleibt sie an dem Regal mit den Kuchensnacks stehen, mit den Twinkies Ho-Hos Jodels Little Debbies. Sie nimmt eine Packung Ho-Hos heraus und überlegt, ob sie sie kaufen soll. Emilio bestückt das Regal hinter der Kasse mit Zigarettenpackung. Draußen fährt ein Van am Laden vorüber, die Straße abwärts. 20 Uhr 5 Gelingt wird der Van von Woody Harris. In der Tasche seines Sackos hat er die Spritze mit Valium. Emily sitzt einsatzbereit im Rollstuhl, den sie heute Abend wirklich braucht. Ihr Ischers meldet sich wieder und zwar mit aller Macht. Woody fährt auf den rissigen Asphalt vor der früheren Autowertstadt und stellt den Wagen so ab, dass die seitliche Schiebetür dem Gebäude zugewandt ist. Unser kleine Weihnachtselfe wird gleich kommen, sagt er. Dann beeil dich, damit wir sie nicht verpassen, fährt Emily ihn an. Ich leide Höllenqualen. Sie dreht den Rollstuhl auf die Tür zu, woraufhin die Tür aufgeht. Die Rampe schiebt sich hinaus und Emily rollt auf den Asphalt hinunter. Nachdem Woody die Warnblinkanlage eingeschaltet hat, steigt er aus. Über die Blinkanlage haben sie eingehend diskutiert und sind zu dem Schluss gelangt, dass sie das Risiko eingehen müssen. Sie kann es sich nicht leisten, dass Bonnie ihnen durch die Finger schlüpft. Emily geht es richtig schlecht und Woody ist ebenfalls in keinem guten Zustand, er hat Hüftschmerzen und die Hände sind steif, aber das eigentliche Problem ist sein Kopf. Seine Gedanken schweifen ständig ab. Alzheimer ist das natürlich nicht, er weigert sich einfach das anzunehmen, aber er steht eindeutig neben sich. Eine frische Infusion Gehirnmasse wird das in Ordnung bringen und der Rest wird M wieder instand setzen. Vor allem die Leber der kleinen Weihnachtselfe, das ist der Heilige Gahl, das Sakrament, aber kein Teil des Schlacht Viehs darf vergeudet werden, das ist nicht nur sein Motto, es ist sein Mantra. 20 Uhr 6 Nicht ohne Bedauern hat Bonny die Packung Ho-Hos zurückgelegt, sie kommt an die Kasse, ihr Portemonnaie bereits in der Hand, das trägt sie immer wie ein Mann in der Gesäßtasche. Wie wär's, wenn sie sich das mit den Ho-Hos nochmal überlegen, fragt Emilio, während er die Flasche über den Scanner zieht, sie sind doch gut in Form, da kann sowas nicht schaden. Weiche von mir, Satan, mein Körper ist ein Tempel. Oh, wie's beliebt, erwidert Emilio, bei Jetmart, jedenfalls in unserer Filiale, hat die Kundin immer beächt. Weide lachen, Bonny schlägt das Wechselgeld ein, schleift den Rucksack ab und deponiert die Cola-Flasche darin. Die will sie genusslich trinken, während sie sich auf Netflix Ozark ansieht. Sie zieht den Reißverschluss zu und schlüpft wieder in die Schulter Träger. Schönen Abend noch, Emilio. Er hebt den Daumen. 20 Uhr 7. Bonny setzt den Helm auf, besteigt das Wart und hält kurz inne, um einen der Wehmen zurecht zu rütten. Ein Schlück weiter unten, gegenüber dem Teil des Parks, der als Dickicht bekannt ist, lenkt Emily ihren Rollstuhl um das Heck des Vans herum. Der Untergrund ist aufgesprungen und uneben. Jedes Mal, wenn der Rollstuhl schwankt und rüttelt, explodiert der Schmerz im Kreuz. Sie presst die Litten zusammen, um nicht aufzuschreien, kann aber nicht verhindern, dass sie stüllend. Wink ihr zu, sagt sie halb scharfen? Roddy hat ohnehin nicht vor, es nicht zu schaffen. Falls Bonnie nicht anhält, wird er sie mit einem Twit von ihrem Rat befordern, vorausgesetzt natürlich, dass seine Hüften nicht streiten. Was gäbe er dafür, wieder 50 zu sein, oder wenigstens 60? Als er sich M zuwendet, sieht er etwas, was ihm nicht gefällt. Der kleine, am Rollstuhl angebrachte Scheinwerfer ist noch Schwer zu vermitteln, dass die Batalie leer ist, wenn das Licht funktioniert. Und da kommt die Radlerin schon die abschüssige Straße herabgerast. Scheiters Licht aus, flüstert er, Emily scheiters verdammt der Licht aus. Das tut sie gerade rechtzeitig, da ist sie nämlich schon, die kleine Weihnachtselfe. Woddy twitt vom Gehsteig und schwenkt die Arme. Er könnten Sie bitte kommen, ja, wir brauchen Hilfe. Bonnie rast so weit von ihm entfernt vorbei, dass an einen Karate Tritt nicht zu denken ist. Ein Moment lang sieht er, wie alle die schönen Pläne zu Makulatur werden, während das rot blinkende Rücklicht immer kleiner wird. Doch dann bremst Bonnie, fährt eine enge Kurve und kommt zurück. Woddy weiß nicht, ob sie das tut, weil er die Arme geschlenkt hat, weil sie die Warnblink Anlage sieht oder weil sie sich als gute Samariterin betätigen will, er ist einfach nur erleichtert. Langsam kommt sie angefahren, zuerst ein bisschen misstrauisch, aber die Dämmerung ist noch nicht so weit fortgeschletten, dass nichts mehr zu erkennen wäre. Professor Harris? Was tun Sie denn hier? Was ist passiert? Es geht um Emily. Sie hat zurzeit furchtbare Könnten Sie vielleicht mit anpacken, um ihn in den Wagen zu schieben? Die Rampe ist auf der anderen Seite. Ich muss sie unbedingt nach Hause bringen. Bonnie, sagt Emily mit matter Stimme. Bonnie, da sind Sie das? Ja, ich bin's. Meine Güte, Emily, das tut mir aber leid. Bonnie steigt von ihrem Fahrrad und stellt es auf den Ständer, dann eilt sie zu Emily und beugt sich über sie. Es ist passiert, warum haben sie denn ausgerechnet hier angehalten? Auf diese Frage hat Emily keine gute Antwort parat, weshalb sie lediglich stöhnt. Wir müssen sie auf die andere Seite bekommen, sagt Waddy, können sie mir schieben helfen? Er streckt die Hand aus, als wollte er einen der Rollstuhlgriffe fassen, aber Bonnie boxiert ihn mit der Hüfte beiseite und packt beide Griffe. Sie dreht den Rollstuhl um und schiebt ihn um den Van herum. Jedem ruckeln und holpern giegt Emily ein Wimmern von sich. Davor Waddy den beiden folgt, eugt er sich in die offene Fahrertür und schaltet die Warnblink Anlage aus. Wenigstens deshalb muss ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen, denkt er. Soll ich jemanden anrufen? Fragt Bonnie. Mein Handy ist schieben sie mich einfach nur die Rampe hoch, keucht Emily. Sobald ich zu Hause bin und ein Muskelrelaxanz eingenommen hab, wird's mir wieder besser gehen. Bonnie positioniert den Rollstuhl vor der Rampe und holt tief Luft. Sie würde ihn lieber zuerst ein Stück nach hinten ziehen, damit sie Anlauf nehmen kann, aber der Untergrund ist zu uneben. Einmal kräftig schieben, denkt sie, ich bin stark genug, das schaffe ich. Soll ich mithelfen? Fragt Vordi, tritt aber bereits hinter Bonnie, anstatt sich den Rollstuhlgriffen zuzuwenden, seine Hand verschwindet in der Sakkotasche. Die kleine Schutzhülle auf der Nadel kann er ohne weiteres hinunterschieben, das hat er oft geübt und viermal auch schon im Ernstfall praktiziert. Da sie sich hinter dem Van befinden, kann man von der Straße aus nicht sehen, was passiert, und er hat keinen Grund zu befürchten, dass nicht alles gut gehen wird, gleich haben sie es geschafft. Nein, das mache ich schon allein, ertreten sie einen Schritt zurück. Bonnie beugt sich vor, wie eine Läuferin in den Startblotten, packt die Handgriffe fester und schiebt an. Mitten auf der Rampe, als sie schon denkt, sie werde es doch nicht schaffen, springt summend der Rollstuhlmotor an. Der kleine Scheinwerfer flammt auf, im selben Augenblick spürt sie einen Wespenstich in Nacken. Emily rollt in den Van. Waddy hätte erwartet, dass Bonnie zusammenbricht wie alle anderen. Er hat gute Gründe, das zu erwarten, schließlich hat er der kleinen Elfe gerade keine fünf Zentimeter vom Kleinhirn entfernt 15 Milligramm Valium injiziert. Trotzdem richtet sie sich auf, dreht sich zu ihm um und greift sich mit der Hand in den Nacken. Kurz denkt Waddy, er hätte ihr eine verdünnte Dosis gestritzt oder gar kein Valium, sondern nur Wasser, aber ihre Augen teilen ihm etwas anderes mit. Als Student hat Waddy Harris, damals wesentlich kräftiger als heute während der Sommerferien in Texas zweimal in einem Schlachthaus gejobbt. Dort hat seine ToW über die nahezu magischen Eigenschaften von Fleisch ihren Anfang genommen. Manchmal war das Bolzenschussgerät, mit dem die Rinder betäubt wurden, nicht vollständig geladen oder man hat damit minimal daneben gezielt. Wenn das geschah, haben die Rinder ausgesehen wie Bonidal jetzt. Der Blick benebelt und das Gesicht vor Verwirrung erschlafft. Was haben sie getan? Warum kippt sie nicht um? erklingt Emilies schrille Stimme aus dem Wageninneren. Sei still, sagt er, es ist gleich soweit. Aber anstatt umzukitten, stolpert Bonny am Wagen vorbei, die Arme ausgeschläckt, um im Gleichgewicht zu bleiben. Wahrscheinlich will sie zur Straße. Als Roddy sie packen will, stößt sie ihn mit erstaunlicher Kraft weg. Er taumelt rückwärts, bleibt an einem Spalt im Pflaster hängen und landet auf dem Hintern. Seine Hüften heulen auf, seine Zähne klacken zusammen und erwischen dabei ein Stück Zunge. Ihm rinnt Blut in den Mund. Selbst in diesem heiklen Moment genießt er den Geschmack, obwohl er weiß, dass sein eigenes Blut nutzlos für ihn ist. Jedes Blut ohne Fleisch ist nutzlos für ihn. Sie entkamt, schreit Emily. Woody liebt seine Frau, doch gegenwärtig hasst er sie zudem. Falls auf der anderen Seite der Redbank Avenue Häuser wären und nicht nur gestrüpp, würden die Bewohner jetzt herauskommen, um nach dem Tumult hier draußen zu sehen. Mühsam rabbelt er sich auf. Bonnie taumelt nicht mehr auf die Redbank Avenue zu, sondern an der Fassade der verlassenen Autowerkstatt entlang. Mit einer Hand stützt sie sich an dem rostigen Rolltor ab, nicht hinzufallen, während sie mit ausholenden Schritten wie eine Betrunkene dahin schwankt. Sie schafft es bis zum Ende des Gebäudes, bevor Woddy mit dem Arm ihren Hals umklammern und sie zurückreißen kann. Helm knallt an seine Schulter, einer ihrer Ohrklips fliegt weg. Woddy ist zu beschäftigt, als dass ihm das auffiele, er hat, wie man so sagt, alle Hände voll zu tun. Bonnys Vitalität ist absolut bemerkenswert, er kann es kaum erwarten, sie zu kosten. Während er sie keuchend zum Van zurückzallt, spürt er, wie sein Herz nicht nur in der Brust schlägt, sondern auch im Hals hämmert und im Komm schon, sagt er und schafft es sie umzudrehen, komm schon, Elfchen, komm schon, komm schon, komm schon. Zuckend kracht ihr Ellbogen an seinen Wangenknochen. Vor seinen Augenblitzen Funken auf, er muss sie loslassen, aber da, Gott sei Dank, Gott sei Dank, knicken ihre Knie ein und sie sinkt endlich zu Boden. Woddy wendet sich Emily zu, kannst du mir helfen? Sie erhebt sich halb aus dem Rollstuhl, zuckt zusammen und plumpst wieder auf den Sitz. Nein, wenn mein Rücken ganz verkampft, macht das alles nur noch schlimmer, du wirst es alleine schaffen, tut mir leid. Nicht so leid wie mir, denkt Woddy, aber die Alternative besteht aus Untersuchungshaft, Schlagzeilen, einem Gerichtsverfahren, TV-Berichten rund um die Uhr und schließlich Gefängnis. Er fasst Bonnie unter den Armen und schleift sie in Richtung Rampe. Sein Rücken ächzt, seine Hüften sind kurz davor, ihm den Dienst zu verweigern. Ein Problem ist Bonnys Rucksack. Während er ihn herunterzieht, denkt er, dass das Ding mindestens zehn Kilo wiegen muss. Er schlägt ihn Emily so hin, dass sie ihn ergreifen kann. Sie legt ihn auf ihren auf ihren Schoß. Mach ihn auf, sagt er, hol ihr Handy raus, wenn es da wenn schlecht. Du musst er vollendet den Satz nicht, weil er sich den Atem für das sparen muss, was ihn noch erwartet. Außerdem weiß er ihm, was zu tun ist. Jetzt müssen sie schleunigt weg hier, und wenn sie Glück haben, gelingt ihnen das auch. Und nach allem, was wir gerade durchgemacht haben, haben dir ein bisschen Glück verdient, diesem Abend wesentlich mehr durchmacht, kommt ihm nicht in den Sinn. M nimmt bereits die SIM-Karte aus Bonnys Handy, womit es praktisch tot ist. Während er Bonny die Rampe hinauffieft, lässt Emily den Rollstuhl ein Stück nach hinten fahren, um Platz zu machen. Er würde gern eine kurze Pause einlegen, um Atem zu schöpfen, aber sie sind schon zu lange hier, viel zu lange. Mit einem Tritt schiebt er Bonnys Beine von der Tür back, wenn sie bei Bewusstsein wäre, würde ihr das wehtun, doch das ist sie nicht. Der Zettel, der Zettel, der steckt in der Tasche hinten am Beifahrersitz mit einer durchsichtigen Kunststofffülle geschützt. Emily hat ihn auf der Grundlage von verschiedenen Notizen geschrieben, die Bonnie während ihres kurzen Jobs im Hause Harris gemacht hat. Ganz exakt ist ihr das nicht gelungen, aber bei Druckbuchstaben ist das auch nicht nötig. Außerdem ist die Nachricht kurz, ich hab genug. Falls das Fahrrad gestohlen wird, ist der Zettel wahrscheinlich nicht von Belang, vielleicht aber trotzdem, wenn der Dieb dumm genug ist. Waddy zieht ihn aus der Hülle, klebt ihn darüber gehen die Meinungen im Internet auseinander. Nach Atem ringend müht er sich auf den Fahrbersitz, er drückt die Taste, mit der man die Rampe einfahren lässt, die Seitentür schließt sich. Sein Herz schlägt in einem geradezu ersennigen Tempo. Wenn er jetzt einen Herzanfall kriegt, wird Emily dann in der Lage sein, den Dan nach Hause zu fahren und in die Garage zu lenken? Und selbst wenn sie das schafft, was ist mit der bewusstlosen Bonnie? M wird sie töten müssen, denkt er, und selbst in seinem gegenwärtigen Zustand, wo sein ganzer Körper schmerzt, sein Herz vast, sein Kopf dröhnt, versetzt ihm die Vorstellung, das ganze Fleisch könne vergeudet sein, einen Stich. 20 Uhr 18 27. Juli 2021 Sehen Sie sich das an, sagt Avram Welch. Er trägt Cargo Shorts, Olli besitzt mehrere von genau derselben Sorte und zeigt auf seine Knie. Auf beiden sind geheilte S-förmige Narben sichtbar. Leichtseitig operiert kompletter Gelenkersatz. Am 31. August 2015, ein wahrhaft unvergesslicher Tag. Zwei Wochen vorher war ich noch mal im Bowling Center, allerdings nur zum Zuschauen, mit meinen Knien war nicht daran zu denken, auf nur einen einzigen Ball zu werfen. Da war Carrey noch da, und als ich das nächste Mal dort war, nicht mehr. Ist das irgendwie von Nutzen? Auf jeden Fall, sagt Trolli, obwohl sie keine Ahnung hat, ob es ihren Nutzen wird. Wann waren sie denn nach ihrer OP das erste Mal wieder im Bowling Center? Das weiß ich auch doch ganz genau. Am 17. November. Es war die erste Runde vom Alt-Haven-Turnier. Ich konnte zwar noch nicht spielen, bin aber in, um die Oldies anzufeuern. Sie haben ein gutes Gedächtnis. Die beiden sitzen im Wohnzimmer von Welch's Eigentumswohnung Überall stehen Buddelschiffe herum. Welch hat erzählt, dass er sie als Hobby bastelt. Den Ehrenplatz hat jedoch das gewarmte Foto einer lächelnden Frau Mitte 40. Sie trägt ein hübsches Seidenkleid und eine aus Spitzen gefertigte Mantille auf den kastanienbraunen Haaren, wie nach einem Gottesdienst Besuch. Welch deutet auf das Foto. Dass ich mich daran erinnere, ist kein Wunder. Es war ein Tag, bevor man bei Mary Lungen kräzt die entlastiziert hat. Ein Jahr später ist sie gestorben. Und wissen Sie was? Sie hat nie in ihrem Leben geraucht. Wenn Holly von einer Nichtraucherin hört, die an Lungen kräzt gestorben ist, fühlt sie sich immer ein bisschen besser, was ihr eigenes Verhalten angeht. Was sie wohl, wie sie annimmt, zu einer schlechten Person macht. Das tut mir sehr leid. Welch ist ein kleiner Mann mit einer großen Wampe und mageren Beinen. Er seufzt. Bestimmt nicht so leid wie mir, Miss Gibney. Darauf kann sie sich verlassen. Sie war die Liebe meines Lebens. Natürlich gab es mal Meinungsverschiedenheiten, wie in jeder Ehe. Aber dagegen hilft die Strategie, den Streit nicht mit ins Bett zu nehmen. Da haben wir uns immer dann gehalten. Alphir Heverty hat gesagt, alle von ihnen hätten Carrie gemocht. Die Golden Oldies meine ich. Jeder hat Carrie gemocht. Der war wie ein Tribble. Na wahrscheinlich wissen sie nicht, was ich damit meine. Also doch, ich bin ein Star Trek Fan. Ah ja, okay, na dann. Tja, es war einfach unmöglich Carrie nicht zu mögen. Ziemlich verpeilt, aber freundlich und immer gut aufgelegt. Was wohl nicht von ungefähr kam, der hat nämlich durchaus geraucht. Aber keine Zigaretten, sondern Ganja, die man in Jamaica satt. Soweit ich weiß, waren manche Leute aus ihrer Mannschaft dem ebenfalls nicht abgeneigt, wagt Holly sich vor. Well schlacht. Das Wort Oh, na ja, ah, abends sind wir manchmal durch den es wird ziemlich bekifft waren, haben viel gelacht. Es war wie früher auf der High School. Nur Waddy hat nicht mit gemacht, aber nicht, dass er ein Moral Apostel war, der lediglich ist er sogar mit uns raus gegangen, nur gedaucht hat er nicht, war nicht sein Ding. Wenn wir fertig waren, sind wir wieder rein, und wissen sie was? Nein, as denn? Das Zeug hat bei nicht ständig nach links gedriftet, er hat ihn meistens die leckt in die Gasse geworfen, fusch. Er spleizt mit einem Ruck die Hände, wie um einen Strike zu simulieren. Arrodi hat sich natürlich nichts getan, der hatte einen Schnitt von 140 wie eh und je. Witz sie war? Definitiv. Als Holly die Wohnung verlässt, hat sie ihn war eines erfahren, dass auch Avram Welch so etwas wie ein Trouble ist. Falls er sich doch als Red Bang Killer entpuppen sollte, wäre augenblicklich alles, was sie je intellektuell und intuitiv angenommen hat, infällig. Ihre nächste Station ist Wardney Harris, der emeritierte Professor, der beim Bohlen einen Schnitt von 140 erzielt und auch als Small Ball und Mr. Mead bekannt ist. Barbara liest gerade ein Gedicht von Randall Gerrell mit dem Titel Der Tod des Kubelturms schützen und staunt über dessen fünf Zeilen aus reinem Entsetzen, als ihr Handy läutet. Derzeit können nur drei Personen durchkommen und weil ihre Eltern sich unten im Haus befinden, wirft sie nicht einmal einen Blick aufs Display. Sie sagt nur Hi Jay, was geht? Ich bleibe übers Wochenende in New York, aber nicht in der Stadt, im Staat. Meine Agentin hat mich eingeladen, ein paar Tage in Montau zu verbringen, cool, oder? War weiß nicht so wächt, ich dachte, Sex und Geschäft passen nicht zusammen. Er lacht. Barbara hat Jerome noch nie so leicht und so häufig lachen hören, wie bei den letzten Telefongesprächen und sie freut sich, dass er so glücklich ist. Da bruste dir keine Sorgen zu machen, Kleine. Mara ist Ende 50, verheiratet, hat Kinder und Enkelkinder, die zum großen Teil auch dabei sein werden. Das hab ich dir übrigens alles schon erzählt, aber du warst total in den Wolken. Weißt du zum Beispiel noch, wie Mara mit Nachnamen heißt? Barbara gibt zu, dass sie es nicht weiß, obwohl Jerome es ihr bestimmt gesagt hat. Robert, was ist denn los mit dir? Ein Moment blickt sie nur schweigend an die Zimmerdecke, wo nachts fluoreszierende Sterne funkeln. Jerome hat ihr geholfen, die dort anzubringen, als sie neun war. Wenn ich es dir verrate, versprichst du mir dann, nicht sauer auf mich zu sein? Mama und Papa habe ich nämlich auch noch nicht gesagt, und sobald du es weißt, sollte ich das wahrscheinlich sofort nachholen. Hauptsache du bist nicht schwanger, Kleine. Sein Ton klingt zugleich schadshaft und ernst. Jetzt muss Barbara lachen. Wach, schwachen hat bin ich nicht, aber man konnte durchaus sagen, dass ich guter Hoffnung bin. Dann erzählt sie ihm alles, angefangen mit ihrem Besuch bei Emily Harris, weil sie zu schüchtern war, selbst Kontakt zu Olivia Kingsbury aufzunehmen. Sie erzählt ihm von ihren Gesprächen mit der alten Dichterin und davon, wie die dann Barbaras Gedichte für den Penley Preis eingereicht hat, ohne sich mit ihr abzusprechen und dass sie immer noch im Rennen um den Preis ist. Als sie fertig ist, wartet sie auf eine eifersichtige Bemerkung oder eine lauwarme Gratulation. Beides kommt nicht und sie scheint sich, dass sie überhaupt gemeint hat, alles verheimlichen zu müssen. Vielleicht war das aber doch besser, denn darüber, wie Jerome reagiert, er stößt aufgeregt plappernd Fragen und Glückwünsche hervor, freut sie sich einfach zu sehr. Also das Mannmannmann-Bahab, wenn ich bloß bei dir wär, um dich zu drücken, bist du kleist. Das wär aber gar nicht nett, sagt sie und wischt sich die Tränen aus den Augen. Ihre Erleichterung ist so groß, dass sie am liebsten zu ihren an der Decke klebenden Sternen hinaufschweden würde. Wie lieb ihr Bruder doch ist, wie großherzig. Hatte sie das vergessen oder war ihr Kopf so voll mit irgendwelchen Befürchtungen, dass sie's verdrängt hat? Was ist mit dem Essay? Hast du den gewuppt? Aber locker, sagt Barbara. Und wie, denkt sie, wenn die das gelesen haben, wenn sie's gleich in der Rundablage deponieren, wie Papa gern sagt. Klaas, Klaas! Erzähl mir doch noch mal von der Frau mit dem Sohn, der verschwunden ist. Jetzt kann ich den nämlich zuhören. Mit beiden Ohren meine ich, bisher habe ich das irgendwie nicht geschafft. Jerome erzählt ihr nicht nur von Vera Steinman, sondern gibt ihr gleich einen Überblick über den gesamten Fall. Abschließend sagt er, möglicherweise sei Holly ganz zufällig einem Serienmörder auf die Spur gekommen, der üblicherweise an der Red Bank Avenue, am College oder an beiden Orten zuschlage. Und ich habe gerade erst hat es mich lägerecht terrorisiert, aber dann hat es plötzlich Klick gemacht. Du weißt schon, wie bei so einem Tintenklecksbild, das man eine Weile anstarren muss, bevor man erkennt, dass es das Gesicht von Jesus oder Dave Chaparro ist. Was ist es denn? Er verrät es ihr, die beiden unterhalten sich noch ein bisschen, dann verkündet Barbara, dass sie jetzt am besten auch den Eltern von der Sache mit dem Penley-Preis erzähle. Okay, aber vorher musst du mir noch einen Gefallen tun, sagt er, geh runter in Dads altes Arbeitszimmer, wo ich mein Buch geschrieben habe und greif dir den USB-Stick, der neben der Tastatur liegt. Der ist orange, alles klar? Klar. Steck ihn ein und schick mir den Ordner, der PIX heißt. P-I-X. Mara meint, der Verlag will ein paar Fotos im Buch haben und vielleicht auch welche für die Werbung nehmen. Für deine Lesereise. Genau. Wenn mit Corona nicht bei Schluss ist, wird daraus allerdings eine virtuelle Reise per Zoom und Skype. Ich gehe gleich runter. Eins ist ein Foto vom Biograph Theater, wo über dem Eingang Manhattan Melodrama angekündigt wird. Vor dem Theater hat man John Dillinger erschossen. Mara meint, das wäre ein optimales Bild fürs Cover. Und Barbara? Was denn? Ich freu mich so für dich und ich hab dich lieb. Barbara sagt, so gehe es ihr umgekehrt auch und legt auf. Dann fängt sie an zu weinen. Sie kann sich nicht erinnern, je so glücklich gewesen zu sein. Olivia hat zwar gemeint, glückliche Dichterinnen seien im Allgemeinen schlechte Dichterinnen, aber momentan ist ihr das total egal. 2. Juli 2021 Als Bonnie aufwacht, ist sie durstig und hat leichte Kopfschmerzen, aber verglichen mit den an einen üblen Kater erinnernden Symptomen, die Jorge Castro und Kerry Dressler hatten, eht es ihr gut. Bei den beiden hat Lodi eine injizierbare Ketaminlösung benutzt. Bei Pete und Aaron ist er zu Valium übergegangen. Das hat er nicht etwa getan, weil Castro und Dressler solche Qualen gelitten haben, das war ihm völlig Schnuppe, sondern weil an postmortal entnommenen Gewebeproben beginnende Schäden an der Zellstruktur im Brustkorb und in den Lymphknoten erkennbar waren. Die Leber war zwar nicht betroffen, Gott sei Dank, die ist nämlich das Kernstück des Regenerationsprozesses, aber die beschädigten Lymphknoten boten Grund zur Sorge. Zellschäden könnten unter Umständen das Fett verunreinigen, mit dem er seine arthritischen Hände eincremt, während Emily es auf die linke Pobacke und das linke Bein schmiert, um den Ischiasnerv zu besänftigen. Für das Gehirn des Schlachtviehs und für Organe wie das Herz und die Nieren gibt es viele Verwendungszwecke, doch die größte Bedeutung hat die Leber, denn durch deren Verzehr wird die Vitalität erhalten und das Leben verlängert. Allerdings erst, wenn die Leber vollständig erweckt wurde und dieses Erwachen wird durch den Genuss von roher Kalbsleber ausgelöst. Noch wirtsamer für diesen Zweck wäre zweifellos menschliche Leber, aber das würde bedeuten, jedes Mal zwei Personen zu kidnappen, dann konnte eine die Leber spenden, während die andere vor ihrer Schlachtung damit gefüttert wurde. Waudi und Emily sind allerdings zu der Einschätzung gelangt, dass ein solches Unterfangen zu gefährlich wäre. Außerdem ist Kalbs Leber bestens geeignet, da sie der menschlichen Leber auf zellulärer Ebene stark ähnelt. Noch ähnlicher ist Schweineleber, da ist die DNA fast ununterscheidbar, aber bei Schweinen besteht die Gefahr von Prionen. Das Risiko ist zwar vernachlässigbar, aber weder Waudi noch Emily wollen dadurch sterben, dass Prionen Löcher in ihr wertvolles Gehirn fressen. Bonnie weiß nichts von diesen Dingen, sie weiß lediglich, dass sie Durst und Kopfschmerzen hat und noch etwas anderes weiß sie. Sie ist eine Gefangene. Der Käfig, in dem sie liegt, befindet sich offenbar in einem Keller. Es ist schwer zu glauben, dass der sich unter dem hübschen viktorianischen Heim von Mr. und Mrs. Harris befindet, aber noch schwerer wäre es das nicht zu glauben. Der Keller ist groß und wird von Leuchtstofflampen erhellt, die zu einem beruhigenden gelblichen Glühen gedimmt sind. Vor dem Käfig breitet sich ein nackter, sauberer Betonboden aus, dann kommt eine Treppe und dahinter kann sie eine Art Wertstadt erkennen, mit Maschinen, von denen sie nicht weiß, wie sie heißen. Es liegt jedoch nahe, dass sie zu Säge und Schleifarbeiten dienen. Das größte Gerät steht am anderen Ende des Raums. Es ist ein Metallkasten mit einem Schlauch, der neben einer kleinen Tür in der Wand verschwindet. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Heiz- und Klimaanlage. Bonnie setzt sich auf und massiert sich die Schläfen, um ihre Kopfschmerzen zu lindern. Dabei fällt etwas auf den Fouton, auf dem sie aufgewacht ist. Es ist einer von ihren Ohrklitz. Der andere ist nicht mehr da, wahrscheinlich ist er abgefallen oder abgerissen worden, als sie mit Rodney gekämpft hat. Und das hat sie getan. Verschwommen erinnert sie sich, wie sie an dem verlassenen Gebäude entlang getorkelt ist und versucht hat, so lange bei Bewusstsein zu bleiben, dass sie entkommen konnte. Aber Rodney hat sie letztlich gepackt und zum Auto gezerrt. Jetzt betrachtet sie das kleine, goldene Dreieck. Es ist natürlich kein echtes Gold, aber hübsch. Und steckt es unter den Fouton. Teilweise, weil ein einzelner Ohrclip nichts taugt, außer man ist ein Pirat oder ein Schwuler, der in einer Singlebar cool aussehen will, aber auch, weil die drei Ecken scharf und spitz sind. Vielleicht erweist sich das Ding noch als nützlich. In einer der Käfig-Ecken steht eine Camping-Toilette und wie vor ihr Rauche Castro, Carrie Dressler und Alan Creslow, Stinky Steinman vielleicht weniger, weiß sie, was die zu bedeuten hat. Jemand hat vor, sie für eine Weile da zu behalten. Es fällt ihr immer noch schwer zu glauben, dass es sich bei diesem jemand um Professor Wadney Harris handelt, den emeritierten Biologen und Ernährungswissenschaftler. Durchaus glauben kann sie, dass Emily seine Komplizin ist oder eher ihr Komplize. Weil Emily bei diesem Ehepaar das Eifertier ist und obwohl sie sich alle Mühe gegeben hat, Bonnie als Kollegin oder gar als Freundin zu behandeln, hat die ihr nie ganz getraut. In der kurzen Zeit, wo sie für Emily tätig war, hat sie sich angestrengt, alles richtig zu machen, weil das offensichtlich keine Frau war, mit der man aneinander geraten wollte. Bonnie untersucht die Gitterstäbe, die von Hand geschweißt, aber bombenfest sind. An der Außenseite ist eine Tastatur angebracht, die kann sie sehen, wenn sie das Gesicht seitlich ans Gitter drückt. Aber sie ist mit einer Plastikabdeckung versehen, die Bonnie nicht herunterbekommt oder auch nur lockern kann. Und selbst wenn sie dran käme, wäre es wie ein Sechser im Lotto die richtige Kombination zu erwarten. Wie die früheren Käfig-Insassen sieht sie das Kameraobjektiv auf sich herabspähen, aber im Gegensatz zu den anderen brüllt sie nicht hinauf. Sie ist eine kluge Frau und weiß, dass irgendwann jemand kommen wird. Wichtwahrscheinlich Mr. oder Mrs. Harris. Ob die sich wohl entschuldigen und sagen werden, es handle sich um ein schreckliches Missverständnis? Wohl kaum. Oni hat furchtbare Angst. An der hinteren Käfigwand sieht sie eine orangene Kiste, auf der zwei Flaschentafel Wasser von Artesia stehen. Worche Castro und Cabbage Vessler haben Dasani bekommen, aber Emily hat darauf bestanden, auf Artesia umzusteigen, weil Dasani von Coca-Cola produziert wird, und die ruinieren im Norden des Staates den Grundwasserspiegel, behauptet sie. Artesia ist im Besitz eines örtlichen Unternehmens, wodurch sie sich politisch korrekter verhalten. Bonnie öffnet eine Flasche, trinkt die Hälfte und schraubt sie wieder zu. Dann hebt sie den Deckel der Campingtoilette an und lässt die Hosen herunter. Gegen die Kamera kann sie nichts machen, deshalb sie den Kopf senkt und mit den Händen das Gesicht verbirgt. Das hat sie als kleines Kind getan, wenn sie etwas angestellt hatte, so nach dem Motto, wenn sie die anderen nicht sehen konnte, dann konnte sie von denen auch nicht gesehen werden. Als sie fertig ist, trinkt sie noch einen Schluck Wasser und setzt sich dann auf den Photon. Da ihr Durst gelöscht ist, fühlt sie sich, so merkwürdig das unter den Umständen ist, tatsächlich erfrischt. Nicht richtig regeneriert, aber irgendwie erfrischt. Sie sucht nach Gründen, weshalb man sie gekidnappt haben könnte, kommt damit aber nicht weit. Das naheliegendste Motiv wäre the sex. Aber schließlich sind die beiden eilt. Zu eilt? Eventuell nicht. Und wenn es sich in diesem Alter um was Sezuelles handelt, dann muss es etwas Bizarres sein, etwas, was nicht gut endet. Oder ob es sich wohl um eine Art Experiment handelt, eines, wofür man menschliche Versuchskaninchen braucht? Auf dem Campus hat sie gehört, dass bei Rodney Harris ein paar Schrauben locker sein sollen. Legendär sind seine Vorlesungen über Fleisch als Grundpfeiler der Ernährung, bei denen er regelmäßig ins Schreien geraten ist. Aber könnte er tatsächlich wahnsinnig sein, wie ein irrer Wissenschaftler in einem Horrorfilm? Falls ja, muss sein Labor sich woanders befinden. Was sie da hinten sieht, ist eine Bergstadt für einen Rentner, der gern mal ein Bücherregal oder ein Vogelhäuschen bastelt. Oder Käfigstäbe. Bonnys Gedanken wenden sich der Frage zu, wer feststellen könnte, dass sie verschwunden ist. Am ehesten wohl ihre Mutter, aber die wird nicht sofort merken, dass etwas nicht stimmt. Zwischen ihnen beiden herrscht momentan mal wieder Eiszeit. Trom Higgins? Den kann man vergessen. Sie ist schon seit Monaten von ihm getrennt. Außerdem hat sie gehört, dass er weggezogen ist. Dann vielleicht Kiescher. Aber da sich die Bibliothek wegen Sommerferien und Corona im Halbschlaf befindet, wird Kiescher wahrscheinlich einfach annehmen, dass Bonny sich für eine Weile freigenommen hat. Genügend Urlaubstage hat sie ja. Und wenn Kiescher denkt, sie hätte beschlossen, alles aufzugeben und abzuhauen? Schließlich hat sie davon gesprochen, in den Westen zu ziehen. Go West, young woman. Zum Beispiel nach San Francisco oder Carmel by the Sea. Aber das waren reine Hirngespinste, was Kiescher eigentlich weiß. Aber weiß sie es wirklich? Oben an der Treppe geht eine Tür auf. Bonny tritt an die Gitterstäbe. Wadnei Harris kommt die Stufen herrwapp, langsam, als würde er gleich zusammenklappen. Normalerweise bringt Emily das erste Tablett nach unten, aber heute ist ihr Ischias so schlimm, dass sie mit einem Wärmegürtel um den Rücken im Bett liegt. Was nicht viel bringen wird, eigentlich ist es reine Quacksalberei. Allerdings wären Schmerztabletten weitaus schlimmer, die zerstören erbarmungslos die Synapsen im Gehirn. Wadnei hat den größten Teil von dem, was noch von Peter Steinman übrig war, aufgetaut und geschmort. Herausgekommen ist eine Art Herz-Lunge-Brei, bestreut mit Knochenmehl, der wird Emily vielleicht helfen, wenn auch nicht viel. Menschenfleisch, das eingefroren und wieder aufgetaut wurde, scheint nicht besonders wirkungsvoll zu sein und was Em wirklich braucht, ist frische Leber. Die von dem jungen Steinman haben sie schon lange verwertet. Ständig gehen ihre Vorräte zur Neige, zudem dauert die positive Wirkung, die der Verzehr ihres Schlachtviehs mit sich bringt, nicht mehr so lange an wie früher. Das hat er gegenüber Emily zwar nicht eingestanden, aber sie weiß sicherlich Bescheid. Sie ist zwar keine Naturwissenschaftlerin, aber auch nicht dumm. Er bleibt in sicherem Abstand vom Käfig stehen, beugt ein Knie und stellt das Tablett auf den Boden. Als er sich wieder aufrichtet, mit einer Grimasse, weil ihm heute Morgen alles wehtut, sieht Bonnie an seinem rechten Wangenknochen einen blau-roten Bluterguss. Der hat sich bis zum Auge und fast bis zum Unterkiefer ausgebreitet. Bonnie hat ein ausgeglichenes Wesen und neigt nicht zu besonders starken Emotionen. Bisher hätte sie gesagt, nur ihre Mutter kann sie wirklich auf die Palme treiben, aber der Anblick dieses blauen Flecks macht sie zugleich wütend und grausam glücklich. »Ich hab dich erwischt, was?« denkt sie, und zwar anschwendig. »Was soll das?«, fragt sie. Wordy sagt nichts. Emily hat ihm erklärt, das sei bei weitem die beste Reaktion, und damit hat sie Lecht. Mit einem Mastochsen im Ferch spricht man bekanntlich nicht und man führt erst recht keine Unterhaltung mit ihm. Wozu sollte man das tun? Ein Mastochse ist nichts als ein Nahrungsmittel. »Was hab ich Ihnen getan, Prof. Harris?« »Überhaupt nichts«, denkt er, während er zu dem an der Treppe lehnenden Besen tappt. Bonnie beäugt das Tablett. Sie sieht einen auf der Seite liegenden Plastikbecher, in dem ein brauner Umschlag schlägt. Vielleicht eine Art Instant-Frühstück. Daneben steht ein Teller mit einem Stück rohem Fleisch. »Ist das Leber?« »Keine Antwort.« »Der Besen ist die breite Ausführung, wie sie von Gebäudereinigern benutzt wird.« Wordy schiebt das Tablett damit durch die Klappe unten am Käfig. »Ich mag Leber«, sagt Bonnie, »aber nur mit gebratenen Zwiebeln. Und sie muss ebenfalls gebraten sein.« »Wieder«, erwidert er nicht, sondern geht nur zur Treppe zurück und lehnt den Besen daran. Dann steigt er die Stufen hinauf. »Professor?« Er bleibt stehen und sieht sie mit gerobenen Augenbrauen an. »Da haben Sie aber einen ordentlichen Blutergoss.« Er berührt die betreffende Stelle und zuckt zusammen. Das macht Bonnie wieder glücklich. »Wissen Sie was? Am liebsten hätte ich Ihnen den verdammten ferren Schädel von Ihrem verdammten Heiz geschlagen.« Die nicht von dem Bluterguss bedeckte Seite seines Gesichts wird rot. Er scheint etwas erwidern zu wollen, hält sich jedoch zurück. Dann erklimmt er die letzten Stufen und Bonnie hört, wie die Tür sich schließt. Das heißt, sie schließt sich nicht einfach, sie kneit zu, das Bonnie ebenfalls glücklich macht. Sie zieht den Umschlag aus dem Becher. Es ist Katschaber. Davon hat sie zwar gehört, es aber noch nie probiert. Was sich jetzt wohl ändern wird, denn trotz allem hat sie Hunger, irrsinnig aber wahr. Sie reißt den Umschlag auf, kippt den Inhalt in den Becher und fügt Wasser aus der zweiten Flasche hinzu. Während sie mit dem Zeigefinger umrührt, denkt sie, dass der alte Knallkopf ihr wenigstens einen Löffel hätte geben können. Sie kostet das Gesoff und findet, dass es ziemlich gut schmeckt. Bonnie trinkt die Hälfte und stellt den Becher dann auf den geschlossenen Deckel der Campingtoilette. Sie tritt an die Gitterstäbe. Der alte Prof ist nicht nur wahnsinnig, sondern leidet auch an einem zwannhaften Putzfimmel. Auf dem Betonboden ist kein einziges verunreinigtes Fläckchen zu sehen. Die Schraubenschlüssel hängen der Größe nach aufgeweiht an der Hinterband, die Schraubenzieher ebenfalls. Auch die drei Sägen, eine große, eine mittlere und eine kleine, die man, soweit Bonnie weiß, als Stichsäge bezeichnet, Zangen, Meißel, Klebebandrollen und Sie schlägt die Hand vor den Mund. Bisher hatte sie Angst, jetzt verspürt sie pures Entsetzen. Was sie da sieht, macht ihr überdeutlich die Realität ihrer Lage bewusst. Man hat sie in einen Käfig gestärrt wie eine Watte und wenn kein Wunder geschieht, kommt sie hier nicht lebend hinaus. An der Werkzeugwand hängen neben dem Klebeband wie Trophäen ihr Fahrradheim und ihr Rucksack. 27. Juli 2021 Holly fährt die Ridge Road hinunter bis zu einer Zone, wo man zwei Stunden lang kaken kann, öffnet das Fenster und schlägt sich eine Zigarette an. Dann ruft sie im Haus von Mr. und Mrs. Harris an. Eine Männerstimme meldet sich, Holly nennt ihren Namen und ihren Beruf und fragt, ob sie wohl vorbeikommen könne, um ein paar Fragen zu stellen. Worum verdreht es? Wie bitte? Worum es sich dreht, habe ich gefragt. Miss, äh... Holly wiederholt ihren Namen und erklärt es gehe um Curry Dressler. Ich arbeite an einem Fall, bei dem der Name von Mr. Dressler gefallen ist. Daher war ich in dem Bowling Center, wo er gearbeitet hat. Im Strike'em Outlands, sagt der Mann in ungeduldigem Ton. Genau. Ich versuche, ihn ausfindig zu machen. Es hat mit einer Reihe von Autodiebstählen zu tun. Auf die Einzelheiten kann ich nicht eingehen, wie sie verstehen werden, aber ich möchte mit ihm sprechen. Ich habe ein Foto ihres Bowling-Teams gesehen, auf dem auch Mr. Dressler abgebildet ist und dachte, sie haben vielleicht eine Ahnung, wohin er verschwunden ist. Mit Mr. Claybart und Mr. Welch habe ich mich bereits unterhalten und da ich gerade in der Nähe bin, würde ich gern, Dressler hat Autos gestohlen. Dazu kann ich mich wirklich nicht äußern, Mr. Harris. Sie sind doch Mr. Harris, oder nicht? Professor Harris. Tja, sie kann schon vorbeikommen, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich habe den jungen Mr. Dressler seit Jahren nicht gesehen und ziemlich viel zu tun. Vielen da. Aber Harris hat schon aufgelegt. Roddy legt sein Handy weg und sieht Emily an. Ihre Ischialdi hat ein bisschen nachgelassen, weshalb sie den Rollstuhl nicht mehr braucht, aber sie benutzt ihren Gehschlock. Ihre Haare mussten gekämmt werden und Roddy erwischt sich bei einem nicht besonders netten Gedanken. Sie sieht aus wie eine alte Hexe im Märchen. Sie kommt, sagt er, aber nicht wegen der kleinen Dahl. Es geht ihr um Dressler. Behauptet sie jedenfalls. Das glaubst du ihr doch nicht, oder? Nicht unbedingt. Aber ganz abwegig hört es sich nicht an. Sie behauptet, dass sie in einer Weihe von Autodingern ermittelt. Er macht eine kurze Pause. Von Diebstählen. Autodiebstählen. Kannte ja durchaus sein. Ich bezweifle stark, dass Privatdetektive jeweils nur an einem einzigen Fall arbeiten. Das wäre aber nicht lukrativ. Ist das der richtige Ausdruck? Ja, ist es, beschließt Roddy. Dann würde sie an zwei unterschiedlichen Fällen arbeiten, wo es um zwei von den Leuten geht, die wir uns geschnappt haben. Das wäre aber ein sehr großer Zufall, nicht wahr? Sowas kommt durchaus vor. Und warum würde diese Gibson bei der Suchen auf der kleinen Dahl aufs Bowlingcenter stoßen? Der Brult hat unser Elfchen bekanntlich nicht. Sie heißt Gibney. Holly, Gibney. Vielleicht sollte lieber ich mit ihr reden, wenn sie kommt. Roddy schüttelt den Kopf. Ah, du kanntest Wessler doch gar nicht. Deshalb will sie mit mir sprechen. Aber, äh, das schaffe ich schon. Meinst du wirklich? Sie sieht ihn durchdringend an. Vorhin hast du nämlich, worum verdreht es gesagt, statt worum dreht es sich oder worum geht es. Du, äh, ich weiß nicht recht, wie ich es sagen soll, Schatz, aber ich hab mich bloß versprochen. Doch, jetzt hab ich's zugegehen. Eins zu mir wär das nicht aufgefallen. Doch, ist es. Ich werd schon aufpassen. Er streichelt ihre Wange, sie legt ihre Hand auf seine und lächelt. Gut. Und ich beobachte alles von oben. Davon geh ich aus. Ich hab dich lieb, mein Äschen. Ich dich auch, sagt sie und bewegt sich langsam auf die Treppe zu. Erklimmen wird sie die noch langsamer und unter großen Schmerzen, aber sie wird sich bestimmt keinen Treppenlift einbauen lassen wie das alte Miststück ein paar Häuser weiter. Anne kann kaum glauben, dass Olivia noch am Leben ist und dass sie ihr das Mädchen weggenommen hat, das ein gewisses Talent zu haben schien. Vor allem für eine Schwarze. Für eine Neger-Wenn. Emily gefällt dieses Wort. Olli steigt die Stufen zur Haustür hoch und läutet. Geöffnet wird ihr von einem großgewachsenen, schlanken Mann in bequemen Jeans, Bootsschuhen und einem Polo-Chart mit dem Bell-College-Emblem auf der Brust. Seine Auden wirken lebhaft und intelligent, versinken jedoch allmählich in den Höhlen. Er hat weißes Haar, das bei weitem nicht so üppig ist wie der Shop von New Clippard. Man sieht die rosige Kopfhaut durchschimmern. An einer Wange ist der Schatten eines blauen Flecks zu erkennen. Ah, Miss Gidney, sagt er, kommen Sie doch mit ins Wohnzimmer. Die Maske kann Sie abnehmen, hier gibt's kein Korna. Falls sowas überhaupt existiert, was ich bezweifle. Sind Sie geimpft? Er blickt Sie finster an. Wir, meine Frau und ich, halten uns an eine gesunde Lebensweise. Die Antwort reicht Olli aus. Die würde sich, sagt sie, mit Maske wohler fühlen. Leider hat sie keine Wegwerfhandschuhe übergezogen. Aber jetzt leh sie die lieber nicht aus der Tasche ziehen. Harris hat offenbar fest zementierte Ansichten, was Corona angeht, und sie will ihn nicht gegen sich aufbringen. Wie Sie wollen. Olli folgt ihm durch den Hausflur in einen großen, holzgetäfelten Raum, der von Wandleuchten erhellt wird. Die Vorhänge sind zugezogen, um die grelle Nachmittagssonne abzuhalten. Man hört das Flüstern der Klimaanlage, irgendwo spielt ganz leise klassische Musik. Ich werde ein schlechter Gastgeber sein und Sie nicht bitten, sich zu setzen, sagt Harris. Ich schreibe nämlich gerade an einer längeren Erwiderung auf einen ziemlich dummen und schlecht recherchierten Aufsatz in der Vierteljahwesschrift für Ernährungswissenschaft und ich will meinen Gedankengang nicht verlieren. Übrigens leidet meine Frau an einem Migräneanfall, weshalb ich Sie bitten möchte, leise zu sprechen. Das tut mir leid, sagt Olli, die seit dann, wenn sie wütend ist, nur selten laut wird. Außerdem ist mein Hörvermögen ausgezeichnet. Das stimmt durchaus, denkt Emily. Sie sitzt im Gästezimmer und beobachtet die beiden auf ihrem Laptop. Hinter dem Nippes auf dem Kamin Sims verdirbt sich eine kleine Kamera. Emilies größte Sorge ist, dass Wodney etwas entschlüpfen kannte. Die meiste Zeit ist sein Verstand immer noch scharf, aber wenn es auf den Abend zugeht, neigt er dazu, sich zu verstrechen und vergesslich zu werden. Sie weiß, dass sich durch so etwas häufig Alzheimer oder eine andere Form von Demenz ankündigt, man spricht vom Sundowning-Syndrom, aber sie weigert sich, das bei dem Mann, den sie liebt, zu vermuten. Dennoch hat sich ein Keim des Zweifels in ihr festgesetzt, hoffentlich wächst der nicht weiter. Olly setzt Harris die Geschichte vom Autodiebstahl vor, die sie auf dem Weg zum Haus verfeinert hat. Die bei der Nichte in einer gewissen Kurzgeschichte von Sucky könnte man über sie sagen, es sei ihre Spezialität, romantische Geschichten aus dem Ärmel zu schütteln. Sie hätte die Geschichte schon bei Klippert und Welch einsetzen sollen, aber dafür ist sie ihr zu spät eingefallen. Auf jeden Fall hat sie vor, sie auch bei Ernie Coggins zu benutzen, der sie am meisten interessiert. Der kommt immerhin nach wie vor zum Bohlen und er ist noch verheiratet. Seine Frau leidet wahrscheinlich nicht an Ischialgie, aber möglich ist es natürlich, durchaus. Abera geht ins frühere Arbeitszimmer ihres Vaters hinunter. Auf dem Tisch steht jetzt der Computer von Jerome zwischen zwei Papierstapeln. Bei dem dicken Stapel rechts muss es sich um sein Buchmanusköpft handeln. Sie setzt sich und blättert bis zur letzten Seite, 359. Das hat Jerome alles geschrieben, denkt sie staunend, während ihr Gedichtband vielleicht 110 Seiten mit reichlich leerem Raum umfassen wird, falls man ihn überhaupt veröffentlicht. Olivia versichert ihr zwar da wann bestunde keinen Zweifel, aber Barbara findet es immer noch schwer zu glauben. Edichte, in denen es nicht nur um die schwarze Erfahrung geht, sondern auch darum, mit Horror und Entsetzen umzugehen, wobei da manchmal kein großer Unterschied bestehen dürfte, denkt sie und lacht auf. Der orangefarbene USB-Stick liegt da, wo Jerome gesagt hat. Sie schaltet den Rechner an, tippt das Passwort von Jerome ein, Hashtag Shizzle Hashtag und wartet, bis das Gerät hochgefahren ist. Auf dem Hintergrundfoto knien Jerome und Barbara neben ihrem Hund Odair, der inzwischen dorthin gegangen ist, wohin gute Runde kommen. Sie steckt den USB-Stick ein, er enthält Entwürfe des Buchs, die mit 1, 2 und 3 nummeriert sind, außerdem Korrespondenz und besagten Ordner mit dem Namen Pigs. Als Barbara ihn öffnet, sieht sie einige Fotos ihres berüchtigten Urgroßvaters, immer makellos gekleidet und auf dem Kopf immer eine leicht schief rechts sitzende Melone. Sein Markenzeichen, denkt Barbara, andere Fotos zeigen einen nur von Schwarzen besuchten Nachtclub, wo die ebenfalls makellos gekleideten Gäste den Jitterbug oder auch den Lindy-Hock tanzen, während die Band sich die Seele aus dem Leib spielt. Dann ist da das Foto vom Biograph-Fiatr und schließlich eines von John Dillinger, der auf dem Seziertisch liegt. Bäh, wie Holly sagen würde. Barbara schließt die Datei, hängt sie eine E-Mail an ihren Bruder an und sendet sie mit einem Wusch ab. Links neben dem Computer liegt ein Wust an Notizzetteln. Auf dem obersten steht, Mara anrufen wegen Werbung. Direkt darunter geht es um Chicago, Indianapolis und Detroit in den 1930er Jahren, jeweils mit Hinweisen zu Büchern über diese Städte während der Prohibition und der Great Depression. Offentlich übertreibst du's nicht, Jay, denkt Barbara. Unter den Notizen liegt eine mit Mapquest ausgedruckte Karte vom Deerfield Park samt Umgebung. Neugierig betrachtet Barbara sie. Mit Jeromes Buch hat das nichts zu tun, aber dafür umso mehr mit dem Fall, an dem Holly gerade arbeitet. Auf der Karte sind drei rote Punkte angebracht, jeweils mit Anmerkungen in Jeromes akkurate Handschrift. Bonnie D., 1. Juli 2021, steht östlich vom Park, gleich gegenüber dem überwucherten Bereich, der als Dickicht bezeichnet wird. Der Punkt für Alan C., November 2018, befindet sich auf dem Campus, eleckt über dem Memorial Union Building, wo der Belfi untergebracht ist. Barbara und manche ihrer Freundinnen essen dort manchmal Hamburger, wenn sie aus der Bibliothek kommen. Da sie noch auf der Highschool sind, dürfen sie zwar nichts ausleihen, aber der Lesesaal ist gut, der PC-Raum sogar fantastisch. Der letzte rote Punkt steht für Peter S. Ende November 2018. Den betreffenden Ort kennt Barbara ebenfalls. Es ist der Daewy Wit, über dem man auf der Highschool zwar die Nase rümpft, aber die Jüngeren hängen dort ausgesprochen Garn ab. Einer der Punkte konnte für mich stehen, denkt sie, nur ein gütiges Schicksal hat das verhindert. Was sie hier unten tun sollte, ist erledigt. Sie scheitert den Computer aus und erhebt sich. Dann setzt sie sich wieder hin und greift nach der ausgedruckten Karte. Auf dem Tisch steht ein Becher mit Stiften. Sie zieht den heraus, mit dem Jerome die Karte markiert haben muss. Damit malt sie einen Punkt an der Ridge Road gegenüber von Olivia Kingsbury's Haus. Weil sie ihn da an dem Abend gesehen hat, als sie über das Gedicht nachdachte, das ihrer Meinung nach ihr letztes Gutes war. Unter den Punkt schreibt sie in Druckbuchstaben Frau Recastro, Oktober 2012. Schon während sie das tut, kommt sie sich albern vor. Wahrscheinlich hat Castro gedacht, Scheiß auf dieses bescheuerte College und auf Emily Harris mit ihrer schlecht verrühten Schwulenfeindlichkeit und ist einfach abgehauen. Aber, nachdem sie Jeromes Karte den Punkt für Castro hinzugefügt hat, sieht sie etwas, was interessant und ein kleines bisschen beunruhigend ist. Die Punkte scheinen beinahe einen Kreis um den Park zu bilden. Bonnie ist zwar etwas vorher verschwunden als die anderen, im Sommer anstatt im Herbst, aber hat Barbara nicht irgendwo gesehen, vielleicht in der Netflix-Serie Mindhunter, dass geisteskranke Serienmörder dazu neigen, zwischen ihren Taten eine zunehmend kürzere Pause einzulegen? Wie Drogensüchtige, die sich ihren Stoff in immer häufigeren Interwein spritzen? Alan C. und Peter S. passen nicht ins Schema, deren Verschwenden liegt zeitlich nah beieinander. Vielleicht, weil der Mörder von einem der beiden nicht das bekam, was er haben wollte? Weil Alan oder Peter seinen Blutdurst nicht genügend gesteht haben? Äh, jetzt erzähle ich mir aber selbst große Geschichten, denkt Barbara und sehe Monster, die Chet Andowski, wo in Wirklichkeit nur Schatten sind. Dennoch sollte sie wahrscheinlich weitergeben, was sie über Jorge Castro weiß. Sie greift nach ihrem Handy, um Holly anzurufen, da läutet es plötzlich in ihrer Hand. Es ist Marie de Champ. Olivia liege mit Vorhofflimmern im Keiner Memorial, diesmal sei es ernst. Barbara vergisst, dass sie Holly anrufen wollte und läuft ins Wohnzimmer, um ihrer Mutter zu sagen, sie brauche das Auto. Als Tanya sich nach dem Grund erkundigt, sagt sie, eine Freundin liege im Krankenhaus und sie werde alles später erklären. Gute Nachrichten habe sie auch, aber die müssten ebenfalls bis später warten. Geht's um ein Stipendium fürs College? Hast du eins ergattert? Nein, es ist was anderes. Na gut, Liebes, sagt Tanya, fahr vorsichtig. Das ist ihr Mantra. Olli fragt Wodney Harris, ob er eine Ahnung habe, wo Carriage Wessler sich jetzt aufhalten konnte. Hat Wessler Pläne geäußert, woanders hinzuziehen? Hatte er manchmal, das ist ein neues, ausschmückendes Detail, eine größere Menge Bargeld dabei? Ich weiß, dass er Drogen konsumiert hat, vertraut sie Harris an. Böh. Er schien ein ganz netter Kerl zu sein, sagt Harris. Mit leicht gerunzelter Stirn blickt er ins Leere, wie der Inbegriff jemandes, der sich angestrengt an etwas erinnern möchte, was weiterhelfen konnte. Ich kannte ihn nicht gut, wusste aber, dass er Drogen nimmt. Nur Cannabis-Sativa, hat er behauptet, aber es könnte auch etwas anderes gewesen sein. Seine gerobenen Augenbrauen sind offensichtlich eine Aufforderung, an Holly etwas zum Thema beizutragen. Aber sie lächelt nur. Auf jeden Fall ist Cannabis als Einstiegsdroge für stärkere Substanzen bekannt, fährt er in belehrendem Ton fort. Dazu kommt es nicht immer, aber es führt zu gewohnheitsmäßigem Konsum und behindert die kognitive Entwicklung. Außerdem verursacht es schädliche, strukturelle Veränderungen im Hippocampus, dem für die Gedächtniskonsolidierung zuständigen Teil des Temperaturlattens. Das ist gut erforscht. Im Obergeschoss verzieht Emily das Gesicht. Temporallappen, mein Lieber, und komm nicht vom Hundertsten ins Tausendste, bitte. Allerdings scheint Gibney nichts aufzufallen, und es ist, als hätte Woddy die Ermahnung gehört. Entschuldigen Sie die Vorlesung, Miss Gibson. Ich werde mein Steckenpferd jetzt in die Ecke stellen. Olli lacht höflich. Sie berührt einen der Handschuhe in ihrer Hosentasche und wünscht sich wieder, sie hätte die Dinger übergestreift. Natürlich wählt sie nicht, dass Professor Harris sie mit jemandem wie Howard Hughes vergleicht, aber die Vorstellung, dass alles, was sie anfasst, von SARS-CoV-2 wimmelt, womöglich der neuen Delta-Variante, verfolgt sie weiterhin. Inzwischen redet Harris weiter. Mancher von den anderen Mitgliedern in meinem Team sind früher mit Vessler hinten rausgegangen, um einen durchzuziehen, wie man so schön sagt. Auch einige von den Frauen waren dabei. Von den Hot Witches? Die Stirnfalten von Harris vertiefen sich, ja, von denen und von anderen Teams. Man würde vermuten, dass sie ein erotisches Interesse an Vessler hatten. Aber wie ich vielleicht schon gesagt habe, kannte ich ihn nicht gerade gut. Er war freundlich und ist manchmal für einen verwundeten Krieger eingesprungen, aber wir waren lediglich Bekannte. Ich habe keine Ahnung, wie wie Bargeld er besaß und leider auch keine, wo er hin sein könnte. Belass es dabei, Schatz, denkt Emily, bringen Sie jetzt zur Tür. Wordi fasst Holly am Ellbogen und tut genau das. Tut mir leid, aber jetzt muss ich mich wieder an die Arbeit setzen. Das verstehe ich durchaus, sagt Holly, ich wollte nur nichts unversucht lassen. Sie greift in ihre Schultertasche und reicht ihm eine Visitenkarte, wobei sie darauf achtet, seine Finger nicht zu berühren. Aber falls Ihnen etwas einfallen sollte, was mir nutzen könnte, rufen Sie mich doch bitte an. Als die beiden die Haustür erreichen, schaltet Emily auf die im Flur installierte Kamera um. Darf ich mich erkundigen, wie Sie weiter vorgehen wollen? fragt Wordi. Bitte nicht, denkt Emily, bloß nicht, Wordi, damit begibst du dich aufs Glatteis. Aber die Besucherin, die Emily zu harmlos vorkommt, als dass man sich wegen ihr allzu große Sorgen machen sollte, erklärt Wordi, sie könne wirklich nicht darüber sprechen und hält ihm den Ellbogen hin. Mit einem Lächeln, das wohl heißen soll, gegen Dummheit sei kein Kraut gewatzen, berührt Wordi ihn mit seinem. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben, Mr. Harris. Keine Ursache, Miss, äh, wie war doch Ihr Name? Gibney. Einen schönen Tag noch, Miss Gettney. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Sobald Holly hört, wie hinter ihr die Haustür ins Schloss fällt, greift sie noch auf dem Weg durch den Vorgarten tief in ihre Hosentasche. Dort steckt unter den Einmalhandschuhen die sie leider nicht getragen hat, ein Fläschchen Desinfektionsmittel. Dass sie bei dem Gespräch mit den Skaterjuns am Day We Whip keine Maske getragen hat, war schon schlecht, aber wenigstens war sie da im Freien. Mit Wordney Harris hat sie sich in einem geschlossenen Raum unterhalten, wo die Klimaanlage das Virus überall hinpusten konnte, unter anderem in ihre Nase und von da aus in ihre vom Zigarettenrauch verunreinigte Lunge. Was bist du doch für eine törichte Hypochonderin, denkt sie, aber das ist die Stimme ihrer Mutter, die an dem verflixten Virus gestorben ist. Sie findet das Fläschchen, auf dem sie gesucht hat, und zieht es aus der Tasche. Während sie einen Klecks herausdrückt und damit kräftig beide Hände einreibt, fällt ihr ein, dass der scharfe Geruch von Alkohol ihr in der Kindheit furchtbare Angst gemacht hat, weil er meist bedeutete, dass man ihr gleich eine Spötze geben würde. Jetzt hingegen bedeutet er Schutz und relative Sicherheit. Emily, die das vom Obergeschoss aus beobachtet, lächelt. Bei den ständigen Schmerzen, die sich vom Rücken aus am linken Bein herabziehen, findet sie inzwischen kaum noch etwas amüsant, aber zu sehen, wie das verhuschte kleine Miststück da draußen sich hektisch die Hände reibt. Das ist richtig lustig. 3. Juli 2021 Orni, der neueste Gast des Professorenpaars, isst die rohe Leber nicht. Außerdem versucht sie, das verbliebene Wasser zu rationieren, aber irgendwann sind beide Flaschen leer. Sie fährt mit dem Finner an der Innenwand des Plastikbechers entlang, um den letzten Rest Kachaba zu erwischen, aber der macht sie nur noch durstiger. Unrich ist sie natürlich auch. Sie versucht sich zu erinnern, was sie zuletzt gegessen hat, ein Sandwich mit Thunfisch und Ei, oder? Sie hat es im Bafai gekauft und draußen auf einer Bank verzehrt. Was gäbe sie darum, das Sandwich jetzt vor sich zu haben, ganz zu schweigen von der Flasche Pepsi, die sie sich beim Jetmart besorgt hat, dann würde sie den halben Liter auf einmal hinunterkitten. Nur hat sie keine Pepsi und ihr Handy hat sie auch nicht. Da hinten an der Wand hängen neben den Werkzeugen nur ihr Helm und ihr Rucksack, der aussieht, als hätte man ihn ausgeräumt. Obwohl die hohe Leber schon wer weiß wie viele Stunden bei Zimmertemperatur herumliegt, wirkt sie allmählich doch genießbar auf sie. Deshalb hebt Bonnie die Klappe unten am Käfig an und schiebt das Tablett hinaus. Dann gibt sie ihm einen Schubs mit den gestärkten Fingern, damit es sich außerhalb ihrer Reichweite befindet. Weiche von mir, Satan, denkt sie und schluckt. Als sie das trockene Klicken in ihrer Kehle hört, kommt ihr der Gedanke, dass die Leber bestimmt noch saftig ist. Sie kann sich vorstellen, wie ihr die Flüssigkeit kühlend durch den Schlumm drinnt. Ihr ist zwar klar, dass das enthaltene Salz ihren Durst nur verschlimmern würde, aber das hilft nicht viel. Sie geht zum Photon zurück und legt sich hin. Ihr Blick fällt immer wieder auf den Teller mit der Leber der Wauf. Nach einer Weile versinkt sie in einen leichten, von Träumen geklagten Schlaf. Als Rodney Harris wiederkommt, wacht sie auf. Er trägt einen mit Feuerwehrautos bedruckten Schlafanzug, dazu Bademantel und Pantoffeln, deshalb Bonnie fälschlich annimmt, es sei Abend. Außerdem nimmt sie an, seit sie unter Drogen gesetzt und gekidnappt wurde, sei ein ganzer Tag vergangen. Der längste und schrecklichste Tag ihres Lebens, teilweise weil sie nicht weiß, was zum Teufel das alles soll, aber hauptsächlich, weil sie in den vergangenen 24 Stunden nichts als zwei Flaschen Wasser und einen Becher Kachaba zu sich genommen hat. Ich brauche Wasser, sagt sie und bemüht sich dabei nicht zu krächzen. Bitte. Rodney greift nach dem Besen und schiebt das Tablett wieder durch die Klappe. Essen Sie die Leber, anbekommen Sie Wasser. Die ist roh und liegt schon den ganzen Tag da und die ganze letzte Nacht, glaube ich. Heute ist der 3. Juli, oder? Ist doch so, oder etwa nicht? Darauf gibt er keine Antwort. Er nimmt eine Flasche Wasser aus der Tasche seines Bademantels und hebt sie in die Höhe. Bonnie will ihm zwar nicht die Genugton verschaffen, dass sie sich die Lippen leckt, kommt aber nicht dagegen an. Nach einem Tag bei Zimmertemperatur sieht die Scheibe Leber aus, als würde sie schmelzen. Essen Sie das, sagt er. Ganz. Dann gebe ich Ihnen das Wasser. Bonnie denkt, dass sie zumindest halbrichtig liegt. Es geht nicht um Sex, sondern um irgendein bizarres Experiment. Am College hat sie gehört, Professor Harris sei ein bisschen Gaga, was die perfekte Ernährungsbalance angehe, wie er es nenne. Das hat sie als das übliche Geschwätz abgetan. Professorin X ist exzentrisch, Professor Y hat eine Zwangsneurose, Professorin Z bohrt in der Nase, da gibt's ein Video auf TikTok, check das aus, ist echt, Cass. Jetzt wünscht sie sich, sie hätte zugehört. Der Mann ist nicht nur Gaga, er ist völlig wahnsinnig. Dass sie ein Stück Leber à la Tartar essen soll, ist ihr gerinnstes Problem. Sie muss raus hier, sie muss entkommen. Und das bedeutet, klug zu sein und nicht in Panik zu verfallen, davon hängt ihr Überleben ab. Diesmal gelingt es ihr, sich nicht die Lippen zu letten, sie beugt ein Knie und schiebt das Tablett wieder durch die Klappe. Bring sie mir ein frisches Stück, dann ess ich es. Aber nur, wenn ich Wasser dazu kriege, um es runterzuspülen? Er blickt gekränkt rein. Ich versichere Ihnen, dass die Leber da nicht, äh, nicht, äh, Während er sich sichtlich anstrengt, den richtigen Ausdruck zu finden, bewegt sein Unterkiefer sich von einer Seite zur anderen. Sie ist, äh, nicht, äh, mikrobiell faunreinigt. Wie viele andere Fleischteile ist Kalks Leber bei Zimmertemperatur sogar am besten. Haben Sie noch nie etwas von abgehangenem Steak gehört? Aber sie wird schon grau. Die sind ziemlich nervig, Miss Dahl, und sie befinden sich nicht in einer Lage, in der sie Forderungen stellen könnten. Bonnie greift sich mit den Händen an den Kopf, als würde der wehtun. Was er tatsächlich auch tut, vor Hunger und Durst, von ihrer Angst ganz zu schweigen. Ich versuche bloß Ihnen entgegenzukommen. Sie haben bestimmt einen Grund für das, was Sie tun, nehme ich an. Ihn habe ich definitiv, ruft er mit anschwellender Stimme, und ich bin bereit zu tun, was Sie wollen, aber das Fleisch da kommt nicht in Frage, das esse ich einfach nicht. Er dreht sich um und stampft die Treppe hinauf, wobei er nur einmal kurz stehen bleibt und ihr über die Schulter hinweg einen finsteren Blick zuwirft. Bonnie schluckt und hört wieder das trockene Klicken in der Kehle. Ich höre mich an wie eine Grille, denkt sie, eine, die gerade an Durst krepiert. Emily steht in der Küche. Ihr Gesicht ist von Schmerzen gezeichnet und sie sieht so alt aus, wie sie ist, sogar älter. Wordi ist geschockt, dass es so weit gekommen ist, nach allem, was sie unternommen haben, den Alterungsprozess aufzuhalten. Es ist nicht fair, dass ihre speziellen Mahlzeiten, die so viele wertvolle, lebensverlängernde Inhaltsstoffe haben, derart schnell an Wirkung verlieren. Zwischen Castro und Dressler lagen drei Jahre und zwischen Dressler und dem kleinen Steinman praktisch auch. Jetzt haben sie Bonnie Dahl und seit Steinman sind nicht nur weniger als drei Jahre vergangen, auch die Symptome des Alters, wie Roddy sie nennt, schleichen sich schon seit Monaten unaufhaltsam an. Ist sie die Leber? Nein, sie sagt, sie würde es tun, wenn ich ihr ein frisches Stück bringe. Natürlich haben wir ein Star seit dem Theater mit Cheslam, wissen wir ja, dass es klug ist, immer ein zweites bei der Hand zu haben. Aber Äh, Creslow, Creslow, korrigiert Emily ihn in einem keifenden Ton, der überhaupt nicht zu ihr passt. Jedenfalls, wenn sie zu zweit sind und sie gerade keine Höllenqualen leidet. Gib's ihr! Ich halte die Schmerzen nicht mehr aus! Warten dir noch ein kleines bisschen, sagt er besänftigend. Sie sollen noch durstiger werden. Durst macht Schlachtvieh gefügig. Seine Miene hält sich auf. Vielleicht ist sie das Stück da unten doch noch. Sie hat es zwar durch die Klappe geschoben, aber mir ist aufgefallen, dass es diesmal in ihrer Weichweite geblieben ist. Keuchend setzt Emily sich, wobei sie eine Grimasse zieht. Die Nackensehnen treten hervor. Na gut, wenn es so sein muss, dann muss es ebenso sein. Sie zögert. Waudi, bewirkt unsere Diätin überhaupt etwas? Sie war doch nicht etwa von Anfang an nur Einbildung, oder? Eine Art psychosomatische Kur, die nicht im Körper, sondern nur im Kopf stattgefunden hat? Denn deine Migräne aufhört, ist das psychosomatisch? Nein, wenigstens glaube ich das nicht. Und deine Ischialgie, deine Arthritis und meine? Denkst du, das gefällt mir? Er hebt die Hände, die Knöchel sind geschwollen und er kann die Finger nur mit Mühe gerade biegen. Meinst du, dass ich gern nach Woutan suche, die ich eigentlich bestens kenne, oder gern in meinem Arbeitszimmer stehe und merke, dass ich nicht mehr weiß, weshalb ich hereingekommen bin? Du hast die Ergebnisse doch selbst gesehen. Früher hat es länger angehalten, flüstert Emily. Mehr will ich ja nicht sagen, wenn sie die Leber heute Abend isst, das Stück, das jetzt unten liegt oder das im Kühlschrank. Tun wir es dann morgen? Roddy weiß, dass 48 Stunden besser werden und optimal sind 96 Stunden vor der Ernte, aber Bonnie Dahl ist jung, weshalb die Erweckung ihrer Leber nicht besonders lange dauern dürfte. Dann nämlich werden mit jedem Schlag ihres gesunden, jungen Herzens vitale Nährstoffe in jeden Körperteil gesandt, das haben sie spätestens bei dem kleinen Steinman festgestellt. Außerdem erträgt Roddy es nicht, seine Frau leiden zu sehen. Morgen Nacht, sagt er, vorausgesetzt, sie isst die Leber. Tja, vorausgesetzt, sagt Emily. Sie muss an das sture Miststück denken, das darauf bestanden hat, Veganerin zu bleiben. Nach all den Jahren kann Roddy ihre Gedanken lesen. Es ist was anderes als mit der Schwarzen damals. Die da unten hat sich mehr oder weniger bereit erklärt zu essen, wenn ich ihr Wasser gebe. Mehr oder weniger, sagt Emily unseufzt. Roddy scheint sie nicht zu hören. Auf eine Art und Weise, die ihr zunehmend Sorgen bereitet, starrt er in die Ferne. Es ist, als hätte man ihn ausgestöpselt. Schließlich sagt er, aber ich muss aufpassen. Sie hat nicht genügend Fragen gestellt, sogar fast gar keine. Wie Chaslaw. Sie bettelt nicht und sie schreit nicht, ebenfalls wie Chaslaw. Das heißt, ich darf keinen Fehler machen? Dann machst du eben keinen, sagt Emily. Sie ergreift seine Hand. Ich verlasse mich auf dich. Und sie hieß Kreslaw. Er schenkt ihr ein Lächeln. Den 4. Juli werden wir dieses Jahr zwar nicht feiern, meine Erz, aber am 6. Sein Lächeln wird breiter. Am 6. geht's ein Festmahl. Um 10 Uhr abends kehrt Woddy in den Keller zurück, nachdem er Emily die Treppe zum Obergeschoss hinaufgeholfen hat. Jetzt ist sie im Bett, wo sie die Nacht über meist wach daliegen wird, von Schmerzen gefoltert. Vielleicht gelingt es ihr, ein, zwei Stunden in einen leichten, unbefriedigenden Schlaf zu sinken, falls überhaupt. Dass sie die Wirkung der sakramentalen Nahzeiten in Frage stellt, ist bestimmt keiner rationalen Überlegung geschuldet, sondern ihren Schmerzen. Aber es beunruhigt ihn trotzdem. In den Händen hat er den Teller mit dem Reservestück Leber, da er auf dem Videobildschirm gesehen hat, dass da er das erste Stück weiterhin verweigert. Lieber würde er sich mehr Zeit nehmen, damit die Nährstoffe ihres Körpers besser erwachen und weil es nicht gut ist, den Vorderungen einer Gefangenen nachzugeben, aber Emily kann nicht mehr lange warten. Sonst wird sie darauf bestehen, dass er sie zu einem Arzt bringt, wo sie sich Schmerztabletten verschreiben lässt und die sind der Tod aus dem Döschen. Er stellt den Teller auf den Boden und fordert Dahl auf, den für das Katschaber verwendeten Plastikbecher aus dem Käfig zu schieben. Sie gehorcht, ohne nach dem Grund zu fragen, für seinen Geschmack verhält sie sich wirklich zu sehr wie diese Chesley. Sie strahlt eine Wachsamkeit aus, die er nicht mag und der er nicht traut. Wieder zieht er die Flasche Wasser aus der Bademanteltasche, gieß diesmal aber etwas davon, nicht viel, in den Becher. Dann nimmt er den Besen und schiebt den Becher damit auf die Frau in Käfig zu. Er muss aufpassen, dass er das Ding nicht umwirft. Auf keinen Fall darf diese bittere kleine Komödie sich in eine Farce verwandeln. Dahl streckt die Hand durch die Gitterstäbe. Geben Sie mir den Becherbuch doch einfach, Herr Professor. Tatsächlich tut er das beinahe, was ein sicheres Zeichen dafür ist, dass seine geistigen Kräfte nachlassen. Stattdessen kichert er und sagt, ach, lieber nicht. Als der Becher nahe genug ist, klapscht sie danach und kippt sich den Inhalt in die Kehle. Mehr als zwei Schlucke sind es nicht. Essen Sie die Leber, dann geb ich Ihnen den Rest. Wenn Sie sich weigern, sehen Sie mich erst morgen Abend wieder. Dass dies eine leere Drohung ist, weiß Dahl ja nicht. Versprechen Sie mir, dass Sie mir das Wasser wirklich geben? And auf, Sats. Vorausgesetzt, Sie erbrechen sich nicht. Und wenn Sie sich in die Campingtoilette erbrechen, sobald ich fort bin, wird Emily das sehen. Dann haben wir ein Problem. Professor Harris, ich hab jetzt schon ein Problem, meinen Sie nicht? Sie macht ihm immer größere Sorgen und auch ein bisschen Angst. Lächerlich, aber so ist es. Anstatt etwas zu antworten, schiebt er die Leber mit dem Besen durch die Klappe. Dahl zögert keinen Augenblick, sie ergreift das rohe Fleisch, beißt hinein und reißt ein Stück ab. Dann kaut sie. Mit Faszination betrachtet Wordy die winzigen Blutströpfchen auf ihrer Unterlippe. Am 5. Juli wird er die Lippen da in ungebleichtem Mehl wälzen und in einer kleinen Pfanne braten, vielleicht mit Pilzen und Sleebeln. Lippen sind eine gute Kollagenquelle und die da werden wahre Wunder für seine Knie und Ellbogen wirken, sogar für seinen knarzenden Unterkiefer. Letzten Endes wird die lästige junge Frau der Mühe wert sein. Sie wird Wordy und Emily etwas von ihrer Jugend schenken. Dahl beißt ein weiteres Stück ab, kaut, schluckt. Hm, gar nicht so schlecht, sagt sie. Hat einen kräftigeren Geschmack als gebratene Leber, ziemlich intensiv. Ah, machte sie einen Spaß mir beim Essen zuzusehen, sie Arschloch? Wordy schweigt, aber die Antwort lautet ja. Ich komm hier nicht mehr raus, oder? Es hat keinen Sinn, wenn ich sage, ich werde es keiner Menschenseele hier erzählen und so weiter. Darauf ist Wordy vorbereitet, er reißt mit gespielter Überraschung die Augen auf. Aber natürlich werden sie rauskommen, das hier ist ein von der Regierung betriebenes Forschungsprojekt, Städter werden bestimmte Tests durchgeführt und natürlich müssen sie eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen, aber sobald sie das getan haben, Er wird von einem Gelächter unterbrochen, das zugleich belustigt und hysterisch klingt. Wenn sie mir in Birne aufbinden wollen, dann müssen sie sich was Besseres einfallen lassen. Geben sie mir einfach das verdammte Wasser, wenn ich mit dem Zeug hier fertig bin. Nun zittert ihre Stimme endlich und in ihre Augen tritt ein feuchter Schimmer. Wordy ist erleichtert. Halten sie einfach nur, ihr siebenundzwanzigster Juli 2021 Olli fährt zu ihrer früheren Parkbucht in der Zwei-Stunden-Zone zurück, öffnet die Tür, stellt die Füße auf den Asphalt und steckt sich eine Zigarette an. Wobei ihr der Gedanke kommt, dass es geradezu pervers ist, alle geeigneten Schutzmaßnahmen gegen Corona zu ergreifen und sich dann diese karzinogene Kacke in die Lunge zu saugen. Ich muss damit aufhören, denkt sie, unbedingt, aber noch nicht heute. Mit diesem Bowling Team, den Golden Oldies kommt sie wahrscheinlich nicht weiter. Sie kann sich kaum noch erinnern, weshalb sie das überhaupt für eine verfolgenswerte Spur gehalten hat. Vielleicht weil Kerry Dressler ein Stammkunde bei dem Jetmart war, den auch Bonnie regelmäßig aufgesucht hat. Gut, Dressler ist ebenfalls verschwunden und er hat sein Moped zurückgelassen, aber das ist ein ziemlich bescheidener Zusammenhang. Jedenfalls hat sie nicht den Eindruck, dass Solodney Harris ein geeigneter Kandidat für den Madbank-Killer ist, falls es den überhaupt geben sollte. Sie weiß nicht, ob seine Frau nicht nur an Mikleine, sondern auch an Ischias leidet, das herauszufinden wäre möglich, stellt nach Hollis Meinung jedoch keine Priorität dar. Aber offensichtlich hat Harris ebenfalls Probleme. Verdreht anstatt Tate, Corona anstatt Corona, Temperaturlappen anstatt Temporallappen und dann hat er ständig ihren Namen vergessen. Und er ist mehrfach plötzlich verstummt und hat stirnrunzelnd in die Gegend gestarrt. Das bedeutet zwar nicht unbedingt, dass er an Alzheimer leidet, aber sein Alter würde dazu passen. Außerdem genau so hat es bei Onkel Henry angefangen, sagt sie. Da sie jedoch schon damit begonnen hat, die Oldies aufzusuchen, kann sie das auch zu Ende führen. Sie drückt die Zigarette in ihrem Reiseaschenbecher aus und macht sich auf den Weg zum Tarnpike. Ernie Coggins wohnt in Uppriver, das ist schon die vierte Ausfahrt, ein kurzer Ausflug. Aber weil ihr jetzt Onkel Henry eingefallen ist, muss sie ständig an ihn denken. Wann hat sie ihn das letzte Mal besucht? Es war im Frühling, oder? Ja, stimmt, im April, bevor ihre Mutter krank wurde, hat sie ihr so lange zugesetzt, ihr so viele Schuldgefühle gemacht, bis Holly nachgegeben hat. An der Ausfahrt Uppriver geht sie von Gas, überlegt es sich jedoch anders und fährt weiter nach Norton in Richtung Covington, wo sich das Haus ihrer Mutter und das Pflegeheim befinden, in dem Onkel Im selben Heim lebt ein weiteres Mitglied der Golden Oldies, es hat sie zwei Fliegen mit einer Klappe erledigen kann. Freilich ist Victor Anderson eventuell ebenso wenig bei klarem Verstand wie ihr Onkel. Laut Hugh Klippert hat er einen Schlaganfall erlitten und wenn er in Landzeit Pflege ist, wird er wohl nicht mehr genesen. Immerhin kann Holly ihn dann von ihrer Liste streichen und morgen wenn sie wieder frisch ist mit Arnie Coggins sprechen. Außerdem wirken Autobahnfahrten beruhigend auf sie und in einem friedlichen Geisteszustand hat sie manchmal interessante Eingebungen, wobei das Ganze ihr zunehmend vergeblich vorkommt. Auf der vierstündigen Fahrt zu dem selben Days Inn, wo sie bereits drei Tage zuvor übernachtet hat, leuchtet das Display ihres Handys dreimal auf. Obwohl ihr Auto mit Bluetooth ausgestattet ist, nimmt sie nicht ab. Ein Anruf ist von Jerome, einer von Pete Huntley, der dritte ist von Penny Dahl, die zweifellos einen Lagebericht erwartet und einen verdient. Als Holly in Covington eintrifft, knurrt ihr der Maden. Sie biegt in den Drive-Thru von Burger King ein und gibt ohne jedes Zögern ihre Bestellung auf, als sie hat sie bestimmte Lieblingsgerichte und bei Burger King bestellt sie immer einen Big Fish, einen Hershey's Pie und eine Cola. Während sie auf das Bezahlfenster zufährt, tastet sie in ihrer linken Hosentasche nach einem ihrer Emoji-Handschuhe, findet jedoch nur das Fläschchen Desinfektionsmittel. Sie zahlt ein Kleenex aus der Schachtel lechts neben ihr, um damit den geforderten Betrag zu überreichen und das Wechselgeld entgegenzunehmen. Die junge Frau im Fenster macht ihr einen mitleidigen Blick zu. In der rechten Rosentasche findet Holly doch noch einen Handschuh und streift ihn gerade leichtzeitig über, bevor sie zum zweiten Fenster kommt und das Bestellte entgegennimmt. Sie hat keine Ahnung, was aus dem fehlenden Handschuh geworden ist, und es ist ihr auch egal. Im Kofferraum ist, dank Barbara Robinson, schließlich eine ganze Schachtel davon. Nachdem sie im Hotel eingecheckt hat, muss sie über sich selbst lachen, sie wieder ohne Gepäck angekommen ist. Sie konnte sich zwar noch einmal auf den Weg zum Dollar General machen, entscheidet sich aber dagegen, weil ihr der Himmel schon nicht auf den Kopf fallen wird, wenn sie ausnahmsweise einmal zwei Tage hintereinander dieselbe Unterwäsche trägt. Jetzt noch zum Pflegeheim zu fahren ist ebenfalls sinnlos, die Besuchszeit endet um 19 Uhr. Sie isst langsam und genießt ihren Fischburger. Noch mehr genießt sie das Dessert. Wenn man verwirrt ist und nicht weiß, was man als nächstes tun soll, gibt es doch nichts Besseres als leere Kalorien. Ach, komm, du weißt doch genau, was du als nächstes tun musst, denkt sie und ruft Penny Dahl an. Die fragt prompt, ob sie irgendwelche Fortschritte gemacht habe. Das weiß ich nicht, erwidert Holly, was, wie Onkel Henry früher gern gesagt hat, die unverblümte Wahrheit ist. Also entweder hatten sie Fortschritte gemacht oder nicht. Holly will Penny nicht erklären, dass deren Tochter möglicherweise das neueste Opfer eines Serienmörders geworden ist. Irgendwann wird sich das nicht mehr vermeiden lassen. Im Grunde ist Holly sich sicher, dass es dazu kommen wird, aber solange sie sich noch unsicher ist, wäre es allzu grausam. Ich werde ihnen bald einen vollständigen Bericht liefern, aber ich brauche noch 24 Stunden, wenn sie damit einverstanden. Nein, damit bin ich nicht einverstanden. Wenn sie etwas herausgefunden haben, habe ich das Recht, es zu erfahren. Schließlich bezahle ich sie verflixt nochmal. Dann lassen sie es mich anders ausdrücken, sagt Holly. Konnten sie damit leben? Eigentlich sollte ich sie feuern, brummt Penny. Das ist ihr gutes Recht, sagt Holly, aber dann würde ich trotzdem 24 Stunden dafür brauchen, einen Abschlussbericht zu verfassen, abgesehen davon verfolge ich gerade mehrere Spuren. Aussichtsweiche Spuren? Da bin ich mir eben nicht sicher. Sie würde gern etwas Hoffnungsvolleres sagen, schweigen. Dann sagt Penny, ich erwarte, bis morgen Abend um neun von ihnen zu hören, sonst können sie sich tatsächlich als gefeuert betrachten? In Ordnung, es ist einfach nur so, dass ich im Augenblick ein bisschen nach dem roten Faden suche, wollte Rolli sagen, aber vorher hat Penny bereits aufgelegt. Als nächstes ruft Holly Jerome an, noch bevor sie Hallo sagen kann, fragt er, ob sie bereits mit Barbara gesprochen habe. Nein, sollte ich? Naja, sie hat ein paar ziemlich erstaunliche Neuigkeiten, aber die soll sie dir selbst erzählen. Spoilerwarnung, sie schreibt ebenfalls etwas und ist tatsächlich im Rennen um einen Literaturpreis, der ganz gut dotiert ist, mit 25.000 Dollar. Willst du mich auf den Arm nehmen? Überhaupt nicht, aber verrate es bitte meinen Eltern nicht, vielleicht hat sie es denen nämlich noch nicht erzählt, deshalb habe ich dich aber nicht angerufen, ich dass sie höher ist als normal ich habe im Internet nachgesehen und das macht man nur bei Vans die speziell für Behinderte umgerüstet werden damit man eine Rampe installieren kann und ein Rollstuhlfahrer aufrechtsitzend bequem hineinpasst Für den Anruf bei Pete postiert Holly sich neben der Eiswürfelmaschine wo sie rauchen darf Was den Van angeht ist Pete zu dem selben Schluss gelangt wie Jerome nur dass er das Fahrzeug als Krüppelkutsche bezeichnet Holly zuckt zusammen dankt ihm aber und fragt wie es ihm gehe so wie in dem Song von Chicago sagt er feeling stronger everyday wobei sie den Eindruck hat dass er sich das nur einredet sie drückt die Zigarette aus und setzt sich auf die Treppe um nach zu denken jetzt kann sie Penny morgen Abend etwas fast konkretes mitteilen es zeichnet sich als immer wahrscheinlicher ab dass Bonnie von einer Person gekidnappt wurde die sich als behindert ausgegeben hat was möglicherweise bei allen verschwundenen der fall war oder hat diese Person womöglich gar nicht nur so getan als wäre sie behindert Olly denkt an etwas was Imani Maguire gesagt hat die arme alte Lady sah so aus als hätte sie ziemliche Schmerzen das hat sie zwar bestritten aber ich weiß wie man durch die Gegend schleicht wenn man Ischias hat jetzt ärgert sich Holly dass sie Emily Harris nicht zu Gesicht bekommen hat sie wird im College nachfragen ob jemand irgendetwas über deren körperlichen Zustand weiß und wenn sie morgen mit Ernie Coggins spricht wird sie genau beobachten wie es seiner Frau geht als sie wieder auf ihrem Zimmer ist legt sie sich aufs Bett und ruft Barbara an sie wird direkt auf die Mailbox ungeleitet Holly bittet um einen Rückruf bis halb zehn dann wird sie nämlich ihr Handy ausschalten ihr Abendgebet sprechen und schlafen gehen nach dem Versuch bei Barbara ruft sie sofort Jerome an Barbara meldet sich nicht und ich platze vor Neugier also sag mir einfach was los ist das muss bitte sage na gut aber nur wenn du versprich dich überrascht zu geben wenn Barbara es dir erzählt versprochen also erzählt Jerome ihr dass Barbara seit langem heimlich Gedichte schreibt und sich darüber regelmäßig mit Olivia Kingsbury ausgetauscht hat mit Olivia Kingsbury ruft Holly aus und setzt sich kerzen gerade hin heiliger Bim Bam offenbar kennst du sie nicht persönlich aber mein gott Jerome sie ist eine der größten Lyrikerinnen Amerikas ich staune dass Barbara den Mum hatte sich überhaupt an sie zu wenden aber schön für sie da an Mum hat Barbara bekanntlich nie gefehlt als Teenager hab ich mich auch mal an Gedichten versucht und da hab ich alles von Kingsbury gelesen was ich in die Finger klicken konnte ich wusste gar nicht dass sie noch am Leben ist sie ist fast hundert sagt Barbara jedenfalls hat sie sich ihre Gedichte angesehen und daraufhin bereit erklärt sie zu betreuen ich weiß nicht wie lange das schon geht aber schließlich hat Barbara sich für diesen Preis beworben den Penworth oder wie er heißt den Penley sagt Holly sie ist voller Freude und Bewunderung dass ihre Freundin so etwas getan und es geschafft hat alles geheim zu halten da so heißt er wohl aber dieb dir keine Mühe mich zu fragen was bei mir so läuft Holly Bury mit meinen hunderttausend Dollar und so weiter ganz zu schweigen von dem glamourösen Wochenende in Montauk zu dem ich eingeladen bin du willst sicher nichts über die Party hören bei der vielleicht ein gewisser Spielberg aufkreuzt wäre einfach zu langweilig oder natürlich will Holly etwas darüber hören dass sie beide sich noch beinahe eine halbe Stunde lang unterhalten Jerome erzählt von seinem Lunch im Blarney Stone bei dem der Scheck mit dem Vorschuss überreicht wurde und von dem Gespräch über die Präsentation des Buchs und mögliche Werbemaßnahmen eventuell wird er sogar von der bedeutendsten historischen Fachzeitschrift des Landes interviewt eine Aussicht die ihn gleichermaßen begeistert und verängstigt als er alles über sein New Yorker Abenteuer erzählt hat fragt er Holly was es bei ihr Neues gebe sie berichtet über ihre Recherchen und endet mit dem Geständnis dass die Sache mit dem Bowling Team wahrscheinlich in eine Sackgasse führen werde Jerome ist anderer Meinung Das ist eine absolut sinnvolle Schwur Holly schließlich hat Ressler in dem Bowling Center gearbeitet und den hat sich jemand bewusst als Opfer ausgesucht was glaube ich auf alle zutrifft eigentlich bin ich mir da sogar sicher kann sein sagt Holly aber ich bezweifle dass es sich bei dem Täter um einen steinalten Hobby Bowler handelt der den ich morgen besuche hat sogar einen Schlaganfall hinter sich irgendwie habe ich wohl gehofft dass jemand von denen einen jüngeren Verwandten oder Freund deckt oder ihn direkt unterstützt in Wahrheit hofft sie das immer noch sie hat weniger als einen Tag Zeit bevor sie ihrer Kundin Bewicht erstatten muss und sie hätte gern etwas Konkretes vorzuweisen wobei das noch nicht einmal das wichtigste ist sie will selbst etwas Konkretes in der Hand haben während Holly mit Jerome telefoniert sitzt Barbara Robinson im Keiner Memorial neben Marie de Champ in einem Wartezimmer die beiden warten auf eine Nachricht darüber ob es gelungen ist den Herzschlag von Olivia zu stabilisieren obwohl keiner es ausspricht wollen sie vor allem erfahren ob die alte Dichterin überhaupt noch am Leben ist Nach einer Weile ruft Barbara zu Hause an ihr Vater meldet sich sie erzählt ihm sie sei im Krankenhaus wo es einer alten Freundin sehr schlecht gehe einer sehr alten Freundin namens Olivia Kingsbury deren Lage sei kritisch aber es gebe auch gute Neuigkeiten was sie selbst angehe ihr Vater solle dahingehend Jerome anrufen der werde ihm alles in Ruhe erklären hier könne nämlich jeden Moment der behandelnde Arzt auftauchen um sie und Olivias Pflegerin zu informieren das nehmt dich ziemlich med stemms fragt ihr Vater die Antwort lautet ja doch das gibt sie nicht zu auf die Frage wann sie zurück zu Hause sein werde sagt sie dass sie das noch nicht wisse sie komme schon zurecht behauptet sie und verabschiedet sich um sich die Zeit zu vertreiben hört sie ihre Mailbox ab Olli hat ihr eine Nachricht hinterlassen aber mit der will sie jetzt noch nicht sprechen sie hat eigentlich nicht einmal mit ihrem Vater sprechen wollen sie will ihre ganze mentale Kraft darauf konzentrieren dass Olivia am Leben bleibt ein zweifellos sinnloses Unterfangen aber wer weiß schließlich gibt es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde als die meisten Leute glauben würden da hat Hamlet völlig recht manche von diesen Dingen hat Barbara mit eigenen Augen gesehen auch eine Text Nachricht von Holly ist eingetrudelt und die beantwortet sie mit einem einzigen Wort als sie die Antwort gerade abschickt kommt der zuständige Arzt herein und geht auf die beiden Wartenden zu ein einziger Blick in sein Gesicht sagt Barbara und Mabie dass es schlechte Nachrichten gibt während Barbara die Nachricht von Holly liest und beantwortet steht Emily Harris am Schlafzimmer Fenster und blickt auf die Ridge Road hinunter als Roddy hereinkommt wendet sie sich zu ihm um durch quert das Zimmer langsam aber stetig und nur ein bisschen hinkend und umarmt ihn da fühlt jemand sich wohl besser sagt Roddy sie lächelt peu a peu mein lieber peu a peu diese Detektiven war ja nicht drückend nicht wahr mit ihrer Maske und ihren braven kleinen Fagen das stimmt trotzdem sollten wir sie im Blick behalten vielleicht liegst du ihr richtig damit dass sie sich im Auftrag von zwei verschiedenen Klienten mit Dressler und Dahl beschäftigt aber es fällt mir nach wie vor schwer das zu glauben und falls sie sogar teilweise wegen Dahl da war und das nicht gesagt hat liegt das daran dass sie einen Verdacht hegt gemeinsam treten sie ans Fenster und blicken auf die nächtliche Straße hinaus Wodney Harris denkt wenn herauskommen würde was sie getan haben bzw. immer noch tun würde man ihn als verrückt bezeichnen sein über Jahrzehnte aufgebautes akademisches Renommee wäre erledigt Emily er bei weitem praktischer orientierte Teil des Paars denkt immer noch über Bonnie Dahl nach wobei sie das Gefühl hat dass sie sich auch über etwas anderes Sorgen machen musste doch das ignoriert sie was konnte diese Gibney schon herausbekommen sagt sie nicht viel vielleicht gar nichts Bonnie hat gleich nach Weihnachten für mich gearbeitet aber nur kurz und ich hab sie bar bezahlt hat sie gebeten deshalb niemandem was davon zu erzählen weil es sich praktisch um schwarz arbeit gehandelt hat vor Weihnachten war sie aber auf für uns tätig sagt Wardi als du weißt schon als Elfe ja bei der Party aber es waren mindestens ein Dutzend Elfen die alle bar bezahlt wurden und nichts darüber in den sozialen Medien posten durften Wardi schnaubt meinst du im Ernst da haben die sich dran gehalten M gibt zu dass sie sich da erren könnte schließlich stellen junge Leute alles ins Internet selbst Fotos ihrer Genitalien aber sie weiß dass Bonnie da nie etwas über ihren Job als Weihnachtself gepostet hat weder auf Facebook noch auf Instagram noch auf ihrem Twitter Account das hat M überprüft aber das ist noch nicht alles sie wusste damals ja schon dass sie eventuell für mich arbeiten würde und wollte das nicht torpedieren vielleicht hat sie ihrer Mutter davon erzählt jetzt schnauft Emily ach bestimmt nicht die ist ihr furchtbar auf die Nerven gegangen weil sie sich in alles eingemischt hat und mit ihrem Freund hat sich los gemacht das heißt Gibney hat keine Ahnung von unserer Beziehung unserer kurzen Beziehung zu der kleinen Dahl wenigstens war das heute Nachmittag so hast du gesehen die viel Angst sie hatte dich zu berühren ach für ein Hosenscheißer chen Emily lacht dann zuckt sie zusammen und fasst sich ins Kreuz ach mein armer Liebling sagt Wortney wie wärs mit etwas frischer Creme für unser Wehwehchen sie schenkt ihm ein dankbares Lächeln ach das wäre gut und Waudi hast du noch Ding Nummer eins ja trag es bei dir für den Fall der Fälle vergiss es nicht inzwischen vergisst er so viel ich hätte es bei mir tragen und nicht vergessen und du hast du noch Ding Nummer zwei Ja sie gibt ihm einen Kuss und jetzt hilf mir in mein Nachthemd Der Hautschies hat Holly einmal erklärt ein Fall sei wie ein Ei das war gegen Ende seines Lebens als er große Schmerzen hatte und starke Medikamente bekam von Natur aus war er ein praktischer Mensch ein Polizist wie er im Buche steht aber wenn er sich in einem leichten Morphin rausch befand neigte zu sprechen Holly die oft an seinem Bett saß hat sorgfältig gelauscht sie wollte alles aufnehmen was er ihr beibringen konnte jede kleine Einzelhalt die meisten Fälle sind so zerbrechlich wie ein Ei deshalb weil die meisten kriminellen Trottel sind denn es darum geht etwas anzustellen sind selbst die cleveren von jenen Trottel sonst würden sie erst gar nichts ansteigen deshalb behandelt man einen Fall wie ein Ei man schlägt ihn auf man rührt ihn um man kippt ihn mit etwas Butter in die Pfanne und dann macht man sich ein hübsches kleines Omelette während Holly in ihrem Hotelzimmer neben dem Bett kniet und ihr Nachtgebet spricht bekommt der Fall an dem Holly gerade arbeitet die ersten Sprünne 4. Juli 2021 Im Hause Harris ist Rodney der Küchenchef was nur gut ist weil Emily immer noch an starken Ischias Schmerzen leidet als er sie gedeten hat die auf der üblichen Schmerzskala von 1 bis 10 zu bewerten hat sie erwidert derzeit stunden sie bei 12 so sieht sie auch aus mit ihren tief eingesundenen Augen die Gesichtshaut spannt sich so straff über die Wangenknochen dass sie glänzt er sagt ihr sie solle durchhalten am Abend zuvor habe die Gefangene die ganze Leber gegessen und im Magen behalten Linderung nahe heute Abend bereitet der Chef de Cuisine seine berühmten Lammkoteletts mit Knoblauchbutter zu als Beilage dienen Es duftet alles wunderbar was die Gefangene bestimmt mitbekommen denn die Tür zum Keller steht offen und er hat neben dem Herd einen Ventilator aufgestellt der Luft über die Gusseisen Pfanne bläst in der die Koteletts brutzeln Wordy tritt zum Kühlschrank und holt die Flasche Patsy Light heraus die Bonnys letzter Kauf war sie ist schön kalt er trägt sie die Treppe hinunter wobei er langsam geht und sich am Geländer festhält mit seinen Hüften steht es nicht so schlimm wie mit dem Ischias der armen Emily aber schlimm genug außerdem lässt sein Gleichgewicht Sinn zu wünschen übrig die Ursache könnte eine leichte Atrophie im Mittelohr sein auch die wird sich bald bessern Dahl steht an den Gitterstäben ihre blonden Haare sind verfilzt und haben fast all ihren Glanz verloren das Gesicht ist ausgezehrt und bleich wo bleiben sie nur krächt sie als wäre sie die Herren des Hauses und er der Butler ich war dem ganzen Tag hier unten eine völlig widersinnige Benarkung findet Waurdi wo soll sie sonst den ganzen Tag gewesen sein aber er lächelt ich hatte ziemlich viel zu tun hab an einer Entgegnung zu einem dämlichen Aufsatz Er schreibt ständig Entgegnungen zu dämlichen Fachaufsätzen und kommt sich dabei immer wie ein Rufer in der Wüste vor aber was kann man anderes tun als unermüdlich weiterzukämpfen allerdings bezweifelt er stark dass Bonny Dahl jetzt Verständnis für seine Probleme hat was einleuchtend ist bevor sie die Leber gegessen hat hat sie eine halbe Ewigkeit gefastet daher ist sie hungrig und fürchterlich durstig zwar sagen dass ihre Probleme bald der Vergangenheit angehören werden aber das würde sie wohl kaum trösten das Dinner ist leichtfertig diesmal gibt es keine Leber sondern Lamm sagt sie das kann ich riechen und es macht mich total kirre ich glaube sie wollen dass ich es rieche denn sie mich umbringen wollen warum tun sie das nicht einfach und hören auf mich zu fo es ist nicht meine Absicht sie zu quälen das ist die reine Wahrheit was sie empfindet ist ihm völlig schnuppe schließlich ist sie schlachtvieh um himmels wehen sehen sie mal was ich ihnen gebracht habe stehen sie ihren Durst spülen sie den Gaumen durch und dann bringe ich ihnen etwas was wesentlich lecker war ist als rohe Leber nicht dass er das wirklich vor hätte Dahl soll mit einer sauberen Leber und mit leerem Magen sterben er legt die Patsy Flasche auf den Boden und nimmt den Besen um sie bedächtig durch die Klappe unten am Käfig zu rollen Dahl bückt sich schnappt sich die Flasche und beäugt sie voller Gier und Argwohn ihr ist noch genauso verschlossen wie sie's im Laden war sagt Woddy sehen sie selbst ich hätte ihnen gern eine mit Zucker gebracht wegen der Energie verstehen sie aber wir haben keine Softdrinks im Haus Bonny dreht die Kappe ab und trinkt das Tröpfchen Klebstoff mit dem das winzige durch den Einstich der Injektionsnadel entstandene Loch verschlossen ist bemerkt sie nicht sie hat schon mehr als die Hälfte der Halbliter Flasche getrunken bevor sie inne hält und Roddy ansieht Das schmeckt nicht so wie's soll Oh trinken sie doch alles dann bring ich ihnen Lammkoteletts mit grünen Bohl Sie schleudert die Flasche durch die Gitterstäbe wobei sie ihnen nur um wenige Zentimeter verfehlt Auch in halbvollem Zustand hätte das Ding einen ebenso üblen Bluterguss verursacht wie den den sie ihm bereits verpasst hat Was ist da drin was haben sie mir gegeben Er antwortet nicht Sie hat bis auf das Pfund Leber am Vortag lange nichts gegessen und sie hat heute noch keinen Tropfen getrunken Obwohl es in aufgeluster Form verabreicht anstatt gespritzt wurde zeigt das Valium eine große Dosis Schnell Wirkung Nach gerade einmal drei Minuten in denen Dahl ihm ziemlich erstaunliche Kraftausdrücke an den Kopf wirft eben ihre Knie nach Sie hält sich an den Gitterstäben fest wobei die ansehnlichen Muskeln in ihren Oberarmen hervortreten Warum nur stößt sie hervor Warum Weil ich meine Frau liebe Nach einer kleinen Pause fügt er hinzu und mich selbst natürlich Ich liebe mich Angenehme Träume Bonnie Endlich sinkt sie ganz zu Boden so sieht es jedenfalls aus Es dürfte klug sein in diesem Fall sehr vorsichtig zu sein sie ist jung und er ist alt am besten er lässt ihr noch etwas Zeit oben im Schlafzimmer liegt Emily zusammengekrümmt auf der Seite ein Bein das mit dem entzündeten Ischias Nerv hat sie bis zum Bauch angezogen das andere ausgestreckt das ist die einzige Position in der sie überhaupt etwas Erleichterung verspürt Sie ist bewusstlos sagt Lord Ne bist du dir da sicher du musst dir ganz sicher sein Er zieht eine Injektionsspritze aus der Tasche Ich habe vor noch etwas von dem da hinzuzufügen Vorsicht ist die Mutter der Borzellankäste Aber verdirb sie nicht Emily streckt die Hand nach ihm aus verdirb das Fleisch nicht vor allem darfst du die Leber nicht verderben die brauche ich Woddy die brauche ich Ich weiß sagt er sei stark Liebster es dauert nicht mehr lange Därend Woddy die Kellertreppe hinabsteigt hört er lautes unredemäßiges Schnarchen obwohl es sich nicht so anhört als würde Dahl simulieren will er Vorsicht walten lassen er schiebt den Besenstiel durch die Klappe und stupst die im Käfig liegende Gestalt an keine Reaktion noch einmal stärker immer noch keine Reaktion die Spritze in der einen Hand kniet er sich hin und schiebt die andere durch die Klappe er ergreift Dahl an den Fingern und zieht ihre Hand heraus sie umklammert sein Handgelenk aber nur schwach dann entspannen ihre Finger sich ah bei der darfst du wirklich kein Risiko eingehen denkt er während er die Nadel an ihrem Handgelenk ansetzt nur die Hälfte des Inhalts dann wartet er fünf Minuten später tippt er den Code für die Käfigtür ein wenn Dahl sich nach einer doppelten Dosis Beruhigungsmittel noch wehren kann ist sie Supergirl trotzdem wär's ihm lieber wenn Emily mit dem Revolver daneben stunde aber momentan ist die nicht in der Lage die Kellertwebby hinab zu steigen es wäre nett einen Aufzug zu haben doch so etwas haben sie nicht einmal in Betracht gezogen wie sollten sie den Handwerkern erklären was der Käfig da zu bedeuten hat und der Holz Hetzler es gibt keinerlei Problem Bonny Dahl ist nicht Supergirl sie ist eindeutig bewusstlos Vaudi packt sie an den Armen und zerrt sie durch den Keller zu der kleinen Tür neben seiner Werkzeugwand im nächsten Raum hängt ein 200 Liter fassender Plastiksack am Ende des Schlaus der aus dem Holz Hetzler ragt in der Mitte steht ein OP Tisch außerdem befinden sich hier weitere Werkzeuge die allerdings nicht zum Heimwerken sondern für Labor arbeiten und chirurgische Eingriffe gedacht sind der letzte Teil dieser Operation der Operation vor der Operation sozusagen ist der schwierigste es geht darum die bewusstlose junge Frau auf den Tisch zu hieven mit ächzendem Rücken und kreischenden Hüften schafft es Vaudi den geschätzte 65 Kilo schweren Körper anzuheben einen entsetzlichen Augenblick lang meint er er könnte ihm entgleiten dann denkt er an Emily die zusammengekrummt und mit unerträglichen Schmerzen im Ehebett liegt und mit einer letzten Anstrennung wälzt er Dahl auf den Tisch fast purzelt sie auf der anderen Seite wieder herunter als ein grausamer Scherz wäre sie gibt ein pelziges kehliges stöhnen von sich und murmelt ein Wort das Mama heißen könnte wie oft am Ende doch nach der Mutter gerufen wird denkt Roddy selbst wenn die betreffende eine schlechte Mutter ist der kleine Steinman hat das lautstark getan wobei der nur nötig wurde weil sie nicht ahnen konnten wie irrsinnig Alan Creslow an ihrer dämlichen veganen Ernährung hängen würde keuchend beugt Roddy sich vor und hofft dass er keinen herzanfall erleidet wir sollten hier eine hebevorrichtung haben denkt er das stimmt wohl aber den handwerkern die so ein ding installieren würden könnten sie den Käfig für das Schlachtvieh ebenso wenig erklären wie den Aufzug Bauern als sein Herzschlag sich endlich verlangsamt schneit er Dahl an den Hand und Fuß Gelenken fest dann stellt er die Nierenschein für die Organe bereit greift nach einem Skypell und schlitt die Kleidungsstücke auf 27. Juli 2021 Olli hat gerade die Stelle in ihrem Atentgebet erreicht wo sie Gott mitteilt dass sie Bill Hodges immer noch vermisst als das Universum ihr ein weiteres Seil zuwirft ihr Handy lässt seine kleine Melodie ertönen da sie die Nummer nicht kennt lehnt sie den Anruf beinahe ab weil sie meint es könnte bloß ein Typ aus Indien sein der sie irgendwie dazu bringen will die Garantie für ihr Auto zu verlängern oder ein unfehlbares Covid Heilmittel zu bestellen da sie jedoch an einem Fall arbeitet einem hinterherjagt hebt sie ab darauf vorbereitet auf den roten Punkt zu Gibney ja wer spricht äh Wendy als ob er sich seiner eigenen Identität nicht ganz sicher wäre Wendy Holsten sie waren da um sich nach Tom zu erkundigen und nach seiner Freundin dieser Bonnie ja stimmt sie haben doch gesagt ich soll sie anrufen wenn mir noch was einfällt wissen sie doch richtig betrunken hört Wendy sich nicht an aber ein paar Bier hat er wohl intus ja natürlich und was und schön geduldig bleiben schärft sie sich ein ist ihnen etwas eingefallen Wendy ja aber wahrscheinlich hat es nichts zu bedeuten es war bei dieser party ja bei der an silvester und ich war ziemlich breit das haben sie mir bereits erzählt und ich war in der Küche weil da das Bier stand und da kam Bonnie rein und wir haben ein gequatscht ich glaube nicht dass sie total breit war aber sie hatte ganz schön was geschwuckte jedenfalls ist sie im zickzack gelaufen wenn sie wissen was ich meine hauptsächlich hab ich geredet wie immer wenn ich einen sitzen hab und sie hat mehr oder weniger bloß zugehört wahrscheinlich war sie da um von tom weg zu kommen oder habe ich ihnen das schon erzählt warten sie jedenfalls hat sie was gesagt was ich mir gemerkt hab als ich mit ihnen bei Starbucks gesessen hab ist mir das nur nicht eingefallen erst später beinahe hätte ich sie nicht angerufen aber dann hab ich gelacht was soll's was ist es denn ich hab sie gefragt was sie in den weihnachtsferien gemacht hätte und da hat sie gesagt sie wäre eine elfe gewesen ich sag was worauf sie sagt dass sie eine weihnachtself war ach hat nichts zu bedeuten oder Olli denkt an Star Wars alles etwas zu bedeuten hat mein junger Paderban wenn die lacht schallend jo da det kann sie elt gut Olli cool wenn sie irren bamer zeit für n hamburger und bier haben Olli bedankt sich sagt sie würde sich das gern überlegen und entzieht sich weiteren angeboten ihr gebet beendet sie wie auf autopilot eine elfe sie hat gesagt dass sie eine weihnachtself war wahrscheinlich ist das wirklich nicht von bedeutung aber wie Yoda sagen könnte interessant das ist vielleicht weiß Penny was ihre Tochter gemeint hat aber die will sie erst wieder kontaktieren wenn es unbedingt nötig ist da sie jetzt hell wach ist will sie etwas anderes nämlich eine Zigarette sie zieht sich an und geht hinunter zum Eiswürfelautomaten unterwegs hat sie eine Idee nachdem sie sich die Zigarette angeschleckt hat sucht sie in ihren kontakten nach der nummer von lakisha stone und ruft sie an wenn es wieder darum geht dass ich was für die kirche ständen soll aber nicht doch hier ist holly gib mir kisha darf ich ihnen schnell eine frage stellen klar wenn es hilft bonnie zu finden oder haben sie sie etwas schon noch nicht sagt holly die sich immer sicherer ist dass bonnie nicht mehr am leben ist hat sie mal was zu ihnen darüber gesagt dass sie das hört sich wahrscheinlich total verrückt an dass sie eine weihnachtselfe war kisha lacht ach von verbögt kann keine rede sein sie war tatsächlich eine weihnachtselfe jedenfalls wenn die sich wie santa persönlich verkleiden mit weißem bart und roter Mütze elf schuhe hatte sie allerdings süße grüne mit nach oben gebrungener spitze die hatte sie im second hand laden entdeckt aber warum ist das wichtig war das in einem einkaufszentrum in der vor weihnachtszeit nein bei einer weihnachtsparty wegen corona fand die auf zoom statt aber die elfen keine ahnung wie viele das außer bonnie waren vielleicht ein dutzend haben den gästen häppchen und bier geliefert vielleicht haben manche da musste schon was besonderes her holly spürt wie vom unteren ende ihrer wirbelsäule etwas warmes bis zum nacken hinauf wandert fakten hat sie zwar noch nicht aber sie hat selten ein stärkeres gefühl von intuition gehabt wer hat die party veranstaltet wissen sie das so ein altes emeritiertes professoren paar er war bei den biowissenschaft schafften sie anglisten mr und mrs harris holly steckt sich eine weitere zigarette an und wandert auf dem hotel park platz umher zu tief in gedanken als dass sie sich darum kümmern würde ihre letzte kippel vorschriftsmäßig zu entsorgen sie setzt nur den fuß darauf und geht mit gesenktem kopf und gefurchter stirn weiter es fällt ihr schwer mit ihren hypothesen schritt zu halten beseit sie sich hypothesen handelt bill hat gemeint ein fall sei wie ein ei des weiteren hat er von etwas gesprochen was er als blauer chevoli syndrom bezeichnet hat sobald man einen blauen chevoli gekauft hat sieht man überall blaue chevys hypothesen schärft sie sich ein während sie die nächste zigarette anzundet keine fakten nur hypothesen stimmt nichts anderes aber kerry dressler hat in einem bowling center namens strike im out lanes gearbeitet wordney harris alias small ball hat dort gebohlt und nicht nur das kerry hat manchmal in harris team mitgespielt bonnie dare wiederum hat kurz vor weihnachten für das ehepaar harris gearbeitet wobei nur die ruhe mädchen das lediglich ein job für einen abend war und was allen kreslow angeht sie ruft noch einmal kiescher an schon wieder ich es tut mir leid sie so spät zu stören vielleicht wollten sie ja gerade ins bett kiescher lacht ganz im gegenteil ins abends wo ich im hause ist lese ich gern bis in die puppen worum geht's diesmal wissen sie ob bonnie später noch mal mit mr und mrs harris zu tun hatte nach dem job bei der weihnachtsparty meine ich ja hatte sie tatsächlich anfang des jahres hat sie eine weile für frau professorin gearbeitet sie hat dann schreiben versendet und die e-mail kontakte in ordnung gebracht so zeug außerdem hat sie mrs harris ein paar sachen auf dem computer beigebracht wobei sie komischerweise den Eindruck hatte dass die ein bisschen mehr darüber weiß als sie hat durchblicken lassen kisha zögert außerdem hätte die alte dame irgendwie so gewirkt als hätte sie appetit auf bonnie warum fragen sie ich versuche nur nachzuverfolgen mit wem bonnie kontakt hatte und was sie von ende 2020 bis zu ihrem verschwinden getan hat sagt holly was mit der wahrheit nur nebensächlich zu tun hat darf ich noch eine weitere frage stellen nicht zu bonnie sondern zu der anderen frau die sie erwähnt hatten zu allen querslow na klar sie haben erzählt sie und ihre kolleginnen hätten sich im bäll frei öfter mit allen unterhalten aber hat sie nicht auch da gearbeitet wo die biowissenschaft untergebracht sind ja das ist gleich neben dem union birthing ist das von belang wahrscheinlich nicht möglicherweise aber doch vielleicht besitzt rodney harris bei den biowissenschaftlern noch ein büro professoren gehen bekanntlich nie vollständig in den ruhestand oder und selbst wenn er dort kein büro hat kannte er zu der zeit wo allen verschwunden ist eines gehabt haben olly sind die zigaretten ausgegangen aber neben dem hotel ist ein 7-11 auf dem weg dorthin meldet sich ihr handy es ist tanja robinson olly sagt hallo und setzt sich auf die bank die vor dem kleinen supermarkt steht sie ist mit tau bedeckt weshalb ihr rosenboden feucht wird normalerweise würde sie das gewaltig ärgern weil sie keine zweite hose dabei hat jetzt nimmt sie es kaum wahr ich wollte dir was über barbara erzählen sagt tanja olly setzt sich karzengarde auf ihr ist doch nicht etwa was passiert nein nein hat sie dir von dem preis erzählt heute war nämlich so viel los dass sie vielleicht keine zeit dazu hatte olly zögert kurz aber wenn tanja bescheid weiß ist es wahrscheinlich in ordnung zuzugeben dass sie ebenfalls informiert ist nein aber ich hab's von Jerome erfahren es ist wirklich toll in ist der penley preis eine ziemlich große sache tanja lacht jetzt hab ich gleich zwei schriftsteller in der familie kaum zu glauben dein großvater konnte kaum lesen und schreiben und der von jim na über den weißt du ja bescheid durchaus das ist der berüchtigte chicagoer gangster alton robinson von dem jeromes bald erscheinendes buch handelt barbara hat sich mit einer dichterin getroffen die in der college wohnt sie heißt olivia die kenne ich sagt holly ohne tenure darauf hinzuweisen dass olivia kingsbury wesentlich mehr ist als eine dichterin die zufällig in der stadt wohnt jerome sagt dass sie barbara betreut hat seit monaten schon und ich habe erst heute davon erfahren barbara meinte wohl man würde ihr vorwerfen dass sie ihrem bruder nacheifern will wenn sie erzählt was tödlich lächerlich ist aber so ist sie eben jedenfalls haben die beiden sich richtig angefreundet und heute muss der miss kingsbury ins kantenhaus vorhofflimmern weißt du was das ist ja eigentlich nicht so schlimm aber in ihrem alter kann leicht was schief gehen oliver kingsbury ist bald 100 jahre alt man hat sie stabilisiert nur hat das arme alte ding krebs schon seit jahren sagt barbara aber jetzt hat er auf Lunge und gehirn übergegriffen barbara hat noch ein bisschen mehr erzählt aber das war kaum zu verstehen weil sie geweint hat mein gott das tut mir leid sie hat mich gebeten alle ihre freunde anzurufen heute bleibt sie über nacht im haus von miss kingsbury zusammen mit der pflegerin der alten dame die arme ist genauso bedrückt wie bart morgen werden die beiden miss kingsbury wohl nach hause holen sie hat ihnen gesagt dass sie nicht im kanten haus sterben will was ich gut verstehe das ist aber sehr erwachsen von barbara sagt holly sie ist ein großartiges mädchen so verantwortungsbewusst jetzt weint tenja selbst ein bisschen sie will die restliche woche und übers wochenende dort bleiben aber vielleicht dauert es gar nicht mehr so lange miss kingsbury hätte gesagt wenn das mit dem vorhofflimmern wieder losgeht will sie nicht mehr ins kanten haus verstehe holly denkt an ihre mutter die im kanten haus gestorben ist allein grüß barbara herzlich von mir und was den penley preis angeht sag ihr es ist toll dass sie schon so weit gekommen ist mach ich holly wobei sie das gerade wohl nicht groß kümmert ich hab ihr angeboten dazu zu kommen ich glaube sie und mavi so heißt die pflegerin wollen mit miss kingsbury allein sein die hat sonst anscheinend niemanden hat alle überlebt die unterschwellige botschaft von tenjas anruf lautet offenbar dass barbara nicht erreichbar sein wird solange sie ihrer freundin und mentorin bei ihrer finalen krankheit zur seite steht als holly mit zwei neuen zigaretten packungen in den taschen ihrer cargo kommt ruft sie barbara trotzdem an und wird prompt an die mailbox weitergeleitet sie sagt tenja habe sie informiert und wenn barbara etwas brauche müsse sie nur anrufen es tue ihr leid dass nach der guten nachricht so schnell eine schlechte gekommen sei ich hab dich lieb sagt holly zum abschluss sie zieht sich aus putzt sich mit dem zeigefinger und ein bisschen hotel seife die zähne und geht dann ins bett dort liegt sie auf dem rütten und blickt hinauf in die dunkelheit ihre gedanken lassen sich einfach nicht abschalten weshalb sie befürchtet eine schlaflose nacht vor sich zu haben als ihr einfällt dass am boden ihrer schultertasche ein paar melatonin tabletten vor sich hingekullert sind nimmt sie eine davon mit einem schluck wasser ein dann sieht sie auf ihrem handy nach ob text nachrichten gekommen sind es ist nur eine und die ist von barbara sie beschläht aus exakt einem Wort auf dem die nachricht die sie barbara mit dem foto von kari dressler und den golden oldies geschickt hat war kurz erinnerst du dich an den typen da barbara antwort die in anbetracht des zeitpums höchst wahrscheinlich im krankenhaus abgesendet wurde ist noch kürzer welchen 5. juli 2021 ich glaube heute nacht wirst du mir assistieren können sagt rudi als er das schlafzimmer betritt emily entblößt die zähne zu einem qualvollen lächeln das hacksteak das sie ihr gebracht hat englisch gebraten wie sie es liebt liegt noch auf dem nacht tisch sie hat nur einen einzigen bissen geschafft ich glaub nicht dass ich heute auch nur aus dem Bett komme helfen kann ich dir da ist recht nicht du musst alleine zurecht kommen ach diese schmerzen unglaublich in den händen hält er ein tablett das mit einer serviette bedeckt ist als er die anhebt wird ein gläserner kelt sichtbar gefüllt mit einer weißen schmalz ähnlichen substanz die von roten schlieren durchzogen ist daneben liegt ein löffel ja das habe ich aufgespart was nicht stimmt in Wahrheit hatte er es völlig vergessen er hat es im gefrierschrank entdeckt als er nach einem der tiefküh menüs von staufers gesucht hat die er ganz um mittagessen verzehrt anschließend hat er die nieren fett masse ganz behutsam im backofen erwärmt in der mikrowelle werden die meisten nährstoffe zerstört das ist eine wohl erforschte Tatsache kein Wunder dass so viele amerikaner derartig krank sind solche kochmethoden sollten gesetzlich verboten werden in emilies eingesunkenen augen lodert gier auf sie streckt ihm eine hand entgegen er damit das hättest du mir schon gestern geben sein du grausamer karl gestern hab ich dich noch nicht gebraucht heute tu ich das halb für innen und halb für außen m du weißt ja bescheid halb und halb erreicht ihr den kelch und den löffel peter steinman war kein besonders fetthaltiges kind aber was er beim ausschmelzen geliefert hat war essbares gold emily fängt hastig zu essen an sie schlingt den inhalt des kelches regelrecht hinunter ein faden fett der ein paar hallehnliche sehnen fäden enthält läuft an ihrem kinn entlang wordy fängt ihn geschickt mit dem finger auf und befordert ihn wieder in ihren mund woraufhin sie an seinem finger saugt was die nudel in seiner hose einst in eine latte verwandelt hätte aber damit ist es vorbei wogegen man nichts unternehmen kann viagra und die anderen medikamente gegen erektile dysfunktion sind nicht nur schlecht für das gehirn sie beschleunigen auch die alterung der chromosom bei jedem mit viagra unterstützten geschlechtsakt verliert man sechs lebensmonate das ist eine nachgewiesene tatsache die von der pharmaindustrie natürlich unterdrückt wird erreicht ihr den keich aus der hand bevor sie den gesamten inhalt verschlingen kann um ein haar lässt er ihn fallen was für eine tragödie das doch wäre erwischt ihn jedoch sodass er nicht aufs bett plumpst womöglich herunterrollt und auf dem Boden zerschellt dreh dich um dann zieh ich dir das nachthemd hoch das schaff ich schon selbst sie tut es und ihr runzligen oberschenkel und ihr dürrer hintern liegen blank da wordy schmiert die reste der fettmasse auf die linke pohbacke und an die innenseite des linken oberschenkels wo der lästige nerv seine stromstörse aussendet sie gibt ein leises stillen von sich besser ich glaube ja besser ach gott das ist es tatsächlich wordy holt jeden letzten hest aus dem kelch während er emily weiter einreibt und massiert bald glänzt ihre haut kaum noch weil das fett gut einzieht und den gemeinen entzündeten nerv besänftigt bis er einschläft nein einschlafen tut er nicht denkt roddy er döst nur die wahre linderung wird später kommen durch die leber der jungen frau im keller und noch später gibt es dann nahrhafte suppen eintopf gerichte filets und koteletts unter seinen fingernägel sind kleine weiße halbmonde aus fett er leckt und kaut daran bis alles sauber ist dann zieht er emilys nachthemd wieder nach unten hol dich jetzt aus schlaf wenn du kannst mach dich bereit für heute nacht er küsst die schweißnasse vertiefung an ihrer schläfe als bonnie dahl am selben abend kurz vor elf aufwacht stellt sie fest dass sie in einem kleinen hell erleuchteten raum nackt auf einem tisch liegt an den handgelenken und knöcheln ist sie festgeschnallt wardney und emily harris beobachten sie beide tragen bis zum ellbogen reichende Handschuhe und lange gummischürze kukkuk sagt waddy ich sehe sie bonnie ist noch ganz schwummrig im kopf fast könnte sie glauben dass alles nur ein traum ist der schlimmste albtraum aller zeiten aber sie weiß es besser sie hebt den kopf der sich so schwer anfühlt wie ein betonklotz aber sie schafft es da sieht sie dass jemand mit einem feetsstift linien auf sie gemalt hat wie eine gruselige landkarte sieht es aus werden sie mich jetzt doch vergewaltigen ihr mund ist trotten die worte kommen heraus nein meine liebe sagt emily ihre hawe hängen verklebt um ein gesicht so bleich und hohl wangig dass es kaum mehr als ein schädel ist ihre augen glitzern die lippen sind zu einer schmalen gequälten linie zusammen gepresst wir werden sie essen bonnie schreit los 28. Juli 2021 in der Stunde vor der morgendämmerung steht emily am schlafzimmerfenster und blickt auf die ridge road hinaus die bis auf das mondlicht leer ist hinter ihr schläft rodney mit offenem mund und gibt ein lautes raues schnarchen von sich das geräusch ist etwas nervig aber sie beneidet ihn um seinen schlaf sie ist um viertel nach drei aufgewacht und wird in dieser nacht nicht mehr einschlafen weil sie jetzt weiß was an ihr genagt hat sie hätte es wissen sollen sobald gibney angerufen und diese schwachsinnige geschichte aufgetischt hat carrie dressler im zusammenhang mit autodiebst stellen zu suchen es war so offensichtlich warum ist es ihr bloß nicht aufgefallen zuerst hat sie verliert wie es bei roddy der fall ist in dieser dunklen stunde kann sie sich die wahrheit eingestehen aber sie weiß dass das nicht zutrifft ihr verstand ist so scharf wie eh und je es ist nur so dass manche dinge so groß so verdammt offensichtlich sind dass man sie ignoriert wie ein hässliches eigentlich zu großes möbelstück an das man sich gewöhnt woraufhin man einfach darum herum geht allerdings nur bis man irgendwann direkt dagegen prallt oder bis man einen traum hat in dem eine gewisse halsstarrige schwarze veganerin vorkommt eigentlich hab ich's doch gewusst denkt em muss einfach so sein schließlich hab ich wordy gesagt es wäre ein gewaltiger zufall wenn gibney unabhängig voneinander nach zwei von den leuten sucht die wir uns geschnappt haben das hat er einfach abgetan hat lediglich gesagt sowas käme vor und ich hab es akzeptiert ich hab es akzeptiert mein Gott wie das scheuert da hat sie einfach nicht daran gedacht dass gibney unter ihrem pseudonym Lauren Bekohe Fan ja allen Cresslos die sie auf twitter gefunden hatte eine Anfrage geschickt hat dass sie zugleich mit Dahl und Dressler befasst ist konnte tatsächlich reiner Zufall sein aber mit Dahl Dressler und Cresslo unmöglich emily wendet sich vom fenster ab und tappt langsam ins badezimmer wobei sie sich eine hand an ihr pochendes kreuz drückt auf den zehenspitzen stehend das tut weh greift sie ins oberste fach des medizinschranz und angelt nach einem verstaugten braunen gläschen ohne etikett darin befinden sich zwei gröne pillen die sind der letzte aus weg falls sie nötig sein sollten emily hofft immer noch dass es nicht dazu kommen wird sie geht zurück ins schlafzimmer und blickt auf ihren mit offenem mund schnarchenden man wie alt er doch aussieht denkt sie sie legt sich neben ihn und schiebt das braune gläschen und das kopfkissen am morgen wird sie roddy sagen was sie jetzt weiß und was sie schon früher hätte wissen sollen vorläufig will sie ihren alten liebling schlafen lassen auf dem rücken liegend starrt emily in die dunkelheit das melatonin hat gewirkt als holly aufwacht fühlt sie sich wie eine neue frau sie duscht und zieht sich an dann wirft sie einen blick auf ihr handy das sie auf nicht stören gestellt hatte um viertel nach eins in der nacht hat piet versucht sie anzurufen auf der mailbox ist eine nachricht aber nicht von piet sondern von seiner tochter die von dessen handy aus angerufen hat hi holly yes schorner mein papa liegt im kanten haus er hatte einen rückfall das verdammte corona lässt ihn nicht aus den krallen dabei hat er gesagt er würde sich täglich stärker er wollte einen sack mit abfall zum schlucker unterbringen und ist im flur umgekippt mrs love rup hat ihn gefunden und den notruf gewählt ich war die ganze nacht bei ihm es war kein herz infarkt und er muss auch nicht beatmet werden dem hemmel sei dank jetzt geht es ihm besser an aber vielleicht hat er dieses verdammte long covid jedenfalls werden sie ein paar tests die am liebsten quer durch zimmer schleudern es ist wie Shauna Handler wohl sagen würde ein verdammt schlechter anfang für einen verdammten tag sie erinnert sich wie er vier hevert im bowling center von einem angeblichen grippevirus geschwafelt und den ellbogen den holly ihr anbot mit leiser verachtung abgelehnt hat nichts für ungut aber das mache ich nicht hat sie dabei gesagt olly kanten haus liegen aber eigentlich wünscht sie ihr das doch zum frühstück fährt holly zu burger king als sie an dem einen fenster bezahlt und dann am nächsten ihre bestellung abholt trägt sie ein frisches paar handschuhe sie ist in ihrem zimmer checkt aus und macht sich dann auf den weg zum pflegeheim als sie ankommt ist noch keine besuchszeit das hat sie davor parkt die tür öffnet und eine zigarette raucht danach schreibt sie eine nachricht an barbara was die mit der frage wätschen gemeint habe sie erhält keine antwort hat keine erwartet und braucht eigentlich keine bestimmt hat barbara nicht nur carrie dressler erkannt sondern auch rodney harris olly ist neugierig wie sie professor harris kennengelernt hat auf jeden fall macht es sie nervös dass barbara etwas mit ihm zu tun haben kannte als sie nach professor rodney harris googelt schluss sie auf allerhand informationen darunter fotos aus jüngeren jahren wo er noch dunkles haar und wo wenige fädchen hatte bei der suche nach professor win emily harris kommt wieder eine ganze menge unter anderem bestätigt sich was keisha belichtet hat bonnie kannte emily harris sie hat sogar für sie gearbeitet wordney harris wiederum kannte kerry dressler marihuana hat er zwar nicht mit ihm geraucht aber er hat mit ihm gebohlt wenn die golden oldies jemand als ersatz brauchten außerdem wäre es möglich dass er auch allen kresslow kannte zum beispiel hat er vielleicht mal zwanglos mit ihr geplaudert schließlich haben beide im selben gebäude gearbeitet und laut lakisha stone war allen einem schlätzchen nicht nachricht an barbara wobei sie sich diesmal genauer ausdeupt hast du rodney harris erkannt bist du dem schon mal begegnet ich weiß dass bei dir gerade viel los ist aber schreit mir doch sobald es geht sie wirft einen blick auf ihre armband uhr und sieht dass es exakt neun uhr ist die offizielle besuchszeit hat begonnen sie erwartet zwar nicht von victor zu erwarten hat aber da sie nun hier ist kann sie genauso gut reingehen vielleicht ist sie schon um zehn fertig dann könnte sie sich schnell erkundigen wie speed geht und sich anschließend auf die rückfahrt begeben ob sie unterwegs bei arnie koggins halt machen wird eventuell aber sie neigt er dazu es bleiben zu lassen alle hinweise deuten auf mr. und mrs. Harris Olli geht zum Empfang und erklärt wen sie besuchen will die Frau hinter der Theke mrs. Norman sieht in ihrem Computer nach und tätigt einen kurzen Anruf henry so rois werde momentan mit dem schwamm gewaschen und bekomme dann die haare geschnitten victor anderson hingegen befinde sich im winter garten er sei zwar wach und orientiert aber nur sehr schwer zu verstehen ob holly ein weitchen warten wolle bald nach beginn der besuchszeit komme nämlich normalerweise seine frau die gut verstehen könne was er sage sie heißt evelyn und ist ein wahrer engel fügt mrs. norman hinzu olly nimmt die wartezeit gern in kauf weil ihr eine idee gekommen ist es ist wahrscheinlich eine schlechte aber ihre gegenwärtig einzige pete huntley liegt im kranken haus jolome ist in new york und barbara kümmert sich um eine im sterben liegende freundin und selbst wenn barbara zeit hätte würde holly sie nicht um hilfe bitten nicht nach der sache mit chad on doffsky sie schaltet ihr ipad ein und betrachtet die fotos des anwesens rich road 93 die sie auf zillow schätzwerte immobilie 1,7 million dollar und auf google streetview findet das haus hat sie da die einfahrt nach unten führt ist lediglich das dach erkennbar es nützt nichts das foto zu vergrößern schade eine schlanke frau kommt herein weiße hose flache weiße sneaker zu einem modischen pixie geschnittene weiße haare sie unterhält sich mit mrs norman die dorthin deutet wo holly sitzt olly steht auf stellt sich vor und hält ihren ellbogen hin mrs anderson evelyn tickt mit den fingern darauf und fragt wie sie behilflich sein könne ich würde ihrem man gern ein paar fragen stellen ganz wenige damit ich ihn nicht so sehr strapaziere ich untersuche nämlich das verschwinden von jemandem der im strike im out lanes gearbeitet hat er heißt carrie dressler soweit ich weiß kennt ihr man ihn von dort mrs norman meint sie könnten übersetzen sagt mrs anderson und lächelt jahres geht ich habe mr dressler zwar nie kennengelernt aber ich weiß um wen es sich handelt wick hat gesagt er wäre nicht nur sehr gut im bowling sondern auch ein netter kerl ein grund anständiger mensch sie dämpft die stimme zu einem flüstern ich glaube manchmal sind sie hinten raus gegangen um pot zu rauchen das hab ich auch gehört erwidert holly die ebenfalls flüstert vermuten sie denn meine güte dass etwas schlimmes passiert ist trotzdem lächelt evelyn hinter ihrer maske olly die genau das vermutet sagt sie wolle nur herausbekommen wo notwessler hin sei na dann kommen sie mal sagt evelyn anderson vergnügt ich bezweifle zwar dass mein mann ihnen helfen kann aber sein verstand ist so klar wie eh und je und es wird ihm gut tun ein neues gesicht zu sehen im wintergarten verzehren einige alte leute ein spätes frühstück oder werden gefüttert in dem riesigen fernseher läuft eine folge von Mayberry Anderson sitzt in einem rollstuhl der vom fernseher weggedreht ist damit er in den garten blicken kann wo jemand auf dem rasen meer seine runden zieht wie holly sieht besteht anderson eigentlich aus zwei personen von den schultern bis zur taille ist er wie ein holzfäller gebaut mit kräftigen schultern und breitem brustkorb darunter kommen dürre beine mit bloßen füßen die von eczemen übersät sind anderson hat eine n von 90 maske aber die ist zum hals herunter gezogen na mein hübscher wie wär's mit uns beiden sagt evelyn als er sich umblickt ist sein gesicht auf der linken seite zu einer angestrengten grimasse verzogen bei der man die zähne sieht bei der rechten seite versucht er zu lächeln hallo wüsche evelyn zerzaust ihm das eisengraue haar und gibt ihm einen kuss auf die wanne ich hab dir jemanden mitgebracht die dame da heißt holly gibney sie will dir ein paar fragen zu deiner bowling karriere stellen ist das okay sein kopf zuckt nach unten was wohl ein nicken darstellen soll dann sagt er in fragendem ton etwas unverständliches er will wissen worum es geht um kerwid wessler sagt holly erinnern sie sich an den anderson sagt etwas und gestikuliert mit seiner knorrigen lechten hand die linke liegt reglos mit nach oben gewandter handfläche auf der rollstuhllehne er sagt er kann sie prima renn er ist nicht taub oliver droht auch tut mir leid ist schon in ordnung ich würde ja seine maske hochziehen aber dann würde ich ihn auch nicht mehr verstehen aber er ist geimpft wie alle hier sie senkt die stimme ein paar von den krantenschwestern und ein pfleger haben sich geweigert die hat man entlassen ollie ollie tippt sich an den oberarm ich bin auch geimpft du erinnerst dich doch an mr dressler oder wick du hast gesagt er wäre ein grundanständiger mensch o an bestätigt anderson und verzieht das gesicht wieder zu seinem einseitigen lächeln früher denkt holly vor gar nicht langer zeit hat er wohl ausgesehen wie lee j copp in die faust im nacken oder in die entschuldigen sie mich bitte kurz sagt evelyn und verschwindet im fernsehen hat tante bia gerade etwas lustiges gesagt es hat die lach konserve kapriolen schlägt ollie zieht einen stuhl hermann sie erinnern sich also an carrie mr anderson au und an wordney harris erinnern sie sich auf nicht war ali au 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 ah evelyn ist wieder gekommen sie hat ein fläschchen körperlotion mitgebracht er sagt klar was all all bedeutet weiß ich nicht aber ich sagt holly small ball oder anderson macht seine ruckartige nick bewegung au ra er seine frau gibt ihm wieder einen kuss diesmal auf die schläfe dann kniet sie sich hin und macht sich daran ihm die lotion in die schuppigen Füße zu massieren das geschieht mit einer so nüchternen freundlichkeit dass holly das herz aufgeht und sie am liebsten weinen möchte jetzt beantworte erst mal die fragen von miss gibnevik und dann haben wir ein bisschen zeit füreinander möchtest du nachher einen joghurt vor allem interessiert mich eines mr anderson nämlich wie gut professor harris und curry sich weg ich will mich nur noch einmal vergewissern dann überlasse ich sie ihrem joghurt sie haben gesagt dass die beiden gute freunde waren anderson nickt druckhaft ah haben sie das bier im bowling center getrunken im bowl a oder wie das heißt nebenan bei nally's sagt evelyn und schraubt den deckel auf die lotion wer ist das miss gibnevik er wird inzwischen sehr schnell müde holly bitte eine frau die sich hinkniet um lotion in die füße ihres mannes zu massieren darf sie jederzeit bei ihrem vornamen nennen bitte sagen sie holly zu mir und ja das war alles es halb interessieren sie sich eigentlich so für professor harris fragt evelyn und rümpft leicht die nase nur ein ganz kleines bisschen aber holly hat es bemerkt kannten sie ihn nicht so richtig aber nach ende der turnier saison fand bei irgendjemandem zu hause egal ob man gewonnen oder verloren hatte wicks team hat meistens verloren anderson liebt ein rostiges glucksen von sich und nickt naja als wir an der reihe waren haben wir in unserem garten ein barbecue veranstaltet und der prof hat praktisch den grill übernommen er hat gesagt er hat doch tatsächlich gesagt ich würde die burger total falsch braten die ganzen nährstoffe raus grillen oder so ich habe höflich reagiert und ihm den grill überlassen aber ich fand das ganze ziemlich unverschämt außerdem oh wirft anderson ein sein grinsen wird zugleich grässlich und charmant genau sagt evelyn die burger waren halb roh ich habe meinen gar nicht runter gebracht also wieso interessieren sie sich nun so für professor harris ich dachte sie beschäftigen sich damit dass Carrie verschwunden ist ollie setzt ihre beste perplexe miene auf das stimmt aber ich denke wenn ich mit genügend mitgliedern des bowling teams spreche finde ich vielleicht eine spur die ich weiter verfolgen kann mit mr welch und mr clippert habe ich mich bereits unterhalten und sagt anderson der gute alte joey clippert sagt evelyn gedankenverloren ja das hab ich verstanden wick hat professor harris eigentlich einen van gefahren anderson macht wieder seine kaubewegung während er darüber nach kröbelt dann sagt er wow wow das kapiere ich nicht sagt evelyn dafür hat holly es kapiert er hat gesagt es war ein subaru am empfann sagt holly zu mrs norman sie werde gleich wiederkommen um ihren onkel zu besuchen habe hier doch etwas in ihrem wagen vergessen das ist eine lüge was sie will ist eine zig reette außerdem muss sie nachdenken sie raucht in ihrer üblichen position geöffnete fahrertür gesenkter kopf füße auf dem asphalt um genügend nikotin aufzunehmen bevor sie wieder reingeht und onkel henry besucht der corona irgendwie verpasst hat und weiterhin in etwas existiert was eine dämmerige welt der verwirrung sein muss vielleicht ist sogar die verwirrung verschwunden gelegentlich hat er noch kurze perioden wo er die umgebung wahrnimmt aber die liegen immer weiter auseinander sein gehirn das einmal so geschickt darin war sich namen zahlen und adressen zu merken ganz zu schweigen von der fähigkeit das geld seiner nichte zu verstecken ist jetzt wie eine trägerwelle die ab und zu einen piepton von sich gibt ollie ist froh dass sie mit wick anderson gesprochen hat teilweise weil sie es tröstlich fand eine so dauerhafte Zuneigung zwischen ehemann und ehefrau zu sehen aber vor allem weil sie jetzt mehr über rodney harris erfahren hat er fährt einen subaru und keinen behinderten van keine große überwaschung da er offenkundig nicht behindert ist aber er kommt rolli zunehmend vor wie jemand der den red bank killer deckt oder ihm vorschub leistet laut professor harris waren er und carrie dressler nur flüchtige bekannte laut wick anderson haben sie manchmal zusammen in der kneipe nebenan bier getrunken anscheinend widersprechen hopfen und malz den ernährungsvorstellungen des professors nicht so sehr wie maviuana anderson hat gesagt harris habe dressler ermutigt etwas über sich zu erzählen weil das sonst keiner getan habe nur ein freundlicher alter professor der nett zu einem einsamen jungen mann ist möglicherweise aber weshalb hat harris dann gelogen holly überlegt ob er wohl ein sexuelles interesse an tressler hatte so wie seine frau laut quisha eventuell appetit auf bonnie hatte aber das kommt ihr äußerst unwahrscheinlich vor er hat er informationen über tressler gesammelt in seinem alter bringt harris bestimmt niemanden um und die vorstellung seine frau könnte ihm dabei helfen ist lächerlich wenn hollys hypothese also stimmt müssen die herausfinden ob die beiden kinder haben aber zunächst muss sie erst einmal in den sauren apfel beißen und das vor sich hin vegetierende wesen besuchen das immer noch wie ihr onkel aussieht als holly aufsteht fällt ihr noch etwas anderes ein sie mag facebook nicht und ruft den unter ihrem echten namen geführten account nur ab und zu auf damit er nicht völlig verstaubt aber als lauren becall fan schlägt sie dort öfter auf jetzt tut sie das und besucht den account von penny dahl das hätte sie schon früher tun sollen und es überrascht sie nicht besonders ihren namen zu sehen bezeichnet wird sie als die bekannte detektiven holly gibney sie hasst das wort detektiven sie ist ermittlerin und sie hätte penny sagen sollen dass sie ihren namen nicht posten soll hat aber einfach nicht daran gedacht jetzt fragt sie sich ob professor harris wohl weiß dass sie nicht nur das verschwinden von kirby dressler untersucht sondern auch das von bonnie dahl sollte dem so sein wäre er ihr einen schritt voraus wenn er das wirklich ist werde ich ihn halt einfach einholen sagt holly und marschiert zurück ins pflegeheim um ihren onkel aufzusuchen eine fischgebackene millionärin betritt ein pflegeheim zimmer denkt holly nachdem sie der formhalber an die tür geklopft hat die bereits einen spalt weit offen steht in manchen zimmern hier wohnt nur eine person die meisten sind doppelt belegt weil das den schwer arbeitenden schwestern pflegern ärztinnen und ärzten wehgespart und zweifellos den gewinn maximiert es gibt jedoch auch vier zweiraumsuiten und onkel henry hat eine davon falls volly sich jemals die frage gestellt hat wie henry sir roy sich als früherer buchhalter eine derart kostspielige bleibe leisten kann sie kann sich nicht erinnern ob das der fall war hat sie wohl angenommen er sei einfach sparsam gewesen und habe viel auf die hohe kante gelegt um im alter auf so etwas vorbereitet zu sein jetzt weiß sie es besser henry sitzt in seinem wohnzimmer gekleidet in ein kariertes hemd und in blue jeans die faltig auf seinem einst völligen jetzt aber dürren körper sitzen seine hawe sind frisch geschnitten das gesicht ist glatt rasiert die morgensonne scheint auf sein kinn das feucht von speichel ist auf dem tisch neben ihm steht eine art protein drink mit einem strohhalm darin ein pfleger dem holly im flur begegnet ist hat sie gefragt ob sie ihrem onkelwohl beim tanken helfen könne garn hat sie gesagt im fernseher läuft eine spielshow moderiert von allen ladden der schon lange das zeitliche gesegnet hat während holly die wenigen aber kostspieligen möbel betrachtet darunter ein breites bett mit geländer im nebenzimmer verspürt sie eine dumpfe hoffnungslose wut die überhaupt nicht zu ihr passt als teenager war sie stark depressiv und heute leidet sie immer noch an derartigen episoden und wütend kann sie auch werden aber dass sie keinerlei holly hoffnung hätte das ist nicht ihre art wenigstens normalerweise nicht heute in diesem zimmer herrschen allerdings andere umstände esau hat seine zukunft für ein linsengericht verkauft denkt sie ich habe meine nicht verkauft man hat sie mir gestohlen oder es jedenfalls versucht deshalb bin ich wütend und an die beiden dies getan haben komme ich nicht mehr heran kann ihnen keine vorwürfe mehr machen obgleich der da vor mir noch atmet deshalb fühle ich mich wohl so hoffnungslos wie geht wie geht es dir heute onkel henry fragt sie und stellt einen stuhl neben ihn im fernseher bemühen sich die kandidaten das wort affront zu erwarten haben aber nicht viel glück auli könnte ihnen da definitiv helfen henry dreht ihr den kopf zu wobei sie die sehnen in seinem hals wie rostige tür an knarzen hört jayeli sagt er und wendet sich wieder nein ich bin's ollie holst du den hund rein ich höre ihn bähen da trink was davon sie hält ihm den protein shake hin der befindet sich in einem plastikbecher mit deckel damit nichts verschüttet wird falls henry ihn auf den boden stößt ohne den blick vom fernseher abzuwenden schließt henry die runzligen lippen um den strohhalm und saugt ollie hat dinge erhalten bleiben männer und frauen die sich nicht mehr an ihren namen erinnern können noch radfahren männer und frauen die nicht mehr nach hause finden können noch broadway melodien singen männer und frauen die als kinder gelernt haben die man an einem strohhalm saugt kann das noch in einem zustand wo sie alles andere verloren haben bestimmte fakten bleiben ebenfalls erhalten wer war der fünfte präsident der vereinigten staaten onkel henry weißt du das noch james monroe sagt henry ohne zu zögern und ohne den blick vom fernseher abzuwenden und wer ist jetzt präsident nixon der alte schlarina er kichert an seinem kinn rennt etwas herunter ollie wischt das zeug ab bevor er sein hemd beflecken kann warum hast du es eigentlich getan onkel henry aber das ist nicht die richtige frage wobei sie ohnehin keine antwort erwartet die frage hat rein retrowischen charakter ich will es mal anders ausdrücken warum hast du zugelassen dass sie es tut der hund denn überhaupt nicht mehr mit bähen auf sie kann den hund nicht zum schweigen bringen falls es je einen gab ist das schon sehr lange her aber sie kann den fernseher verstummen lassen was sie mit der fernbedienung tut sie wollte nicht dass ich erfolgreich bin stimmt sie wollte nicht dass ich ein eigenes leben habe mit offenem mund wendet onkel henry sich ihr zu jenny und du hast es zugelassen henry hebt die hand und wischt sich den mund ab has hab ich zugelassen von wem rährest du jenny warum brüllst du denn so es geht um meine mutter brüllt holly man man brüllt man brüllt und jetzt will sie das sie muss es die verdannte charlotte geht nä und charlie was soll das ganze überhaupt es hat keinen sinn eine frischgebackene millionärin kommt in eine bar und merkt dass es keinen sinn hat holly wischt sich mit dem ärmel über die augen die tür geht auf und der pfleger der holly auf dem flur angesprochen hat blickt missbilligend herein ist ja alles in ordnung ja sagt holly ich bin etwas lauter geworden damit er mich hört er ist heute irgendwie ein bisschen taub der pfleger schließt die tür onkel henvey starrt holly an nein er gafft sie an seine miene drückt tiefe verwirrung aus er ist nur ein hirnloser alter mann in einer zweiraum suite und hier wird er bleiben protein shakes schlurfen und sich alte spielshows ansehen bis er stirbt holly wiederum wird herkommen weil es ihre pflicht ist aber er wird sie janey nennen weil janey sein liebling war bis er stirbt sie hat nicht mal einen brief hinterlassen sagt holly aber irgendwie nicht zu onkel henry der ist außer reichweite hatte keinerlei bedürfnis mir etwas zu erklären oder mich gar um verzeihung zu bitten so war sie immer james monroe sagt onkel henry hat von 1817 bis 1825 amtiert ist 1831 gestorben am 4. Juli oh ist das verdannte getränk schmeckt beschissen aber ich schwö mich ausgedarrt wie ein alter kuh fladen ollie hebt ihm den becher an den mund und onkel henry nuckelt am strohhalm er saugt daran bis es blubbert als sie den becher hinstellt bleibt der heim in seinem mund wodurch er aussieht wie ein clown sie zieht das ding heraus und sagt sie müsse jetzt gehen als sie die fernbedienung hebt um den ton wieder anzustellen legt er seine knorrige leberfleckige hand auf ihre ollie sagt er ja sagt sie überrascht und blickt ihm ins gesicht sein blick ist klar jedenfalls so klar wie er jetzt überhaupt noch werden kann irgend charlie konnte niemand was ausrichten die hat immer ihren wellen durchgesetzt bei mir nicht dein tolly ich bin hier entkommen mit knapper not hab ich's geschafft vor allem dank bill und um mir das zu sagen bist du aus deinem nebel aufgetaucht keine antwort sie gibt ihm einen kuss und wiederholt dass sie nun gehen müsse hol den mann jenny sagt er den der immer kommt sag ihm ich brauche ihn ich glaube ich habe mir in die hose gemacht aber sitzt in olivias wohnzimmer und beantwortet gerade die nachricht von holly als marie sie von oben her ruft ich glaube du solltest hochkommen bab sie will uns beide bei sich haben ich glaube ich glaube es geht zu ende sie schickt die nachricht unvollendet ab und rennt nach oben mit barbara robinson ed ist tatsächlich zu ende marie steht an einer seite ihres betts barbara an der anderen jede hält eine hand der alten dichterin es gibt keine letzten worte olivia sieht murby an sie sieht barbara an sie lächelt sie stirbt mit ihr stirbt eine welt aus worten auf der rückfahrt in die stadt hält holly an einer wawa station nachdem sie den tank aufgefüllt hat fährt sie zum ende des park platzes und raucht in ihrer üblichen position damit das wagen innere nicht so sehr verräuchert ein blick auf ihr handy zeigt ihr dass eine nachricht von barbara gekommen ist auf deren nachfrage hat holly präzisiert ob sie schon einmal rodney harris begegnet sei die antwort war bei emily harris damit die mir einen kontakt zu olivia herstellt weil ich mich nicht getraut habe direkter aufzukreuzen professor harris war beim autowaschen hab nur kurz mit ihm geredet hab auf jays karte übrigens noch rauche castro markiert vielleicht nicht wich hier endet die nachricht wahrscheinlich hat barbara sie versehentlich unvollendet abgeschickt und wurde dann von etwas anderem in anspruch genommen so was ist trolley auch schon passiert sie erinnert sich daran dass johr die vermissten auf einer mit mapquest ausgedruckten karte markiert ruft barbara an um sie danach zu fragen aber die nimmt das gespräch nicht an zuerst will holly eine nachricht hinterlassen überlegt es sich jedoch anders sie schließt das auto ab und geht in das kleine wawa restaurant eigentlich nur eine bessere snackbar wo es kostenloses wlan gibt nachdem sie sich eine cola und einen hamburger gekauft hat der in seiner alufolie bereits sichtlich gealtert ist setzt sie sich mit ihrem ipad an einen tisch als sie nach roche castro googelt bekommt sie eine riesenmenge treffer die sich unter anderem auf einen baseballspieler und einen unternehmer beziehen der offenbar mit autoteilen millionen geschäffelt hat am wahrscheinlichsten kommt ihr der castro vor der romane schreibt und tatsächlich ergibt sich bei dem eine verbindung zum bell college in dem wikipedia eintrag über ihn ist ein artikel aus dem bell ringer der college zeitung verlinkt sie tippt darauf während sie an ihrem burger nebbelt ohne ihn richtig zu schmecken nicht dass es viel zu schmecken gäbe das wlan ist langsam aber irgendwann klappt es doch der artikel ist mit einer fetten schlagzeile versehen also muss er wohl auf der titelseite der ausgabe vom 29. oktober 2012 gestanden haben berühmter romancier unerwartet abgereist von kirk elway der preisgekrönte schriftsteller roche castro autor von romanen wie erstarrungen und die vergessene stadt hat plötzlich und unerwartet seinen posten als weiter in residenz für den weltbekannten schreibworkshop am bell college aufgegeben er hatte zwei monate seines vierten semesters dort hinter sich und war bei den studierenden äußerst beliebt ich weiß gar nicht was ich ohne ihn machen soll so britney angleton die gerade ihren ersten fantasy roman wehrwölfe bei crofters place untergebracht hat castro hatte ihr versprochen ihr manuskript eingehen zu redigieren er war der beste creative writing lehrer den ich je hatte sagt jeremy block andere studierende berichten von seiner freundlichkeit und seinem humor eine teilnehmerin des workshops die namentlich nicht genannt werden möchte ist derselben meinung fügt jedoch hinzu schlechten texten hat er allerdings den gnadenschuss gegeben laut mit fred martin dem lebenspartner von castro hatten die beiden in letzter zeit mehrfach diskussionen über die gemeinsame zukunft aber so martin es gab keinen schleit so würde ich es keinesfalls nennen ich bringe roche zu viel liebe und respekt entgegen was auch umgekehrt gilt als dass wir je gestritten hätten es gab diskussionen über die zukunft einen offenen meinungsaustausch ich wollte nach dem semester weiterziehen brauche dagegen bis zum jahresende bleiben und vielleicht sogar einen festen lehrauftrag annehmen allerdings konnten die betreffenden diskussionen über die zukunft heftiger gewesen sein als mr martin einzuräumen bereit ist laut einer mit den ermittlungen vertrauten person bei der polizei hat castro eine notiz mit dem satz ich halte es nicht mehr aus hinterlassen darauf angesprochen erklärte mr martin das für lächerlich wenn er so empfunden hätte warum hätte er dann bleiben wollen und wo ist er hin ich habe nichts von ihm gehört wer weg gehen wollte war ich ich habe die hier herrschende homophobie nämlich gründlich satt im vergangenen semester hatte castro sich für den erhalt des lyric workshops eingesetzt war damit jedoch gescheitert ein Mitglied des Fachbereichs Anglistik das ungenannt bleiben möchte bewichtet dazu Einzelheiten forre ist sehr berät aufgetreten hat die entscheidung aber anstandslos akzeptiert wenn er einen festen lehrauftrag angenommen hätte so hätte er das thema wohl wieder aufs tapet gebracht er sagte die bekannte lyrikerin olivia kinsbury zu dem ehemalige dozentin am college anmerkung der redaktion sei auf seiner seite und werde das gegebenenfalls gerne bestätigen auf die frage wann genau castro weggegangen sei räumte mr martin ein das nicht sagen zu können weil er vorübergehend aus dem gemeinsamen haus ausgezogen sei es gibt noch mehr unter anderem ein foto von jorge castro beim unterricht und ein autoren porträt das vom umschlag eines seiner bücher stammen muss wie holly findet sieht er ziemlich gut aus nicht so gut wie antonio bandedas einer ihrer favoriten aber halbwegs sie glaubt nicht dass der artikel den sie gerade gelesen hat auch nur annähernd den anforderungen einer richtigen Zeitung genügen würde so sehr die print medien auch qualitativ nachgelassen haben mit seinen geschwätzigen andeutungen erinnert er sie an inside view oder die klatschspalten in der new york post aber er ist informativ oh ja wieder wandert wärme an ihrem rückgrat hinauf kein wunder dass barbara den mann auf jeromes karte eingetragen hat olivia kinsperry muss ihr von ihm erzählt haben und er passt elventy ins schema selbst die notiz passt castro ich halte es nicht mehr aus bonnie dahl ich hab genug wenn die beiden fälle nicht neun jahre auseinander lägen ja und wenn die polizei wegen corona nicht unter personalmanne leiden und nicht befürchten würde einer der aktuellen black life matter proteste könnte sich zu gewalt hoch schaukeln und wenn man eine einzige leiche gefunden und ein skateboard und wenn schweine fliegen konnten würde kacke vom himmel regnen murmelt holly koche castro ist 2012 verschwunden carrie dressler 2015 bei allen kressler und peter steinman war es 2018 bei bonnie dahl 2021 das heißt der abstand beträgt ungefähr drei jahre mit ausnahme von allen und peter vielleicht ist eine von den beiden personen tatsächlich abgehauen aber ist es nicht auch möglich dass bei einer davon etwas schiefgelaufen ist dass sie nicht dem entsprochen hat was der killer haben wollte aber was wollte er überhaupt serienmörder mit einem sexuellen motiv beschränkten sich normalerweise entweder auf männer gacy dama oder frauen bundy vader und andere der red bang killer hat sich angehörige beider geschlechter geschnappt darunter ein männliches kind zu welchem zweck holly denkt dass jemand existiert der ihr die antwort darauf geben kann professor roth harris alias small ball alias mr meat bei letzterem spitznamen muss sie wieder an jeffrey damer denken aber das ist eher lächerlich als glaubhaft ollie wirft ihren halb gegessenen hamburger in den mülleimer greift nach der cola und geht hinaus aber war hat eine idee der marie sofort zustimmt verwirklichen lässt sie sich allerdings nur wenn wasserlin burkhard die leiterin vom fachbereich and listig bereit ist mitzumachen die beiden sitzen draußen auf olivias terrasse tinken eistee und warten darauf dass das bestattungsinstitut crossman den leichenwagen schickt und die irdischen überreste der alten dichterin abholt wie alles ablaufen soll steht außer frage nach ihrer vorigen herz rhythmus störung hat mabie von olivia ausführliche anweisungen erhalten bis hin zu der musik die bei der trauerfeier ertönen soll if i ever leave this world alive von flogging molly am anfang und spirit in the sky von norman greenbaum am ende nicht nicht geplant hatte sie eine gedenk lesung auf dem zentralen campus hof und genau die hat barbara vorgeschlagen als professorin burkhardt hört dass olivia gestauben ist bricht sie in tränen aus maries handy ist auf lautsprecher gestellt und die beiden weinen mit sobald alle sich wieder im griff haben bringt barbara ihre idee vor und burkhardt ist sofort begeistert wenn die lesung im freien stattfindet können wir ja problemlos zusammenkommen sagt sie wir können sogar freistellen ob maske getragen wird oder nicht wenn alle bereit sind genügend abstand zu halten und wir werden gedichte von olivia vorlesen das haben sie sich doch gedacht nicht wahr ja sagt marie hier im haus sind mehr als genug beleg exemplar die bringen wir zum verteilen mit derzeit geht die sonne ungefähr um vierte vor neun unter sagt burkhard dann versammeln wir uns heute um sagen wir mal um acht ja barbara und marie sehen sich kurz an und bejahen es dann gemeinsam dann fahne ich gleich an alle leute anzurufen die meinerseits infrage kommen sagt burkhard tun sie das auch ihrerseits jahren misty champ ja gern vielleicht werden manche doppelt angerufen aber das macht ja nichts barbara sagt wenn olivia abgeholt wird fahre ich auch zum bestattungsinstitut ich will mich ein bisschen in die kapelle da setzen und nachzudenken nun kommt ihr noch eine idee wie wärs wenn ich kerzen besorge die könnten wir bei der lesung anzünden das ist eine wunderbare idee sagt burkhard sind sie eigentlich die vielversprechende junge lyrikerin von der olivier gesprochen hat die sind sie doch nicht wahr glaub schon sagt barbara aber zurzeit kann ich bloß an olivier denken und nicht schreiben ich hab sie so sehr gemocht das haben wir alle sagt professorin burkhard und lacht unter tränen auf mit ausnahme von emily harris freilich kommen sie nachher zu mir sobald sie können ich nehme an dass sie beide geimpft sind barbara folgt dem leichenwagen zum bestattungsinstitut dort setzt sie sich in die kapelle und sind über olivier nach der gesteit nähen die vögel bei sonnenuntergang den himmel zu denkt sie woraufhin sie wieder weinen muss sie fragt mr. greer den chef des bestattungsinstituts ob sie von ihm kerzen bekommen kann er überreicht ihr zwei schachteln bei der lesung werde sie eine sammlung dafür veranstalten sagt sie aber mr. greer erklärt das sei wirklich nicht nötig sie fährt zum campus wo wasserlen burkhard und marie sie beweis erwarten andere kommen hinzu zusammen gehen sie nach draußen wo geweint und gelacht wird man erzählt sich erinnerungen man tauscht die titel von lieblings gedichten aus weitere anrufe werden gemacht weitere Leute nister mit wein mit gebracht trink sprüche werden ausgebracht barbara spürt den beinahe unbeschreiblichen trost mit gleichgesinnten zusammen zu sein und wünscht sich zu diesen leuten zu gehören die finden dass geschichten und gedichte ebenso wichtig sind wie aktien und anleihen dann denkt sie ich gehör ja schon dazu und sie denkt wie dankbar ich gott für dich bin olivia der Nachmittag vergeht im wohnzimmer von olivia kingsbury liegt barbaras handy vergessen auf dem couch tisch am selben Nachmittag sitzt holly um drei in ihrem büro und betrachtet das gerahmte foto von bill hotches wenn der jetzt nur da wäre da holly auf keinerlei unterstützung zählen kann falls sie nicht izzy janes anruft was sie definitiv nicht tun will ist sie auf sich allein gestellt sie tritt ans fenster und blickt auf die buell street hinunter das hilft ihr immer ihre gedanken laut auszusprechen weshalb sie es jetzt tut es es überrascht mich nicht dass die polizei nicht gemerkt hat was passiert schließlich ist der typ immer extrem clever vorgegangen kein wunder denkt sie kein wunder wenn ich richtig liege hat ihm ein extrem cleverer biologie professor geholfen in dem er vorher hintergrund informationen gesammelt und nachher wenigstens in einigen fähen eine falsche spur vorgelegt hat unterstützt wird der täter wahrscheinlich auch von der frau des professors die ebenfalls clever zu sein scheint man hat keine leichen gefunden die hat man also irgendwie entsorgt und die opfer haben absolut nichts gemein ich habe zwar keine ahnung was für motive der täter hat und weshalb das professoren paar ihm vorschub leistet aber allein die tatsache stirnrunzelnd unterbricht sie sich und überlegt wie sie es ausdeuten will wenn man etwas denkt weiß man manchmal bereits bescheid hat bill oft gesagt dann wendet sie sich wieder an das fenster beziehungsweise an sich selbst allein die tatsache dass die opfer so unterschiedlich sind wirft ein schlaglicht auf die methode in jedem der fälle außer bei dem kleinen stein man und ich habe immer mehr den eindruck dass der ein zufall opfer war in jedem einzelnen fall war nämlich das professoren paar im hintergrund wordne harris kennt tressler vom bowling cressler hat in dem gebäude gearbeitet wo harris bestimmt ein büro hat oder mal hatte bonnie hat sich für die beiden als weihnachtselfe betätigt und jetzt auch noch dieser hoche castro emily harris war seine kollegin bei der anglistik das heißt die beiden stecken bis zum hals in der sache drin ob sie wohl ein behinderten Fahrzeug benutzen täuscht vielleicht er oder sie eine behinderung vor nichts von all dem kann sie beweisen absolut gar nichts aber etwas kann sie doch tun und zwar so etwas ähnliches wie einem zeugen sechs fotos vorzulegen und ihn zu fragen ob er den täter identifizieren kann sie nimmt ihr iPad zur hand ruft ihre notizen auf sucht die nummer von imani mcguire und wählt nachdem sie sich noch einmal vorgestellt hat fragt sie ob imani auf ihrem handy internet habe natürlich hab ich das sagt imani belustigt hat das nicht jeder gut würden sie bitte die website vom bell college aufrufen geht das im moment muss sie gerade auf lautsprecher stellen ok ich bin drin wählen sie bitte jahre aus das finden sie auf dem pull down menü japp welches jahre das geht bis 1900 65 olli hat bereits eines ausgewählt und auf ihrem tablet aufgerufen 2010 in ordnung imani klingt interessiert was nun eh sie auf den fachbereich anglistig da müssten sie fotos von mehreren personen sehen teils männlich teils weiblich ja ok ich hat's olli beißt sich auf die litten jetzt kommt die entscheidende frage sehen sie dort vielleicht die frau die den trailer von allen ausgeräumt hat imani spannt sie nicht lange auf die folter ein verdammt das ist sie jünger aber ich bin mir ziemlich sicher ein verteidiger würde dieses ziemlich in der luft zerreißen aber sie sind ja nicht vor gericht da steht sie heißt emily harris stimmt sagt holly und vollführt vor dem fenster mit blick auf die buell street ein tänzchen vielen dank aber die kommt eine college professorin dazu errents trailer auszuräumen das ist eine ziemlich gute frage holly schreibt einen vorläufigen bericht in dem sie alles darlädt was sie herausgefunden hat teils durch eigene ermittlungen und teils weil ihr das universum zweimal ein seil zugeworfen hat sie stellt sich gern vor glaubt es jedoch nicht ganz dass eine art vorsehung am werk ist was das verhältnis von richtig und falsch angeht ein blindes aber mächtiges wesen wie es die statuen der justitia mit ihrer vage darstellen dass die angelegenheiten der menschen von einer kraft beeinflusst werden die auf der seite aller schwachen und arglosen steht und gegen das böse wirkt für bonnie und die anderen ist es zu spät aber wenn es keine zukünftigen opfer gibt ist das bereits ein sieg natürlich sieht holly sich als eine von den guten abgesehen davon dass sie raucht natürlich der bericht ist eine mühsame angelegenheit voller vermutungen und als sie fertig ist ist der nachmittag bereits fortgeschritten sie überlegt an wen sie ihn schicken soll nicht an penny die will sie persönlich unterrichten anstatt ihr die schlechten die schrecklichen nachrichten in einer e-mail mit gestellten ausdrücken mitzuteilen wie privatermittlerin gitneys nachforschungen haben ergeben und laut emilio herrera verkäufer bei jetmart normalerweise würde sie eine ausführung an die geschäftliche mailadresse von pete hundley schicken aber der liegt im kantenhaus und sie will ihn nicht damit behelligen schon gar nicht nachdem er ihr davon abgeraten hat den fall überhaupt anzunehmen nur dass das alles blödsinn ist sie will den bericht an überhaupt niemanden schicken jedenfalls vorerst noch nicht holly ist inzwischen zwar jemand ganz anderes als die schüchterne introvertierte frau auf die bell hodges vor einem bestattungsinstitut gestoßen ist aber diese frau lebt immer noch in ihrem innern und wird das auch immer tun sie ist eine frau die furchtbare Angst hat sich zu irren und weiterhin meint sie habe ebenso oft unrecht wie recht das ist ein riesen schritt für eine frau die meinte immer unrecht zu haben aber die unsicherheit ist geblieben selbst mit 60 und 70 jahren und vielleicht so bei 80 dass sie sich mit ihrer raucherei aber wahrscheinlich abschminken kann wird sie nachts immer noch drei bis vier mal pro woche aufstehen um sich zu vergewissern dass sie den herd abgedreht und die wohnungstür abgeschlossen hat obwohl sie genau weiß dass sie das getan hat wenn ein Fall wie ein Ei ist dann ist sie auch wie eines eines mit einer zerbrechlichen Schale sie hat immer noch Angst ausgelacht und Schnatterine gerufen zu werden das ist die last die sie mit sich herum schlackt ich muss wissen ob der van dort in der garage steht dann kann ich mir sicher sein genau sie muss einen Blick auf den van werfen zusammen damit dass Emily Harris von Imani McGuire als die Frau identifiziert wurde die Ellen Treslows Trailer ausgeräumt hat wird ihr das genügen dann kann sie Bonnys Mutter heute Abend um neun alles belichten und ihr die Wahl lassen ob Holly weiter ermitteln soll oder ob sie gemeinsam Isabel Janes aufsuchen empfehlen wird Holly letzteres Izzy kann das Professoren Paar zur Vernehmung einbestellen laut Wikipedia ist es kinderlos wobei man nicht allem trauen kann was man dort liest dennoch glaubt nein weiß Holly dass die beiden alten Leute irgendjemanden decken sie versucht gar nicht erst sich vorzumachen dass Mr. und Mrs. Harris harmlos sein konnten nur weil sie über 80 sind fast jedes Lebewesen wehrt sich wenn man es in die Ecke treibt ob alt oder nicht aber Rodney Harris bowlt wegen seiner lädierten Hüften nicht mehr und laut Imani hat seine Frau Ischias daher glaubt Holly den beiden gewachsen zu sein vorausgesetzt sie passt auf sollte sie dabei erwischt werden wie sie um die Garage herumschnüffelt könnten die beiden sie natürlich anzeigen aber würden sie das wirklich tun wenn der behinderten Transporter in der Garage steht und eine wahre Goldmine an DNA Spuren darstellt Holly wird bewusst dass sie nun schon beinahe eine Dreiviertelstunde vor ihrem vorläufigen Belicht sitzt und die eine Hen Maus im Laufrad über ihre Option nachgrübelt Bill würde sagen es sei zu scheißen oder vom Pott zu steigen sie speichert den Bericht ab ohne ihn an jemanden zu schicken falls ihr etwas zustoßen sollte unwahrscheinlich aber möglich wird Pete ihn finden oder Jerome wenn der von seinem großen Abenteuer zurückkehrt sie öffnet den Wand Safe und nimmt den Revolver heraus den 38 Smith & Wesson es ist das Modell Victor B das Bill gehört hat und vorher dessen Vater jetzt gehört es Holly als Bill bei der Polizei war hatte er als Dienstwaffe eine Glock Automatik hat den Smith & Wesson jedoch immer vorgezogen weil wie er sagte ein Revolver nicht blockieren kann im Safe befindet sich sie lädt die Waffe wobei sie die Kammer unter dem Hahn leer lässt wie Bill es ihr beigebracht hat und schließt die Trommel dann deponiert sie die Waffe in ihrer Umhängetasche im Safe ist noch etwas anderes was Bill gehört hat in dem Fall hat sie sich die Verwendung selbst beigebracht mit ein klein wenig Unterstützung von Pete es ist ein flaches mit Krokodill leder überbezogenes Mädchen etwa 20 mal 8 Zentimeter groß mit glatt geriebener Oberfläche sie steckt es zu der Waffe in die Umhängetasche und zu ihren paar Kosmetikartikeln ihren Fettstift ihren Papiertaschentüchern ihrer kleinen Taschenlampe ihrer kleinen Dose Pfefferspray ihrem Big Feuerzeug und einer frischen Packung Zigaretten Olli fragt Siri wann die Sonne untergeht und Siri entgegenkommend und kundig wie immer sie kennt sogar Witze sagt ihr der Sonnenuntergang werde um 20 Uhr 48 stattfinden so lange kann sie nicht warten wenn sie eine gute Aufnahme von dem erhofften Fahrzeug bekommen will aber die Dämmerung dürfte eine gute Zeit für gesetzeswidrige Tätigkeiten sein dann wird das Professorenpaar wahrscheinlich in seinem Wohnzimmer hoppen wo es entweder einen Film ansieht oder die Olympischen Spiele die gerade in Tokio laufen Olli hasst es zu warten doch da sie das nun einmal muss beschließt sie nach Hause zu fahren und die Zeit dort tot zu schlagen auf dem Weg aus dem Büro fällt ihr ein Werbespot ein den sie im Fernsehen gesehen hat vier Teenager zwei Jungen und zwei Mädchen flüchten vor einem Kerl der wie Letterface aussieht der eine Junge meint sie sollten sich auf dem Dachboden verstecken eines der Mädchen schlägt den Keller vor das zweite Mädchen fragt warum steigen die nicht einfach in unser Auto woraufhin ihr Freund sagt bist du verrückt verstecken wir uns lieber hinter den Ketten sägen was die vier auch tun eine Stimme aus dem Off kommentiert wenn man in einem Horrorfilm ist trifft man schlechte Entscheidungen Olli ist aber nicht in einem Horrorfilm und sagt sich dass sie keine schlechte Entscheidung getroffen hat sie hat ihr Pfefferspray dabei und für den Notfall den Revolver von Bir im tiefsten Herzen weiß sie es besser aber sie weiß auch dass sie den Van mit eigenen Augen sehen muss zu Hause macht Holly sich etwas zu essen bekommt es aber anschließend nicht hinunter sie ruft Jerome an der sofort abhebt rate mal wo ich gerade bin sagt er euphorisch auf dem Empire State Building nein am Times Square nein auf der Staten Island Ferry er gibt einen Buzzerton von sich ich gebe auf Jerome im Central Prag er ist wunderschön hier könnte man meilen weit durch die Gegend marschieren und wurde überall was Neues sehen es gibt sogar einen zugewucherten Teil wie das Dickicht im Deerfield Park nur nennt man den hier Ramble pass bloß auf dass du nicht überfallen wirst keine Angst das kann erwarten bis ich wieder zu Hause bin Er er lacht er lacht du hörst dich glücklich an bin ich auch es war ein echt guter Tag ich freue mich für mich ich freue mich für Barbara und unsere Eltern freuen sich für uns beide natürlich tun sie das sagt Holly sie will ihm nicht erzählen dass Barbaras Freundin und Mentowin gestorben ist das ist nicht ihre Aufgabe und weshalb sollte sie ihn traurig schlimm auch ich freue mich für dich Jolom verdirb das bitte nicht indem du mich Holly Barry nennst würde mir nie im Leben einfallen wie laufen denn deine Ermittlungen ein Gedanke blitzt in ihr auf das ist jetzt meine Chance ins Auto zu steigen anstatt mich hinter den Kettensägen zu verschlecken aber der Teil ihrer Psyche der darauf besteht nachzusehen ob der Herd ausgeschaltet ist und der niemals vergessen kann dass sie mein Teil der Erde in Bus vergessen hat flüstert nicht jetzt noch nicht naja sagt sie könnte sein dass Barbara auf noch jemanden gestoßen ist sie erzählt ihm von Jorge Castro danach wendet sich das Gespräch Jerome's Buch und den Erwartungen zu die er darin setzt die beiden unterhalten sich noch eine Weile dann überlässt Holly Jerome wieder seiner Magical Mystery Tour durch den Central Park wobei ihr einfällt dass sie ihm noch gar nicht von der unvermuteten Zunahme ihres Vermögens In gewisser Weise ist das so wie nicht über das mögliche Vorhandensein des Vans zu sprechen Aber wie es derzeit aussieht gibt es in beiden Fällen noch einiges aufzudröseln Barbara und Marie haben Belegexemplare von Olivias zwölf Büchern mitgebracht darunter einige Exemplare der voluminösen gesammelten Gedichte aber das erweist sich als unnötig Die meisten Leute die sich auf dem Hof im Schatten des legendären Glottenturms versammeln haben ihre eigenen Bände mitgebracht Manche sind ramponiert und haben Eselsohren eines was nur noch von Gummibändern zusammengehalten Auch Fotos von Olivia in verschiedenen Lebensphasen sind zu sehen Am häufigsten das auf dem sie mit Humphrey Bobert vor dem Trevi Brunnen steht Einige Leute haben Blumen dabei und jemand trägt ein bestimmt speziell für den Anlass bemaltes T-Shirt auf dem schlicht OK lebt steht Auch der Hotdog Wagen von Frankie taucht auf und macht ein gutes Geschäft mit Softwings und Würstchen Barbara weiß nicht ob das die Idee von Rosalind Burkhard war oder ob Frankie ein Fan von Olivias Gedichten ist was sie nicht überraschen würde An diesem Abend würde nichts sie überraschen sie hat sich noch nie zugleich so traurig glücklich und stolz gefühlt bereits um halb sieben haben sich mehr als hundert Leute auf dem Hof versammelt und es kommen immer noch weitere dazu niemand wartet ab Icarzen erst bei Anbruch der Dämmerun anzuzunden ein junger Mann mit Irokesen Schnitt besteigt einen Tretthocker und liest mit Megafon Unterstützung das Fohlen in der Wildnis vor Während sich alle um ihn herum versammeln und zuhören essen sie Hot Dots Fetten und Zwiebelringe und trinken Soft Wings Bier und Wein Marie legt Barbara den Arm um die Schultern ist das nicht toll wäre sie nicht total begeistert Barbara denkt an ihre erste Begegnung mit der alten Dichterin wo die ihren riesigen Pelzmantel getätschelt und künstlich künstlich kunstfell gesagt hat sie muss wieder weinen und umarmt Mavie ja sie hätte unheimlich Spaß dran auf den Irokesen folgt eine Studentin über deren Oberarm sich eine tätowierte Schlange windet sie hevt das Megafon und rezitiert in meiner Jugend war ich größer Barbara hört zu obwohl sie ein bisschen Wein getrunken hat hat sie sich nie klarer im Kopf gefühlt jetzt aber keinen Schluck mehr denkt sie du musst dir das alles einprägen du musst dich dein Leben daran erinnern können während als nächstes ein hagerer Typ mit Brille vorliest der nach einem Doktoranden aussieht fällt ihr ein dass sie ihr Handy in Olivias Haus gelassen hat normalerweise geht sie ohne es nirgendwo hin aber heute Abend weh sie es gar nicht dabei haben dafür steht ihr der Sinn jetzt nach einem Hotdog mit massenhaft Senf und nach Gedichten sie will sich damit gewissermaßen vollstopfen Während Barbara und Mabee Olivias Bücher an die wenigen Leute verteilen die keines dabei haben geht Rodney Harris im Deerfield Park spazieren wie er es am späten Nachmittag oder am frühen Abend oft tut dadurch lockern sich seine lädierten Hüften die starker Schmerzen als sie tun sollten nachdem er dank dem Weihnachtself nun schon mehrere Wochen lang frische Nährstoffe zu sich genommen hat das ist aber nicht der einzige Grund für den Spaziergang er gibt es zwar nicht gern zu aber es fällt ihm immer schwerer sich etwas zu merken nicht den Überblick zu verlieren wie man so sagt das Spazierengehen hilft da es durch lüftet das Gehirn in den letzten Wochen hat Woddy ein halbes Dutzend Parfaits mit einer Mischung aus Eiscreme Blaubeeren und Elfengehirn verzehrt aber es fällt ihm trotzdem zunehmend schwer mental präsent zu bleiben was ihn zugleich verwirrt und wütend macht all seine Forschungen deuten darauf hin dass der Genuss einer Kost die reich an menschlichem Gehirn Gewebe ist unmittelbar positive Resultate zeigt zum Beispiel schnappen männliche Schimpansen sich junge Artgenossen deren Mütter so unklug waren sie unbewacht zu lassen nachdem sie die Jungen getötet haben fressen sie immer zuerst das Gehirn der Grund ist ihnen zwar nicht bewusst aber die Forschung weiß Bescheid das Gehirn von Primaten enthält Fettsäuren die von essentieller Bedeutung für die neurologische Entwicklung und Gesundheit sind Fettsäuren aber und das menschliche Gehirn besteht zu 60 Prozent aus Fett werden vom Körper nicht produziert Gehen sie verloren wie das bei Woddy der Fall ist müssen sie ersetzt werden Das ist ganz simpel und in den vergangenen neun Jahren hat es auch immer funktioniert Er würde zwar nicht wagen das in einem Aufsatz oder bei einem Vortrag darzulegen aber einfach formuliert lautet das Ergebnis der Genuss von menschlichem Gehirngewebe vor allem wenn es von einer jungen Person stammt heilt Alzheimer Das hat er jedenfalls geglaubt aber was ist wenn er sich geirrt hat Nein 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 er weigert sich zu glauben dass seine jahrelange Forschung in irgendeiner Weise inkorrekte Ergebnisse erbracht haben konnte aber was ist wenn er neurologische Fette schneller ausscheidet als er welche aufnehmen kann was wenn er sich wortwörtlich das Hörnen aus dem Leib pinkelt so lächerlich die Vorstellung auch ist er kann sich trotzdem nicht mehr an seine Postleitzahl erinnern er glaubt Schuhgröße 42 zu haben aber vielleicht ist es auch 41 um sich zu vergewissern müsste er einen Blick auf die Einlegesohle werfen neulich hatte er sogar Probleme sich an seinen zweiten Vornamen zu erinnern bisher ist es ihm weitgehend gelungen diese Erosion zu verbergen natürlich bekommt Emily etwas mit aber bestimmt erkennt sie das Ausmaß nicht Gott sei Dank unterrichtet er nicht mehr und Gott sei Dank hat er Emily dazu gebracht seine Schreiben an die verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften die er abonniert hat zu redigieren und zu korrigieren Meistens ist Erladins so wach und bei der Sache wie eh und je Manchmal stellt er sich vor er sei wie ein Passagier in einem Flugzeug das in geringer Höhe über eine sonnige Landschaft fliegt Dann verschwindet es in einer Wolke und alles wird grau Man hält sich an den Armlehnen fest und wartet bis die Luftlöcher hinter einem liegen Wird man etwas gefragt lächelt man und blickt verschmitzt rein anstatt eine Antwort zu geben Dann verlässt das Flugzeug die Wolke die Landschaft ist deutlich sichtbar und man hat sämtliche Fakten augenblicklich wieder zur Hand Seine Spaziergänne im Park wirken beruhigend weil er sich dann keine Sorgen darüber machen muss das Falsche zu sagen oder nach dem Falschen zu fragen zum Beispiel nach dem Namen einer Person die er seit 30 Jahren kennt im Park muss er nicht ständig auf der Hut sein er kann aufhören sich so verdammt anzustrengen manchmal wandert er meilenweit durch die Gegend wobei er gelegentlich an den kleinen Kugeln aus frittiertem Menschenfleisch knabbert die er im Plastikbeutel in der Rosentasche mit sich trägt er genießt den schweine fleischartigen Geschmack und die knusprige ist ein Weg führt zu einem anderen und dann zu einem dritten und vierten ab und zu setzt Roddy sich auf eine Bank und beobachtet Vögel deren Namen er nicht mehr weiß aber wenn er allein ist muss er den Namen ja nicht mehr kennen weil niemand danach fragt denn was uns Vogel heißt würde noch lieblich singen wenn es anders hieße da hat Shakespeare völlig recht gelegentlich hat er sogar eines der bunt lackierten Tretboote gemietet die am Steg vom Deerfield Pond liegen dann ist er über das stille Wasser geglitten und hat den friedlichen Zustand genossen sich nicht darum kümmern zu müssen ob er gerade in der Wolke ist oder nicht auf jeden Fall hat er einmal nicht mehr gewusst wie er nach Hause kommen soll und wie seine Hausnummer lautet an den Namen der Straße hat er sich immerhin erinnert und als er einen Parkwächter bat ihm den Weg zur Witch Road zu zeigen hat der Mann das getan als wäre es eine Selbstverständlichkeit wahrscheinlich war es das ja der Deerfield Park ist groß weshalb sich Leute ständig darin verlaufen Emily leidet an ihren eigenen Problem seit der Weihnachtself die sich als eine wahre Goldgrube an Fettgewebe erwies hat die Ischialgi zwar nachgelassen aber sie lässt sie inzwischen nie mehr ganz in Ruhe es gab Zeiten nach Castro nach Tvessler da hat er sie im Wohnzimmer Tango tanzen sehen mit ausgestreckten Armen die einen unsichtbaren Partner umfassten sie hatten sogar Sex vor allem nach Castro doch damit ist es jetzt vorbei das letzte Mal war vor drei Jahren oder vor vier wann war das mit Castro eigentlich es ist nicht richtig dass es ihr so ergeht ganz und gar nicht das menschliche fleisch enthält makro und mikronährstoffe wie sie so reichhaltig in keinem anderen fleisch verfügbar sind nur angehörige der familie sui de kommen denen nahe warzenschwein weht schwein das gewöhnliche hausschwein menschliches muskelgewebe und knochenmark heilen arthritis und ischialgi das wusste der spanische als im 13. jahrhundert papst innocenz der achte verzehrte das zermahlene gehirn von jungen männern und trank ihr blut im mittelalterlichen england dalt das fleisch gehängter straftäter als delikatesse dennoch welkt emily dahin er kennt sie ebenso gut wie sie ihn kennt und er sieht es als ob die gedanken an em sie herbeibeschworen hätten spielt sein handy ein paar takte von copacabana dem klingelton zu ihrer nummer weis dich zusammen denkt er reis dich zusammen und sei wach sei präsent liebste was gilt's es gibt eine gute und eine schlechte nachricht sagt em welche willst du zuerst hören die gute natürlich du weißt ja dass ich den nachtisch gerne vor dem gemüse esse die gute nachricht ist dass das alte miststück das mir meinen schützling gestohlen hat endlich den löffel abgeben musste seine neuronalen schaltkreise sind gegenwärtig in bester verfassung deshalb er nur eine sekunde braucht dass er antworten kann du sprichst von olivia kings barri von keiner ande wenn em stößt ein kurzes humorloses lachen aus kannst du dir vorstellen wie zäh die wäre wie pemmikan das meinst du natürlich metaphobisch sagt wordy derzeit scheint er ihr ausnahmsweise voraus zu sein er ist sich nur zu bewusst dass sie sich per handy unterhalten und mobil funk gespräche können abgehört werden natürlich natürlich sagt em ding don die hex ist tot wo bist du eigentlich schatz im park ja er setzt sich auf eine bank in der ferne hört er kinder auf dem spielplatz spielen aber offenbar nicht viele es ist abendessens zeit wann kommst du nach hause ach beilte hast du nicht gesagt es gibt noch eine schlechte nachricht ja leider erinnerst du dich an die frau die wegen wessler bei uns war ja er hat nur eine ausgesprochen vage erinnerung ich glaube die hegt den verdacht wir könnten involviert sein in du weißt schon ja klar er hat keine ahnung wovon sie spricht das flugzeug durchfliegt gerade wieder eine wolkenbank wir müssen uns unterhalten es könnte nämlich kritisch werden er kommt zurück bevor es dunkel wird ja ich mache uns inzwischen elf sandwichs mit viel senf genau wie du sie matst klingt gut das tut es tatsächlich wenn auch nur auf sozusagen theoretische weise vor nicht allzu langer zeit hätte der gedanke an ein sandwich mit hauch dünn geschnittenen scheiben menschenfleisch so zart ihn heißhungrig gemacht ich gehe nur noch ein kleines stückchen damit ich appetit bekomme in Ordnung schatz vergiss es aber nicht rudi steckt das handy wieder ein und blickt sich um wo ist er eigentlich genau dann sieht er die statue von thomas edison der eine glühbirne in die höhe hält und weiß dass er sich in teich nähe befindet gut am teich ist er immer besonders gern die frau die wagen dressler bei uns war ah jetzt fällt es ihm wieder ein eine kleine graue maus die sich zu sehr gefürchtet hat als dass sie ihre maske abgenommen hätte eine von den ellbogen antippern was könnten sie von der denn zu befürchten haben dank der mit menschlichem fett bestrichenen ohrstöpsel die er nachts trägt sind seine ohren genauso gut wie seine zähne und er hört in der ferne wie jemand am college durch ein megafon spricht er hat keine ahnung was da oben vor sich gehen könnte wo das college doch für den sommer geschlossen hat ganz zu schweigen von der ganzen lächerlichen panik mache über das was emily als die neue grippe bezeichnet aber vielleicht hat es mit dem schwarzen karl zu tun der wegen Diderstand gegen polizeibeandte erschossen wurde egal was es ist es hat nichts mit ihm zu tun rodney harris professor der biologie und weithin bekannter ernährungswissenschaftler alias mr meat geht weiter onkel henry hat gern gesagt holly komme zu allem zu früh und das stimmt auch jetzt wieder sie schafft es gerade einmal die halben abend nachrichten wo david moore über corona corona und noch mal corona berichtet dann hält sie es nicht länger aus sie verlässt ihre wohnung und fährt durch die stadt während das kräftige abendlicht schräg durch die windschutzscheibe fällt so dass sie treffen muss als sie den campus durchquert hört sie dass auf dem hof irgendetwas stattfindet jemand plarrt etwas unverständliches in ein megafon das wird wohl eine black lives matter demo sein während sie die lange sanft gekrümmte straße entlang fährt wo auf der einen seite die viktorianischen villen stehen während sich auf der anderen der park ausbreitet hält sie sich an das Tempolimit 25 Meilen und achtet darauf nicht vom Gas zu gehen während sie am Hause Harris vorbeifährt sie wirft jedoch einen ausgiebigen Blick darauf kein Anzeichen dass sich gerade jemand darin aufhält aber das hat nichts zu bedeuten rein theoretisch könnten die beiden essen gegangen sein aber angesichts der im ganzen Land herrschenden Situation Corona Corona und nochmal Corona ist das zu bezweifeln wahrscheinlich sehen sie fern oder sitzen beim essen einzeln oder zu zweit da die verdammte Einfahrt nach unten führt kann Holly nicht erkennen ob die Garage zwei Tore hat aber sie sieht das Dach aus dem ist zu schließen dass die Garage eindeutig groß genug für zwei Fahrzeuge ist einen scharfen Blick wirft Holly auch auf das Nachbar Haus vor dem ein Sched mit der Aufschrift zu verkaufen steht der Rasen müsste dringend gewässert werden darum sollte sich eigentlich der Immobilienmakler kümmern denkt Holly und fragt sich ob es sich dabei vielleicht zufällig um George Wafferty handelt Auf dem Schild steht nichts dergleichen aber sie interessiert sich ohnehin weder für den Makler noch für den Rasen sondern für die Hecke die an der Grundstücks glänze entlang läuft und damit auch neben der Garage des Hauses Herbes Holly fährt weiter die Straße hinunter und hält ein kleines Stück vom Spielplatz entfernt an der dortige Parkplatz genau der wo Hauche Castro gekidnappt wurde hat noch viele freie Buchten aber sie möchte beim Warten rauchen und wenig dass irgendwelche kleinen Kinder sehen wie sie ihrer scheußlichen Angewohnheit freund sie öffnet die Tür stellt die Füße auf den Asphalt und steckt sich eine an 20 nach 7 sie zieht das Handy aus der Tasche weil sie überlegt Isabel Janes anzurufen steckt es aber gleich wieder weg zuerst muss sie feststellen ob tatsächlich ein Van in der Garage dahinten steht falls nicht wird sie Penny davon abraten sich an die Polizei zu wenden dann gibt es nämlich keine Beweise nur einige belanglose Begegnungen die von dem Professoren paar oder seinem Anwalt als Zufall abgetan werden können wenn jedoch wenigstens eine schwache Chance besteht dass Bonnie noch am Leben ist wird sich Penny mit großer Sicherheit an die Cops wenden wollen dann wissen Mr. und Mrs. Harris allerdings dass man sie im Visier hat was sie wiederum der Person mitteilen werden die sie decken und dieser Person der Killer wird sich dann vermutlich schleunigt aus dem Staub machen der Van wenn der Van da ist dann ist alles in Ordnung um diese Zeit haben die meisten kleineren Kinder den Spielplatz bereits verlassen drei Teenager zwei Jungen und ein Mädchen Kaspern auf dem Karussell herum die Jungen schieben an das Mädchen dreht sich mit gehobenen Armen und fliegendem Haar im Kreis Olli nimmt an dass bald andere dazukommen werden was da oben auf dem Campus stattfindet interessiert diese Sorte Jugendliche nicht Olli wirft wieder einen Blick auf ihre Uhr exakt halb acht allzu lange darf sie nicht mehr warten wenn sie ein gutes Foto von dem Van bekommen will immer vorausgesetzt dass dort einer steht aber noch ist es zu hell sie beschließt bis viertel vor acht zu warten die Schatten sollen ruhig ein bisschen länger werden aber die warterei fällt ihr schwer warten war nie ihre stärke und wenn sie vorsichtig ist könnte sie doch nein warte ab das ist die stimme von Bill zu den Teenagern am Karussell gesellen sich ein paar weitere und dann schlendern alle in den Park vielleicht wollen sie zum Dickicht oder gar zum Drive in walk Olli zündet eine weitere Zigarette an obwohl sie langsam raucht ist es erst 20 vor acht als sie fertig ist jetzt kann sie wirklich nicht mehr länger warten sie drückt die Zigarette in ihrem Reise Aschenbecher aus der bereits randvoll mit Kitten ist sie muss wirklich aufhören oder sich wenigstens einschränken und stellt ihn in die Mittel Konsole dann holt sie eine Baseball Kappe mit dem Logo der Columbus Clippers hervor setzt sie auf und zieht sie tief in die Stirn sie schließt den Wagen ab und marschiert den Gehsteig entlang auf das unbewohnte Haus neben dem des Professoren Paars zu als vorübergehend Klarheit wiederkehrt denkt Woddy was ist wenn die Frau wegen der M sich Sorgen macht etwas über die schwarze weiß An ihren Namen erinnert er sich zwar nicht mehr möglicherweise Evelyn aber er weiß noch dass sie Veganerin und ausgesprochen lästig war Hat M nicht etwas über Twitter gesagt dass jemand sich auf Twitter nach dieser Schwarzen erkundigt hat Er kehrt dem Teich den Rücken zu und geht langsam einen breiten Kiesweg entlang der in der Nähe vom Spielplatz endet Dort setzt er sich wieder auf eine Bank um seine Hüften zu entlasten davor er die Straße hinauf zu seinem Haus geht aber auch um jeden Streit mit den Teenagern zu vermeiden die auf einem lediglich für kleine Kinder gedachten Karussell herum albern Auf der anderen Straßenseite etwa 40 Meter vom Parkplatz entfernt sitzt eine Frau in ihrer offenen Wagentür und raucht eine Zigarette Obgleich sie ihm nur vage bekannt vorkommt ist nichts vage an den Alarm Glocken die in seinem Kopf läuten mit der Frau da stimmt etwas nicht absolut nicht er kann immer noch Klarheit in seinem Kopf schaffen wenn das unbedingt nötig ist und darum bemüht er sich jetzt nach Kräften die Frau sitzt mit den Ellboben auf den Oberschenkeln und gesenktem Kopf da erlegentlich hebt sie die Hand um an ihrem Sargnagel zu ziehen als sie fertig ist drückt sie das Ding in einem Schächtelchen aus vielleicht waren einmal Hustenbonbons drin und richtet sich auf er hat schon vorher geglaubt sie zu kennen weil sie dieselbe Cargo Hose trägt wie an dem Tag wo sie zu ihnen ins Haus gekommen ist oder eine ganz ähnliche aber als er ihr Gesicht sieht ist er sich ganz sicher das ist die Ellbogen Antippe wenn die ihn über Carrie Dressler ausgefragt hat die Frau die sich außerdem mit Bonnie Dahl beschäftigt obgleich sie das nicht verraten hat sie hegt Verdacht hat Emily gesagt es könnte kritisch werden hat Emily gesagt Vaudi denkt dass sie damit recht hat er zieht sein Handy aus der Tasche und ruft zu Hause an die Frau gegenüber setzt eine Mütze auf und schiebt sie in die Stirn um sich vor der tiefen Abendsonne zu schützen oder um ihr Gesicht zu verdargen sie verriegelt den Wagen der kurz auf blinkt dann geht sie davon das Handy in seiner Hand tutet einmal zweimal dreimal komm schon flüstert Vaudi komm schon komm schon Emily hebt ab wenn du anrufst um mir zu sagen dass du jetzt endlich hungrig bin ich nicht Egen über geht die Ellbogen Ante berin die Straße hinauf Dade kommt diese Frau zu uns Molly Given soll er wie sie heißt und ich glaub nicht dass sie uns noch mal irgendwelche Fragen stellen will sonst hätte sie nicht ein Stück entfernt geparkt ich glaube sie will herumschen Emily hat aufgelegt Vaudi steckt das Handy wieder in die linke Rosentasche und betätschelt die rechte um festzustellen ob da hoffentlich etwas Bestimmtes drin ist er hat es normalerweise dabei wenn er allein spazieren geht denn manchmal treiben sich im Park gefährliche Leute herum es ist da er steht von der Bank auf und überquert die schlaße die Frau vor ihm geht schnell besonders für eine Raucherin und mit seinen lädierten Hüften kann er nicht mit ihr Schritt halten aber das macht wahrscheinlich nichts Hauptsache sie sieht sich nicht um wie viel sie wohl weiß fragt er sich weiß sie von dieser Veganerin Evelyn oder Eleanor oder wie immer die hieß denn sie auch von der weiß nicht nur von Carrie und der Elfe dann konnte das es es konnte alles verdarben flüstert er sich zu Emily geht hastig in ihr Arbeitszimmer im Erdgeschoss hinunter sich so zu beeilen bereitet ihr Schmerzen aber sie tut es trotzdem dabei gibt sie leise Wimmertöne von sich und presst sich die Finger beider Hände ins Kreuz als wollte sie es zusammen halten die allerschlimmsten Schmerzen am Ischers Nerv sind vergangen seit die beiden die Leber der kleinen Dahl gegessen haben Roddy hat ihr den Löwen Anteil überlassen den sie halb roh verschlungen hat aber nicht vollständig wie noch nach Castro und Wessler ihr graut vor künftigen Schmerzen falls die mit voller Wucht wiederkehren sollten aber jetzt muss sie sich um diese Schnüfflerin kümmern die nicht Molly Gevin sondern Holly Gidney heißt wie viel weiß sie wirklich M beschließt dass ihr das völlig egal ist nachdem jetzt auch noch Alan Creslow im Spiel ist weiß sie auf jeden Fall genug den Namen der Frau hat Roddy zwar ständig vermurkst aber mit einem hat er recht man stellt seinen Wagen nicht ein Stück weit von dort entfernt ab wo man hin will wenn man nur kommt um offene Fragen zu klären das tut man nur wenn man sich heimlich in die Angelegenheiten anderer Leute einmischen will sie haben eine hochmoderne Alarmanlage die das ganze Haus samt Grundstück schützt die Polizei wird jedoch nur dann informiert wenn man nach einem etwaigen Auslösen 60 Minuten lang nicht reagiert als die Anlage installiert wurde ging es M und Woddy nicht in erster Linie um Diebe und Einbrecher wobei sie das natürlich nicht gesagt haben Jetzt schaltet M die Anlage ein stellt sie auf nur Haus und aktiviert dann sämtliche zehn Kameras Die hat Roddy alle selbst angebracht in einer glücklicheren Zeit wo man ihm solche Arbeiten noch zutrauen konnte Im Blick hat man mit ihnen die Küche das Wohnzimmer den Keller natürlich das äußere des Hauses vorn an beiden Seiten und hinten sowie die Garage Emily setzt sich hin um alles zu beobachten sie sagt sich dass sie zu weit gegangen sind als dass sie jetzt noch umkehren könnten Holly nähert sich dem leerstehenden Haus mit der Nummer 91 sie hebt den Kopf und spät schnell nach vorn und zur anderen Straßenseite als sie niemanden sieht tritt sie ohne zu zögern der zögert ist verloren auf den verdorrten Rasen und geht an der linken Seite des Hauses entlang damit es zwischen ihr und Nummer 93 nebenan liegt hinter dem Haus überquert sie eine gefließte terrasse in richtung auf die hecke die die beiden gärten voneinander trennt sie bewegt sich flink und ohne ihre schritte zu verlansamen jetzt ist sie ganz bei der sache deshalb eine kühlere version von holly die führung übernimmt es ist jene die im haus ihrer mutter all die verhassten porzellan figürchen in den kamin geschleudert hat etwas langsamer geht sie zur hecke hinunter weil der sommer heiß und trocken ist und sich zumindest seit dem auszug der früheren bewohner niemand mehr um den garten kümmert findet sie mehrere kleine lücken in der hecke die beste ist gegenüber dem fenster das vermutlich zur küche des professoren paars gehört aber das kommt nicht in frage die schlechteste ist ausgerechnet die gegenüber der garage aber holly wird sie trotzdem nehmen gut dass sie wenigstens was langärmliges und eine lange hose trägt sie beugt sich vor und späht durch die hecke da sie die garage von der seite her sieht ist immer noch nicht erkennbar ob sie ein oder zwei tore besitzt aber etwas anderes ist äußerst interessant es gibt nur ein fenster und das ist komplett schwarz natürlich könnte es sich um eine jalousie handeln aber holly glaubt dass die scheibe innen mit farbe bepinselt wurde wer tut so etwas murmelt sie aber die antwort liegt nahe jemand der etwas zu verbergen hat holly drückt ihre umhängetasche an die brust wendet der hecke den rücken zu und schiebt sich hindurch als sie herauskommt hat sie sich nichts schlimmeres zugezogen als ein paar kratzer an lachen mülltonnen und eine recycling tonne aus plastik zu ihrer rechten sieht sie die zur straße hinaufführende einfahrt und an deren ende das dach eines vorbeifahrenden autos sie geht zum fenster das tatsächlich mit matt schwarzer farbe bemalt wurde an der rittseite findet sie dann was sie sich erhofft hat eine hintertür die ist erwartungsgemäß abgeschlossen olly zieht das mit krokodillederbezogene mäppchen aus der umhängeltasche und klappt es auf darin liegen aufgereiht wie chirurgische instrumente die nach schließ werkzeuge von bill hodges sie untersucht das schloss es ist von yale das heißt sie den pick mit dem harten nimmt und dann oben in die öffnung schiebt ganz behutsam damit die stifte nicht ausgelöst werden der zweite pick kommt direkt darunter ins schloss holly dreht ihn nach rechts bis er blockiert nun kann sie den obersten stift mit dem harten hinunter drücken sie hört wie er sich zurück zieht jetzt der zweite und gibt es einen dritten falls ja ist er nicht heraus gesprungen allerdings ist es ein altes schloss weshalb möglicherweise keiner da ist holly presst die oberlippe so fest auf die untere dass es beinah blutet während sie langsam den oberen pick dreht und dann beide hineindrückt sie hört ein klicken und befürchtet kurz dass sie einen der stifte verloren hat und von vorn anfangen muss dann dieb die tür dem druck der beiden picks nach und öffnet sich einen spalt weit olly stoßt die luft aus legt die picks ins mäppchen zurück und lässt es in die schultertasche fallen die ihr jetzt um den hals hängt sie richtet sich auf und zieht ihr handy aus der hosentasche steh da denkt sie bitte steh da emily kann nicht auf roddy warten gut möglich dass sein windiges gehirn ihnen eine völlig andere richtung geblasen hat drei betonstufen führen von der hintertür hinunter auf die terrasse sie setzt sich auf die unterste und legt sich dann hin der harte beton drückt sich schmerzhaft in den rücken aber das kann sie jetzt nicht ändern sie dreht ein dein zur seite und legt einen arm so hinter sich dass er gebrochen sein konnte das tut so weh als wäre er das tatsächlich ob sie wohl aussieht wie eine alte dame die gerade schlimm gestürzt ist eine die dringend Hilfe braucht hoffentlich denkt er steht tatsächlich da der van und holly muss nicht einmal überprüfen ob er mit einer rollstuhlrambe ausgestattet ist über der hinteren stoßstange ist ein kennzeichen mit dem rollstuhlsymbol angebracht was bedeutet dass es sich um ein offiziell für menschen mit behinderung registriertes fahrzeug handelt das durch die hintertür einfallende licht ist schwach aber mehr als ausreichend holly hebt ihr iphone und macht drei fotos vermutlich wird schon das kennzeichen ausreichen damit die polizei ermittelt sie weiß dass es an der zeit wäre wieder zu verschwinden und zwar schleunigt aber sie will noch mehr erfahren nach einem schnellen blick über die schulter da ist niemand tritt sie ans heck die sie die stirn an die scheibe drückt und die hände seitlich ans gesicht legt kann sie ins innere gucken und da sieht sie einen rollstuhl so tun sie es also denkt sie mit triumphalem lächeln so bringen sie ihre opfer dazu anzuhalten und dann springt der mit dem sie unter einer decke stecken der hechtig üble schurke aus dem van und erledigt den rest jetzt muss sie aber wirklich aufhören ihr glück heraus zu fordern sie macht drei fotos vom rollstuhl verlässt die garage und zieht die tür zu als sie sich der hecke zuwendet um sich so davon zu machen wie sie gekommen ist hört sie eine schwache stimme Hilfe hilft mir denn niemand ich bin gestürzt und es tut furchtbar weh Olli überzeugt das nicht nicht einmal ansatzweise teilweise weil das jetzt allzu gelegen kommt als dass es zufall sein könnte hauptsächlich aber weil ihre Mutter sie vorher mit demselben gejammer unter druck gesetzt hat wenn sie holly zum dableiben bringen wollte oder dazu sich wenigstens so schuldig zu fühlen dass sie nach kurzer zeit wieder zu besuch kam lange hat das gedirgt und als es nicht mehr gewirkt hat denn Tolly helft mir doch bitte beinahe zwängt sich holly wieder durch die hecke und lässt die frau bestimmt ist es emily harris allein vor sich hin jammern dann überlegt sie es sich anders sie geht zur garagenecke und spät darum herum die frau liegt ausgestreckt auf der treppe ein bein ist verdreht ein arm liegt gebeugt hinter ihr ihr hauskleid ist bis zur mitte der oberschenkel hochgerutscht sie ist mager bleich und gebrechlich und sie macht eindeutig den eindruck schmerzen zu haben olly beschließt ebenfalls eine kleine darbietung zu geben wie bei betta davis und joan crawford in was geschah wirklich mit baby jane denkt sie und wenn der ehemann aus dem haus kommt umso besser ach du lieber himmel sagt sie während sie sich der liegenden frau nähert was ist denn passiert ich bin ausgerutscht sagt die frau das zittern in der stimme ist gelungen das darauf folgende qualvolle schluchzen würde nach hollys meinung allerdings besser in eine schmieren komödie passen ach bitte äpfen sie mir können sie wohl mein bein gerade hin legen ich glaube es ist nicht gebrochen aber vielleicht brauchen sie einen rollstuhl sagt holly thainans voll in ihrem van ist doch einer oder daraufhin flackern die augen der frau ein bisschen sie stöhnt auf was sich aber nicht vollständig gespielt anhört sie ist eindeutig von schmerzen geklagt und außerdem ist sie verzweifelt holly bückt sich eine hand tief in ihrer umhängetasche sie hat bilds revolver zwar nicht ergriffen berührt aber seinen kurzen lauf wie viele haben sie eigentlich schon gekidnappt professorin harris vier sind es auf jeden fall da bin ich mir sicher und es könnte noch einen weiteren geben einen schriftsteller und für wen haben sie die alle geschnappt das ist es was ich wirklich will emilies hand kommt hinter dem rücken hervor darin hält sie eine viper tech vts 989 im hause harris als ding nummer eins bekannt sie erzeugt eine gewaltige wollzahl aber holly lässt emilie keine chance den stromstoß auszulösen seit dem augenblick wo sie die so kunstvoll drapiert auf der treppe liegen sah hat sie der hand hinter dem rücken nicht getraut sie fasst bill's revolver am lauf zieht ihn aus der tasche und hämmert emilie mit einer flüssigen bewegung den griff gegen das handgelenk ding nummer eins schlittert klappernd über die dekorativen klinker fliesen au kreischt emilie der schrei ist absolut authentisch du hast mir das handgelenk gebrochen lo mischstück in unserem staat sind elektroschocker gesetzlich verboten sagt holly und bückt sich um das gerät aufzuheben aber das dürfte ihre geringste sorge sein wenn sie sieht wie der blick der frau zur seite zuckt und will sich schon umdrehen aber es ist zu spät die kontakte einer viper tech sind spitz genug drei lagen kleidung zu durchstoßen selbst wenn die oberste ein winter parker wäre und holly trägt lediglich ein baumwoll shirt holly erhebt sich auf die zehnspitzen werft die arme in die luft die ein football schiedsrichter der einen touchdown anzeigt und bricht auf den fliesen zusammen gott sei dank dass die kavalerie eingetroffen ist sagt emily hilf mir hoch ach verdammte missstück hat mir das handgelenk gebrochen woddy gehorcht und als em dann auf holly hinab blickt lacht sie auf es ist ab ich dort azechli für einen kurzen moment meinem rücken vergessen ich brauch einen wickel und vielleicht einen von deinen spezial tees ist sie tot bitte sag mir dass sie das nicht ist dir müssen nämlich rausfinden wie viel sie weiß und ob sie schon jemandem was erzählt hat er kniet sich hin und legt die finger an hollys nacken der puls ist schwach aber vorhanden in ein zwei stunden ist sie will auf dem damm nach hin das wird sie nicht sein sagt emily weil du ihr nämlich eine spritze verpassen wirst und zwar nicht mit valium sondern mit ketamin sie drückt ihre unverletzte hand ins kreuz und dehnt sich ach ich glaube meinem rücken geht es wirklich besser vielleicht hätte ich es schon früher mit ner betonstufen therapie versuchen und der da werden wir erst aus der nase ziehen was wir wissen müssen und sie dann töten vielleicht ist das das ende sagt roddy seine lippen zittern seine augen sind feucht ein glück dass wir die tabletten haben ja die haben sie emily hat sie nach unten geholt für alle fälle ja vielleicht vielleicht nicht nur nicht aufgeben schatz nur nicht aufgeben jedenfalls sind deren tage als schnüffler denn vorbei sie verpasst holly einen groben tritt in die rippen das hast du davon wenn du die nase in dinge steckst die dich nichts haben den du mist stöck sie wendet sich an wordy hol eine decke wir müssen sie über den boden schleifen falls sie sich ein bein bricht wenn wir sie die kellertreppe unterbutschen lassen macht das nichts sie wird nicht lange leiden am selben abend sitzt penny dahl auf der veranda ihres hübschen kleinen rustikalen hauses in upriver einem vorort etwa zwölf meilen nördlich vom stadtzentrum es war wieder ein heißer tag aber jetzt wird es allmählich kühler und es ist angenehm hier draußen ein paar glühwürmchen nicht so viele wie in die luft ihr handy liegt auf ihrem schoß es muss jeden augenblick läuten schließlich erwartet sie den versprochenen anruf von ihrer ermittlerin als der anruf um viertel nach neun noch nicht gekommen ist wird penny ärgerlich und als es dann um halb zehn immer noch nicht geläutet hat brodelt es in ihr schließlich bekommt diese frau Geld von ihr und zwar mehr als penny sich eigentlich leisten kann herbert ihr ex mann war zwar bereit etwas beizutragen was die sache erleichtert aber dennoch geld ist geld und eine vereinbarung ist eine vereinbarung um 20 vor zehn wählt sie die nummer von holly bekommt aber nur eine ansage zu hören die ist kurz und nüchtern sie haben die nummer von holly gibney gewählt ich bin momentan verhindert bitte hinterlassen sie eine kurze nachricht und ihre telefon nummer hier spricht penny wir haben vereinbart dass sie mir neuen bericht erstatten rufen sie mich sofort zurück penny legt auf sie beobachtet die glühwürmchen ihr ist schon immer leicht die sich und durchgebrannt was herbert dahl und bonnie bestätigen konnten und um zehn brodelt es nicht mehr nur in ihr sie kocht geradezu vor wut sie welt noch einmal die nummer von holly und wartet auf den piepton als der kommt sagt sie jetzt trachte ich noch bis halb elf bis ich zu bett gehe betrachten sie sich ab dann als gekündigt dieses blutleere wort drückt ihre wut allerdings nicht angemessen aus als gefeuert sie tippt besonders heftig auf den roten Punkt als ob das etwas helfen würde es wird halb elf dann viertel vor penny merkt wie der abendliche tau sich auf ihr niederlässt sie ruft ein letztes mal an und erreicht wieder nur die mailbots hier spricht penny ihre auftraggeberin bisher sie sind nämlich gefeuert als sie auflegen will fällt ihr noch etwas ein außerdem will ich mein geld zurück sie sind total unfähig sie stetzt ins Haus schleudert das Handy aufs Wohnzimmer nutzen dabei sieht sie sich im spiegel zu mager zu bleich und sie sieht zehn jahre älter aus als sie ist nein eher 15 jahre ihre tochter ist verschwunden vielleicht ist sie tot und ihre vermeintliche top ermittlerin sitzt wahrscheinlich irgendwo in der kneipe als penny sich nach dem ausziehen ins bett legt weint sie nein in der kneipe sitzt die frau nicht manche leute tun das zweifellos aber nicht diese verhuschte kleine maus die so sorgfältig ihre maske aufsetzt und den ellbogen anbietet wie es zurzeit in mode ist sie sitzt wahrscheinlich zu hause vor der glatze und hat das handy einfach ausgeschaltet sie hat mich völlig vergessen sagt penny in die dunkelheit hinein noch nie im leben hat sie sich so allein gefühlt dieses dumme luder zum teufel mit dir sie schließt die augen 29 juli 2021 irgendwann in der nacht hat holly einen seltsamen traum sie ist in einem käfig hinter sich kreuzenden gitterschleben die viele quadrate bilden davor sitzt auf einem küchenstuhl ein alter man und blickt zu ihr herein sie kann ihn nicht besonders gut erkennen weil sie ständig alles doppelt sieht aber sein körper scheint mit feuerwehrautos bedeckt zu sein wussten sie dass die menschliche leber 2600 kilo kalorien enthält sagt er manche davon sind fett aber die meisten ja beinahe alle bestehen aus einem protein die dieses wunderbare Organ der Mann mit den feuerwehrautos setzt seinen vortrag fort jetzt sagt er irgendetwas über die oberschenkel aber sie will nicht zu werden es ist ein schrecklicher traum schlimmer als jene über ihre mutter und sie hat die schlimmsten kopfschmerzen ihres lebens holly schließt holly augen und versinkt wieder in dunkelheit penny ist so wütend dass sie nicht einschlafen kann sie wälzt sich im bett herum bis alles total zerwühlt ist um drei uhr morgens hat sich ihr zorn auf holly jedoch in ein bohrendes unbehagen verwandelt ihre tochter ist verschwunden als wäre sie auf einer der vielen feit türen dieser selbe zugestoßen ist als ihre wut noch loderte hat sie holly als unfähig bezeichnet aber so kam die ihr eigentlich überhaupt nicht vor ganz im gegenteil sie hat einen ausgesprochen fähigen eindruck gemacht und ihre erfolgsbilanz penny hat natürlich recherchiert hat das belegt manchmal machen allerdings selbst fähige leute fehler sie treten auf eine dieser verborgenen falltüren und schwupp sind sie verschwunden penny steht auf greift nach ihrem handy und versucht es noch einmal wieder nur die mailbox das erinnert sie daran wie sie immer nervöser wurde als sie versucht hat bonnie zu erreichen und ebenfalls nur eine ansage zu hören bekam es muss zwar nicht das gleiche sein es konnte auch eine vernünftige erklärung geben seit der vereinbarten Zeit für den Anruf sind immerhin erst sechs Stunden vergangen aber um drei Uhr morgens schleichen sich nun einmal unangenehme Schatten in den Kopf und manche davon haben Zähne wenn sie bloß die Privatnummer von Hollys Geschäftspartner hätte und nicht nur die offizielle wie auf der Web Zeit angegeben aber die hat sie nicht nur Hollys Privatnummer und die Büronummer von Finders Keepers also kann sie nichts machen oder und wer lässt sein Handy zu einer derart unchristlichen Stunde überhaupt eingeschaltet viele Leute denkt sie die Eltern von Jugendlichen Leute die Nachtschicht haben vielleicht also auch Privatermittler sie hat eine Idee und geht auf die Website von Finders Keepers da steht der Name und die Büronummer von Hollys Kollegen dazu die angebotenen Dienstleistungen und die Bürozeiten 9 bis 16 Uhr genau wie bei Pennys Bank ganz unten auf der Seite steht nach Büroschluss bitte 225 521 6283 anrufen und darunter in Rot wenn sie glauben in unmittelbarer Gefahr zu sein wählen sie bitte sofort den Notruf Benni hat bestimmt nicht die Absicht sich beim Notruf zu melden da würde man sie nur auslachen aber bei der Nummer die man nach Büroschluss anrufen soll handelt es sich höchst wahrscheinlich um einen Antwort Dienst Benni tippt sie ein die Frau die sich meldet hört sich verschlafen an und hustet ab und zu wahrscheinlich ist das ein Job den man zu Hause erledigen kann selbst wenn man krank ist Antwort Dienst Brayden welche der von uns vertretenen Personen oder Firmen möchten sie erweichen Feinders Keepers mein Name ist Benelo Pidal ich muss mit einem der Besetzer sprechen er heißt Peter Handley es könnte dringend sein nein das ist nicht eindrucksvoll genug ich meine es ist sehr dringend ma'am es ist uns nicht gestattet Privatnummern aber sie hatten die doch oder nicht für Mordfälle Die Frau vom Antwortservice antwortet nicht falls nicht ein Hustenanfall als Antwort gelten kann ich habe versucht Holly Gidney anzurufen das ist die andere Besitzerin wieder und immer wieder sie meldet sich einfach nicht ihre Privatnummer ist 440 77 18 218 das können sie überprüfen aber die von Mr. Huntley habe ich leider nicht und ich brauche dringend seine Hilfe bitte Die Frau vom Antwortservice hustet Penny hört wie Seiten umgeblättert werden jetzt checkt sie ihre Vorschriften denkt sie dann sagt die Frau nennen sie mir bitte ihre Telefonnummer dann gebe ich die an ihn weiter das heißt wahrscheinlich muss ich sie auf seiner Mailbox hinterlassen schließlich ist es halb 4 Uhr morgens wissen sie ja natürlich sagen sie ihm er soll Penelope Dahl anrufen Penny meine auf dem Bildschirm sagt die Frau hustend danke ganz herzlichen Dank und gute Besserung als 20 Minuten vergangen sind ohne dass diese Handley sich gemeldet hat was eigentlich auch nicht zu erwarten war geht Penny wieder ins Bett sie legt das Handy neben sich nach einer Weile schläft sie ein sie träumt dass ihre Tochter nach Hause kommt Penny umarmt sie und sagt sie werde sich nie wieder in Bonnys Leben ein mischen das Handy rührt sich nicht Holly erwacht nicht mit einem Ruck sondern schwebt langsam ins Bewusstsein hinein in eine Welt aus Schmerzen im ganzen Leben hatte sie nur ein einziges Mal einen Kater nach einem schlecht verbrachten Silvesterabend an den sie nicht gern zurück denkt aber verblichen mit ihrem jetzigen Zustand war der ein Klacks ihr Gerinn fühlt sich wie ein blutgetränkter Schwamm in einem Knochenkäfig an ihr Hintern pocht es ist als hätte ein Schwarm Wespen von der neuen als Killer Wespen bezeichneten Sorte seine mit Gift gefüllten Stacheln in Hollys Röcken und Nacken versenkt ihre Ritten tun auf der rechten Seite so höllisch weh dass ihr jeder Atemzug schwer fällt ohne die Augen zu öffnen drückt sie behutsam mit der Hand da wauf das verstärkt die Schmerzen doch anscheinend ist nichts gebrochen als sie die Augen öffnet und zu sehen wo sie sich befindet schießen ihr neue Schmerzen in den Kopf obwohl das Licht im Keller gedämpft ist sie zieht die rechte Seite ihres T-Shirts hoch das leidt den Wespen Schwarm nur noch mehr ihr Kopf droht zu platzen und sie sieht was sie eigentlich nicht sehen will einen riesigen Bluterguss hauptsächlich blau-rot aber direkt unterhalb von ihrem BH schwarz sie hat auf mich eingetreten als ich schon bewusstlos dalag hat dieses Aas auf mich eingetreten wodurch sich die Frage stellt welches Aas Emily Harris das Aas Olli befindet sich in einem Käfig sich kreuzende Gitterstäbe bilden Quadrate dahinter erstreckt sich der Betonboden eines Kellerraums an dessen Ende ein großer Metallkasten inmitten einer Art Werkstatt steht von oben späht ein Kameraobjektiv herab und vor dem Käfig steht ein Küchenstuhl es hat der Mann mit den Feuerwehrautos wohl doch kein Traum war der hat genau dort gesessen sie liegt auf einem Futon in der Ecke sieht sie eine blaue Campingtoilette es gelingt ihr auf die Beine zu kommen sachte ganz sachte indem sie mit der linken Hand einen Gitterstab umklammert und sich hochzieht die rechte Hand verbeigert den Dienst weil die Rippen auf der Seite zu sehr wehtun durch die Anstrengung werden die Kopfschmerzen noch schlimmer aber im Stehen ist nicht mehr so viel Druck auf den lädierten Rippen Rolly merkt dass sie furchtbar durstig ist sie könnte jetzt zwei drei Liter Wasser in sich hineinkippen ohne abzusetzen mit kleinen schlaufenden Schritten bewegt sie sich auf die Camping Toilette zu hebt den Deckel an blauen an Frostschutzmittel erinnernden Desinfektionszeug gemischt wäre die Toilette ist so trocken wie Hollys Mund und Kehle ihre Erinnerung an das vorangegangene Geschehen ist bestenfalls verschwommen aber das muss sich ändern sie muss ihren Verstand wieder beisammen haben Holly ahnt dass sie in diesem Käfig wo andere vor ihr gestorben sind der Tod erwartet erscheinlich durch die Hand des Red Ben Beisammen hat wird sie auf jeden Fall sterben ihre Umhängetasche ist verschwunden ihr Handy und Bills Revoi war ebenfalls niemand weiß dass sie sich hier befindet alles was sie noch hat ist ihr Verstand die Hervis sitzt in Pantoffeln und einem Bademantel über einem blauen mit roten Feuerwehrautos bedruckten Schlafanzug auf der vorderen Veranda den Schlafanzug hat Emily ihm vor Jahren als Scherz geschenkt aber er mag ihn er erinnert ihn an seine Kindheit wo er immer ganz begeistert war wenn ein Feuerwehrauto vorbeigefahren ist er sitzt schon seit Sonnenaufgang auf der Veranda und trinkt aus seinem großen bei Starbuts erworbenen Thermobecher Kaffee während er auf die Polizei wartet Jetzt Ein Wohnkomplex im Osten der Stadt stand auf ihrem Führerschein. Weil die arme Emmy mit ihrem Rücken nicht in der Lage war, zum Auto der Schnüfflerin hinunterzugehen, hat Roddy das getan. Inzwischen war es dunkel. Er hat den Wagen vors Haus gefahren, wo Emily ihn übernommen hat. Roddy ist ihr im Subaru zur Wohnanlage der Schnüfflerin gefolgt. An der Sonnenblende von deren Wagen war eine Fernbedienung für die Schranke der Tiefgarage angebracht. M. hat den Wagen hineingestellt. Im Hochsommer sind offenbar immer viele Buchten frei und ist die Rampe hinaufgehängt. Obwohl sie nur eine Hand richtig benutzen konnte, hat sie darauf bestanden, auf der Heimfahrt am Steuer zu sitzen. Erscheinlich hatte sie Angst, dass Roddy sich nicht an den Weg erinnern würde. Lächerlich. Nachdem sie die Schnüfflerin die Treppe hinuntergeschafft und in den Käfig buxiert hatten, hat er ein paar Elfenbällchen genossen. M. ebenfalls und war völlig klar im Kopf. Das ist er jetzt nicht mehr, aber sein Kopf ist klar genug. Wie Holly ist ihm bewusst, dass jetzt ein ausgeschwochen schlechter Zeitpunkt wäre, den Verstand zu verlieren. Emily gesellt sich zu ihm. Sie hat eine Bandage um das lädierte Handgelenk gewickelt. Das war angeschwollen und hatte fürchterlich gepocht, nachdem das Miststück versucht hatte, es ihr zu brechen. Was ihr aber nicht ganz gelungen war. Sie ist wach. Wir müssen mit ihr reden. Ihr beide? Das wäre am besten. In Ordnung, Liebste. Die beiden gehen ins Haus. Auf der Küchentheke steht ein weißes Tellerchen mit zwei grünen Pillen. Zyankali, das Gift, mit dem Josef und Magda Goebbels ihre sechs Kinder und sich selbst im Führerbunker getötet raten. Wordy nimmt sie und steckt sie in die Tasche. Er will das letzte Fluchtmittel der beiden nicht in der Küche lassen, während sie im Keller sind. Emily holt eine Flasche Artesia aus dem Kühlschrank, in dem jetzt keine hohe Kalbsleber liegt. Für die ist kein Bedarf. Mit dem Nikotin verseuchten Kadaver der Schnüffle, wenn wollen sie nichts zu tun haben. Darüber mussten sie nicht einmal diskutieren. Emily schenkt Roddy ihr schmales Lächeln. Ach, sehen wir mal, was sie zu ihrer Verteidigung zu sagen hat, ja. Pass auf der Treppe auf, Schatz. Sagt Roddy, du weißt, dein Rücken. Sie erwidert, es werde schon gehen, überdiebt ihm jedoch die Wasserflasche, damit sie sich mit der unverletzten Hand am Geländer festhalten kann. Dann steigt sie ganz langsam hinunter, Schlitt für Schritt. Wie eine alte Frau, denkt Roddy traurig. Wenn wir das jetzt irgendwie überstehen, werden wir uns wohl bald wieder jemanden schnappen müssen. So riskant das auch wäre, er erträgt es einfach nicht, Emily leiden zu sehen. Olly sieht die beiden herunterkommen. Sie bewegen sich so vorsichtig, als wären sie aus Glas. Und Holly staunt wieder darüber, dass sie sich von diesen alten Hart gefangen nehmen lassen. Dabei kommt ihr wieder dieser Werbespot in den Sinn. Tja, sie hätte ins Auto steigen sollen, anstatt sich hinter den Kettensägen zu verstecken. Äh, ich kann kaum glauben, dass sie in ihrer derzeitigen Lage einen Grund zu lächeln haben, es gibt nee, aber offenbar haben sie einen. Emily drückt sich beide Hände ins Kreuz. Ob sie mir den wohl mitteilen? Da antworten nie die Fragen von Verdächtigen, hat Birge sagt. Die sollen deiner beantworten. Schön, Sie wieder zu sehen, Professor Harris, sagt Holly und blickt an Emily vorbei. An deren Miene man sieht, dass sie das gar nicht mag. Sie haben sich von hinten angeschlichen, oder? Mit Ihrem eigenen Elektroschocker? Das haare ich, sagt Woddy ziemlich stolz. Waren Sie nachts schon einmal da? Ich meine mich an Ihren Schlafanzug zu erinnern. Das war ich. Emelies Augen weiten sich, und Holly denkt, das hast du nicht gewusst, was? Emily dreht sich zu ihrem Mann um und nimmt ihm die Wasserflasche hart. Ich glaube, das reicht, Schatz. Lass mich die Fragen stellen. Holly hat so eine Ahnung, dass nur eine einzige weitere Frage kommen wird, bevor die beiden das große Tor zuschlagen und alle Lichter loschen, und das würde sie gar noch etwas aufschieben. Sie hat sich an etwas aus der verdannenen Nacht erinnert, was zu dem studentischen Spitznamen für den Mann da passt. Es passt perfekt. Denn sie in Freiheit wäre und am helllichten Tag mit Freunden über den Fall sprechen würde, käme ihr die Vorstellung völlig absurd vor. Aber in dem Keller hier, durstig, von höllischen Schmerzen gepeinigt, eingekerkert, leuchtet sie ihr völlig ein. Ist er die Leute? Und Sie als Komplizen kidnetten die für ihn? Die beiden sehen sich so verdutzt an, dass es nicht geschauspielert sein kann. Dann bricht Emily in ein erstaunlich mädchenhaftes Gelächter aus. Kurz darauf lacht Rodney mit. Während sie lachen, tauschen sie jenen speziellen, telepathischen Blick, über den nur seit Jahrzehnten verbundene Paar beverfügen. Rodney nickt seiner Frau zu, sagt ihr nur, warum auch nicht, woraufhin Emily sich an Holly bändet. Es gibt Drach niemanden außer uns, meine Liebe. Wir verspeisen sie selbst. Während Holly entdeckt, dass sie von einem betagten Kannibalenpaar in einen Käfig gestarrt wurde, steht Benny Dahl in der Dusche. Jahre voller Shampoo. Ihr Handy klingelt. Sie tritt auf die Badematte und schnappt sich das auf dem Wäschekorb liegende Gerät, während ihr das schaumige Wasser an Hals und Rücken hinab brennt. Wem gehört die Nummer? Holly? Nein. Hallo? Es antwortet eine Frau, die sich nicht die Mühe macht, sich vorzustellen. Warum haben Sie mitten in der Nacht angerufen? Was ist das für ein dringender Notfall? Wer ist da? Ich habe um einen Rückruf von Peter Hand. Ich bin seine Tochter. Mein Vater liegt im Kantenhaus. Er hat Covid. Ich benutze gerade sein Handy. Was wollen Sie? Ich war gerade unter der Dusche. Kann ich mich fertig abduschen und dann zurückrufen? Die Frau stößt einen langmütigen Säufzer aus. Ach, klar. Kein Problem. Auf meinem Display steht Nummer unbekannt. Können Sie... Mit dem Finger schreibt Penny die Nummer auf den beschlagenen Spiegel über dem Waschbecken. Zur Sicherheit wiederholt sie sie außerdem mehrere Male im Kopf, während sie die Dusche wieder aufdreht und kurz den Kopf darunter hält. Dann, Tsai Waus, bekommt sie das Shampoo dadurch nicht. Aber das kann sie später machen. Sie hüllt sich in ein Handtuch und ruft zurück. Schau nach hier. Worum geht es denn, Miss Dahl? Danny erzählt, dass Holly mit Ermittlungen zum Verschwinden ihrer Tochter beauftragt war und gestern um neun anrufen sollte, um Bericht zu erstatten. Es sei allerdings kein Anruf gekommen. Und seither, auch heute Morgen, werde man immer sofort auf die Mailbox umgeleitet. Tja, da weiß ich auch nicht, was ich für Sie tun. Eine Männerstämme mischt sich ein. Die Meier. Dad, nein. Der Arzt hat gesagt, gib mir das verdammte Handy. Schauna sagt, denn er jetzt einen Rückfall hat, mache ich Sie dafür. Die Stimme bricht mitten in Satz ab. Dann hört Penny ein männliches Husten, das sie an die Frau vom Antwortservice erinnert. Bach, hier spricht Pete, sagt der Mann. Entschuldige mich für meine Tochter. Bei der tobt sich Cardi ihr Beschützerinstinkt aus. Aus dem Hintergrund, oh Mann, Dad, echt jetzt? Fangen Sie doch bitte noch mal von Frona an. Danny wiederholt, was sie gesagt hat. Vielleicht hat es ja nichts zu bedeuten, fügt sie an. Aber seit meine Tochter verschwunden ist, macht es mich total kirre, wenn jemand sich nicht meldet. Kann sein, dass es wirklich nichts zu bedeuten hat, sagt Pete. Nur, ach, ist Rolly eigentlich immer absolut pünktlich. Fast schon eine Marotte von dir. Ich werde ihn... Er hustet trocken. Ich werde ihm mal die Nummer von Jerome Robinson geben, der arbeitet gelegentlich für uns. Er wachend machte Scheiße. Hab ganz vergessen, dass Jerome gerade in New York ist. Sie können's trotzdem bei ihm versuchen. Aber wahrscheinlich haben Sie bei seiner Schwester Barbara mehr Glück. Bin mir ziemlich sicher, dass die und Jerome einen Schlüssel zu Hollys Wohnung haben. Ich hab zwar auch einen, aber... Wieder muss er husten. Ich bin im K-Nach. Ach, noch einen Tag hat man mir gesagt, da muss ich zu Hause in Quarantäne. Meine Tochter ebenfalls. Ich glaub, ich könnte eine Krankenschwester mit dem Schlüssel zu Ihnen runterschicken. Inzwischen steht Penny in der Küche und tropft auf den Boden. Sie greift sich den Kuli, der neben ihrem Terminkalender liegt. Ach, das wird hoffentlich nicht nötig sein. Geben Sie mir einfach die Telefonnummern. Das tut er, und Penny notiert sie. Woraufhin Schorner sich wieder das Handy schnappt und sich mit einem kurzen Wiederrenn verabschiedet. Penny ist wieder allein auf sich gestellt. Sie versucht es mit den beiden Telefonnummern. Zuerst bei Barbara, da die möglicherweise ja nicht verwaist ist. In beiden Fähen erreicht sie aber nur die Mailbox. Sie hinterlässt jeweils eine Nachricht, bevor sie ins Bad zurückkehrt, um fertig zu duschen. Zum zweiten Mal in diesem Monat hat sie das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Und beim ersten Mal lag sie damit richtig. Holly ist eigentlich immer absolut pünktlich. Fast schon eine Marotte von ihr. Sie verspeisen die, wiederholt Holly. Es gibt überhaupt keinen Red-Bang-Killer, das sollte man nicht glauben können, aber so ist es. Es gibt nur ein altes Professorenpaar, das in der Nähe einer angesehenen Hochschule in einer hübschen viktorianischen Villa lebt. Eifrig tritt Rodney so nah an den Käfig, dass Holly ihn fast packen konnte. Emily zarrt ihn an seinem Bademantel zurück, wobei sie eine Gremasse zieht. Rodney scheint das alles nicht wahrzunehmen. Alle Säugetiere sind Kannibalen, sagt er, nur dass der Homo sapiens ein törichtes Tabu darüber verhängt hat, das allen bekannten medizinischen Fakten widerspricht. Er achtet nicht auf Emily, er brennt darauf, seine Thesen darzulegen, sie im Einzelnen zu erläutern. Bei keinem der anderen Gefangenen haben sie das getan, aber die da ist kein Schlachtvieh, und er muss sich keine Sorgen machen, dass ihre Nebennieren ihr Gewebe mit Hormonen fluten, bevor sie geschlachtet wird. Dieses Tabu ist weniger als dreihundert Jahre alt, und noch heute genießen viele Stämme, langlebige Stämme, könnte ich hinzufügen, den Nutzen von menschlichem Fleisch. Rodney, das ist nicht der lichtige Zeit, wo wissen Sie, wie viele Kilokalorien im Körper eines erwachsenen Menschen mit durchschnittlichem Gewicht enthalten sind? 126.000! Seine Stimme hat sich zu einem schreienden Ton gesteigert, der vielen früheren Besuchern seiner Vorlesungen über Ernährung und Biologie vertraut werbe. Gesundes menschliches Fleisch und Blut heilen Epilepsie, sie heilen Amyotrophelateralsklerose, sie heilen Ischialgie. Gesundes menschliches Fett heilt Otosklerose, die Hauptursache von Traubheit, und wenn man Tropfen von warmem, flüssigem Fett in die Augen träufelt, findet eine spontane Heilung von Makula, die es reicht. Er wirft Emily einen trotzigen Blick zu und wendet sich wieder an Holly. »Menschliches Fleisch sorgt für Lannlebigkeit. Falls Sie daran irgendwelche Zweifel haben sollten, brauchen Sie nur uns zu betrachten, weit über 80 und tennoch gesund und munter.« Holly fragt sich, ob er sich gerade in einer Art von Alzheimer-verursachtem Traum befindet oder einfach völlig durchgedreht ist. Vielleicht trifft beides zu. Sie hat ja gerade mit eigenen Augen gesehen, wie die beiden die Treppe herabgestiegen sind, zögernd und vorsichtig, Schlitt für Schlitt, zerbrechlich wie menschliche Ming-Vasen. Kommen wir zur Sache, sagt Emily. Wem haben Sie etwas erzählt? Wer weiß, dass Sie hier sind? Holly antwortet nicht. Emily sieht sie mit ihrem messerscharfen Lächeln an. Ach, Verzeihung, da hab ich mich falsch ausgedrückt. Offenbar weiß niemand, dass Sie hier sind, zumindest momentan, sonst hätte man schon nach Ihnen gesucht. Die Polizei, präzisiert Wodney, das Auge des Gesetzes, die Polente. Er gibt sogar ein jaulendes Geräusch von sich und dreht seinen gekrümmten Zeigefinger in der Luft. »Entschuldigen Sie meinen Mann,« sagt Emily, »er ist verärgert und das macht ihn redselig. Ich bin ebenfalls verärgert, aber mich macht es neugierig. Also, wer wird irgendwann wissen, dass Sie hier sind?« Holly reagiert nicht. Emily hebt die Flasche Wasser in die Höhe. »Sie müssen durstig sein.« Holly reagiert nicht. »Sagen Sie mir, wem Sie etwas erzählt haben, falls es überhaupt so jemanden gibt. Vielleicht haben Sie es ja niemandem erzählt. Die Tatsache, dass noch niemand hier aufgekreuzt ist, spricht eine ziemlich deutliche Sprache.« Holly reagiert nicht. »Äh. Gehen wir,« sagt Emily zu Wodney. »Das ist ein richtig halsstarriges Luder.« »Sie verstehen nicht,« sagt Wodney zu Holly. »Niemand würde es verstehen.« »Sollen wir ihr ein paar Stunden Zeit lassen, es sich zu überlegen, Schatz?« »Ja,« sagt Wodney, »er war von einem leichten Nebel umgeben, aber der lichtet sich jetzt ein bisschen.« »Falls nicht doch noch jemand kommt, dann brauchen wir das nicht, was wir von dir hören wollen, oder?« »Nein,« sagt Emily, »in dem Fall brauchen wir es nicht.« »Egal, ob ich Ihnen etwas erzähle oder nicht, werde ich sterben,« sagt Holly. »Oder etwa nicht?« »Hm. Nicht unbedingt,« sagt Emily. »Ich glaube nämlich, dass Sie keinerlei Beweise haben. Offenbar sind Sie hergekommen, um sich welche zu beschaffen. Deshalb haben Sie mit Ihrem Handy die Fotos von unserem Van gemacht. Aber Ihr Handy ist jetzt futsch.« »Ohne Beweise lassen wir Sie vielleicht gehen.« »Als ob der Käfig hier nicht existieren würde,« denkt Holly. »Allerdings...« Emily hebt den Arm und präsentiert ihre Bandage. »Sie haben mir wehgetan.« Olly überlegt, ob sie ihr Shirt anheben und den Bluterguss vorzeigen soll, mit dem Hinweis, ich glaube, in der Hinsicht sind wir quitt. Aber das tut sie nicht. Stattdessen sagt sie, »Vielleicht haben Sie ja etwas zur Behandlung.« »Wurde bereits angewandt,« sagt Wartney, »ein Wickel mit Fett.« »Von Bonnie Dahl,« denkt Holly. Plötzlich trifft die ganze Wahrheit sie wie ein Schlag, und sie sinkt in sich zusammen. Emily hält wieder die Flasche Wasser in die Höhe. »Sagen Sie mir, was ich wissen will, dann gebe ich Ihnen das da.« Olly sagt nichts. »Na schön,« sagt Emily mit einer Traurigkeit, die nicht im Geringsten überzeugend wird. »Sie werden tatsächlich höchstwahrscheinlich sterben. Aber wollen Sie das durstig tun?« Olly, die kaum glauben kann, dass sie nicht schon tot ist, gibt keine Antwort. »Ach, komm, Wartney,« sagt Emily und führt ihn auf die Treppe zu. »Fügsam folgt er ihr. Wir geben der Frau da ein bisschen Bedenkzeit.« »Ach, aber nicht allzu viel. Nein, nicht zu viel. Schließlich muss sie furchtbar Durst leiden.« So vorsichtig, wie die beiden die Treppe heruntergekommen sind, steigen sie die Stufen wieder hinauf. »Fallt runter, stolpert und fallt runter und brecht euch den verflixten Hals.« Aber keiner der beiden stürzt, die Tür zwischen der Welt oben und dem Kerker im Keller schließt sich. Olly bleibt allein mit ihrem pochendem Kopf, ihren anderen Schmerzen und ihrem Durst. Es ist viel los in der Stunde nach 9 Uhr, nicht nur in der Ridge Road, sondern auch an mehreren anderen Orten. Es ist die Stunde, in der Emily ihren Mann von der Veranda herunter in den Keller holt, wo die beiden mit Holly sprechen. Es ist die Stunde, in der Penny Dahl mit Shauna und Pete Huntley spricht und anschließend eine Nachricht auf der Mailbox von Jerome und der von Barbara Robinson händerlässt. Und schließlich ist es auch die Stunde, in der Barbara aus den Gästezimmern in Olivias Haus, wo sie die Nacht verbracht hat, ins Wohnzimmer hinuntergeht. Sie trägt Shorts und ein Top, das sie sich von Marie de Champ geliehen hat. Die beiden tragen zwar nicht ganz dieselbe Größe, aber einigermaßen. Barbara kann sich nicht erinnern, wann sie zuletzt so lange geschlafen hat, Sie hat keinen Kater, möglicherweise Weimer B. ihr geraten hat, vor dem Schlafengehen zwei Paracetamol zu nehmen, das Zeug wirke mit Sicherheit, wenn man es mit der Menge nicht übertreibe, aber wohl vor allem, weil sie zu Mineralwasser überging, als sie mit einigen anderen, angeführt von Dekanen Rosalyn Burkhardt, in den Green Door Pub gezogen ist. Der laut Rosalyn die Stammkneipe von Olivier war, davor sie mit über 70 Jahren nach ihrem ersten Anfall von Vorhofflimmern den Alkohol aufgab. Wie die meisten jungen Leute stürzt sich Barbara als erstes auf ihr Handy. Sie sieht, dass es nur noch zu 26% geladen ist und sie hat das Ladekabel zu Hause gelassen. Außerdem sieht sie, dass sie einen Anruf samt Nachricht auf der Mailbox verpasst hat, während sie mit Anziehen beschäftigt war. Sie macht sich auf einen dieser lästigen Spam-Anrufe gefasst, wo ihr mitgeteilt wird, sie könne die Garantie ihres Autos verlängern, als ob sie eines hätte, aber es ist keiner. Es ist eine Nachricht von Penny Dahl, der Frau, die Holly mit Recherchen beauftragt hat. Barbara hört sich die Nachricht mit wachsender Besorgnis an. Zuerst denkt sie an einen Unfall, schließlich lebt Holly allein und solchen Leuten stößt manchmal von anderen unbemerkt etwas zu. Zum Beispiel, indem sie in der Dusche oder auf der Treppe ausrutschen. Oder wenn sie mit brennender Zigarette einschlafen. Barbara weiß seit einiger Zeit, dass Holly wieder mit dem Rauchen angefangen hat. Oder sie werden in einer Tiefgarvage wie der von dem Gebäude, wo Holly wohnt, überfallen, wobei man sie, wenn sie Glück haben, nur ausraubt und wenn sie keines haben, verprügelt oder vergewaltigt. Während Marie die Trette herunterkommt, langsamer als Barbara, weil sie am Vorabend nicht zu Mineralwasser übergegangen ist, versucht Barbara, Holly zu erreichen. Sie erhält die automatische Ansage, dass die Mailbox voll sei. Das gefällt Barbara überhaupt nicht. Ich muss schnell los und mich um jemanden kümmern, teilt sie Marie mit, um eine Freundin. Marie, die noch die Klamotten vom Vorabend trägt und völlig verstrubbelt ist, fragt, ob sie nicht zuerst einen Becher Kaffee wolle. Vielleicht später, sagt Barbara. Die Sache gefällt ihr immer weniger. Inzwischen denkt sie nicht nur an irgendwelche Unfälle, sondern auch an den Pfeil, an dem Holly gerade arbeitet. Sie schnappt sich ihre Umhängetasche, wirft das Handy hinein und fährt im Wagen ihrer Mutter los. Roddy sitzt wieder auf der Veranda. Als Emily sich zu ihm gesellt, sieht sie, dass er mit leerem Blick auf die Straße starrt. Mal ist er da, mal ist er weg, denkt sie. Eines Tages wird er weg sein und nicht wiederkommen. Sie hat keinen Zweifel, dass diese Gibney ihnen irgendwann erzählen würde, was sie wissen wollen bzw. wissen müssen, aber sie kann es sich nicht leisten, so lange zu warten. Das bedeutet, dass sie für Roddy mitdenken muss. Sie will keinen Zyankali schlucken, wenngleich sie das tun wird, wenn es nötig sein sollte. Es ist besser, sich umzubringen, als zu sehen, wie der Name Harris von jeder Zeitung und jedem Fernsehsender ausposaunt wird. Nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt. Sowohl ihr eigenes, so sorgfältig im Lauf der Jahre aufgebautes Renommee als auch das von Roddy wäre ruiniert. Die College-Kannibalen, denkt sie, so wird man uns nennen. Besser Zyankali als das. Auf jeden Fall. Aber falls es eine Chance gibt, wird sie die ergreifen. Und wenn Roddy und sie mit dem, was sie getan haben, aufhören müssen, wäre das wirklich so schrecklich? Ohnehin fragt sie sich immer öfter, ob sie sich eventuell nur etwas vorgemacht haben. Aus ihrer eigenen Lektüre über das Thema Ernährung als Wundermittel kennt sie einen bestimmten Fachausdruck. Der ist der schlimm zugelichteten, durstigen Frau im Keller übrigens auch bereits in den Sinn gekommen. Mittlerweile tickt die Uhr und vielleicht, aber nur vielleicht, müssen sie nicht darauf warten, dass Gedney den Mund aufmacht. Wadi? Mhm. Er starrt weiterhin auf die Straße. Wadi, sieh mich an. Sie schnippt vor seinen Augen mit den Finnern. Hör zu. Er sieht sie an. Rache geht es deinem Rücken, Liebster. Besser. Ein klein bisschen. Das stimmt. Heute liegt sie auf der Schmerzskala wahrscheinlich bei sechs. Ich muss was besorgen. Du bleibst hier, aber geh nicht in den Keller. Denn Leute von der Polizei kommen und keinen Durchsuchungsbeschluss dabei haben, schickst du sie weg und rufst mich an. Kannst du mir folgen? Ja. Er erweckt den Anschein, alles zu verstehen, aber dem traut sie nicht. Wiederhole, was ich gesagt hab. Er tut es, ohne Fehl und Tade. Wenn sie einen Beschluss dabei haben, lässt du sie rein. Dann rufst du mich an und nimmst eine von den Pillen. Weißt du noch, wo du die verbarst? Natürlich. Er wirft dir einen ungehaltenen Blick zu. Die sind in meiner Tasche. Gut, gib mir eine. Und weil er sie erschrocken ansieht, er ist so ein lieber Kerl. Nur für alle Fälle. Darüber lächelt er. Wo gehst du hin, mein Schatz? Wo gehst du hin? sagt er im Singsan. Ist nicht so wichtig, mach dir keine Sorgen. Bis Mittag bin ich spätestens wieder da. Na gut. Da ist deine Pille. Ehe vorsichtig damit um. Sie gibt ihm einen Kuss auf den Mundwinkel und folgt dann dem Impuls, ihn zu umarmen. Sie liebt ihn, und ihr ist klar, dass dieses Schlamassel eigentlich ihre Schuld ist. Ohne sie würde Roddy seinen Ruhestand einfach damit verbringen, wütende Entgegnungen an diverse Fachzeitschriften zu verfassen, Zeitschriften, die er manchmal entrüstet durchs Zimmer schleudert. Jedenfalls hat er nie etwas darüber publiziert, welchen Nutzen der Genuss von Menschenfleisch hat. Er war damals klug genug zu wissen, was solche Ideen seinem Ruf antun würden. Dann würde man mich als der Harris mit dem bescheidenen Vorschlag verhöhnen, hat er einmal geknot. Er hatte die betreffende Satire von Jonathan Swift auf ihr Drängen hingelesen. Es war Emily, die ihn dazu gebracht hat, von der Theorie zur Praxis überzugehen, und sie hatte das ideale Versuchsobjekt bereits privat, den Bohnenfresser, der es gewagt hatte, sie ihr bei der Diskussion über den Lyrik-Workshop zu widerstrechen. Das vermeintlich talentierte Gehirn dieser Schwuchtel zu verspeisen, war ein Vergnügen. Und es hat geholfen, sagt sie sich, das hat es wirklich, es hat uns beiden geholfen. Die Umhängetasche von Gibney liegt im Wohnzimmer auf dem Couchtisch neben der Kappe, die sie getragen hat. Die setzt sich Emily jetzt selbst auf und wühlt sich dann durch den Wust von Hollys häufig unterwegs verbrachtem Leben, darunter Masken und Zigaretten, ein paradoxes Nebeneinander, das Emily nicht entgeht. Dabei entdeckt sie etwas, was nach einer Schlüsselkarte aussieht, und schlägt es ein. Die Waffe, mit der Gibney das Handgelenk von Emily lädiert hat, liegt auf dem Kaminsins. Das Handy der Frau im Keller hat Emily schon lange entsorgt, es aber durchsucht, bevor sie die SIM-Karte entfernt und das Gerät zur Sicherheit in die Mikrowelle gelegt hat. Auf den Inhalt zuzugreifen war ganz leicht, Emily musste nur den Zeigefinger der bewusstlosen Besetzerin auf das Display legen und das dann noch einmal wiederholen, um in den Systemdiensten den Standortverlauf aufzurufen. Die letzten zwei Orte, die Gibney besucht hat, bevor sie zum Hause Harris kam, waren ihr Büro und ihre Wohnung. Emily wagt es nicht, letztere am helllichten Tag aufzusuchen, hält das Büro aber ohnehin für besser geeignet, weil die lästige Schnüffler denn da eine Menge Zeit verbracht hat. Gibney hat, bald wird es heißen, hatte, einen Kollegen namens Pete Huntley und als Em den auf Facebook findet, entdeckt sie etwas Wunderbares. Zwar postet er nicht viel, aber die Kommentare sagen Emily alles, was sie wissen muss. Er hat Covid. Zuerst war er damit zu Hause und jetzt liegt er im Krankenhaus. Der letzte, vor gerade einmal einer Stunde gepostete Kommentar stammt von jemandem namens Isabel Jaynes und lautet, »Morgen bist du ja zu Hause und in einer oder zwei Wochen bestimmt wieder auf den Beinen. Gute Besserung, du brummiger Alter«. Es folgt ein Bären-Emoji. Da Gibney von der Mutter der Weihnachtselfe beauftragt wurde, hat sie sich möglicherweise die Zeit genommen, einen Bericht zu entwerfen. Falls dem so ist, falls es sich um das einzige Beweismittel handelt, neben Gibney selbst, die bald nichts als ein feuchter Klumpen in einem Müllsack sein wird, und falls Emily den Ausdruck findet und die Datei von Gibneys Computer löschen kann, es ist ein riskanter Versuch, aber durchaus der Mühe wert. Währenddessen wird die Gefangene immer durstiger werden und daher eher bereit sein, den Mund aufzumachen. »Vielleicht giert sie sogar nach einer Zigarette«, denkt Emily und lächelt. Es ist eine verzweifelte Situation, aber sie hat sich noch nie lebendiger gefühlt. Außerdem denkt sie dadurch nicht mehr dauernd an ihren Rücken. Sie macht sich auf den Weg zur Haustür, überlegt es sich jedoch anders. Aus dem Kühlschrank nimmt sie ein Elfenparfait, grau mit roten Schlieren, und verschlingt es. Hm. Lecker. Wie sie festgestellt hat, hat menschliches Fleisch eine besondere Wirkung. Am Anfang ist man neugierig darauf, dann mag man es, irgendwann ist man ganz versessen darauf, und schließlich kann man einfach nicht genug davon bekommen. Anstatt durch die Hintertür zur Garage zu gehen, nimmt sie den weiteren Weg, damit sie noch einmal mit Woddy reden kann. »Wiederhol noch mal, was ich dir gesagt hab.« Er tut es völlig fehlerlos. »Geh nicht in den Keller, Woddy. Das ist das Wichtigste. Nicht bevor ich wieder da bin.« »Äh, Teamarbeit«, sagt er. »Genau. Teamarbeit.« Damit geht sie die Einfahrt hinunter zum Subaru. Neben Durst, einem dröhnenden Kopf und zahllosen anderen Schmerzen hat Holly vor allem große Angst. Dem Tod nahe war sie zwar schon bei anderen Gelegenheiten, aber noch nie so unmittelbar wie jetzt. Ihr ist klar, dass die beiden sie auf jeden Fall umbringen werden, und zwar bald. Wie es in den alten Fein-Noir heißt, die Holly so liebt, weiß sie zu viel. Sie ist sich nicht sicher, worum genau es sich bei dem großen Metallkasten am anderen Ende des Kellers handelt, vermutet aber, dass es ein Holzhäcksler ist. Von dem aus führt ein Schlauch durch die Wand in den unbekannten Baum, der sich hinter der kleinen Tür im hinteren Werkstattbereich befindet. So entsorgen sie ihre Opfer, denkt sie, beziehungsweise das, was übrig bleibt. Weiß Gott, wie die beiden das Gerät hier heruntergeschafft haben. Als Holly die Werkzeugwand betrachtet, sieht sie zwei Gegenstände, bei denen es sich nicht um Werkzeuge handelt. Das eine ist ein Fahrradhelm, und daneben hängt ein Rucksack. Bei dem Anblick bekommt Holly weiche Knie. Sie setzt sich auf den Photon, wobei sie vor lauter Rippenschmerzen nach Luft schnackt. Der Photon verschiebt sich ein bisschen, und unter der Kante blitzt etwas auf. Sie hebt den Photon an, um nachzusehen, was es ist. Barbara hat einen Schlüssel zu Hollys Wohnung, aber keine Karte für die Tiefgarage, weshalb sie auf der Straße parkt, die Rampe hinuntergeht und sich unter der Schranke hindurchduckt. Sofort sieht sie etwas, was ihr nicht gefällt. Hollys Wagen steht ganz in der Nähe der Rampe. Dabei sind die für die Wohnung vorgesehenen Plätze, einer für Holly, einer für Gäste, wesentlich weiter hinten. Und noch etwas, das linke Vorderrad überschreitet die gelbe Linie, sodass es sich bereits auf dem nächsten Parkplatz befindet. So würde Holly niemals einparken. Sobald sie das sähe, würde sie wieder in den Wagen steigen und ihn korrekt hinstellen. Vielleicht war sie in Eile. Könnte sein. Aber ihre eigenen Parkplätze liegen näher an Aufzug und Treppe. Barbara nimmt die Treppe, weil man für den Aufzug eine Magnetkarte braucht, und die hat sie auch nicht. Noch besorgter als zuvor rennt sie die Stufen hinauf. Auf Hollys Etage angekommen, schließt sie die Tür auf und steckt den Kopf hinein. Olli, bist du da? Keine Antwort. Im Laufschritt macht Barbara einen kurzen Rundgang. Alles ist an seinem Platz und alles ist fein sauber aufgeräumt. Das Bett ist gemacht, die Arbeitsflächen in der Küche sind frei von Krümeln und Flecken, das Badezimmer ist blitzblank. Das Einzige, was Barbara bemerkt, ist der Geruch von Zigarettenrauch, und selbst der ist schwach. In jedem Zimmer stehen Aromatherapiekerzen, und der einzige Aschenbecher liegt im Geschirrkorb, makellos sauber. Alles sieht gut aus, bestens sogar. Aber das Auto, das Auto bereitet Barbara Kopfzerblechen, es steht auf dem falschen Platz, und es ist schlampig geparkt. Ihr Handy klingelt, es ist Jerome. Hast du sie aufgespürt? Nein, bin gerade in ihrer Wohnung, die Sache gefällt mir überhaupt nicht, Jay. Sie erzählt ihm von dem Auto und macht sich darauf gefasst, dass er das als belanglos abtut, aber ihm gefällt die Sache auch nicht. Hä? Sieh doch mal in dem Körbchen neben der Haustür nach, da wirft sie immer ihre Schlüssel rein, wenn sie nach Hause kommt, hab ich oft mitbekommen. Barbara sieht nach, im Körbchen liegt ein Ersatzschlüssel für Hollys Prius, aber nicht ihr Schlüsselbund. Auch nicht die Magnetkarte für den Aufzug. Wahrscheinlich hat sie alles in ihrer großen Umhängetasche. Kann sein, aber wieso steht der Wagen in der Garage und sie ist nicht da? Vielleicht hat sie ausnahmsweise den Bus genommen, sagt Barbara zweifelnd. Wegen Corona fahren die Busse nicht nach Fahrplan. Das habe ich festgestellt, als ich einen zum Flughafen nehmen wollte, musste stattdessen mit einem Uber fahren. Du Ärmster, sagt sie, aber das ist nur ein schwacher Abklatsch des üblichen Geplänkels zwischen den beiden. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl, Barbara, deshalb komm ich jetzt lieber gleich nach Hause. Jerome, nein, Jerome, doch. Ich seh mal, was für einen Flug ich erwäsche. Wenn Holly auftaucht, bevor ich abgeflogen bin, kannst du mich ja anrufen oder mir eine Nachricht schicken. Und was ist mit deinem coolen Wochenende in Montauk, wo du vielleicht auf Spielberg triffst? Äh, die letzten zwei Filme von dem haben mir sowieso nicht gefallen. Als ich gestern mit Holly gesprochen hab, kam sie mir ganz normal vor, aber... Er verstummt, doch bevor Barbara etwas sagen kann, spricht er weiter. Vielleicht hat es was mit dem Fall zu tun. Die Mutter von Bonnie Dahl war auch auf meiner Mailbox, klang total besorgt. Vielleicht ist Holly bei ihren Recherchen ja an den Falschen geraten. Es geht immerhin nicht mehr nur um Bonnie, sondern auch um andere spurlos Verschwundene. Zum Beispiel um diesen Castro, der dir aufgefallen ist. Der vielleicht spurlos verschwunden ist, so sicher bin ich mir dann nicht. Sicher ist sich Barbara nur, dass Holly nie im Leben so geparkt hätte. Total schlampig und schlampig ist Holly absolut nicht. Hast du versucht, sie im Büro anzurufen? Ja, auf dem Weg hierher, Mailbox. Vielleicht solltest du hinfahren und nachsehen, ob... Na ja, weiß auch nicht. Aber Barbara weiß es und nachsehen, ob sie tot da liegt. Wahrscheinlich hat das alles gar nichts zu bedeuten, Jay. Könnte eine völlig harmlose Erklärung für das alles geben und dann fliegst du umsonst nach Hause? Sieh im Büro nach und wenn du sie findest, bevor ich im Flugzeug sitze, gib mir Bescheid. Barbara zieht die Wohnungstür zu und läuft hastig die Treppe hinunter. Därend Barbara in Hollys Wohnung mit ihrem Bruder spricht, sitzt Rodney Harris auf seiner Veranda und entwirft das Schreiben, das er an eine bedeutende Fachzeitschrift für Gastroenterologie und Hepatologie schicken will. In der neuesten Ausgabe hat er einen völlig absurden Aufsatz von George Hawkins gelesen, der doch tatsächlich meint, einen Zusammenhang zwischen Pylorus und Morbus Krohn entdeckt zu haben. Hawkins, der sogar Professor ist, hat mehrere Arbeiten völlig falsch interpretiert, Arbeiten von Myron DeLonge und von diesem anderen Burschen, an dessen Namen Lordi sich gerade nicht erinnern kann. Die von Hawkins gezogenen Schussfolgerungen sind daher ebenfalls völlig verkehrt. Lordi mümmelt an seinem Vorrat an frittierten Elfenbähtchen und genießt beim Zubeißen deren knusprige Konsistenz. Meine Erwiderung wird ihn vernichten, denkt er zufrieden. Dann fällt ihm ein, dass im Keller eine Gefangene sitzt. Ihren Namen weiß er nicht mehr, aber er erinnert sich noch an das Entsetzen in deren Miene, als Emily ihr erzählt hat, wie es ihnen gelungen ist, die schlimmsten Verheerungen des Alters in Schach zu halten. Die Vorstellung, die albernen Vorurteile dieser Frau Stück für Stück zu entkräften, erfreut ihn fast genauso wie der Gedanke an die Entgegnung, mit der er das wackelige Kartenhaus von Professor George Hawkins zu Fall bringen wird. Dass Emily ihm untersagt hat, in den Keller zu gehen, hat er vergessen, und selbst wenn er sich daran erinnern würde, so würde er das als törichte Anweisung abtun. Schließlich sitzt die Frau in einem Käfig um Himmelswehen. Er steht auf und geht ins Haus. Dabei befördert er sich ein weiteres Elfenbähtchen in den Mund. Die Dinge haben eine wunderbar klärende Wirkung. Als Charis die Kellertreppe herabsteigt, erhebt sich Holly ächzend vom Photon. Sie fragt sich, ob es jetzt soweit ist und wie es enden wird. Unten an der Treppe hält er inne und steht einfach nur da, verloren in seinem eigenen Universum. Er trägt immer noch Schlafanzug und Bademantel. Aus der Manteltasche nimmt er ein braunes, rundes Ding und wirft es sich in den Mund. Oli würde lieber nicht glauben, dass es sich um ein Stück von Penny Dahls Tochter handelt, vermutet jedoch genau das. Die linke Hand hat sie zu einer Forst geballt, die sie im Takt ihrer pulsierenden Kopfschmerzen abwechselnd fester schließt und entspannt. Sie spürte ihre kurzen Fingernägel sich in die Handfläche bohren. Ist das Bällchen das, wofür ich es halte? Er schenkt ihr ein verschwörerisches Lächeln, sagt aber nichts. Sind die Dinger gut gegen Schmerzen? Mir tut nämlich alles weh. Ja, sie haben meine schmerzländernde Wirkung, sagt er und schlägt sich ein weiteres Bällchen in den Mund. Wirklich erstaunlich. Mehrwerte Päpste wussten von der heilsamen Wirkung. Ach, das hält der Vatikan zwar unter Verschluss, aber es gibt Aufzeichnungen. Kannte ich wohl, kannten Sie mir eines geben? Bei der Vorstellung, ein Stück von Bonnie Dahl zu essen, wird ihr so übel, dass sie sich um ein Haar übergibt. Sie versucht trotzdem, zugleich flehend und hoffnungsvoll zu wirken. Lächelnd zieht er eines der braunen Bällchen aus der Bademanteltasche und macht einen Schritt auf sie zu. Dann bleibt er stehen und wackelt mahnend mit dem Zeigefinger, wie ein nachsichtiger Vater, der seine dreijährige Tochter beim Bemalen der Tapeta erwischt hat. Loddy wirft einen Blick auf den Besen, mit dem sie immer Essen und Wasser durch die Klappe schieben. Dann schüttelt er den Kopf. Er macht sich daran, das braune Bällchen wieder in die Tasche zu stecken, überlegt es sich jedoch anders und wirft es sich in den Mund. Wenn Sie mir nicht helfen wollen, warum sind Sie dann heruntergekommen, Mr. Harris? Professor Harris. Bitte entschuldigen Sie, Professor. Wollten Sie mir vielleicht etwas erzählen? Er steht einfach da und blickt in die Ferne. Olli würde ihn gern den dörren Hals umdrehen, aber er steht immer noch in der Nähe der Treppe, sechs bis sieben Meter von ihr entfernt. Schade, dass Ihre Arme nicht so lang sind. Er dreht sich um und will hinaufgehen. Dann fällt ihm offensichtlich ein, weshalb er gekommen ist, woraufhin er sich wieder Holly zuwendet. Sprechen wir über die Leber, und zwar über die menschliche Leber, die erweckt wurde. Einverstanden? Aber gern. Sie weiß nicht, wie sie ihn näher heranlocken kann, aber solange er nicht hinaufgeht, und solange seine Frau, deren Gehirn desser zu funktionieren scheint, nicht herunterkommt, fällt ihr möglicherweise etwas ein. Die erweckt man denn eine Leber, Herr Professor? Natürlich, indem man eine andere Leber isst. Er wirft ihr einen fragenden Blick zu, wie man nur so dämlich sein könne. Am besten geeignet ist Kites Leber, aber ich vermute, dass Schweineleber beinahe so gut wäre. Mit der haben wir es allerdings nie versucht, da besteht die Gefahr von Prionen, und was sich bewährt hat, soll man nicht ändern, ergänzt Holly. In ihrem Kopf hämmert es so brutal, dass es sich anfühlt, als würden ihre Augäpfel pulsieren, und sie hat gewaltigen Durst. Aber sie liebt ihm mit einem Lächeln zu verstehen, dass sie gern bereit ist, etwas zu lernen. Ihre Faust beilt und lockert sie, beilt und lockert sie. Richtig, völlig richtig, was sich bewährt hat, soll man nicht ändern. Das ist axiomatisch. Am besten geeignet wäre meiner Vermutung nach menschliche Leber, aber wenn man jemanden mit der feschen menschlichen Leber einer anderen Person füttern wollte, ergäbe sich das Problem, dass man, äh, offensichtlich, äh, er starrt stirnrunzelnd ins Leere. Dass man gleich zwei Gefangene bräuchte, sagt Holly. Ja, genau, offensichtlich, axiomatisch, aber die Leber, äh, was hab ich gesagt? Dass sie erweckt wird, sagt Holly, soll das vielleicht heißen, sie wird aufgewertet? Genau, die Leber ist der Graal, der wahre, heilige Graal, ein Sakrament. Wussten Sie, dass die menschliche Leber sämtliche neun essentiellen Aminosäuden enthält, darunter besonders viel Lysin? Das Fieberbläschen vorbeugt, sagt Holly, die selbst dazu neigt. Das ist die Gewingste seiner Eigenschaften. Roddys Stimme wird zunehmend lauter, bald wird sie den Pegel erreichen, der manche Studenten derart verstört hat, dass sie sich von seinen Veranstaltungen abgemeldet haben. Lysin heilt Nervosität, Lysin heilt Wunden. Die Leber ist eine Schratztruhe an Lysin. Außerdem revitalisiert Lysin die Thymusdrüse, in der T-Zellen gebetet werden. Und Covid, Covid? Er lacht, und selbst das hört sich fast schreiend an. Wer sich glücklich schätzen kann, von der menschlichen Leber zu essen, insbesondere von der erweckten menschlichen Leber, diese glücklichen Lachen über Covid, wie ich und meine Frau es tun. Ach, und Eisen, menschliche Leber ist reicher an Eisen als die Leber von Käbern, Schafen, Schweinen, Rehen, Murmeltiere, was immer sie wollen. In einer menschlichen Leber ist näher Eisen enthalten, als in der Leber eines Blauwalds, und ein Blauwahl wiegt es zu 200 Tonnen. Eisen wirkt gegen Erschröpfung und verbessert die Durchblutung, verhachel ihm im Gehirjum. Harris tippt sich an die Schleife, wo ein Knoten aus kleinen Venen pulsiert. Ich spreche mit einem echten Irwin-Wissenschaftler, denkt Tolly. Allerdings spricht sie nicht, sie hört nur zu. Und Wadne Harris doziert nicht, nicht mehr. Er bräult ein unsichtbares Publikum aus Ungläubigen an. Werjenige Dutzend Gramm menschlicher Leber enthalten 700 Prozent jedes einzelnen Vitamins, das für die Bildung von Erythrozyten und für den Zellmetabolismus erforderlich ist. Sehen Sie sich meine Haut an, meine gute Elfe. Sehen Sie sich die nur an. Harris ergreift seine rohle, runzlige Wange und palpiert sie wie ein Zahnarzt, der einem Patienten Novokainens Zahnfleisch plätzen will. Gelatt, glatt wie der sprichwärtliche Baby-Po. Und das ist nur die Leber. Er holt kurz Atem. Was den Genuss von Hirngewebe angeht, Alles Schwarzsinn, sagt Holly. Das entschlüpft ihr einfach. Sie hat keinen Plan, keine Strategie. Sie hat einfach genug. Die Idee, Harris in gute Stimmung zu versetzen, hat sich in Luft aufgelöst. Mit weit aufgerissenen Augen starrt er sie an. Er hat zu jenem unsichtbaren Publikum gestrochen, es von seinen Thesen überzeugt, und da hat ein rotznäsiges Erstsemester-Köken mit biologischen Kenntnissen, wie sie einem in der Schule vermittelt werden, die Kühnheit ihm zu widersprechen? Das... Was haben Sie gesagt? Das ist alles Schwachsinn, wiederholt Holly. Mit der rechten Hand umschließt sie locker einen Gitterstab, die linke hält sie zur Faust geballt vor der rechten Brust. Sie presst das Gesicht in einen der quadratischen Zwischenräume und starrt, Harris, an. Das ihr von ihrer Mutter eingetrichterte Verbot, vulgär Ausdrücke zu verwenden, hat sich ebenfalls in Luft aufgelöst. Das ist gequirlte Scheiße, eine Quatschalberei wie Kupferarmbänder und Heilkristalle, gelatte Haut. Haben Sie in letzter Zeit mal einen Blick in den Spiegel geworfen, Herr Professor? Sie sind so runzlig wie ein Elefantenarsch. Klappe! Seine Wangen grühen mattrot, das Knötchen aus Venen an der Schläfe pulsiert, schneller, immer schneller. Halten Sie die Klappe, Sie, Sie pleur le corps! Die beiden werden mich töten, denn, Holly, aber vorher werde ich dem Mann da ein paar Wahrheiten an den Kopf knallen. Was eine Verbesserung der Gehirnfunktion angeht, Sie leiden an Alzheimer, Herr Professor, und zwar nicht mehr nur im Frühstadium. Sie kann sich nicht an meinen Namen erinnern und in ein paar Monaten, vielleicht auch schon in ein paar Wochen, werden Sie sich nicht mal mehr an Ihren eigenen erinnern kann. Klappe! Sie haben ja keine Hanau! Sie, 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 Sie nicht, Wisserlein! Er macht einen Schritt auf Sie zu. Das ist genau, worauf Holly gehofft hat, als sie ihn um eines seiner fürchterlichen braunen Fleischbällchen bat, doch jetzt nimmt sie es kaum wahr. In Ihren Zorn auf ihn, auf seine Frau, auf Ihre eigene hoffnungslose Lage, hat sie sogar Ihren Durst vergessen. Sie glauben nur, dass es Ihnen besser geht, und Ihre Frau denkt das von sich ebenfalls. Vielleicht ist es Ihnen sogar eine Weile wirklich besser gegangen, so was kommt vor. Sie sind nicht der Einzige, der wissenschaftliche Zeitschlöften liest. Man nennt es stark! Das ist eine Lüge, das ist eine dreckige Lüge, verdammt nochmal! Er will sie nicht sagen lassen, was, wie er weiß, wahr sein könnte. Aber sie wird es trotzdem tun. Wenn sie tot ist, wird sie schweigen müssen. Aber sie ist noch nicht tot. Während Rodney Harris von Holly erfährt, dass er nicht als einziger wissenschaftliche Zeitschriften liest, betritt Emily das Frederick Building. Sie findet die Vorstellung, Maske zu tragen, lächerlich. Aber jetzt ist sie froh, dass sie eine trägt. Außerdem hat sie Holly's Baseballkappe so tief ins Gesicht gezogen, dass der Schirm ihre Augen beschattet. Sie geht zur Infotafel und studiert sie. Finders Keepers befindet sich in der vierten Etage, neben den Räumen eines Möbelimporteurs und einem Büro für forensische Rechnungsprüfung, das den Namen David und Tochter trägt. Emily steigt in den Aufzug und drückt die Taste mit der Ziffer 4. Bevor sie aussteigt, vergewissert sie sich, dass niemand im Flur ist. Dann hinkt sie zu der Tür mit der Aufschrift Feinders Keepers, Ermittlungsagentur. Da sie Hollys Schlüssel dabei hat, freut sie sich über die abgeschlossene Tür. Das bedeutet, dass niemand am Empfangen sitzt. Sonst hätte sie sich als vergessliche alte Frau ausgegeben und sagen müssen, sie sei Verzeihung, Verzeihung, im falschen Stockwerk ausgestiegen. Während sie Hollys Schlüssel untersucht und die ausprobiert, die passen könnten, oft sie, dass niemand aus den anderen beiden Büros kommt, um das WC aufzusuchen. Der dritte Schlüssel passt und Emily tritt in einen Vorraum. Leise faucht eine Klimaanlage. Sie untersucht den Computer auf dem kleinen Empfangstisch, weil sie hofft, dass der Computer nur im Ruhezustand ist. Aber sie hat kein Glück. Als sie die Wächtertür öffnet, blickt sie in ein Büro, das angesichts der gerahnten Zeit und Seiten aus dem Sportteil dem Kollegen von Gibney gehören muss. Die Seite mit der Schlagzeile Cleveland gewinnt World Series, falsche Grammatik, denkt sie, ist wahrscheinlich echt. Die mit Browns gewinnen den Superbowl sicher nicht. Das andere Büro ist Gibneys. Emily tritt hastig an den Computer und drückt aufs Gratewohl eine Taste, um ihn aufzuwecken, falls er nur schläft. Das tut er tatsächlich, aber man braucht ein Passwort, um an die möglicherweise darin enthaltenen Schätze zu belangen. Sie versucht mehrere, darunter Olly Gibney, Olly Gibney kleingeschrieben, Feinders Keepers, Feinders Keepers kleingeschrieben, Lauren Bacall Fan und Passwort. Nichts davon funktioniert. Daraufhin beäugt sie den Schreibtisch, der so sauber und ordentlich ist, dass fast nichts darauf liegt, nur ein Notizblock. Auf dem steht der Name Imani, der Emily nichts sagt. Ganz im Gegenteil zu Elm Grove Trailer Park. Da ist sie hingefahren, um den Trailer dieser halsstarrigen Ellen Kreslow auszuräumen, damit es aussah, als wäre die weggezogen. Das gefällt Emily nicht, aber was in Druckbuchstaben darunter steht, gefällt ihr noch weniger. Bell Ringer und Jay Castro und 2012. Wie hat dieses Miststück nur derart viel herausgefunden? Emily reißt das Blatt ab und das darunter zur Sicherheit ebenfalls. Sie knüllt beide zusammen und schlägt sie in die Tasche. Dann durchsucht sie nacheinander die Schreibtischschubladen nach einem schriftlichen Bericht. Sie findet keinen. Ohnehin wäre sie, wie sie zugeben muss, nur beruhigt gewesen, wenn es sich um etwas Handschriftliches gehandelt hätte. Da sie auch keinen Zettel mit dem Passwort für den Computer findet, steigt ein verzweifelter Zorn in ihr auf. Neben den Zyankalipäen hätten wir noch eine weitere Ausstiegsstrategie aushacken sollen, denkt sie. Warum haben wir das eigentlich nicht getan? Die Antwort erscheint offensichtlich, weil sie alt sind und alte Leute können nicht sehr weit und sehr schnell davonlaufen. Vielleicht gibt es ja gar keinen Bericht. Vielleicht war dieses dumme Luder sich seiner Schlussfolgerung zu unsicher, als dass es einen geschrieben oder irgendjemandem was erzählt hätte. Auf mehr kann Emily nicht hoffen. Sie beschließt, nach Hause zu fahren. Roddy wird das Miststück im Keller erschießen, wie er es mit Creslow getan hat. Die Leiche werden sie in den Holzhäcksler stecken, um die Knochen zu pulverisieren und alles Übrige zu verflüssigen, die vom Nikotin vergiftete Leber eingeschlossen. Und dann eine kleine Bootsfahrt auf der Marie Caffer mit einem Stopp über der tiefsten Städte des Sees, wo sie die Überweste von Holly Gibney in einem Müllsack über Bord werfen werden. Wenn das erledigt ist, können sie nur auf das Beste hoffen. Was bleibt ihnen sonst übrig? Suizid, natürlich, aber Emily hofft immer noch, dass es nicht dazu kommen wird. Davor sie das Büro verlässt, sucht sie noch nach dem Wandsafe, der erwartungsgemäß hinter der Reproduktion eines Gemäldes mit einer Bergwiese versteckt ist. Ohne große Erwartungen drückt sie den Griff herunter und es passiert tatsächlich nichts. Sie fummelt kurz an der Drehscheibe für den Zahlencode herum, hängt das Bild dann frustriert wieder auf und schaltet den Computer aus. Der Notizblock liegt ein bisschen schief, deshalb sie ihn gerade rückt. Während sie so verschwindet, wie sie gekommen ist, wischt sie alles ab, was sie berührt hat, angefangen mit der Computertastatur. Als letztes widmet sie sich der Außenklinke der Bürotür, nachdem sie die Maske aufgesetzt und durch den Türspion gespäht hat, ob die Luft draußen rein ist. Auf halbem Weg zum Aufzug fällt ihr ein, dass sie vergessen hat, die Tür abzuschließen. Sie geht zurück und tut es, wonach sie wieder sorgfältig alle Fingerabdrücke abwischt. Im Aufzug zieht sie sich den Schirm der Kappe wieder in die Stirn. Unten angekommen begegnet sie nur einer einzelnen Person und da sie den Kopf gesenkt hält, sieht sie nur Jeans und Sneaker, als Barbara Robinson auf dem Weg zum Aufzug an ihr vorbeigeht. Es ist Zeit, nach Hause zu fahren und wenigstens ein Problem endgültig zu beseitigen. Als sie die Tür zur Straße aufdrückt, schießt ihr ein besonders grausamer Schmerz ins Kreuz. Mit verzerrtem Gesicht bleibt sie auf dem Gehsteig stehen und wartet, bis die Qualen nachlassen. Nach einer Weile tun sie das wenigstens ein bisschen und sie dankt Gott, der natürlich nicht existiert, für das Elfenparfait, das sie zu Hause vor der Abfahrt gelöffelt hat. Stärker hinkend als je zuvor überquert sie die Buell Street, um zu ihrem Wagen zu gelangen. Dabei kommt ihr der Fachbegriff in den Sinn, den Holly exakt im selben Moment ihrem Mann ins Gesicht schreit. Sie schüttelt ihn ab. Man nennt es den Placebo-Effekt, sie halbhirntoter Idiot! Er stürmt auf sie zu, dabei schreit er, sie solle das Maul halten. Einen solchen Placebo-Effekt gäbe es nicht, das sei nichts als eine Manipulation der Statistik durch einen Haufen von denkfaulen, pseudowissenschaftlichen Sie packt ihn in dem Moment, wo er in ihre Weichweite kommt. Wieder ist da keinerlei Gedanke, nicht einmal eine Spurvorplanung. Ihr Arm schießt einfach durch die Gitterstäbe und unklammert seinen Hals. Die dadurch verursachten Schmerzen in ihren lädierten Weppen spürt sie vor lauter Adrenalin kaum. Er versucht, sich loszureißen und schafft das beinahe. Holly umklammert ihn stärker und zerrt ihn ans Gitter. Der Bademantel rutscht halber runter, wodurch sein lächerlicher Feuerwehr-Pyjama zum Vorschein kommt. »Los, laslö!« stößt er mit erstickter Stimme hervor. Das Wort kommt fast grodelnd heraus. »Lassen Sie sie mit, los!« Olli fällt ein, was sich in ihrer linken Hand befindet, was sie so fest umklammert, dass es sich in ihrer Haut gebohrt hat. Es ist ein dreieckiger Ohrglück, das Gegenstück zu dem, den sie im Gestrüpp neben der verlassenen Autowerkstatt gefunden hat. Sie fasst das Dreieck fest mit Daumen und Zeigefinger, schiebt die linke Hand durchs Gitter und zieht eine der drei goldenen Spitzen in einem Halbkreis über den dürren Hals von Harris, von einer Wanne zur anderen. Dabei erwartet sie nichts, sie tut es einfach. Beim größten Teil des etwa 25 cm langen Halbkreises durchtrennt die Spitze kaum die Haut, die scharfe Kante eines Papierblatts würde tiefer eindringen und mehr Blut zum Vorschein bringen. Dann verfängt der Clip sich an einer hervortretenden Sehne und bohrt sich tiefer hinein. Harris trägt dazu bei, indem er den Kopf ruckhaft zur Seite dreht, um loszuwerden, was ihm da die Haut rätzt. Dadurch schlitzt der Ohrclip die Halsschlagader auf. Warmes Blut spritzt Holly ins Gesicht, einmal und bei der nächsten Herzkontraktion noch einmal. Es bähnt ihr in den Augen. Hermes zuckt kampfartig zusammen und löst sich aus ihrem Griff. Sein Bademantel schleift über den Boden, während er auf die Treppe zutaumelt. Er presst die Hand an den Hals, zwischen seinen Fingern quellt Blut hervor. Er stolpert über den an der Treppe lehnenden Besen, peilt mit dem Kopf ans Geländer und sinkt auf die Knie. Immer noch spritzt Blut aus seinem Hals, aber allmählich schwächer. Am Geländer zieht er sich hoch und wendet sich Holly zu, die Augen hat er weit aufgerissen. Er hebt die Arme und gibt ein kehliges Geräusch von sich, das nicht verständlich ist, aber der Name seiner Frau sein konnte. Der Bademantel rutscht ganz herunter, wobei Holly vor dem geistigen Auge eine sich häutende Schlange sieht. Herbes macht zwei Schritte auf sie zu, schwenkt die Arme und fällt vornüber. Mit einem hörbaren Schlag kracht sein Gesicht auf den Beton, seine Finger zucken, er versucht, den Kopf zu heben, schafft das aber nicht, Blut rennt über den Boden. Holly ist starr vor Schock und Verblüffung, ihre Arme wagen immer noch durch zwei der von sich kreuzenden Gitterstäben gebildeten Quadrate. In der linken Hand, die jetzt von einem feuchten, roten Handschuh umhüllt ist, hält sie den Ohrklip. Zuerst kommt ihr nichts anderes in den Sinn, als die Frage von Lady Macbeth, wer hätte gedacht, dass der alte Mann noch so viel Blut in sich hätte. Dann taucht eine weitere Frage auf, wo ist eigentlich seine Frau? Holly bewegt sich einen Schritt rückwärts, noch einen, stoipert über die eigenen Füße und plumpst auf den Photon. Der platzliche Schnarz in den ramponierten Hetten lässt sie aufschreien, der Ohrklip fällt ihr aus der Hand. Sie wartet auf Emily. Barbara wirft kaum einen Blick auf die Frau, die ihr unten im Frederick Building begegnet. Sie denkt an eine Krimibuchreihe für Kinder, die Jolome früher gelesen und an ihr überlassen hat. Wie lautet die Schlussfolgerung? Ob die Faszination, die Hollys Beruf vor allem auf Jolome, aber auch auf Barbara ausübt, von dieser Lektüre her rührt, weiß sie nicht, aber es konnte gut sein. Jeder Band der Reihe enthielt 30 bis 40 Krimi-Rätsel, jeweils nur zwei oder drei Seiten lang. Als Hate diente ein Detektiv mit dem vielsagenden Namen Kuno Knobelmann. Der kam zum Tatort, stellte Beobachtungen an, unterhielt sich mit einigen Leuten und löste dann den rätselhaften Fall. Normalerweise Raub, manchmal Brandschliftung oder ein Schlag auf den Kopf, nie Mord. Vor der Auflösung sagte er immer dasselbe. Alle Indizien sind bekannt, die Lösung liegt auf der Hand. Wie lautet die Schlussfolgerung? Jerome gelang es gelegentlich die Lösung zu finden, Barbara so gut wie nie. Wenn sie allerdings hinten im Lösungsteil nachschlug, kamen ihr die Fälle immer glasklar vor. Deren sie im Aufzug nach oben fährt, denkt sie, dass die vermissten Fälle, die Holly gerade untersucht, wie die Mini-Krimis sind, über die sie als Neun- und Zehnjährige nachgegrübelt hat. Schlimmer und düsterer, aber im Grunde dasselbe. Alle Indizien sind bekannt, die Lösung liegt auf der Hand. Das könnte tatsächlich zutreffen. Leider gibt es hier kein Buch, in dem hinten die Lösung steht, und jetzt ist auch noch Holly verschwunden. Sie geht durch den Flur und schließt mit ihrem Schlüssel die Tür zum Büro von Feinders Keepers auf. Holly? Keine Antwort, aber Barbara hat die extrem merkwürdige Eingebung, dass jemand da drinnen ist oder vor nicht allzu langer Zeit da war. Es ist kein Geruch, nur als wäre erst vor kurzem die Luft bewegt worden. Ist da jemand? Nichts. Sie wirft einen schnellen Blick in Peets Büro, sogar im Garderobenschrank sieht sie nach, danach geht sie zur Tür von Hollys Büro. Dort hält sie mit der Hand auf der Klinke kurz inne, weil sie Angst hat, Holly tot in ihrem Sessel zu entdecken, mit offenen, glasigen Augen. Dann zwingt sie sich, die Tür zu öffnen. Holly wird schon nicht da liegen, sagt sie sich, aber falls doch, darf sie auf keinen Fall schreien. Holly ist nicht da, aber das Gefühl, dass vor kurzem jemand hier gewesen ist, verflüchtigt sich nicht. Auf dem Schreibtisch liegt nur der leere Notizblock, den Holly benutzt, wenn sie vor sich hinkritzelt, sich Notizen macht oder beides. Er liegt parallel zur Tischkante da, was typisch für Holly ist. Als Barbara auf die Tastatur tippt, stellt sie erstaunt fest, dass nichts passiert. Holly schaltet ihren Computer fast nie aus, sie lässt ihn einfach in den Ruhezustand wechseln, weil sie es hasst, mit dem Hochfahren Zeit zu verplempern. Barbara schaltet den Rechner ein und als der Startbildschirm aufleuchtet, sucht sie in dem Notizbuch auf ihrem Handy das für sämtliche Computer im Büro geltende Passwort. Sie tippt es ein, aber bis auf die kurze, nervige Reaktion des Rechners, dass er das Passwort abgelehnt hat, passiert nichts. Sie versucht es noch einmal, weil sie etwas falsch eingegeben hat. Selbes Ergebnis. Sie runzelt die Stirn und lacht dann geweizt auf, weil sie es schließlich kapiert. Das Passwort wird automatisch alle sechs Monate geändert. Eine Sicherheitsmaßnahme, die bedeutet, dass QXTT vier Wouteprozent CK seit dem 1. Juli nicht mehr gilt. Das neue Passwort hat Holly ihr noch nicht weitergegeben und da Barbara zwischenzeitlich mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt war, hat sie vergessen, danach zu fragen. Vielleicht hat Jerome es, aber wahrscheinlich nicht. Der war ebenfalls mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Wie lautet die Schlussfolgerung? Barbara hat keine Pavard. Sie steht auf und will schon gehen, nimmt jedoch wie aus einer Laune heraus die Landschaft von Tana von der Wand. Der Safe dahinter ist verschlossen, aber Barbara sieht etwas, was zu ihrer Beunruhigung beiträgt. Wenn Holly den Safe benutzt, stellt sie die Drehscheibe anschließend immer auf die Null. Das gehört zu ihren kleinen Zwanghaftigkeiten. Wenn Pete an den Safe gegangen wäre, hätte er sich nicht darum gekümmert, aber Pete ist seit Längerem außer Gefecht. Sie betätigt den Griffhebel verschlossen. Da sie die Kombination nicht kennt, kann sie nicht nachsehen, ob etwas herausgenommen wurde. Sie kann lediglich die Kombination auf die Null stellen, das Bild zurückhängen und ihren Bruder anrufen. Emily stellt den Subaru in die Einfahrt und steigt ein kleines bisschen zu schnell aus. Wieder schießt ihr ein heftiger Schmerz ins Kolz. Es wird immer schwerer zu glauben, dass Roddy und sie den heranwalzenden Eiterungsprozess aufhalten können, was das eher ne Credo der beiden ist, seit sie Hauche Castro verspeist haben. Nein, das ist kein Credo, sagt sie sich hartnäckig, sondern Wissenschaft, alles erwiesen. Ich hab wegen der Anspannung nur Nervenkrämpfe, die gehen vorüber und danach werde ich mich wieder erholen. Während sie die Stufen zur Veranda erklimmt, presst sie sich die Handflächen in die Ländengegend. Roddy sitzt nicht mehr draußen, da ist nichts zu sehen als ein halbleerer Kaffeebecher und sein Notizbuch. Als sie es aufschlägt, sieht sie, bekümmert, dass seine ehemals saubere Handschrift gespreizt und zittrig geworden ist. Er hat sich nicht einmal an die blauen Linien gehalten, die Sätze heben und senken sich, als hätte er sie bei heftigem Seegang auf der Mervé-Kerfa geschrieben. Sie hätte ihn im Wohnzimmer oder in dem kleinen Arbeitszimmer vermutet, doch dort ist er nicht und als sie in die Küche geht, sieht sie, dass die Tür zum Keller offen steht. Emily spürt ein flaues Gefühl in der Magengrube, sie geht zur Kellertür. War die? Wer antwortet, ist die Frau in Käfig, diese adamliche Schnüfflerin. Er ist hier unten, Frau Professorin, und ich glaube, er hat gerade seine letzte Vorlesung gehalten. Jerome erklärt Barbara, er werde nicht fliegen können, für 12.40 Uhr sei zwar ein Flug angesetzt gewesen, aber als er angerufen hat, um zu buchen, wurde ihm mitgeteilt, dass der Flug wegen Corona annulliert werden musste. Der Pilot und drei Mitglieder der Kabinenbesatzung seien positiv getestet worden. Ich werde versuchen, ein Auto zu mieten, es sind ja bloß knapp von 500 Meilen, da kann ich um Mitternacht zu Hause sein, sogar früher, wenn der Verkehr nicht zu schlimm ist. Meinst du denn, du bist alt genug, dass sie dir ein Auto geben? Sie hofft, dass er das ist, denn sie will ihn bei sich haben, unbedingt. Seit meinem Geburtstag vor zwei Monaten bin ich's Gott sei Dank und mit meinem Ausweis vom Schriftstellerverband krieg ich sogar Rabatt. Irre, was? Willst du wissen, was wirklich irre ist? Ich glaube, jemand war hier im Büro, da bin ich jetzt nämlich gerade. Sie erzählt ihm, dass sie den Computer einschalten musste, anstatt ihn einfach mit irgendeiner Taste aufwecken zu können und dass die Drehscheibe am Safe nicht auf der Null stand. Hast du das neue Passwort, das seit Monatsanfang gilt? Ah, nein. Bin seitdem überhaupt nicht im Büro gewesen. Du weißt schon, das Buch... Ja, das weiß Barbara. Den Rechner kann sie theoretisch ausgeschaltet haben. Ich hat ihr nämlich gesagt, dass die Dinge auch im Ruhrmodus Strom verbrauchen, aber das mit der Drehscheibe, das passt überhaupt nicht zu Holly. Aber wieso sollte jemand dort aufkreuzen, fragt Jerome und antwortet dann selbst. Vielleicht macht sich jemand Sorgen darüber, was Holly herausgefunden hat. Weiß wissen, ob sie einen Bericht geschrieben oder mit ihrer Auftraggeberin gesprochen hat. Barb, du musst diese Penny Dahl anrufen. Sag ihr, sie soll vorsichtig sein. Ich weiß doch gar nicht, welche Nummer... Da fällt ihr die Nachricht ein, die Penny Dahl ihr auf der Mailbox hinterlassen hat. Die muss noch im Verlauf sein. Schon gut, ich hab sie doch. Allerdings mach ich mir mehr Sorgen um Holly als um diese Dahl. So geht's mir natürlich auch, Bart. Was ist mit der Polizei? Mit Isabel Janes? Was soll ich der denn sagen? Dass Holly ihr Auto auf den falschen Platz gestellt hat? Dass ein Reifen auf der gelben Linie steht und sie vergessen hat, die Drehscheibe am Safe auszurichten? Okay, schon klar. Aber Izzy ist ja sozusagen mit Holly befreundet. Soll vielleicht ich sie anrufen? Nein, das mach ich schon. Aber erzähl mir vorher alles, was du über den Pfeil weißt. Das hab ich doch schon, hast du. Aber da war ich zu sehr mit meinem Kram beschäftigt. Also erzähl's mir noch mal. Weil ich das Gefühl hab, dass ich irgendwie längst wissen müsste, was hinter allem steckt. Ich kann das nicht. Ich bin so durcheinander. Erzähl's mir einfach noch mal, bitte. Also tut er das. Er hat sich als sie ihren Mann mit dem Gesicht nach unten in einer sich ausbreitenden Blutlache liegen sieht, bleibt Emily mitten auf der Treppe stehen. Was ist dasiert? schreit sie laut. Was ist trasiert? Ich hab ihm den Hals aufgeschlitzt, sah Tolly. Sie lehnt an der Betonwand, die die Rückseite des Käfigs bildet. Neben ihr steht die Campingtoilette. Sie fühlt sich erstaunlich ruhig. Möchten Sie einen Witz hören, den ich mir ausgedacht hab? Emily hastet die letzten sechs oder acht Stufen herab. Ein Fehler. Auf der letzten stolpert sie und verliert das Gleichgewicht. Sie streckt die Hände vor, um den Sturz abzufangen, und Holly hört das Knacksen, mit dem ein Knochen im linken Arm alt und spröde bricht. Diesmal kreischt sie und schreit nicht bloß, und das nicht vor Entsetzen, sondern vor Schmerz. Sie kriecht zu ihrem Mann und hebt seinen Kopf an. Das Blut aus dem aufgeschlitzten Hals ist schon teilweise geronnen, und man hört ein klebriges Schmatzen, mit dem sich seine Wanne aus der Lache löst. Eine frischgebackene Millionärin kommt in eine Bar und bestellt sich einen Mai Tai. Was haben Sie getan? Was hast du gerade ihr angetan? Haben Sie denn nicht zugehört? Ich hab ihm die verflixte Kehle aufgeschlitzt. Holly bückt sich und hebt den goldenen Ohrclip auf. Mit dem hier. Er hat Bonnie gehört. Wenn es sowas wie Rache aus dem Grab geben sollte, würde ich sagen, damit haben wir es hier zu tun. Emily kommt auf die Beine. Zu schnell. Jetzt schreit oder kreischt sie nicht, sondern heult qualvoll auf, weil ihr Rücken zu explodieren scheint. Der linke Arm hängt krumm herunter. Am Ellbogen gebrochen, denkt Holly, gut so. Oh Gott, ach du lieber Gott, das tut so weh. Schade, dass Sie sich nicht den irren Schädel aufgeschlagen haben, sagt Holly. Sie hebt den im Flur riskierenden lichtglitzernden Ohrclip in die Höhe. Kommen Sie doch her, Frau Professorin, dann kann ich Sie von Ihrem Elend erlösen, das scheint ja beträchtlich zu sein. Vielleicht ist es nicht zu spät, Ihren Mann auf dem Weg zur Hölle einzuholen. Emily steht vorgebeugt da wie eine alte Hexe. Ihre Haare, die sie morgens zu einem sauberen Dutt hochgeschleckt hat, haben sich gelöst und hängen ihr ins Gesicht, was zu ihrem hexenartigen Aussehen beiträgt. Holly fragt sich, ob sie sich wohl so ruhig fühlt, weil sie den Verstand verloren hat. Eher nicht, weiß sie doch eines ganz klar, wenn Emily Harris es nach oben ins Erdgeschoss schafft und dann wieder nach unten, wird Holly sterben. Immerhin habe ich einen der beiden erwischt, denkt sie, wobei ihr in den Sinn kommt, was Bogey zum Abschied sagt, uns bleibt immer noch Paris. Emily schlurft mit winzigen Schritten zur Treppe, sie ergreift das Geländer und wirft nur einen Blick zurück, nicht auf Holly, sondern auf ihren Mann, der tot auf dem Boden liegt. Dann zieht sie sich ganz langsam die Stufen hoch, ihr Atem kommt in rauen Stößen. Eine frisch gebackene Millionärin kommt in eine Bar und bestellt sich einen Mai Tai, ruft Holly ihr hinterher. Fall runter und brich dir den Hals, du gemeines Biest. Fall runter! Doch das tut Emily nicht. Abera denkt, auf den letzten Buchseiten könnte vielleicht doch eine Lösung für das mysteriöse Verschwinden von Holly stehen. Wenn man sich Penny Dahl als letzte Buchseiten vorstellt. An einem Laternenmast neben dem Parkplatz am Frederick Building hängt ein Flyer mit dem Wort Vermisst. In den drei Wochen seit er aufgehängt wurde, ist er durch Wind und Wetter verblichen und eine Ecke flattert in der heißen Vormittagsbrise, aber das lächelnde Gesicht der jungen Frau darauf ist noch gut erkennbar. Tot, denkt Barbara, die Frau da ist tot. Bitte, lieber Gott, mach, dass Holly nicht auch tot ist. Sie wählt die Nummer von Penny Dahl. Während der Rufton ertönt, betrachtet sie das Foto der lächelnden blonden Frau auf dem Flyer. Die ist nicht viel älter als Barbara. Geh ran, geh ran, verdammt, ach mal. Als Penny sich meldet, klingt sie atemlos. Hallo? Hier spricht Barbara Robinson, Mrs. Dahl. Haben Sie meine Nachricht erhalten? Haben Sie sie gefunden? Ist ihr was passiert? Barbara weiß nicht, ob von Bonnie oder Holly die Rede ist. Für beide Fälle gilt jedoch dieselbe Antwort. Sie ist immer noch verschwunden. Ich weiß, dass Holly sie gestern anrufen sollte. Hat sie ihn stattdessen vielleicht einen Bericht geschickt? Haben Sie ihre Mails gecheckt? Hab ich, aber das nichts gekommen. Sehen Sie bitte noch mal nach? Danny Dahl bittet sie, kurz zu warten. Barbara steht immer noch vor dem Foto mit der vermissten Tochter der Frau, mit der sie gerade telefoniert. Blond, typisch amerikanisch, Cheerleader-Typ, der Traum jedes weißen Jungen. Während sie wartet, rennt ihr der Schweiß über die Wann. Immer wieder muss sie an die Codescheibe am Safe denken. Sorry, sie haben sich verwählt. Penny meldet sich wieder. Nein, nichts. Falls es einen Bericht gibt, steckt er wahrscheinlich in der EDV-Anlage von Finders Keepers. Barbara bedankt sich bei Penny und ruft dann bei Pete Huntley an, der meldet sich persönlich. Pete, ich bin's, Barbara. Holly ist irgendwie verschwunden und nirgends aufzufinden. Pete zeigt sich beunruhigt, Olli habe sich auch nicht wie vereinbart bei Penny Dahl gemeldet und Barbara berichtet von ihren Beobachtungen im Büro. Dann stellt sie die große Frage. Kennt er das Passwort für die Bürocomputer, das am 1. Juli umgestellt wurde. Sie muss sich einen Hustenanfall anhören, bevor er antworten kann. Ach, du lieber Ava, nein, um sowas kümmert sich Holly. Ganz sicher, dass sie es dir nicht weitergegeben hat? Ja, sonst hätt ich mir ja aufgeschrieben. Und was den Safe angeht, da weiß ich die Kombination auch nicht. Die hat Holly mir zwar gesagt, und ich hab sie notiert, in Zettel aber verschusselt. Das ist Monate eher. Ich benutze den Safe sowieso nie. Tut mir leid, Kleines. Barbara ist enttäuscht, aber nicht überrascht. Sie bedankt sich, legt auf und starrt wieder auf die lächelnde blonde Frau unter dem Wort vermisst. Die Hitze hat ihr Deo überwältigt, deshalb ihr der Schweiß jetzt auch aus den Atzelhöhlen rennt. Sie bezweifelt ohnehin, dass im kasten zu lassen, wie sie ihren Computer nennt, bis der jeweilige Fall abgeschlossen ist. Sie hasst es mehrmals ausdrucken zu müssen, wenn sie etwas geändert oder hinzugefügt hat. Falls sie einen Bericht geschrieben und in der Cloud gespeichert hat, wird er dort bleiben, bis ein IT-Fachmann einer mit fortgeschrittenen Fähigkeiten es schafft, die EDV-Anlage von Finders Keepers zu knacken und dann ist es vielleicht zu spät. Jerome hat vorgeschlagen, dass sie Isabel Janes anruft und Barbara hat zugestimmt, aber welchen Zweck soll das haben? Seit Holly verschwunden ist, sind nicht einmal 24 Stunden vergangen. In ihrer Wohnung und in ihrem Büro gibt es weder Blutspuren noch irgendwelche anderen Anzeichen einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Barbara könnte sie nicht einmal bitten, nach Hollys Wagen fahnden zu lassen, weil der ja in der Tiefgarage steht. Lediglich am falschen Platz abgestellt und sowas tun die Leute immerhin ständig. Aber nicht Holly, die würde das nie im Leben tun. Barbara beschließt, nach Hause zu fahren, ihre Eltern sind bei der Arbeit und da will sie sie nicht stören. Nur mit Jerome will sie sprechen und als sie zu Hause ankommt, ruft sie ihn sofort an. Eine Ansage teilt ihr mit, er könne jetzt nicht telefonieren, weil alle am Steuersitze. Abra sagt sich, das sei gut, doch so kommt es ihr nicht vor. Nichts kommt ihr momentan gut vor. Vielleicht klappt sie ja oben zusammen, denkt Holly. Mit ihren gebrochenen Arm und dem kaputten Rütten kann das durchaus passieren. Aber eigentlich glaubt sie nicht, dass es dazu kommt. Sie wartet und gerade als sie einen Hoffnungsschimmer spürt, wird oben auf der Treppe ein Schuh sichtbar, dann ein zweiter, dann der Rocksaum der irren Professorin. Langsam kommt sie keuchend herab, eine Stufe nach der anderen, wobei sie sich mit der rechten Hand ans Geländer klammert. Der linke Arm hängt herab. Das Gesicht ist leichenblass und im Bund ihres Vox steckt ein Revolver. Holly sieht zwar nur den Griff, aber diese Waffe würde sie Hotsches zu erschießen. Sie verflucht des Biest sie klechzt Emily, sie ist unten angekommen, ihr verschnüffelei hat alles ruiniert. Das war schon lange ruiniert, bevor ich aufgetaucht bin. Holly weicht langsam zurück, bis es nicht mehr geht, sie hebt sogar die Hände, als ob das etwas nutzen würde. Es war von Anfang an nur ein Placebo-Effekt, Erwartungen unterstützen die Körperchemie, ich bin ein kleines bisschen hypochondrisch veranlagt, deshalb kenne ich mich da aus, und ich habe die Statistiken gesehen, die Forschung kennt den Placebo-Effekt schon viele Jahre, bestimmt wusste ihr Mann ebenfalls Bescheid. Wenn Holly gehofft hat, damit dieselbe blinde Wut auszulösen, die Wartney Harris dazu gebracht hat, derart unbedacht zu handeln, wird sie enttäuscht. Und wenn sie gehofft hat, Emily Harris könnte sich in den Bauch schießen, während sie den Revolver aus dem Rockbund zieht, wird sie ebenfalls enttäuscht. Tatsächlich ist sie sich überhaupt keiner Gefühle bewusst, aber ihre Sinne sind auf fast übernatürliche Weise hellwach. Sie sieht alles und hört alles, selbst das leichte Rasin in der Kehle von Emily Harris, das bei jedem schnellen Atemzug auftritt. Olly fragt sich, ob alle Menschen oder zumindest diejenigen, die den Tod auf sich zukommen sehen, diese traumhaft scharfe Konzentration erleben, den letzten Versuch des Gehirns alles in sich aufzunehmen, davor alles weggenommen wird. Emily blickt auf ihren Mann hinab. Ah, armer Roddy, sagt sie, ich kannte ihn. Nicht zu fassen, sagt Holly, die mit dem Rücken an der Wand dasteht und die gespreizten Hände an den Beton drückt. Eine Kannibalin, die Shakespeare zitiert, das verdient einen Platz im Guinness Buch, der halten sie das Mal, klappe. Olly hat keineswegs die Absicht, den Mund zu halten, zu lange in ihrem Leben war sie ein demütiges Mäuschen. Ihre Mutter, sprich nur, wenn du gefragt wirst, Onkel Henry, Kinder sollte man sehen, aber nicht hören. Tja, vergiss es, nein, scheiß drauf, in wenigen Sekunden wird die Frau da Holly für immer zum Schweigen bringen, aber wie bei deren Mann wird Holly kein Blatt vor den Mund nehmen. Vorhin wollte ich Ihnen einen Witz erzählen, den ich mir ausgedacht habe, eine fischgebackene Millionärin kommt in eine Bar Maul heiten. Obgleich es ein Revolver mit relativ kleinem Kaliber ist, heilt der Schuss ohrenbetäubend durch den Keller. Ein Funke springt von einem der selbst zusammengeschweißten Gitterstäbe weg. Woddy hat auf YouTube ein Video gefunden und die Anweisungen mit ausgezeichneten Resultaten befolgt. Holly sieht, wie über der blauen Camping-Toilette ein Betonsplitter in die Höhe fliegt. Ich hatte nicht mal Zeit, mich zu ducken, denkt sie. Und bestellt sich einen Mai? Halten sie endlich das Maul! Gerade als Emily wieder abdrückt, schiebt Holly sich an der Wand entlang nach links. Diesmal springt kein Funke vom Gitter, das Geschoss zischt zwischen den Stäben hindurch und bohrt da, wo Holly eine Sekunde vorher gestanden hat, ein kleines rundes Loch in die Betonwand. Die Waffe in Emilys Hand beginnt zu schwanden und Holly denkt, sie ist Linkshänderin und das ist der Ahn, den sie sich gebrochen hat. Sie schießt mit ihrer tauben Hand und bestellt sich einen Mai Tai. Können sie mir so weit folgen? Der Witz ist ziemlich gut, wenigstens glaube ich das. Während der Barkeeper den Trink zubereitet, hört die Millionärin plötzlich eine Stimme sagen, Glückwunsch Holly, du verdienst Emily macht einen Schritt vorbeiz um näher heranzukommen, aber ihr Fuß verfängt sich im Bademantel ihres Mannes und sie stürzt abermals hin. Ein Knie landet auf dem Hintern des verstorbenen Professors, das andere auf den Beton. Ihr Körper verdreht sich an der Taille, dann schreit sie vor Schmerz auf und ein Schuss löst sich. Diesmal bohrt sich das Projektil in Rodneys Hinterkopf, nicht, dass der das spüren würde. Bleib unten, denn Tolly bleibt unten, bleib unten. Aber Emily erhebt sich wieder, obgleich sie vor Schmerzen wimmert und es nicht schafft, sich vollständig aufzurichten. Jetzt sieht sie nicht mehr wie eine Hexe aus, denkt Holly, sondern eher wie der Glattner von Notre-Dame. Ihre Augen quellen heisses Zeug und will sich lieber nicht vorstellen, was die Frau gegessen hat, um Kraft zu gewinnen, bevor sie mit der festen Absicht wieder herunter kam, Holly mit Bill's Revolver zu erschießen, den sie jetzt hebt. Nur zu, sagt Holly, zeigen sie mal, was sie drauf haben. Deren sie sich wieder ein Stück nach links schiebt und zugleich duckt, fühlt sie sich so zerbechlich wie an und Emily hat ein bisschen Glück. Holly spürt am rechten Arm knapp über dem Ellbogen ein scharfes Brennen. Auch sie kennt sich mit Shakespeare aus und denkt ebenfalls an Hamlet getroffen, offenbar getroffen. Es ist nur ein Streifschuss, der nicht besonders wehtut, vorerst jedenfalls nicht. Die Stimme sagt also, Blödwunsch Holly, du verdienst jeden verflixten Cent von dem ganzen Geld, aber hört sie eine Stimme auf der anderen Seite sagen, Maulheiten, Maulheiten, heils, wahre. Kurz bevor Emily erneut abdrückt, lässt Holly sich auf die Knie fallen. Sie spürt das Projektil dicht über ihren Kopf hinweg zischen, als wollte es ihr einen Scheitel ziehen. Womöglich hat es das tatsächlich getan. Tut mir leid, Frau Professorin, sagt Holly, während sie sich aufrichtet, Handfeuer Waffen sind nur auf nahe Entfernung gut geeignet. Sie spürt, wie Blut ihren Ärmel durchnässt. Es ist warm, und Wärme ist gut, Wärme ist Leben. Und außerdem schießen sie mit der falschen Hand. Bringen wir es zu Ende. Ich werde es ihnen leicht machen. Lassen sie mich nur meinen Witz fertig erzählen. Sie geht zum Gitter und drückt das Gesicht in eine der quadratischen Aussparungen. Die Stäbe pressen sich an ihre Wangen und die Stäbe sind kalt. Die andere Stimme sagt also, du siehst heute Abend aber besonders hübsch aus, Holly. Aber als sie in die Richtung blickt, ist da ebenfalls niemand. Der Barkeeper kommt mit dem Cocktail an und Emily trummelt vorwärts. Sie hält Holly die Mündung von Bill's Revolver an die Stirn und drückt ab. Es klickt, weil der Hahn auf die sechste Kammer fällt, die Holly leer gelassen hat, wie es ihr von Bill eingeschärft wurde, weil der Revolver im Gegensatz zur Block seiner Dienstwaffe keine Sicherung hat. Emily hat gerade Zeit genug die eigene Verblüffung wahrzunehmen, davor Holly blitzschnell die Hände durch die Gitterstäbe schiebt, Emily am Schopf packt und deren Kopf mit aller Kraft nach links dreht. Als der Arm der alten Frau gebrochen ist, hat Holly ein Knacksen gehört, jetzt hört sie ein gedämpftes Krachen. Emily knicken die Knie ein, deren die alte Hexe zu Boden sinkt, entgleitet Holly der Schopf und nur eine ausgerupfte Schleine bleibt in ihrer linken zurück. Die grauen Haare fühlen sich so widerbärtig an wie Spinnweden, das halt sie die Hand schnell an ihrem Schert abwischt. Sie hört sich schwer keuchen und die Welt macht Anstalten von ihr weg zu schlinden. Das darf sie nicht zulassen, daher verpasst sie sich eine Ohrfeige. Aus ihrem verwundeten Arm spritzt Blut, einige Tröpfchen bespränke in die Gitterstäbe des Käfigs. Emily ist in eine Art Hocke zur Ruhe gekommen, die Beine sind an den Knien in unterschiedliche Richtungen verdreht, das Gesicht berührt das Gitter. Einer der Stäbe hat ihre Nase zu einer Schweineschnauze hochgezogen. Wie die Beine scheinen auch die offenen Augen sich in unterschiedliche Richtungen zu drehen. Olli kniet sich hin, hebt die Futterklappe an und greift nach dem Revolver. Der ist jetzt zwar leer, könnte aber dennoch nützlich sein. Falls Emily noch am Leben sein sollte, was regt, wird Holly ihr den verflixten Kopf einschlagen. Aber da regt sich nichts. Olli zählt laut bis 60. Weiterhin knien streckt sie die Hand durch Skitter und drückt Emily die Finger seitlich an den Hals. Dass der Kopf der Frau dabei schlaff auf die Schulter sinkt, sagt Holly alles, was sie wissen muss und Beweils wusste. Aber sie lässt die Finger am Hals, während sie noch einmal bis 60 zählt. Sie spürt absolut nichts, nicht einmal die letzten unregelmäßigen Schläge eines sterbenden Herzens. Immer noch keuchend erhebt sich Holly, schafft es jedoch nicht, sich auf den Beinen zu halten, sie plumpst auf den Foutron. Sie ist am Leben, als sie eigentlich nicht glauben kann, dann glaubt sie es doch. Was sie überzeugt sind die Rippenschmerzen und das Brennen im Arm und ihr Durst, sie konnte jetzt alle fünf großen Seen leer saufen. Die beiden da sind tot, die meinen hat sie die Kehle aufgeschlitzt, der anderen den Hals gebrochen, und da hockt sie nun in einem Käfig, von dem niemand etwas weiß. Irgendwann wird jemand kommen, aber wie lange wird es dauern, bis das geschieht? Und wie lange kann ein Mensch ohne Wasser überleben? Das weiß sie nicht, die erinnert sich nicht einmal mehr daran, wann sie das letzte Mal etwas getrunken hat. Olli schiebt den langen Ärmel ihres Shirts hoch. Als der Stoff über die Wunde streift, faucht sie vor Schmerzen. Wie sie sieht, war es doch ein bisschen mehr als ein Streifschuss. Fünf Zentimeter über dem rechten Ellbogen Der Knochen wagt nicht heraus, was wahrscheinlich gut ist, aber die Wunde blutet ziemlich stark. Olli weiß, dass Blutverlust den Durst noch verschlimmern wird, und er ist jetzt schon höllisch, bald wird er Was sein? Was ist schlimmer als höllisch? Ein passender Ausdruck fällt ihr ebenso wenig ein, wie die Anzahl der Tage, die man als Mensch ohne Wasser überleben kann. Ich habe beide sie getötet, während ich in dem Käfig hier war. Das gehört tatsächlich ins Guinness Buch der Rekorde. Olli windet sich aus ihrem Shirt. Das ist eine langsame und schmerzhafte Unternehmung, doch schließlich ist es geschafft. Sie wickelt das Shirt um die Schusswunde, wieder eine zähe Unternehmung und verknotet es mit den Zähnen. Dann lehnt sie sich zum Warten mit dem Rücken an die Beton wand. Eine frisch gebackene Millionärin kommt in eine Bar und bestellt sich einen Mai Teil, krächzt sie. Während der Barkeeper den Ring zubereitet, hört sie plötzlich jemanden sagen, das Geld hast du verdient, Holly, jeden verflixten Cent. Sie sieht sich um, aber da ist niemand. Dann hört sie eine Stimme von der anderen Seite sagen, du hast beide getötet, obwohl du in einem Käfig bist. Damit kommst du ins Guinness Bucht Eric Horde. Gut gemacht. Du bist ein Star. Hat Emily sich bewegt? Bestimmt nicht. Das muss Einbildung gewesen sein. Holly weiß, dass sie den Mund halten sollte, das Reden wird sie nur noch durstiger machen, aber sie muss den verdammten Witz zu Ende erzählen, obwohl ihr Publikum nur aus zwei toten alten Leuten besteht. Als der Barkeeper wiederkommt, sagt sie, ich höre ständig Stimmen, die richtig nette Dinge sagen, was hat das zu bedeuten? Worauf der Barkeeper sagt, sie fällt in Ohnmacht. Während Trolli das Bewusstsein verliert und das auch noch kurz vor der Pointe, sitzt Barbara bei sich zu Hause in dem Arbeitszimmer, das jetzt Jerome gehört. Sie studiert die mit MapQuest ausgedruckte Karte mit den roten Markierungen der Orte, wo die verschiedenen Personen verschwunden sind. Darunter ist jetzt auch der von ihr gemalte Punkt für Jorge Castro, der seit Herbst 2012 vermisst wird. Barbara hat den Punkt an die Ridge Road gemalt, ebenüber von Olivias Haus. Habe ich ihnen eigentlich erzählt, dass ich ihn kurz vor seinem Verschwinden gesehen habe? Das hat Olivia gesagt. Beim Joggen, er ist immer abends gelaufen, zum Park und wieder zurück, selbst im Wegen und an dem Abend hat es geregnet? Und noch etwas, jedenfalls habe ich ihn nie wieder gesehen. In Gedanken zieht Barbara eine Linie vom Campus die Ridge Road entlang zum Park, zu dem Spielplatz dort. Ob es sich wohl da abgespielt hat? Da ist ein Parkplatz und wenn da ein Van stand wie der auf dem Überwachungsvideo von Bonnie beim Einkaufen, Etwas nagt an ihr. Hat das mit dem Van zu tun? Mit der Ridge Road? Mit beidem? Sie kann es nicht sagen. Kuno Knobelmann hätte bestimmt eine Schlussfolgerung gezogen. Ihr Handy meldet sich. Es ist Jerome, der auf den neuesten Stand gebracht werden will. Sie berichtet ihm von den Anrufen, die sie gemacht hat und von dem, den sie nicht gemacht hat, den mit Izzy Janes. Er sagt, da habe sie wahrscheinlich richtig gehandelt, übrigens komme er gut vorwärts und sei schon in New Jersey, aber er wolle das Tempolimit nicht um mehr als fünf Meilen überschreiten. Barbara muss ihn nicht fragen, warum, er riskiert nicht einmal während der Fahrt sein Handy zu benutzen. Für den Anruf ist er auf einen Rastplatz gefahren und er will gleich wieder los. Davor er auflegen kann, platzt Barbara mit ihrer schlimmsten Angst heraus. Was ist, wenn sie tot ist, Jay? Eine Pause entsteht, sie hört den Verkehr rauschen, dann sagt er, ist sie nicht. Wenn sie's wäre, würde ich das spüren. Muss weiter, Barb, heute Abend um elf bin ich zu Hause. Ich lege mich jetzt erst mal ein bisschen hin, sagt Barbara, vielleicht fällt mir dann was ein. das Gefühl, die Lösung schon längst in der Hand zu haben. Passiert dir sowas auch manchmal? Ziemlich oft sogar. Barbara geht in ihr Zimmer und streckt sich auf dem Bett aus. Sie will nicht einschlafen, aber vielleicht kann sie auf diese Weise für einen klaren Kopf sorgen. Sie schließt die Augen und denkt an Olivia und die vielen Geschichten, die sie erzählt hat. Dabei fällt ihr Bogart vor dem Trevi-Brunnen steht. Mit großen Augen und einem beinahe erschrockenen Lächeln. Woraufhin Olivia sagte, wenn ich verdutzt aussehe, dann deshalb, weil er mir an den Hintern fasst. Barbara schläft ein. Holly steht im Wintergarten des Pflegehains. Dort ist sonst niemand außer ihrer Mutter und ihrem Onkel. Die beiden sitzen an einem Tisch, sehen sich auf dem riesigen Fernseher ein Bowling-Turnier an und trinken aus hohen Gläsern Eistee. Kann ich auch was haben, krächt Holly? Ich hab Drost. Die beiden blicken sich um, sie prosten ihr mit den hohen Gläsern zu und trinken. Auf dem Rand der mit perlenden Kondenströpfchen beschlagenen Gläser stecken Zitronenschnitze. Holly denkt, wie gern sie doch die Zunge hinaus strecken und die Tröpfchen von den Gläsern lecken würde. Von unten bis oben würde sie die abschlecken, dann die Zitronenschnitze aussaugen und beide Gläser bis auf den Grund lehren. Mit so viel Geld könntest du überhaupt nicht umgehen, sagt Onkel Henry und nippt an seinem Glas. Wir haben nur zu deinem Besten so gehandelt. Du bist so zerbrechlich, sagt Charlotte und nimmt ebenfalls einen kleinen Schluck, ganz geziert. Wie schafft sie's nur, den Tee nicht einfach in sich hinein zu kippen? Holly würde beide Gläser sofort aussaufen, wenn man die ihr nur überlassen würde. Charlotte hält Holly ihr Glas hin, das kannst du haben. Onkel Henry tut es ihr gleich, das auch. Und dann rufen sie im Sprechchor wie zwei Kinder, falls du bereit bist, diesen gefährlichen Blödsinn bleiben zu lassen und heim zu kommen. Mühsam wöhlt Holly sich aus dem Traum hinaus. Die Wirklichkeit besteht aus dem Käfig im Keller des Hauses Herres. Die Rippen tun immer noch weh und die Armwunde fühlt sich an, als hätte jemand sie mit Feuerzeug Benzin übergossen und angezundet. Aber die ganzen Schmerzen sind eindeutig weniger schlimm als ihr Durst, der einfach erbarmungslos ist. Immerhin scheint die Wunde nicht mehr zu bluten. Das Zeug auf der provisorischen Bandage ist braun anstatt rot. Wenn man das Shirt abzieht, wird es brutal brennen, aber darüber muss sie sich jetzt wirklich keine Sorgen machen. Sie rappelt sich hoch und tritt ans Gitter. Die Leiche von Wördney Harris liegt in der Nähe der Treppe. Emily hat ihre Hockstellung aufgegeben, sie ist umgekippt und liegt jetzt auf der Seite. Offenbar hat sie die Tür zur Küche Für ein Glas Bier würde ich meine Seele verkaufen, dein Tolly, aber mag ich Bier nicht mal. Dann fällt ihr der kindliche Sprechchor ein, mit dem ihr Traum geendet hat, falls du bereit bist, diesen gefährlichen Blödsinn bleiben zu lassen und heim zu kommen. Bestimmt wird jemand kommen, daran besteht kein Zweifel. Die Frage ist, in welchem Zustand sie sich dann befinden wird, Doch selbst jetzt, obwohl ihr alles wehtut, obwohl zwei Leichen vor dem Käfig liegen, in dem sie eingesperrt ist, obwohl ihr Durst schier unerträglich ist, ich bereue nichts, krächt sie, absolut nichts. Doch eines schon, sich hinter den Kettensägen zu verstecken, war ein großer Fehler. Ich muss lernen, mir selbst mehr zu vertrauen, denkt Holly, daran werde ich arbeiten. Auch Barbara hat einen Traum. Sie stürzt ins Wohnzimmer im Haus Olivia Kingsbury's in der Ridge Road und findet sie dort in ihrem gewohnten Sessel vor. Olivia liest ein Buch, es ist eine Gedichtssammlung von Adrienne Ridge und verzehrt dabei ein kleines Sandwich. Auf dem Tischchen neben ihr steht ein Becher mit dampfendem Tee. Ich dachte, sie sind tot, ruft Barbara. Man hat mir gesagt, dass sie tot sind. Unsinn, sagt Olivia und legt das Buch beiseite. Ich habe definitiv vor, meinen Hundertsten zu feiern. Hab ich ihnen eigentlich erzählt, die wie Jorge Castro sich bei der Besprechung gemeldet hat, als es um das Schitt sei des Lyric Workshops ging? Selbst da hat Emily unverwandt gelächelt, aber ihr Blick... Barbaras Handy klingelt und der Traum zerfällt. Er war wunderschön, weil Olivia darin am Leben war, aber ihm nur ein Traum. Barbara grabscht nach dem Handy und sieht auf dem Display das lächelnde Porträt ihrer Mutter. Außerdem sieht sie die Zeit, 16 Uhr drei. Jerome müsste inzwischen in Pennsylvania sein. Hi, sie macht sich räuspern. Hi, Mama. Hast du geschlafen? Ich wollte mich bloß ein bisschen hinlegen und bin dann wohl eingepennt. Hab geträumt, dass Olivia noch am Leben ist. Ach, Liebes, es tut mir so leid. Als deine Oma gestorben ist, hatte ich auch so Träume. Wenn ich aufgewacht bin, war ich immer ganz traurig. Ja, so geht's mir auch. Barbara fährt sich mit der Hand durchs Haar und denkt über das nach, was die Traum Olivia gesagt hat, als das Handy klingelte. Irgendwie kommt ihr das wichtig vor, genau wie der Gedanke an das Überwachungsvideo mit dem Van, den sie vor einer Weile hatte. Kuno Knobelmann wüsste bereits Bescheid, denkt sie, der hätte längst geschlussfolgert, was hinter dem ganzen Scheiß steckt. Aufgespürt? Was? Ich hab gefragt, ob du Holly schon aufgespürt hast oder ob sie sich gemeldet hat. Nein, noch nicht. Sie will ihrer Mutter nicht erzählen, was sie befürchtet, vielleicht, wenn Jerome wieder da ist, aber vorher nicht. Da scheinlich ist sie zu den Meadowbrook Estates gefahren, um sich um die Angelegenheiten ihrer Mutter zu kümmern. Dania senkt die Stimme. Zu Holly würde ich das nie sagen, aber Charlotte Gidney ist nicht an Corona gestorben, sondern an Blödheit. Das entlockt Barbara ein Lächeln. Ich glaube, das weiß Holly schon. Übrigens rufe ich an, um dir zu sagen, dass ich heute mit deinem Dad zum Abendessen ausgehe, in ein super schickes Restaurant, da werde ich mir übrigens einen ganz bestimmten Aperitiv Bestellen. Cool, sagt Barbara. Welchen? Dania sagt es ihr, aber Barbara hört kaum zu. Sie hat das Gefühl, dass irgendwo in ihrem Kopf ein Blitz gezuckt hat. Welchen? Geschäftsweise ist. Ja, genau. Dania lacht. Hast du überhaupt gehört, was ich gesagt habe? Wir feiern verfrüht unseren Hochzeitstag, weil dein Dad am eigentlichen Datum auf Geschäftsreise ist. Wenn du dir was zu essen holen willst, in der Küchenschublade liegt Geld. Viel Spaß, Mama. Ich muss auflegen. Hab dich lieb. Ich dich aber Barbara hat bereits aufgelegt und ist damit beschäftigt, sich durch die Nachrichten von und an Holly zu scrollen. Da ist es. Wäldchen. Das hat Barbara gefragt, weil sie zwei von den Männern auf dem Foto kannte, das Holly ihr geschickt hat. Der eine war Carrie Dressler, der coole junge Typ, in den alle Mädchen aus ihrem Sportkurs verknallt waren, der andere war Professor Harris. Den hat sie beim Autowaschen gesehen, als sie bei Emily Harris war, um sie zu bitten, einen Kontakt zu Olivia Kingsbury herzustellen. An jenem warmen Wintertag standen beide Garagentore offen, und in der einen Garage war ein Van. Harris hat das betreffende Tor hastig geschlossen. Alle gesehen hat, ihr Blick auf den Van gefallen ist, um den zu verstecken. Blödsinn, du denkst dir bloß was aus. Kann sein, aber jetzt weiß sie, was Olivia sagen wollte, als das Handy geklingelt hat. Sie weiß es, weil Olivia es tatsächlich gesagt hat. Selbst da hat Emily unverwandt gelächelt, aber ihr Blick, sie hat reingeblickt, als wollte sie ihn umbringen. Rauche Castro, der als erster verschwunden ist. Das ist doch völlig Gaga, flüstert Barbara vor sich hin. Bloß weil er Carried Wessler kannte und weil sie Rauche Castro kannte und ihn nicht mochte. Hab ich ihnen eigentlich erzählt, dass ich ihn kurz vor seinem Verschwinden gesehen hade? Ach, das ist völlig Gaga, wiederholt Barbara, die beiden sind doch steinalt. Aber Bonnie Ray Dahl, die als letzte verschwunden ist, könnte es sein? Sie eilt in Jerome's Arbeitszimmer, schaltet seinen Rechner ein und googelt nach dem, was sie wissen will. Dann ruft sie Marie de Champ an. Erinnerst du dich, wie Olivia mir von der Weihnachtsparty von Mr. und Mrs. Harris erzählt hat, dass die da Weihnachtsmänner mit Geschenkkörben rumgeschickt haben? Natürlich, sagt Marie und lacht. Bloß, dass das eigentlich Weihnachtselfen sein sollten. Olivia fand das typisch für Emily Harris. Die wollte die Tradition mit ihrer Weihnachtsparty um jeden Preis fortführen. Komm, was wolle, Corona hin oder her. Wir haben die Hättchen gegessen und das Bier getrunten. Livy hat eine ganze Dose gegluckert, natürlich gegen meinen Rat, aber auf den Zoom Event verzichtet. Hast du da nicht gesagt, die Sachen von einer hübschen blonden Frau geliefert wurden? Kann sein. Marie hört sich enttäuschend unsicher an. Würdest du die wohl erkennen, wenn ich dir ein Foto schicke? Die war doch als Weihnachtsmann verkleidet barbsamt falschem Bart. Ach so. Barbara singt in sich zusammen. Scheiße. Okay, trotzdem danke. Du, warte mal, jetzt erinnere ich mich, unsere Elfe war keilt, weil sie mit dem Fahrrad gekommen ist, deshalb hat Olivia ihr ein kleines Gläschen Schnaps angeboten. Ich weiß noch, wie Olivia gesagt hat, dafür müsste sie sich aber den Bart abnehmen, was sie getan hat. Büksch war sie. Man hat gesehen, dass sie Spaß bei der Sache hatte. Ich konnte sie also vielleicht doch erkennen. Gut, dann schicke ich dir das Bild gleich. Bleib dran. Bonnys Accounts auf Facebook und Instagram sind dank ihrer Mutter noch sehr lebendig und Barbara schickt Marie das Foto von Bonny auf dem Fahrrad in weißen Shorts und einem Trägertop. Hast du es bekommen? Eigentlich kann sie es nicht gewesen sein. Unmöglich. Ja, und das ist sie tatsächlich. Das war unsere Weihnachtselfe. Warum willst du das eigentlich wissen? Danke Marie. Wie betäubt legt Barbara auf. Dass Professor Harris Curry Dressler kannte muss nichts bedeuten und dass Emily Harris Rauche Castro kannte und nicht mochte muss auf nichts bedeuten, aber mit Bonny sind es drei und wenn man den Van dazu hechnet? Fast ruft sie Jerome an, lässt es jedoch bleiben, sonst fährt er zu schnell und wird womöglich von der Polizei angehalten. Wie jeder schwarzen Person in der Stadt ist es Barbara sehr bewusst, was Malik Datten zugestoßen ist, als der angehalten wurde. Was soll sie tun? Die Antwort scheint klar zu sein, Sorvich Road 93 fahren und nachsehen, ob Holly dort ist. Wenn das nicht der Fall ist, kann sie das Professorenpaar fragen, ob dem vielleicht bekannt ist, wo sie sich befindet. Vielleicht haben die beiden überhaupt nichts mit der Sache zu tun. Barbara fällt kein Grund ein, weshalb es anders sein sollte, schließlich sind alte Leute keine Serienmörder, aber eines weiß sie. Olly wusste dasselbe, was Barbara weiß, und die wäre bestimmt dorthin gefahren. Vor Rodney und Emily Harris hat Barbara keine Angst, aber es könnte durchaus noch jemand anderes mit im Spiel sein. Was bedeutet, dass sie gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen muss? Sie tritt an ihren Kleiderschrank, stellt sich auf die Zehenspitzen und schiebt Oingo und Boingo beiseite, zwei Klöschbären, die früher auf ihrem Bett residiert und sie vor dem Butzemann beschützt haben. Jetzt braucht sie die beiden zwar nicht mehr, bringt es allerdings nicht über Sart sie zu entsorgen. Es sind liebe Erinnerungen. Hinter den Bären steht eine Nike Schuhschachtel, die nimmt sie herunter und klappt sie auf. Nach der Sache mit Chad Ondowski hat sie Holly nicht um eine Schusswaffe bitten können, Holly hätte sich geweigert und vorgeschlagen, sie solle eine Therapie machen. Daher hat sie sich an Pete gewandt und ihn zur Verschwiegenheit verpflichtet. Er hat ihr ohne weitere Diskussion eine für die Handtasche geeignete Automatik Kaliber 22 besorgt. Auf ihre Frage nach der Bezahlung hat er nur den Kopf geschüttelt. Hauptsache du schießt ihr damit nicht in die Flossen Kleines und auch nicht auf andere Leute. Letzteres hat er noch einmal überdacht und hinzugefügt, falls sie es nicht verdienen. Barbara glaubt nicht, an diesem Nachmittag auf jemanden schießen zu müssen, aber jemanden mit der Waffe zu bedrohen kommt durchaus in Betracht. Sie muss herauskriegen, wo Holly steckt, wenn das Professorenpaar leugnet, etwas darüber zu wissen und wenn sie den Eindruck hat, dass die beiden lügen, ja, dann wäre es durchaus angebracht, sie zu bedrohen, selbst wenn das bedeuten sollte, dafür ins auf dem Weg hinaus schnappt sie sich aus dem Korb an der Haustür eine Baseball Kappe mit dem Logo der Cleveland Indians setzt sie auf und erstarrt sie denkt daran, dass Hollys Computer nicht im Ruhezustand sondern ausgeschaltet war, sie denkt an die nicht auf die neu gestellte Drehscheibe und dann erinnert sie sich an eine Frau, die ihr unten im Frederick Building begegnet ist. die Barbara gerade aufgesetzt hat die Frau hat den Kopf gesenkt gehalten sodass Barbara das Logo an der Vorderseite gut erkennen konnte das von den Columbus Clippers sie kann nicht sagen ob es sich bei der Frau um Emily Harris gehandelt hat aber sie weiß dass Holly eine Clippers Matze besitzt hier in der Stadt gibt es viele Leute die eine in den Farben der Cleveland Indians tragen ebenso viele tragen welche von den St. Louis Cardinals und nicht wenige stehen auf die Kansas City Royals aber Clippers Mützen die sieht man nicht besonders oft kam die Frau ob es sich nun um Emily Harris handelte oder nicht aus der vierten Etage hatte sie vielleicht nicht nur die Mütze von Holly sondern auch deren Schlüssel hat sie den Computer einfach ausgeschaltet nachdem sie ihn zuvor aus dem Ruhezustand geweckt hatte hat sie am Safe an der Scheibe für den Zahlen Code gedreht unwahrscheinlich aber aber das ganze nagt so sehr an Barbara dass sie einen Entschluss fasst weder Mr. noch Mrs. Harris sollen ihre Ankunft mitbekommen bis sie gefechtsbereit vor deren Haustür steht um ihnen die entscheidende Frage zu stellen wo ist sie wo ist Holly Barbara fährt zur Witch Road und kettet ihr Zehngangrad an den Ständer auf dem Parkplatz der neben dem Spielplatz liegt sie blickt auf ihre Uhr und sieht dass es zehn nach fünf ist dann geht sie die Straße hinauf die zweckdienlichen unsexy Cargo Hosen die Holly so gern trägt haben ihr immer gefallen weshalb sie sich selbst eine bestellt hat die trägt sie jetzt in einer der Pattentaschen steckt die Pistole in der anderen ihr Handy sie beschließt dass eine Erkundungstour nicht schaden kann daher zieht sie den Mützenschirm in die Stirn senkt den Kopf und spaziert langsam am Haus Nummer 93 vorbei so als wäre sie auf dem Weg zum College weiter oben als sie einen kurzen Blick nach links wirft sieht sie etwas merkwürdiges die Haustür steht halb offen auf der Veranda sitzt niemand doch da steht ein Tischchen mit einem großen Thermobecher darauf schon der kurze Seitenblick reicht aus das Starbucks Logo zu erkennen als Barbara das Haus mit der Nummer 109 erreicht macht sie kehrt und geht zurück als sie diesmal den Kopf senkt sieht sie etwas im Rindstein was sie gut kennt es ist ein Einmal Handschuh der mit verschiedenen Emojis bedruckt ist den Herzgeschenkt sie wählt die Nummer von Pete Huntley und hofft flehentlich dass der sich meldet was er tut ah hallo kleines hast du sie inzwischen wer bitte zu pete ok wahrscheinlich liege ich falsch und wahrscheinlich melde ich mich in fünf minuten wieder aber wenn nicht ruf bitte isabel james an und sag ihr sie soll eine Streife zur witch road 93 schicken und sie selbst soll auch kommen ok wieso was ist denn passiert geht es um holly wiederhol einfach die adresse red show 93 aber mach bloß keine dumm fünf minuten wenn ich mich dann nicht wieder melde rufst du izzy james an und sagst ihr sie soll mit ein paar leuten kommen sie schiebt das handy wieder in die linke vordere tasche und zieht aus der rechten die pistole ob die überhaupt geladen ist das hat sie nie überprüft aber sie erinnert sich dass piet ihr gesagt hat eine ungeladene waffe sei nicht besonders nützlich wenn man nachts aufwacht und ein räuber durchs haus schleicht auf jeden fall führt sie sich schwer genug angeladen zu sein barbara steigt die stufen zur velander hoch versteckt die pistole hinter dem rücken und drückt auf die tür glocke da die tür offen steht hört sie den doppelton ganz deutlich niemand kommt sie klingelt noch einmal hallo ist jemand zu hause professor harris frau professor win ganz schwach ist etwas zu hören es könnte eine stimme sein aber auch ein radio das irgendwo in der nähe durch ein offenes fenster dräunt barbara klopft wodurch sich die tür weiter öffnet sie blickt in den holz getäfelten flur düster hat sie das schon bei ihrem ersten besuch gedacht das weiß sie nicht mehr dafür erinnert sie sich dass es irgendwie muffig gerochen hat und wie scheußlich der tee war hallo ist jemand zu hause ja was sie da hört ist eine stimme ganz eindeutig ganz schwach unmöglich zu verstehen was die betreffende person sagt oder vielleicht auch ruft zögernd steht barbara vor der tür und denkt kon nur in meine gute stube sagte die spinne zur fliege sie späht hinter die tür da hat sich niemand versteckt barbara beißt sich auf die lippe und spürt die ihr der schweiß am nacken hinab läuft während sie sich durch den flur ins wohnzimmer vorwagt die kleine automatik hält sie steif an der seite die finger außerhalb vom abzugspügel wie piet es ihr beigebracht hat hallo hallo jetzt hört sie die stimme besser sie klingt immer noch gedämpft und heiser aber sie hört sich wie die von holly an was das angeht könnte barbara sich auch irren aber es besteht kein zweifel daran was die person ruft hilfe helft mir barbara rennt in die küche und sieht neben dem kühlschrank die offenstehende tür mit dem bügel ist ein vorhängeschloss am beschlag eingeklingt dahinter sieht sie stufen die offenbar in den keller hinab führen und da unten liegt was ist das wirklich das wonach es aussieht holly holly ihr unten klechzt es ihr unten auf halber treppen höhe hält barbara inne da unten liegt tatsächlich eine leiche inmitten einer angetrockneten blutlache es ist die von professor harris seine frau liegt verkrümmt vor einem riesigen käfig und hinter den sich kreuzenden gitterstäben steht holly gibney um ihren rechten arm ist ein blutiges t-shirt gewickelt die haare kleben an den wann das gesicht ist blutverschmiert weil holly das shirt ausgezogen hat sieht barbara einen grotesk großen bluterguss der sich wie tinte seitlich am oberkörbe ausbreitet als holly sieht wer da kommt bricht sie in tränen aus barbara stößt sie mit brüchiger stimme hervor ach barbara gottseidrung mich zu glauben du riss zwölklich barbara blickt sich um wo ist der holly wo ist der typ der die beiden da um gebracht den gibt es gar nicht klecht holly es gibt keinen red bank killer ich hab die beiden getötet hol mir was barbara bitte ich sie fasst sich mit den händen an die kehle und gibt ein fürchterlich schabendes geräusch von sich bitte klar doch mach ich inzwischen klingelt barbara's handy penetrant vor sich hin das muss piet sein vielleicht auch isabel james und du bist dir sicher dass da oben niemand über mich her fällt bestimmt nicht sagt holly es waren nur die beiden da woraufhin sie zu barbaras einsetzen auf die leiche von emily harris spuckt barbara barbara wendet sich zur treppe um wasser zu holen das ist das wichtigste sie braucht jetzt keine anrufe entgegen zu nehmen weil piet ohnehin die polizei schicken wird und die muss kommen die muss so schnell wie möglich kommen barbara es ist ein schrei mit splittern darin olli hört sich an als hätte sie den verstand verloren oder wäre kurz davor hol das wasser an der spüle nicht aus dem kühlschrank schau auf keinen frei da rein barbara rennt die treppe hoch sie hat keine ahnung was sich hier abgespielt hat und denkt nur an eines wasser auf beiden seiten der spüle sind hängeschränke angebracht barbara legt die pistole auf die arbeitsfläche und öffnet den einen teller als sie den anderen öffnet sieht sie gläser sie füllt eines mit wasser und will schon wieder die kellertreppe hinunter da dreht sie sich noch einmal um und füllt ein zweites ein glas in jeder hand steigt sie die treppe hinunter unten schiebt sie sich an der blutlache rings und professor harris vorbei neben der leiche von emily harris bleibt sie stehen und streckt ein glas durchs gitter holly krapscht danach verschüttet etwas und stürzt den rest mit großen schluppen hinunter dann wirft sie das glas hinter sich auf den futon und schiebt die hand aus dem käfig mehr ihre stimme ist jetzt klarer barbara gibt ihr das andere glas das holly sofort zur hälfte ausdrängt gut sagt sie ach verdammt gut ich hab piet gesagt er soll die polizei schicken wenn ich mich nicht innerhalb von fünf minuten bei ihm zurück melde und isabel janes wie kann ich dich hier raus lassen holly holly deutet auf die tastatur und schüttelt den kopf keine ahnung wie der code lautet aber sie verstummt und wischt sich übers gesicht wie hast du ach nicht so wichtig das kannst du mir später erzählen geh jetzt nach oben du musst sie empfangen okay und ich rufe piet an und sag ihm hab ich da vorhin eine pistole gesehen hast du eine dabei ja piet trag sie nicht bei dir wenn die polizei kommt denk an den jungen daten aber was später barbara und danke viel viel tag und und war nicht in das blut zu treten das sich um lord ne harris herum ausgebreitet hat bei einem kurzen blick zurück sieht sie wie holly gierig das zweite glas ausdringt dabei hält sie sich mit der anderen hand am gitter fest als würde sie sonst zusammen brechen was ist hier bloß passiert verdammte kacke in der küche angekommen hört sie ziemlich leise eine sirene sie sieht ihre pistole auf der arbeitsfläche liegen und denkt an hollys mahnung die lieber nicht bei sich zu tragen wenn die polizei eintrifft woraufhin sie die waffe nimmt und in den brotkasten auf eine packung auf back bräutchen legt davor sie die küche verlässt kann sie einfach nicht dem drang widerstehen in den kühlschrank zu gucken sie ist auf alles etwas gemüse eine tupperdose mit etwas was nach preisulbeer gelee aussieht und ein paar stücke rotes fleisch in frischhaltefolie vielleicht steaks außerdem sechs oder acht dessert schälchen die offenbar vanillepudding mit erdbeerschlieren enthalten sieht lecker aus das zeug sie macht den kühlschrank zu und geht auf die veranda hinaus ein streifen wagen der städtischen polizei hält am Straßenrand die sirene durchschneidet die stille ihm folgt ein zivilfahrzeug das so knapp dahinter stockt dass sich die stoßschlangen fast berühren barbara denkt an hollys warnung und an ihre schwarze haut es halb sie die arme ausbreitet und die handflächen nach oben dreht um zu demonstrieren dass sie keine waffe hat zwei uniformierte beamte marschieren durch den vorgarten der erste hat die hand am griff seiner glock was geht hier vor fragt er was für ein notfall soll das sein der andere der älter aussieht fragt willst du etwa hi schätzchen davor barbara darauf antworten muss städter wird ihr klar dass es nicht völlig dämlich oder rassistisch war immerhin stand sie eindeutig unter schock knallt die tür des zivil fahrzeugs zu und isabel james kommt über den rasen gelaufen sie trägt jeans und ein einfaches weißes t-shirt die polizeimarke hängt ihr um den hals an der hüfte trägt sie ein holster mit ihrer waffe das übernehme ich sagt sie zu den kotz ich kenne die junge dame da barbara stemmt die schlester von jerome ja sagt barbara im keller unten ist holly in einen käfig gesperrt ganz ruhig isi legt barbara den arm um die zitternden schultern die beiden sind tot das hab ich verstanden und was noch und holly sagt sie hat sie getötet von oben her hört holly schrette und stimmen dann sieht sie füße sie erinnert sich daran die emily die treppe dort herunter gekommen ist um sie mit bilds revolver zu erschießen und sie erschaudert die noch in ihren träumen sehen doch das da oben sind andere schuhe weht leder boots und darüber kommen blue jeans und kein kleid als die besitzerin von jeans und boots die leichen sieht bleibt sie stehen es ist isabelle isabelle geht mit gezogener pistole langsam die restlichen stufen herab sie sieht holly hinter den sich kreuzenden gitterstäben stehen mit blutverschmiertem gesicht und einem ebenfalls blutigen schaut um den rechten arm weiteres blut trocknet über den körbchen ihres bhs assunt treffe war hier los holly bist du schlimm verletzt manches von dem blut ist meins aber das meiste stammt von dem da sagt holly und zeigt mit zitterndem finger auf den toten in dem schlafanzug im feuerwehr design ich kann dir alles erzählen sobald du mich hier rausholst aber wie soll ich es ihr erzähl sie legt die stirn an die gitterstäbe isi tritt zum käfig und ergreift hollys linke hand die ist kalt inzwischen stehen die beiden schreifenpolizisten auf der trete und starren auf die leichen barbara über ihnen in der offenen tür hört wie sich weitere sirenen nähern von wem sprichst du holly fragt sie wem sollst du was erzählen penny da sagt holly unter tränen wie soll ich noch beibringen was ihrer tochter wieder farm ist und wie soll ich es den anderen beibringen um sechs uhr abends ist die rich road gesäumt von mehreren streifen wagen zwei fahrzeugen der spurensicherung dem kombi des koronas und einem rettungswagen mit offenem heck neben dem zwei sanitäter warten dazu kommt ein roter kastenwagen der laut den goldenen lettern an der seite zur feuerwehr von abseller county gehört die meisten anwohner sind herausgekommen um die show zu sehen man hat barbara robinson aus dem haus geschickt ihr jedoch erlaubt im vorgarten zu bleiben genauer gesagt hat man ihr das befohlen sie hat jerome und pete angerufen und beiden berichtet holly habe verletzungen erlitten aber so hoffe sie nicht zu schlimme am wichtigsten sei dass sie sich jetzt in sicherheit befinde dass holly immer noch im keller des hauses eingestarrt ist erzählt sie nicht zeit sie hat überlegt ob sie auch ihre eltern anrufen soll es aber bleiben lassen später wird genügend zeit sein vorläufig sollen sie ihr jubiläums dinner genießen in der anwohner schar auf der anderen straßenseite erhebt sich ein entsetztes gemurmel bei nun zwei baren mit in säcken steckenden leichen aus dem haus getragen werden ein weiteres county fahrzeug kommt langsam die rich entlang die leichen eingeladen werden können barbara's handy klingelt es ist jerome sie setzt sich auf den rasen um den anruf entgegen zu nehmen jetzt kann sie ungehemmt weinen bei jerome ist das okay 20 minuten später hockt holly in der hintersten ecke des käfigs gegenüber der camping toilette sie hat die beine angezogen und das gesicht in den armen vergraben ein Mann mit schweißerbrille ist damit beschäftigt die gitterstäbe zu durchtrennen der lange raum ist von stiebenden funken erfüllt am anderen ende untersucht izzy james den holzhäcksler und ruft dann einen der spurensicherer zu sich sie deutet auf bonnys fahrrad heim und deren rucksack und sagt dem Mann er solle beides in beutel stecken scheppernd fällt ein stahlstab auf den beton boden dann ein zweiter izzy geht zu dem feuerwehrmann der das gitter durchtrennt und hebt den arm um ihre augen zu schützen die lange dauert es noch ich glaub wir kräftiger gebauten polizisten herbei inzwischen befindet sich ein halbes dutzend uniformierte im keller die aber praktisch alle nur herum stehen brechen sie die tür da auf sagt sie irgendwie habe ich da drin jemanden gehört der Mann grinst kein Problem Boss er rammt die schulter an die tür die sofort nach gibt und stolpert hindurch sie folgt ihm und findet an der Wand einen Licht Lichtschalter an der Decke flammen fluoreszierende Lampen auf eine ganze Menge verblüfft stehen die beiden da scheiße das ist das denn sagt der polizist sie weiß es obgleich sie kaum glauben kann was sie da sieht ich würde sagen das ist ein op tisch und der sack er deutet auf den großen grünen sack der am ende des aus der wand tragenden schlauchs hängt von dem was sich darin befindet wird er in eine tropfen form gezogen über den inhalt will er sie lieber nicht nachdenken und sehen will sie ihn schon gar nicht überlassen wir das der spurensicherung und dem corner sagt sie und muss daran denken wie holly gesagt hat die soll ich ihr nur beibringen was ihrer tochter widerfahren ist 40 minuten später tappt holly auf die veranda des harris domizils an einer seite gestützt von einem sanitäter und an der anderen von izzy janes hauptsächlich bewegt sie sich jedoch aus eigener kraft barbara springt auf wend auf sie zu umarmt sie und wendet sich dann an izzy ich will mit ins kanten haus an statt das zu verweigern sagt sie nur sie werde ebenfalls mitfahren holly will zu dem wartenden rettungswagen gehen aber bevor sie die stufen zum vorgarten hinunter steigen kann erklären die sanitäter sie müsse sich auf eine trage legen inzwischen sind zusätzlich zu den diversen dienst fahrzeugen mehrere übertragungswagen eingetroffen doch die hält man mit absperrband auf abstand am himmel kreist sogar ein helikopter holly wird in den rettungswagen geschoben ein sanitäter spritzt ihr etwas sie hat protestiert aber er meinte das werde die schmerzen lindern sie setzt sich an die eine seite der trage barbara an die andere könnt ihr mir bitte das gesicht abwischen sagt holly das trockene blut bildet schon kackilés sie schüttelt den kopf geht nicht du musst erst fotografiert werden und man muss abstriche machen mit kreischender sirene fährt der rettungswagen los als er unten an der straße um die kurve warst muss sich barbara festhalten das ding hinten im keller ist ein holzhäcksler sagt essi mein vater hatte in seiner wochenend hütter auf dem land einen nun wesentlich kleineren ach das ding hab ich gesehen er kann ich was zu trinken haben bitte da steht ne kühlbox mit iso getränk ruft einer der sanitäter nach hinten och katt bitte barbara öffnet die kühlbox schraubt eine flasche getaway mit orangengeschmack auf und gibt sie holly in die ausgestreckte hand während holly trinkt blickt sie die beiden über die blut verschmierten wangen hinweg an sie sieht aus als würde sie kriegsbemalung tragen denkt barbara passt auch irgendwie immerhin war sie in einem krieg der schlauch des häxlers führt zu einem sack in dem klein sie unterbricht sich eigentlich wollte sie operationsraum sagen aber darum handelt es sich nicht in der kleinen folterkammer nebenan ist der inhalt das was ich vermute er stinkt nämlich holly nickt offenbar hatten sie diesmal noch keine gelegenheit die die überreste zu entsorgen keine ahnung was sie mit den anderen gemacht haben aber ich denke da an den see ach das werdet ihr weiter rausfinden und der rest von ihr da müsst ihr im kühlschrank nachsehen daber war denkt an die in folie eingewickelten fleischstücke sie denkt an die glass schältchen und sie würde am liebsten schreien ich muss euch was erzählen sagt holly das zeug das ihr der sanitäter gespritzt hat scheint zu welten die schmerzen in arm und ritten sind zwar noch nicht verschwunden aber sie gehen deutlich zurück sie denkt an die therapeutin bei der sie früher in behandlung war ich muss etwas mit euch teilen sie ergreift und drückt sie spaß die die bei auf natürlich will ich alles hören aber jetzt musst du erst mal zu kläften kommen es geht nicht um das was passiert ist ich habe mir einen witz ausgedacht und hatte noch keine chance ihnen zu erzählen ich wollte ihnen dieser frau emily harris erzählen bevor sie mich erschießen konnte aber dann wurde es kompliziert dann los sagt barbara und ergreift hollis andere hand erzähl nur eine frisch gebackene millionärin eigentlich ich das ist eine lange geschichte kommt in eine bar und stellt sich einen maitai während der barkeeper den zubereitet hört sie jemanden sagen das geld hast du verdient holly jeden verflixten cent sie sieht sich um aber da ist niemand dann hört sie eine stimme von der anderen seite sagen du siehst heute abend aber besonders hübsch aus folly als der barkeeper mit dem cocktail ankommt sagt sie ich höre ständig stimmen die nette dinge über mich sagen aber wenn ich mich umsehe ist niemand da worauf der barkeeper sagt der Sanitäter der ihr die splitze gegeben hat dreht sich glänzend zu ihr um er sagt die drinks zahlt der gast wie sie auf der karte stehen zusätzlich einen schuss haben sie gratis olly sperrt den mund auf den kennen sie klar doch sagt der sanitäter der hat doch so einen bart wahrscheinlich haben sie den irgendwo mal gehört und jetzt sei ihnen wieder eingefallen olly bricht in gelächter aus im keiner memorial bringt man holly in die notaufnahme wo man sie fotografiert und abstriche zur dna bestimmung vornimmt anschließend wischt barbara ihr behutsam das gesicht sauber der diensthabende arzt untersucht die schusswunde und diagnostiziert sie als im grunde genommen oberflächlich wenn das projektil tiefer eingedrungen wäre und den knochen verletzt hätte wäre es etwas anderes woraufhin Izzy beide daumen hebt als der arzt das schad abwickelt das holly als bandage benutzt hat blutet sie wieder er reinigt die wunde untersucht sie nach splittern keine vorhanden und tamponiert sie geklammert oder genäht müsse sie nicht werden was eine erleichterung ist zum guten schluss verpasst er ihr eine straffe bandage um eine schlähe werde sich jemand vom pflegetersonal kümmern und ihr auch ein antibiotikum verabreichen er müsse jetzt einen blick in die intensivstation werfen die voller covid patienten sei meist aber nicht nur ungeimpften ich hab dir ein einzelzimmer besorgt sagt izzi zu holly und grinst nein das ist gelogen der polizeichef hat sich drum gekümmert ach andere leute brauchen das mehr als ich das schwedende gefühl das nach der injektion aufgetreten ist hat schon nachgelassen als der arzt das shirt von dem gerinnenden blut in der wunde weggezogen hat und seit er mit der desinfektion und dem verbinden fertig ist ist es völlig verschwunden du bleibst hier sagt izzi kategorisch bei uns in der stadt gibt's die vorschliff dass personen mit schusswunden 24 stunden lang beobachtet werden müssen sei dankbar dass man dich nicht auf dem flur oder in der kantine unterbringt da liegen nämlich mehr als genug und husten sich die lung aus dem leid eine schwester wird dir noch was gegen augen fangen wir dann an dich über den ganzen wahnsinn zu befragen da wirst du viel reden müssen holly sieht barbara an gib mir dein handy bart ich muss penny anrufen bevor barbara das gerät aus der hosentasche ziehen kann hebt izzi die hand kommt absolut nicht in frage du weißt noch nicht mal sicher dass bonny dahl tot ist doch das weiß ich sagt holly und du weißt es auch du hast ihren fahrer tham gesehen ja und auf der rutser klappe steht ihr name dazu kommt noch ein uhr clip sagt holly der liegt in dem käfig in dem ich eingesperrt war dann werden wir ihn finden vielleicht hat man das schon getan zur stunde durchkämmen sechs leute von der spurensicherung den keller ein FBI team ist auch unterwegs die denn das ganze haus unter die lupe nehmen es ist ein goldenes dreieck sagt holly mit scharfen spitzen das gegenstück habe ich vor der verlassenen werkstatt gefunden wo bonnie gekidnappt wurde das in dem käfig war unter dem futton bonnie muss es da versteckt haben ich hab damit professor harris die keller aufgeschlitzt nach diesen worten schließt holly die augen 30 juli 2021 um zehn uhr vormittags wird holly in einem rollstuhl ins konferenzzimmer auf der achten etage des krankenhauses geschoben sie braucht den rollstuhl eigentlich nicht aber so sind die gepflogenheiten man wird bei ihr noch die nächsten acht stunden blutdruck und temperatur überwachen bevor man sie entlässt erwartet wird sie von izzy deren kollegen george washban dem pausbeckigen bezirksstaatsanwalt und einem schick gekleideten etwa 50-jährigen mann der sich als herbert biel vom fbi vorstellt der ist wahrscheinlich da weil es sich um eine entführung handelt obwohl kein weiterer bundesstaat betroffen ist dell hodges hat holly einmal erklärt dass fbi mische sich immer gern ein wenn großes öffentliches interesse bestehe vor allem wenn der fall bereits gelöst sei die gieren danach ins fernsehen zu kommen hat er gesagt barbara jerome und pete huntley nehmen ebenfalls teil und zwar per zoom darauf hat holly bestanden der pausbäckige man erhebt sich und geht mit ausgestreckter hand auf holly zu ich bin erbert dandleff der zuständige bezirks staatsanwalt holly bietet ihm anstatt ihrer hand den unverletzten ellbogen an nachsichtig lächelnd als hätte er es mit einem kind zu tun berührt er ihn mit seinem ich glaube wir können auf masken verzichten da wir alle geimpft sind und die luftzirkulation hier drin sehr gut zu sein scheint ich behalte meine liebe auf sagt holly schließlich befinden sie sich in einem kantenhaus voller kranker menschen nur wie sie möchten er schenkt ihr ein weiteres nachsichtiges lächeln und kehrt an seinen platz zurück detective james übernehmen sie sie die ihre maske ebenfalls aufbehält vielleicht aus rücksicht gegenüber der hauptperson schaltet ihr ipad ein und zeigt holly das foto eines blutbefleckten ohrclips in einem durchsichtigen asservatenbeutel kannst du bestätigen dass dies der ohrclip ist mit dem du lord ne harris die kehle durchtrennt hast agent bierl beugt sich vor er hat die hände auf dem schoß gefaltet seine augen sind so kalt und blau wie eissplitter dass seinen mund umspielt ein feines lächeln möglicherweise drückt es bewunderung aus ja sagt holly dank piet weiß sie was sie als nächstes sagen muss ich habe in notwehr gehandelt weil ich angst um mein leben hatte wobei sie denkt außerdem hab ich den erren scheiß kerl aufrecht dich gehasst zu protokoll genommen sagt staatsanwalt tant leff bist du im besitz des anderen uhrklitz fragt izzy den hab ich er liegt in meinem büro in der obersten schreibtisch schublade ich konnte ein foto davon vorzeigen nur haben die beiden mir mein handy wecken um nachdem sie mich schachmatt gesetzt hatten aber penny hat auch eines ich hab's ihr gemailt hat eigentlich schon jemand mit ihr gesprochen ja ich sagt barbara ich hat sie angerufen dentliff dreht ruckartig den kopf und starrt auf den bildschirm der am kopf des konferenztischs steht jetzt zeigt er kein nachsichtiges lächeln also waren sie nicht befugt miss robinson kann sein aber ich hat trotzdem getan sagt barbara holly würde am liebsten applaudieren sie hat sich solche sorgen um holly gemacht da wollte ich ihr unbedingt bescheid geben dass sie in sicherheit ist sonst habe ich ihr nichts erzählt was ist denn mit dem kühlschrank fragt holly waren darin sie unterbricht sich weil sie nicht weiß wie sie den satz beenden soll eigentlich will sie das auch gar nicht man hat eine menne fleischstöcke gefunden sowohl im kühlschrank als auch im gefährschrank sagt er sie es besteht kein zweifel daran dass sie menschlichen ursprungs sind auf manchen sind noch haut fetzen ach verdammt das ist jerome der mit barbara in seinem arbeitszimmer sitzt verdammte scheiße ernsthaft ernsthaft sagt er sie zurzeit wird ein dna test durchgeführt das hat man vorgezogen im kühlschrank waren zusätzlich sieben hohe glas schäl die laut dem pathologen menschliches gehirngewebe samt hirnhaut und sehnen fäden enthalten sie macht eine pause und etwas was er für schlagsahne hält schweigen genau lass ihnen zeit das zu verdauen denkt holly und presst die linke hand an die maske und nicht in ein gleichermaßen schallendes wie entsetztes gelächter auszubrechen alles in ordnung miss gibne fragt isis kollege absolut isi fährt fort abgesehen davon haben wir dörrfleisch gefunden sowas ähnliches wie die slim jim snack sticks und einen großen tupperbehälter mit kleinen fleischbähtchen bei einigen oder allen beweisschlitten könnte es sich um überweste von bonny way dahl handeln das das wird die dna untersuchung uns sagen in der speisekammer hatte das ehepaar harris zudem einen kleinen gefrierschrank auch darin befindet sich eine menne fleisch größtenteil sieht es nach gewöhnlichen steaks kotelettes bacon und hühnerteilen aus ganz unten allerdings auf ihrem ipad zeigt sie das foto eines tief gekühlten bratens vor wir wissen nicht mit sicherheit was das ist oder woher es stammt aber um lammkeule handelt es sich eindeutig nicht oh lieber himmel sagt handler und ich habe niemanden den ich anklagen kann er wirft holly einen beinah vorwurfsvollen blick zu sie haben beide umgebracht auf dem monitor meldet sich pete hundley olly findet dass er besser aussieht und er hat stark abgenommen bestimmt über zehn kilo holly findet es würde ihm gut tun das jetzige gewicht zu halten wenngleich er das nicht schaffen wird dem menschen seine natur was soll das tentleff sagt er das waren kannibalen wahrscheinlich hätten sie nicht genügend zeit geharrt holly zu essen aber getötet hätten sie sie auf jeden fall ich wollte ja nicht izis handy klingelt deshalb sich tentleffs vorwurfsvoller blick diesmal auf sie richtet ich darfte wir hätten vereinbart sämtliche telefone stumm zu stellen während wir tut mir leid aber den anruf muss sich unbedingt annehmen das ist den 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 sie lauscht wobei sie aussieht als ob ihr ein bisschen übel würde so hat sich auch holly mitten in der vergangenen nacht gefühlt als sie schließlich doch die ruftaste drücken musste obwohl sie wusste wie beschäftigt das pflegepersonal war die herbeigeeilte krankenschwester hat ihr während der schlimmsten Phase der Panikattacke beigestanden und ihr dann aus ihrem Vorrat eine Valium Tablette überlassen Izzy legt auf im schlafzimmer des ehepaass hat die spurensicherung mehr als ein dutzend döschen ohne etikett gefunden denn er meint sie räuspert sich tja man muss es einfach beim namen nennen er meint die beiden hätten menschliches fett als eine art lotion verwendet vielleicht haben sie gehofft damit verschiedene schmerzen zu lindern sie haben fest an die wirkung geglaubt sagt holly und womöglich hat es tatsächlich gewirkt zumindest eine weile lang dem menschen seine natur erzähl uns jetzt alles holly sagt izzy von anfang an das tut holly angefangen mit dem ersten anruf von penny dahl ihr bericht dauert mehr als eine stunde dabei zittert sie nur an einer stelle deren sie darüber spricht wie sie sich wie ein porzellan figürchen gefühlt hat als emily sie erschießen wollte sie hält kurz inne um sich wieder in den griff zu bekommen izzys kollege wurschbahn fragt ob sie eine pause brauche nein sagt holly sie wolle zum ende kommen und das gelingt ihr auch der revolver war nach fünf schuss leer weil ich die kammer unter dem hahn nie lade emily hat mir die mündung mitten auf die stirn gesetzt das hab ich zugelassen weil ich den ausdruck auf ihrem gesicht sehen wollte wenn sie abdrückt ohne dass etwas geschieht ihre fassungslosigkeit zu beobachten war befriedigend in dem moment hab ich die hände durchs gitter gesteckt sie am kopf gepackt und ihr das verflixte genick gebrochen es ist peter das anschließende schweigen blicht mit zwei kurzen wörtern gut so tentlef räuspert sich an ihrer meinung nach gab es mindestens vier opfern fünf wenn man ortega dazu zählt castro sagt barbara ungehalten horche castro ich hab die facebook seite von freddy martin gefunden der war sein partner und er war überzeugt dass miss robinson sie haben mit dem fall nicht unmittelbar zu tun sagt tentlef weshalb ich sie bei allem respekt bitten muss sich zu zöbeln sie sollten sich zügeln sagt holly lassen sie barbara ausreden dentlef schnauft erwidert jedoch nichts barbara fährt fort mr martin war von anfang an davon überzeugt dass mr castro ermordet wurde er schreibt dass castro verwandte in dayton nougalas alpazo und mexico city hatte sich aber bei keinem dort gemeldet hat und das hätte er nach mr martins meinung bestimmt getan er war der erste sagt holly da bin ich mir sicher aber wenn wir schon von verwandten sprechen was ist mit denen der anderen die von allen kreslow in georgia werden sich nicht besonders darum scheren denkt sie aber imani im trailer part will bestimmt bescheid wissen informiert werden muss außerdem nicht nur die mutter sondern auch der vater von bonnie vor allem aber denkt sie an vera steinman eine frau die jetzt einen idealen vorwand hat sich mit schnaps und pillen umzubringen ist erst niemand informiert worden sagt george washburn noch nicht er deutet mit dem kinn auf tant leff das muss er entscheiden gemeinsam mit dem polizeichef tant leff stößt einen seufzer aus wir werden den ermittlungsteams so viel zeit wie möglich lassen sehen aber keine große chance dass wir die sache lange unter verschluss halten kann irgendjemand wird bestimmt was ausplaudern das heißt in naher zukunft werde ich eine pressekonferenz abhalten müssen auf die ich mich nicht gerade freue aber die schlöpfen als schlöpfen schlöpfen nein das gericht wird zwar unter ausschluss der öffentlichkeit tagen aber es wird trotzdem heraus kommen es ist einfach zu brisant als dass man es geheim halten konnte und die angehörigen müssen bescheid wissen bevor sie es in einem schmierblatt wie inside view lesen wenig später endet die besprechung ollie ist erschöpft als sie sich wieder hinter der geschlossenen tür ihres privatzimmers befindet das zurzeit so schwer zu bekommen ist wie angeblich bier auf hawai legt sie sich ins bett und weint sich in den schlaf sie träumt dass emily harris ihr die mundung von bill's revoyver an die stirn drückt und sagt die letzte kammer hab ich auch noch geladen du miese schnüfflerin angeschmiert nachmittags wird holly um viertel nacht zwei von einer kantenschwester geweckt allerdings nicht von der die ihr die valium gegeben hat detective james ist am apparat sagt sie sie will sie sprechen sie reicht holly mit dem schnurlosen telefon ein desinfektionstüchlein ich sitze gerade in der kantenhaus kapelle sagt issy kannst du mal runter kommen holly fährt mit ihrem rollstuhl zum aufzug auf der ersten etage angekommen folgt sie den schedern zur interkonfessionellen kapelle dort ist niemand außer issy die auf der vordersten bank sitzt in einer hand hält sie lose einen rosenkranz holly stoppt neben mir hast du es penny erzählt hab ich issys augen sind rot und verquollen es ist wohl nicht so gut gelaufen was issy wendet sich holly zu und sieht sie mit einem so unglücklichen ausdruck an dass es holly kaum gelingt den blick zu erwidern aber sie tut es immerhin hat issy eine äußerst unangenehme aufgabe erledigt die eigentlich ihre sache gewesen wäre schriss es meinst du wohl wie es gelaufen ist olly schweigt und nach einigen sekunden ergreift issy ihre hand Dann hat sie angefangen zu schreien. Als Stella versucht hat, sie in die Arme zu nehmen, hat sie sie so heftig weggestoßen, dass die Ärmste über einen Hocker gestolpert und hingefallen ist. Und dann hat sich Dahl die Finger ins Gesicht gekallt. Wenn die Nägel länger gewesen wären, hätte sie sich die Haut aufgekratzt, aber so hatte sie bloß rote Striemen an den Wangen. Ich hab sie fest umklammert, damit sie damit aufhört, aber weiter geschrien hat sie trotzdem. Schließlich hat sie sich ein bisschen beruhigt, vielleicht war sie auch bloß erschöpft. An die Schreie werde ich mich mein Leben lang erinnern. Ich bin's ja an und für sich gewohnt, Todesnachrichten zu überbringen. Das hab ich bestimmt schon zwanzig, dreißig Mal getan, aber was da geschehen ist ... Holly, meinst du eigentlich, die waren bei Bewusstsein, als sie getötet wurden? Das weiß ich nicht und will es oft nicht wissen. Hat sie denn irgendetwas über mich gesagt? Ja, dass sie dich nie wiedersehen will. Die Straße besteht aus einer doppelten Reihe von Häusern, die in der greien Nachmittagssonne wie verlassen darliegen. Auf den rissigen Gehsteigen ist niemand zu sehen. Jerome findet, dass die Sycamore Street, in der kein einziger Baum steht, die ein Filmset wirkt, der nach den Dreharbeiten noch nicht abgebaut wurde. Der alte Chevy von Weber Steinman steht am selben Ort wie schon bei Jerome's erstem Besuch. Auf der hinteren Stoßschlange klebt nach wie vor der Sticker mit What would Scooby-Doo? Jerome wüsste gern, was er tun oder sagen soll. Vielleicht ist sie ja nicht zu Hause, denkt er. Der Wagen weist auf das Gegenteil hin, aber möglicherweise läuft er nicht mehr, oder man hat der ständig alkoholisierten Mutter von Peter Steinman den Führerschein abgenommen. Ach, ich sollte abhauen, denkt er. Einfach abhauen, solange ich die Chance dazu habe. Schlattdessen klopft er an die Haustür. Eines ist ihm völlig klar. Falls Werra ihm nicht die Tür vor der Nase zuknallt, muss er ihr direkt in die Augen sehen und ihr die beste, aufrichtigste Lüge seines Lebens auftischen. Die Tür geht auf. Diesmal hat Werra sich nicht für ihn fein gemacht, weil sie nicht wusste, dass er kommen würde, aber mit ihrer weißen Hose und ihrer armelosen Bluse sieht sie einwandfrei aus. Nüchtern wirkt sie außerdem, aber so hat sie beim ersten Mal anfangs auch gewirkt. Meine Güte! Jerome, sind Sie das? Da! Jerome Robinson! Ich erinnere mich nicht mehr besonders gut an Ihren ersten Besuch, aber ich weiß noch, dass der Arzt meinte, Sie hätten mir das Leben gerettet. Anstatt ihr den Ellbogen hinzuhalten, bietet er ihr die Hand. Werra schüttelt sie kräftig. An Ihrem Gesicht sehe ich, dass Sie mir keine guten Nachrichten bringen, Jobaum. Mein, mein, tue ich nicht. Ich bin gekommen, weil ich nicht wollte, dass Sie es von wem anders hören. Weil es zwischen uns gewissermaßen eine Verbindung gibt, ja? Sie klingt völlig ruhig, aber im Gesicht ist sie leichenblass. Ob wir es mögen oder nicht? Ja, Ma'am, das stimmt wohl. Ha! Keine schlechten Nachrichten an der Haustür. Kommen Sie bitte rein und sagen Sie, wer war zu mir um Himmelswehren? Er tritt ein, sie schließt die Tür. Die Klimaanlage rattert immer noch mühsam vor sich hin. Das Wohnzimmer ist immer noch ein bisschen schäbig, aber sauber und aufgeräumt. Falls Sie sich Gedanken darüber machen, ich bin trocken. Wie lange ich das durchhalte, weiß ich nicht, aber ich gehe wieder zu den AA-Treffen. Bisher war ich bei dreien. Außerdem habe ich mich bei meiner Sponsorin gemeldet, darauf vorbereitet, in Sack und Asche zu gehen. Als ich gemerkt habe, dass das nicht nötig ist, war ich ziemlich erleichtert. Aber ist der tot? Ist Peter tot? Ja. Es tut mir sehr, sehr leid, Werra. Und ging es dabei um Sex? Um Elvenwerte perversen Sexgeschichten? Nein. Der hat ihn umgebracht? Ein altes Ehepaar. Wardenair und Emily Harris. Soweit wir wissen, haben die noch vier weitere Opfer auf dem Gewissen. Wenn die Polizei kommt, um Sie darüber zu informieren, kann sie gerne sagen, dass ich schon da war, sagen Sie, ich wollte es Ihnen als Erster mitteilen, weil... Tja. Weil Sie mir das Leben gerettet haben. Weil es zwischen uns eine Verbindung gibt. Sie ist weiterhin völlig ruhig, aber Ihre Augen haben sich mit Tränen gefüllt. Ja. 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 Sie greift hinter sich, findet die Armlehne des Sessels vor dem Fernseher und setzt sich. Vielmehr lässt sie sich fallen. Jerome kniet sich vor sie wie ein Verehrer beim Heiratsantrag. Er ergreift ihre Hände, die eiskalt sind. Nichts davon war geplant. Er improvisiert einfach. Ach, hat sie gesagt, dass zwischen ihnen eine Verbindung besteht? Dass sie damit recht hat, weiß er. Das spürt er. Seine Stimme ist ruhig, Gott sei Dank. Wodney und Emily Harris waren wahnsinnig. Es wird viel darüber berichtet werden, was die beiden getan haben. Schlimme Dinge. Aber sie müssen eines wissen. Jetzt ist es Zeit für die Lüge, die er vielleicht gar keine ist, weil er keine Details kennt. Es ging schnell. Was mit seiner Leiche passiert ist, was sie getan haben, ist nachher geschehen. Da war er schon gegangen. Dorthin, wohin wir alle gehen. Ja, wohin wir alle gehen. Das heißt, er hat nicht gelitten. Er hat nicht gelitten. Soll ihre Mutter sterben und in die Halle kommen, wenn sie lügen? Ja. Woher wissen Sie da so genau Bescheid? Durch den Pathologiebericht. Ihre Hände entspannen sich. Ich brauche Entweg. Das verstehe ich. Aber bitte verzichten Sie darauf. Ehren Sie Ihren Sohn. Vera lacht zittrig auf. Ach, den Sohn Ehren? Ist Ihnen klar, was Sie da sagten? Ja, es ist es. Ich muss meine Sponsorin anrufen. Bleiben Sie bei mir, bis die kommt. Ja, sagt Javon. Und das tut er. 4. August 2021 Olli sitzt zu Hause vor einer auf Netflix laufenden Komödie, ohne wirklich hinzusehen. Sie schlägt nur die Zeit tot, bis sie wieder eine Schmerztablette nehmen kann. Vielleicht nennt sie auch schon vorher eine. Auf einmal läutet es an der Tür. Es ist Isabel Jaynes, die zwei Begleiter mitgebracht hat, Herbert Beale und einen weiteren FBI-Mann namens Curtis Rogan. Rogan, ein auf Serien Mörder spezialisierter Profiler, ist mit dem FBI-Team eingeflogen. Sie fragt Olli, ob sie schon die aktuelle Ausgabe der Lokalzeitung gesehen habe. Olli hat auf ihrem iPad den Aufmacher gelesen. Waren Sie Kannibalen? Und das hat ihr geweicht. Jetzt muss der Staatsanwalt wohl tatsächlich seine Pressekonferenz abhalten, sagt sie. Die ist für zwölf Uhr mittags geplant, gemeinsam mit Polizeichef Murphy. Bestimmt dank der seinem Glücksstern, dass er noch in Minneapolis war, als alle außer Bonny Dahl entführt wurden. Aber wir sind hier, weil unsere Leute und die vom FBI beim Ehepaar Harris etwas im Kleiderschrank gefunden haben. Und? Was denn jetzt schon wieder, denkt Olli? Tagebücher, sagt Herbert Beale. Die von Emily Harris. Geführt hat sie die seit Oktober 2012, kurz vor dem Mord an Jorge Luis Castro. Agent Rogan beschäftigt sich damit. Das wird noch eine ganze Weile dauern, sagt Rogan. Es sind mehr als tausend Seiten. Er ist ein sanftmütiger Mann mit kurzem, schütterem Haar, der eine randlose Brille trägt. Faszinierendes Zeug. Erschreitendes Zeug, sagt er sie. Ich habe genug davon gelesen, dass ich eine Vorstellung habe, wie wahnsinnig die beiden waren. Nur, dass sie die wahnsinnigere war, bei weitem. Bei eingehender Lektüre dürfte sich das bestätigen, sagt Rogan. Ich glaube nicht, dass Rodney Harris wesentlich mehr getan hätte als vor Wut, wie ist der richtige Ausdruck? Schäumen vielleicht. Er hätte nicht viel mehr getan, als vor Wut darüber zu schäumen, wie engstirnig seine Kollegen wären und wie irrational das Tabu gegen den Verzehr von Menschenfleisch. Zu der ersten Tat hat also sie ihn überredet, ja, sagt Holly. Sie hat ihrem Mann den Mord an Castro damit schmackhaft gemacht, dass er dadurch von der Theorie zur Patzes übergehen konnte, von der Idee zur Ausführung, weil sie Castro nicht mochte. Nicht mochte, sagt Izzy und lacht. Ach, Olli, du hast keine Ahnung, sie hat ihn gehasst. Und nicht nur ihn, sie hatte unglaublich viel Hass in sich. Unter ihrer gepflegten, freundlich-autoritären Oberfläche hat sich eine totale Psychotikerin verborgen. Ich will dir mal ein Beispiel für die Miss Hyde zeigen, die hinter Professorin Jekyll gesteckt hat. Sie hält Holly ihr Tablet hin. Auf dem Display ist das Foto einer der Tagebuchseiten. Wie bei einem ungezogenen Kind, das zur Schlafe zwanzigmal »Ich darf in der Klasse keine Papierkügelchen werfen« schreiben muss, steht da »Ich hasse diesen Bohnenfresser, ich hasse diesen verdammten Bohnenfresser, ich hasse diese bohnenfressende Schwuchtel, ich hasse diesen bohnenfressenden Hinterlader« und so weiter. Vier weitere Seiten nichts anderes als das, sagt Izzy. In den Tagebüchern zeigt sich eine Emily Harris, wie sie nie an den Besprechungen ihres Fachbereichs teilgenommen hat, sagt Vaughan, und ich hab' ihr gesagt, er ist angefangen. Da ist noch ein Beispiel, sagt Izzy und ruft das nächste Foto auf. Auf dieser Tagebuchseite hat Emily immer wieder das N-Wort geschrieben, in schreienden Großbuchstaben, dazu weitere abwertende Bezeichnungen. Wir nehmen an, dass sie ihr Hass-Genal selbst vor ihrem Mann verborgen gehalten hat, sagt Herbert Biel. Natürlich werden wir nie Gewissheit bekommen, falls es nicht irgendwo in einem der Tagebücher steht. Das Zeug ist reines Gold, sagt Vaughan. Ich würde einen anderen Ausdruck dafür benutzen, sagt Holly. Ich meine aus psychologischer Perspektive. Eines scheint klar zu sein. Sie hat am, am Verzehr von Mr. Castro teilgenommen, um ihrem Mann einen Gefeind zu tun. Der hat aber auf bestanden. Trotzdem bezeichnet sie es als Wundermittel für ihren Rücken und gegen die Arthritis ihres Mannes. Die Rede ist ferner von weiteren imaginären Wirkungen wie etwa gesteigerter Intelligenz. Manches liest sich wie eine Dauerwerbesendung in der Halle. Mit der Zeit hätte die Wirkung jedoch nachgelassen. Deshalb haben sie es wieder getan, sagt Holly leise. Wieder und immer wieder. Eigentlich hätte man sie schon nach dem Mord an Castro erwischen müssen, sagt er sie, und wenn nicht, dann nach dem an Wessler. Der Trick mit dem Rollstuhl war ziemlich clever, und sie haben sich einigermaßen über die Lebensumstände ihrer Opfer informiert. Aber ihre Bemühungen, hinterher die Spuren zu beseitigen, waren ausgesprochen nachlässig. Die beiden waren alt, sagt Holly. Niemand rechnet damit, dass alte Leute Serienmorder sein konnten. Schweige denn Kannibalen. Wenn du nicht gekommen wärst, Holly, würden sie immer noch in ihrem Haus leben und ihre höllischen Mahlzeiten zu sich nehmen, sagt Izzy. Ach, würden die Leute sagen, er ist ein bisschen schrullig und sie ein bisschen launisch, aber im Grunde sind sie doch ganz nett. Barbara hat es schneller herausbekommen als ich. Das ist nicht ganz falsch, aber du hast die Vorarbeit geleistet. Und Barbaras Freundin hat auch dazu beigetragen, sagt Holly. Olivia Kingsbury, die alte Dichterin. Durch ihre Erzählungen war Barbara in der Lage, die richtige Verbindung herzustellen. Biel sieht Wogan an und nickt ihm zu, woraufhin beide aufstehen. Die Presse wird sie belagern, Miss Gidney, sagt Biel. Das wäre nicht das erste Mal. Und ohne es vorgehakt zu haben, führt sie hinzu, zusätzlich einen Schuss haben ist gratis. Biel und Wogan blicken verwirrt rein, aber Izzy lacht und Holly lacht mit. Es fühlt sich gut an, zu lachen. Verdammt gut. 18. August 2021 Hollis Wohnung hat einen Balkon, der gerade groß genug für zwei Stühle und ein Tischchen ist. An diesem Mittwochmorgen sitzt sie um 11 Uhr dort draußen und trinkt einen Becher Kaffee. Sie würde gern eine Zigarette dazu rauchen, aber der Dran danach lässt allmählich nach. Seit ihrer letzten sind drei Wochen vergangen, und wenn es gut läuft, wird sie nie wieder eine rauchen. Es ist ein warmer, aber nicht drückender Morgen. Die Hitzewelle, die sich im Juli und in den ersten beiden Augustwochen über die Stadt gelegt hatte, scheint vorüber zu sein. Normalerweise wäre Holly zu dieser Stunde im Büro, mit leichtem Make-up und gekleidet in einen ihrer vielen Hosenanzüge, aber heute Morgen, wie an den meisten Vormittagen seit ihrem 24-stündigen Zwangsaufenthalt im Keiner, trägt sie Pyjama und Pantoffeln. Laut Mailbox und Website ist die Agentur wegen Urlaub geschlossen und wird erst am 6. September wieder aufmachen. In Wahrheit ist Holly sich nicht sicher, ob Weinders Keepers je wieder aufmachen wird. Pete, der inzwischen vollständig genesen ist, besucht gerade Sohn und Schwiegertochter in Zaginor. Am Monatsende wird er zurück sein, spricht aber davon, ganz in den Ruhestand zu gehen. Er hat seine Pension von der Polizei und nach 25 Dienstjahren kann die sich sehen lassen. Wenn er sich so entscheiden sollte, wird Holly gern eine sehr anständige Abfindung beisteuern. Und falls sie sich entscheiden sollte, die Agentur zu verkaufen, was sie könnte und zwar für einen guten Preis, wird die Abfindung mehr als anständig sein. Was sie selbst angeht, ist sie eine frischgebackene Millionärin, die sich in den nobelsten Bars der Stadt einen Mai Tai leisten konnte, sie konnte sogar eine noble Bar kaufen, wenn sie wollte. Aber das will sie nicht. In den Wochen nach ihrem Aufenthalt im Käfig von Rodney und Emily Harris ist es ihr immer wieder in den Sinn gekommen, sich zur Ruhe zu setzen und von dem Geld zu leben, das ihre Mutter und ihr Onkel vor ihr versteckt hatten. Sie hat sich aber gesagt, sie sei noch zu jung für den Ruhestand und das stimmt wahrscheinlich. Außerdem hat sie sich gesagt, dass sie dann nichts mit sich anzufangen wüsste, was wohl ebenfalls stimmt. Aber sie denkt auch an eine Bemerkung von Izzy Janes an jenem Tag in der Kapelle, wo Izzy von ihrem Gespräch mit Penny Dahl berichtet hat. Davon, wie sie Penny, uneuphemistisch ausgedrückt, mitgeteilt hat, dass ihre Tochter nicht nur ermordet, sondern auch gegessen wurde. Jedenfalls ihre besten Teile. Der Hest ist als rote, mit Knochensplittern durchsetzte Paste in einem am Schlauch eines Holzhäckslers befestigten Plastiksack gelandet. Sobald man meint, man hätte das Schlimmste gesehen, was Menschen zu bieten haben, stellt man fest, dass man sich geirrt hat, hat Izzy gesagt. Und dann ihr Fazit hinzugefügt, das Böse ist einfach grenzenlos. Das wusste Holly allerdings bereits, und zwar besser als Izzy. Der Outsider, der sich als Terry Maitland ausgegeben hat, war Böse, ebenso jener, der sich als Chad Ondowski ausgegeben hat, und schließlich auch Brady Hartzfield, der eine Möglichkeit gefunden hatte, Unheil anzurichten, so hat Bill es ausgedrückt, obwohl er vermeintlicherweise unschädlich gemacht worden war, von Holly selbst. Aber Rodney und Emily Harris waren schlimmer. Deshalb. Weil an ihnen nichts übernatürlich war, weil man nicht sagen konnte, das Böse in ihnen sei von außen gekommen, man kann sich nicht mit der Vorstellung trösten, wenn es bösartige äußere Kräfte gebe, müsse es wahrscheinlich auch Gute geben. Die Bosheit des Professorenpaars war zugleich banal und aberwitzig, wie wenn eine geisteskranke Mutter ihr kleines Baby in die Mikrowelle schlägt, weil es schreit, oder wenn ein zwölfjähriges Kind amok läuft und aber ein halbes Dutzend Klassenkammerwaden niederknallt. Holly ist sich nicht sicher, ob sie wieder eine Welt aufsuchen will, die Leute wie Rodney Harris beherbergt, und wie Emily, die noch schlimmer war, viel berechnender und zugleich viel, viel durchgeknallter. Inzwischen ist manches Sklava geworden, teilweise durch die Lektüre von Emilys Tagebüchern. Man weiß jetzt, warum der kleine Steinman so schnell nach Alan Creslow gekidnappt wurde. Alan war Veganerin und hat sich geweigert, die Leber zu essen, die in den Tagebüchern als H.G. für heiliger Qual bezeichnet wird. Selbst als sie vor Durst beinahe starb, hat sie sich geweigert. Von den anderen hat niemand durchgehalten, Olly könnte nicht sagen, ob ihr das gelungen wäre, aber Alan hat es geschafft, und Gott segne sie dafür. Schließlich musste Rodney sie erschießen, wie ein widerspenstiges Schlachtrind. Nach Alans Tod hat Emily Seite um Seite mit zornigen Schmähungen gefüllt, Bananenfressen der Lesbenschlampe war noch die geringste. Man kennt jetzt sogar das Pseudonym, das Emily im Trailerpark benutzt hat, Dickinson. Wie die Dichterin, mit der sie den Vornamen gemeinsam hatte? Bei all dem musste Holly sich immer daran erinnern, dass die Frau, die so etwas Niederträchtiges schrieb, eine angesehene Professorin war, mehrere Auszeichnungen erhalten hat, Schirmherrin der Reynolds Library war und auch nach ihrer Emilitierung großen Einfluss in ihrem früheren Fachbeweich hatte. 2004 wurde sie von der Stadt als Frau des Jahres ausgezeichnet. Bei dem Bankett zu ihren Ehren hat Emily über Frauenförderung gesprochen. Izzy hat noch etwas anderes berichtet. Die Waffe, mit der Alan Preslow erschossen wurde, war eine Ruger Security 9 mit einem 15-schüssigen Magazin. Hätte Emily die geholt anstatt Bills Revolver, dann hätte sie zehn weitere Chancen gehabt, Holly ins Jenseits zu befordern und im Käfig gab es keine Deckung. Aber die Ruger war im Obergeschoss, hat Izzy gesagt, und Emily hatte sich den Arm gebrochen und einen kaputten Rücken. Ein Glück für dich! Ja, ein Glück für sie. Ein Glück für Holly Gibney, die nicht nur überlebt hat, sondern jetzt auch noch Millionärin ist. Sie könnte die Agentur dicht machen und zu einer anderen Lebensphase übergehen, zu einer, wo Leute wie Rodney und Emily Harris nur Figuren in den Nachrichten wären, die man stumm stellen könnte, wenn man nicht eh gleich zu einer romantischen Komödie umschalten wollte. Holly hört ihr Handy, den Privatton nicht den geschäftlichen. Letzterer hat sich als Folge ihrer neuen, beziehungsweise erneuerten Prominenz ziemlich oft gemeldet, auch inzwischen werden die Anrufe glücklicherweise weniger. Sie steht auf und geht mit dem Kaffeebecher in der Hand in ihr Arbeitszimmer, auf dem Display sieht sie das Beet von Barbara Robinson. Hi Barbara, wie läuft's? Schweigen, aber Holly hört Barbara atmen und erschrickt. Barb, stimmt irgendwas nicht? Doch, bin bloß total überbältigt, meine Eltern sind nicht da und Jerome, der ist wieder in New York, ich weiß, deshalb habe ich dich angerufen, ich musste einfach mit wem sprechen. Was ist denn passiert? Ich hab gewonnen. Was denn? Den Penley, den Penley-Preis. Das heißt, Random House wird mein Buch herausbringen, den Himmel zunähen, heißt es. Da Barbara jetzt die Neuigkeit losgeworden ist, fängt sie an zu weinen. Ich hatte es, Olivia mit mir. Ach Gott, es wäre so schön, wenn die das noch miterleben kannte. Das ist ja toll, Barbara. Geld gibt's zu dem Preis auch, stimmt's? 25.000 Dollar, das ist ein Vorschuss, der mit den Tantien verrechnet wird, so steht es in der E-Mail, die ich bekommen hab, und Bücher mit Gedichten verkaufen sich nie besonders gut. Da hat Amanda Gorman aber was anderes erlebt, sagt Holly. Barbara lacht, obwohl sie immer noch weint. Ach, das ist nicht dasselbe. Ihre Gedichte, zum Beispiel das, was sie bei der Anzeinführung von beiden vorgetragen hat, sind optimistisch. Meine sind ... Tja, ach ... Anders, sagt Holly. Barbara hat ihr einige zum Lesen gegeben, und Holly hat erkannt, was sie darstellen, eine Art Bewältigungsmechanismus. Barbara versucht darin, ihr gutes, wohlwollendes Herz mit dem Schrecken zu versöhnen, den sie im Jahr zuvor in einer Aufzugkabine erlebt hat. Den Schrecken von Chad Ondowski. Danz zu schweigen von der schrecklichen Erfahrung, ihre Freundin Holly in einem Käfig vorzufinden, mit blutverschmiertem Gesicht und zwei Leichen daneben. Olli hat mehr gesehen und erlebt als Barbara, schließlich war sie in dem Käfig. Und sie schreibt keine Lyrik, die ihr als Sicherheitsventil dienen konnte. Die besten Gedichte, die ihr je gelungen sind, waren, da gibt's nichts schönzureden, ziemlich schlecht. Aber sie findet allmählich wieder Gefallen an Horrorfilmen, und deren harmloser Schrecken konnte ein Anfang sein. Ihr ist klar, dass manche Leute das für pervers halten würden, aber das ist es eigentlich nicht. Du musst Jerome anrufen, sagt Holly. Zuerst Jerome und dann deine Eltern. Ja, mach ich gleich. Aber ich bin froh, dass ich zuerst mit dir gesprochen hab. Darüber bin ich auch froh. Mehr als froh sogar. Übrigens weißt du inzwischen mehr? Über die Angelegenheit? So nennt Barbaras jetzt die Angelegenheit. Nein. Wenn du von dem, was auch nicht von dem Abstieg sprichst, den die beiden durchgemacht haben, da werden wir vielleicht nie alles erfahren. Es ist gut, dass wir sie aufhalten konnten. Du, sagt Barbara, du hast sie aufgehalten. Olli weiß, dass viele Menschen daran beteiligt waren, zum Beispiel Keisha Stone und Emilio Herrera vom Jetmart. Schweigt aber. Letztlich ist es wohl ziemlich banal, sagt sie. Die beiden haben eine Grenze übertreten, und das hat es ihnen beim nächsten Mal leichter gemacht. Eine große Rolle hat auch der Placebo-Effekt gespielt. Der Verstand von Rodney Harris hat immer mehr nachgelassen, und ihrer auf gewisse Weise ebenfalls. Irgendwann hätte man sie bestimmt erwischt, aber wahrscheinlich nicht, bevor sie's noch einmal getan hätten. Vielleicht sogar mehr als einmal. Serienmorder schlagen in der Regel in immer kürzeren Abständen zu, und das hat sich auch bei den beiden abgezeichnet, sagen wir einfach, Ende gut, alles gut. Jedenfalls so gut wie möglich. Wäre schön, wenn das so bliebe, denkt sie. Reden wir lieber über den tollen Preis, den du gewonnen hast, fährt sie fort. Bist du die Jünste, die ihn je bekommen hat? Ja, die anderen waren alle mindestens sechs Jahre älter. In der Mail steht, man hätte meinen Essay erfrischend gefunden. Kannst du den Scheiß glauben? Ja, Barb, das kann ich durchaus. Und ich freue mich so für dich. Aber jetzt los, ruf die anderen an. Alles K, ich hab dich lieb, Holly. Ich dich auch, sagt Holly, ganz doll. Sie stellt das Handy in die Ladeschale zurück und geht in die Küche, um sich Kaffee nachzubiesen. Bevor sie dort ankommt, rührt sich prompt der Büroanschluss. Seit Ende Juli hat sie keine Anrufe darüber mehr angenommen, sondern sie einfach auf ihre Mailbox oder an den Antwortservice gehen lassen. In den meisten Fällen waren es Interviewanfragen, teils von Boulevardblättern, die ihr viel Geld geboten haben. Sie hat sich die Nachrichten angehört, aber auf keine reagiert. Das Geld braucht sie nicht. Jetzt steht sie vor ihrem Schreibtisch und beäugt das Handy. Wenn es fünfmal geklingelt hat, springt die Mailbox an. Es ist schon bei Nummer drei. Sobald man meint, man hätte das Schlimmste gesehen, was Menschen zu bieten haben, stellt man fest, dass man sich geirrt hat, denkt Holly, und das Böse ist einfach grenzenlos. Das ist der Anruf, denkt sie, das ist der, auf den ich gewartet habe. Sie kann ihn entgegennehmen und weiterhin Ermittlungen durchführen, das würde bedeuten, wieder in Kontakt mit dem Bösen zu treten, das keine Grenzen kennt. Oder sie lässt ihn auf die Mailbox gehen, und wenn sie das tut, wird sie nicht mehr nur mit der Idee spielen, in den Ruhestand zu gehen, sie wird es besiegeln, den Laden dicht machen und von ihrem Reichtum leben. Es klingelt zum vierten Mal. Sie fragt sich, was Bill Hodges tun würde. Aber es gibt noch eine weitaus wichtigere Frage, was würde Bill sich jetzt von ihr wünschen? Mitten im fünften Läuten greift sie nach dem Handy. Hallo, hier spricht Holly Gibney. Was kann ich für Sie tun? Das war's? Was ist denn, wir sind nicht mehr Zeit, diecard die Klingel auszutauschen? dass ihr nicht mehr oder so, die Klingel auszutauschen, das war sie ein bisschen Internet, die Klingel auszutauschen. Wir sehen uns, Vielen Dank.